Liebe Freundinnen und Freunde des Frühaufstehens, kommt rein und setzt euch, wir wollen beginnen, denn heute haben wir wirklich ziemlich viel vor. Wir begrüßen euch sehr herzlich zu diesem Parteitag und begrüßen als allererstes unseren Bundestagsfraktionsvorsitzenden Toni Hofreiter, der auch gleich die politische Rede halten wird. Außerdem freuen wir uns über eine weitere externe Gastrede, nämlich Susanne Stumpenhusen, die Vorsitzende vom Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg. Dann sind natürlich neben Toni auch viele andere grüne MDAs, MDBs und auch zwei Europa-Abgeordnete, da habe ich zumindest gesehen, sonst korrigiert mich einmal Michael Kramer. Michael Obisto, hier vorne herzlich willkommen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass du heute hier reingekommen bist und deinen Kollegen Jan-Philipp Eilrich mitgebracht hast. JPL, herzlich willkommen und herzlich willkommen, Freunde. Vater. Ich begrüße unsere beiden Fraktionsvorsitzenden Ramona Popper und Antje Karpäck. Ich begrüße natürlich unsere Stadträtinnen und Stadträte, die ich zum Teil schon gesehen habe und unsere Berliner Bundestagsabgeordneten, die, wenn sie noch nicht da sind, bestimmt gleich kommen werden. Lisa und Ölstein sind schon pünktlich da, willkommen hier. Außerdem haben wir eine ganze Reihe von Gästen aus der Stadtgesellschaft, die auch insbesondere wegen den inhaltlichen Themen, die wir heute diskutieren, gekommen sind. Das ist einmal Iris Weber und Sabine Büttner vom Berliner Netzwerk für Grünzüge. Tilman Häuser, der Geschäftsführer vom BUND, das ist ein häufigerer Gast in unseren Reihen. Silvia Metz vom Flusspark Berlin, Frank Becker, der Landesvorsitzende vom Beamtenbund und er hat heute seinen Kollegen Michael McLaughlin von der Gewerkschaft Kommunale Landesdienste mitgebracht. Außerdem Babette Sperle vom Kita-Bündnis, Frau Dr. Köppen, die Leiterin des katholischen Büros Berlin-Brandenburg, Dr. Martin Heuer vom Paritätischen Wohlfahrtsverband und Safter Cina mit seiner Kollegin Ayşe Demir vom türkischen Bund Berlin-Brandenburg. Dann freuen wir uns natürlich, dass wieder so zahlreiche Berliner Journalistinnen und Journalisten uns heute begleiten. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und wir haben auch dieses Mal wieder einen Livestream. Der Hinweis für euch, wir haben, wie ihr wisst, ein Screen-Team. Wir sagen an dieser Stelle schon mal vielen, vielen, vielen Dank, dass man uns nicht nur in diesem Saal folgen kann, sondern auch im WWW. Super, dass ihr das wieder macht. Herzlichen Dank dafür. Wenn gleich Leute aus unserer Geschäftsstelle mit Spendenboxen durch die Reihen gehen, dann wundert euch nicht. Das liegt nicht daran, dass wir ein riesiges Haushaltsloch stopfen müssen oder so, sondern wir wollen diese LDK nützen, um zusammen für Flüchtlinge und zwar für Berlin hilft, für das Netzwerk Berlin hilft, das landesweit aktiv ist. Die packen Rucksäcke als so eine Art Start-A-Klitz, vor allem für die Menschen, die jetzt in der zentralen Erstausnahmestelle ankommen, nicht registriert sind und nicht mal die nötigsten Hygienemittel und so weiter haben. Und ja, zeigt euch großzügig. Dann vielleicht noch ein, zwei technische Hinweise. Ich beginne mal mit dem Wichtigsten, nämlich dem Essen. Es gibt entsprechende Beschlusslage, wieder vegetarische Speisen, Chili, Sinkarne, belegte Brötchen und Kuchen und für Biospeisen und Getränke sorgen diesmal Antje und Roland Kolb von Catering & More. Vielen Dank dafür und guten Appetit. So, wir sind gleich durch. Gebärdendolmetscherinnen gibt es diesmal keine, weil kein Bedarf angemeldet wurde, aber wie immer gibt es eine professionelle Kinderbetreuung. JPA, ich nehme an, für deinen ist es noch ein bisschen zu früh, aber alle, die wollen, können sich gerne an unser Team wenden, auch wenn sie noch nicht den Raum gefunden haben. So, ja und damit kommen wir jetzt zu den ernsten Dingen, nämlich den Formalier. Wir werden euch gleich ein Präsidium vorschlagen, was ihr bestätigen könnt. Zunächst einmal die Meldung von der Mandatsprüfungskommission. Wir sind beschlussfähig, das heißt, wir können auch wirklich starten. Und für das Präsidium heute wollen wir euch vorschlagen. Wer diesem Vorschlag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Vielen Dank, die Gegenprobe. Enthaltung? Dankeschön, dann sehe ich bei sehr vornehmen Enthaltungen des Präsidiums ein einstimmiges Votum. Herzlichen Glückwunsch, bitte kommt nach vorne, übernehmt und ihr dürft einmal ganz besonders laut klatschen, weil eines der Präsidiumsmitglieder, nämlich der Alexander Bartel, heute Geburtstag hat. Schöner feiern geht natürlich nicht, das ist völlig klar. Das Mikro funktioniert schon, alles gut. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, unserer Seite. Ich möchte euch auch im Namen des Präsidiums ganz herzlich begrüßen und auch für das Vertrauen danken. Wir werden versuchen, alles in unserer Macht stehende zu tun, damit dieser sonnige Tag auch hier als Parteitag ein sonniger für uns wird und mit guten Beschlüssen und wegweisenden Beschlüssen. Ja, wir haben ein paar Formalia erst mal am Anfang abzustimmen. Ihr kennt das ja alle, ihr seid ja schon öfters dabei gewesen. Und zwar fange ich mal an mit dem Beschluss über die Protokollführung. Wir haben hier zwei Vorschläge. Zum einen Britta Bijo und Lars, bitte. Ihr solltet, wenn ihr diesem Vorschlag zustimmt, jetzt einfach per Anzeichen das signalisieren. Ich sehe eine überwältigende Mehrheit, um nicht einzigstimmig zu sagen, jetzt beschließen wir die Antragskommission formal. Da sind folgende Personen nochmal zu bestätigen. Zum einen Katrin Schmidtberger, Julia Gerometta, Camilla Schuller, Nina Starr, André Schulze, Inge von Neumann. Auch hier per Anzeichen, wenn ihr diesen Vorschlag zustimmt. Das läuft ja richtig gut an. Die Mandatsprüfungskommission, dafür sind vorgesehen Giselle Orlowski und Mirko Sefzig. Auch hier bitte ich um euer Anzeichen. Ich sehe hier auch überwältigende Mehrheit. Beschluss zur Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung und die Wahlordnung des Landesverbandes, der Landesmitgliederversammlung liegen aus und werden auf der LHK angewandt. Auch das müssen wir formal, um alles korrekt zu haben, hier nochmal bestätigen. Der Anzeichen, wer stimmt dem zu? So, nochmal einstimmig. Und jetzt komme ich. Die Beschlusskommission müssen wir auch noch beschließen. Das ist die Nina Starr. Wer stimmt dem zu? Bitte Handzeichen. Herzlichen Dank dafür. Und jetzt haben wir noch zwei Dringlichkeitsanträge, die wir an dieser Stelle nochmal zulassen oder nicht zulassen wollen. Und zwar sind es einmal D01 und D03. D01, das ist der Antrag vom ersten Tag an für eine vorausschauende Flüchtlings- und Integrationspolitik. D03 ist Empfehlung der Angettkommission, neue Energie für Berlin umsetzen. und D02 wurde zurückgezogen, dass ihr das einfach nur wisst, daher stimmen wir das nicht mehr ab, wird eine Begründung der Dringlichkeit beider Anträge gewünscht, weil die Überschrift spricht für sich. Ich sehe hier keinen, sehr gut, dann können wir sofort abstimmen. Wer ist für die Dringlichkeit von D01 und D03? Auch einstimmig. Ja gut, und dann müssen wir jetzt die Tagesordnung noch verabschieden. Wir haben eine neue Tagesordnung. Ihr findet hier in der Tischvorlage 2. Hier gibt es ein paar Änderungen, um nicht zu sagen, kleine Änderungen. Top 07, der Haushalt für 2014 wurde vertagt oder wir schlagen vor, dass er vertagt wird. Der Bericht der Rechnungsprüfung und die Entlastung des Landesvorstands 2014 können wir nämlich auch ohne Probleme und Termindruck auf der nächsten LDK vornehmen. Stattdessen nehmen wir als neuen Top 7 den Antrag, Grün gewinnt gemeinsam für Berlin W05. Dann noch der Hinweis, dass die beiden Dringlichkeitsanträge, die wir hier so eben beschlossen haben, damit wir die auch richtig einordnen. D01 wird dann nach Top 6 und D03 nach dem Eidantrag 01 quasi platziert. Ja, wir haben ja einen Geschäftsordnungsantrag, das Top 7 nicht getauscht wird. Formal müssen wir das natürlich auch erlauben und auch zur Abstimmung stellen. Bitte sehr. Guten Tag, Herr Kv. Stondor. Ich habe jetzt nicht richtig verfolgen können, Top 7 tauschen. Also uns geht es darum, dass der Top 10 der ersten Tagesordnung auf der Tagesordnung auch bleibt und nicht in den März hinein verschoben wird. Aufgrund der Sachlage, der Fragen der Rechnungsprüfung, die so schnell nicht beantwortet werden konnten, aber sehr viel Sprengstoff beinhalten und wir als höchstes beschlussfassendes Gremium innerhalb des Landesverbandes Berlin müssen das wirklich eng begleiten, damit die Vergabepraxis, Spenden, Säcke-Bundesspenden, Trennung von einem Amt, Partei und Fraktion, die Compliance-Rules und nicht zuletzt die Taxikosten zur Klimakampagne und vieles andere mehr hier wirklich auch mit, also nicht durchdiskutiert werden, aber wie das Prozedere innerhalb der Partei bis Ende des Jahres durchgeführt wird, unbedingt von uns eng begleitet wird, damit es im nächsten Jahr, dem Wahljahr, anders läuft und dort wirklich auch saubere Finanzen vorgezeigt werden können. Dankeschön. Ich danke dir auch. Die Gegenrede hierzu hält Marc Obalt für unser Landesschatzmeister. Liebe Freundinnen und Freunde, guten Morgen erstmal auch von mir. Selbstverständlich, ich hätte gerne auch die Entlastung beantragt für den Landesvorstand für das Jahr 2014. 2014, das gab keine Frage. In den letzten Jahren war es immer möglich, in der letzten LDK-Woche auch noch einiges zu regeln und Fragen zu beantworten. Das haben wir vor dem Hintergrund auch eines Wahlkampfs dieses Jahr nicht geschafft. Und wir haben es ja runtergenommen, weil auch für uns Genauigkeit zur Geschwindigkeit geht. Aber ich glaube, die Fragen, die da angezeigt wurden, die lassen sich hier nicht in einer großen Runde debattieren, sondern die müssen im Landesfinanzrat, die müssen im Landesvorstand und natürlich auch zwischen der Geschäftsführung, zwischen dem Geschäftsführer und meiner Wenigkeit, meinem Referat, besprochen werden. Das haben wir vor, da sind Termine auch jetzt schon gemacht. Aber die letzte Woche war halt zu knapp, um das wirklich zu regeln. Die Fragen haben wir am Montag gekriegt, dass in einer Woche das alles abzuarbeiten, das war nicht möglich. Ich hoffe, da habt ihr für Verständnis. Aber ich möchte euch bitten, dass wir das Ganze in Ruhe auf der März-LDK machen. Da haben wir keine Hektik, das ist auch gar kein Problem. Natürlich, die Wirtschaftsprüfer sind sowieso durch. Der Rechenschaftsbericht des Bundesverbandes ist ordnungsgemäß bei Bundestagspräsidenten. Also da ist gar kein Problem, da haben wir keinen Druck. Wir werden das vernünftig aufarbeiten und euch das Ergebnis im halben Jahr vorstellen. Deswegen bitte ich euch, den Antrag abzulehnen und von der Tagesordnung zu nehmen. Dankeschön. Herr Watt, ich danke dir für die Ausführungen. Jetzt haben wir einen Antrag, den wir abstimmen. Der Antrag lautet Beibehaltung Top 7 Haushalt 2.14 heute zu behandeln. Wer diesem so zustimmen möchte, möchte das jetzt per Handzeichen signalisieren. Ich sehe eins, zwei, drei. Wer ist dagegen? Damit ist der Antrag abgelehnt. Dann stimmen wir jetzt nochmal über die, wie vorhin von mir vorgestellte, neue Tagesordnung, die ihr auch auf der Tischvorlage 2 seht ab, um das auch formal alles korrekt zu haben. Wer stimmt der neuen Tischvorlage, wie sie euch vorliegt und wie ich sie hier vorgestellt habe, zu Tagesordnung? Habe ich gesagt, was war ich jetzt gesagt? Tagesordnung natürlich. Danke. Gott sei Dank sind meine Kollegen achtsamer als ich. Ja, damit haben wir die Tagesordnung geschlossen und wir gehen über zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das wäre der Tagesordnungspunkt 3 und hier haben wir einen Gast, der schon begrüßt worden ist. Auch ich möchte ihn ganz herzlich begrüßen, weil er auch in der Bundestagsfraktion sozusagen mein Chef ist. Der Fraktionsvorsitzende der grünen Bundestagsfraktion, einer der Fraktionsvorsitzenden. Und Toni Hofreiter hier zu Gast in Berlin-Mitte. Herzlich Willkommen, du hast mich so glücklich. Liebe Freunde und Freunde, auf guten Morgen von meiner Seite. Vielen Dank, Özcan, dass du sagst, ich bin dein Chef. Ich hoffe, wir sehen zukünftig immer alles so und wir kriegen zukünftig immer einheitliche Abstimmungsvoten hin. Es wäre zumindest mal ein frohmer Wunsch an diesem schönen, wunderbaren, sonnigen Samstag. Aber wenn wir insgesamt nach Deutschland schauen, dann sehen wir, dass im Moment in Deutschland spannende, aufregende, komplizierte, anstrengende Dinge passieren. Ich war die letzten Tage, mehrere Tage unterwegs an unseren südlichen Grenzen, insbesondere in Bayern, wo täglich mehrere tausend Menschen zu uns kommen. Was eine nicht einfache Aufgabe ist, was viele staatliche Stellen an die Grenzen ihrer Belastung bringt. Aber wenn man sich anschaut, welche gigantische Hilfsbereitschaft man da beobachten kann. In ganz Deutschland kann man eine gigantische Hilfsbereitschaft ziehen. Man kann an der Grenze eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft ziehen. Wir stellen fest, dass überall Helferkreise sich gründen, dass die Menschen mehr spenden, als überhaupt angenommen werden kann. Wir stellen fest, dass in vielen Ortschaften, obwohl so viele Flüchtlinge zu uns kommen, die Helferkreise mehr Mitglieder haben, als die Flüchtlinge in die Ortschaft kommen. Ich glaube, wenn wir uns das alles anschauen, dann können wir einfach wirklich dankbar sein und können diesen Leuten ganz, ganz groß Danke sagen, was die alles leisten. Aber nicht nur die Ehrenamtlichen leisten Grandioses. Ich habe gesehen, dass Bundespolizei und Ehrenamtliche, dass Bundespolizei und Leute von der Hand TV zum Teil eng zusammenarbeiten. Ich habe gesehen, dass Deutsches Rot des Kreuz, dass die anderen Hilfsorganisationen, dass THW, das Bundeswehr wirklich mithilft. Ich war in Kasernen und bei Kasernenstandorten, wo die Soldaten praktisch nichts anderes mehr machen, als sich um Flüchtlinge kümmern. Das heißt, wir können auch sehr, sehr dankbar sein, was viele, viele Mitglieder des öffentlichen Dienstes leisten, was viele, viele Mitglieder der Hilfsorganisationen leisten. Und wenn wir uns unsere Bundesregierung anschauen, dann stellen wir ja fest, dass Frau Merkel, von der man gar nicht dachte, dass sie überhaupt in der Lage ist, einen deutlichen Standpunkt zu beziehen und klare Sätze zu sagen, plötzlich in der Lage ist, klare Sätze zu sagen in dieser schwierigen Krise. Natürlich muss man eindeutig sagen, dass diese Bundesregierung die Tatsachen über viele, viele Jahre ignoriert hat. Denn es ist ja nicht so, dass der Bürgerkrieg über Nacht ausgebrochen ist, dass plötzlich Millionen von Menschen auf die Flucht gegangen sind, sondern die Fluchtkrise ist seit vielen, vielen Jahren in der Welt. Wir haben seit vielen Jahren Millionen von Flüchtlingen, bloß in der Vergangenheit haben viele dieser Flüchtlinge es nicht geschafft, entsprechend zu uns zu kommen, weil sie in der Türkei aufgehalten worden sind. Oder die Länder an den Außengrenzen haben die Flüchtlinge entsprechend in ihren Grenzen behalten. Aber da kann man jetzt dazu sagen, drüber lamentieren. Man müsste sich auch von Seiten der Bundesregierung mal überlegen, wie es eigentlich so weit kommen konnte, dass man so kurzsichtig war, dass man sich so überhaupt nicht vorbereitet hat. Aber jetzt kommt es darauf an, dass wenigstens jetzt das Richtige passiert. Und wenn ich mir anschaue, passiert denn jetzt das Richtige, wenn man in die zweite Reihe hinter Frau Merkel, wenn man hinter Frau Merkels schöne Sätze schaut. Und da sieht man zum Beispiel, und ich meine, ihr kennt sie noch besser wie ich, die CDU Berlin. Die CDU Berlin, die ja irgendwie eine Zeit lang versucht hat zu simulieren, als wenn sie Großstadtpartei wäre. Und jetzt, wo es darauf ankommt, jetzt, wo es darauf ankäme zu beweisen, dass man Großstadtpartei ist, dass man wirklich weltoffen ist, was tut sie dann? Sie fällt zurück in ihren alten, miefigen Glock und es stellt sich raus, dass sie doch nichts anderes ist, als die kleingeistige Spießerpartei. Und was man ja schon feststellen kann, ich meine, wenn man sich die drei von der CDU anschaut, ich meine, ihr habt ja davon bei euch von der Fraktion den schönen Satz gesagt, wenn Frau Merkel meint, wir schaffen das, dann hat sie ganz sicher nicht diese drei Senatoren von der Union gemeint. Aber nicht nur, dass sie mit dumpfen Sprüchen glänzen, sie erweisen sich auch noch als unfähig, die Probleme zu organisieren. Und ich meine, wozu braucht man eine CDU, die weder organisieren kann, noch zur Offenheit der Großstadt steht? Dumpf und organisationsunfähig? Also, so eine Partei braucht man wirklich nicht an einer Regierung. Aber es sind ja leider nicht die Einzigen, die entsprechend dumpf und unfähig agieren. Ich meine, dem ist er, unser Innenminister. Unser Innenminister erweist sich auch als offensichtlich überfordert in der Krise. Und was ich, ich meine, man hört es mir ja aber unvermeidlich an, auch wenn ich mir große Mühe gebe, nicht zu stark Dialekt zu sprechen, wisst ihr alle, dass ich aus einem südlichen Bundesland namens Bayern komme. Und ich muss leider eingestehen, der peinlichste, der unverschämterste, der, für den man sich am meisten schämen muss, ist leider wieder der bayerische Ministerpräsident, Spiegel Online hat analysiert, gar nicht meine Worte, dass er eine braune Rhetorik gebraucht. Das ist etwas, wofür man sich wirklich schämen muss. Und wofür man sich am meisten schämen muss, ist, dass dieser Mann Herrn Orban reingeladen hat. Ich meine, das sind Flüchtlinge, das sind Flüchtlinge, die den Fastpumpen in Syrien entkommen sind. Das sind Flüchtlinge, die den Folterkellern Ersatz entkommen sind. Das sind Flüchtlinge, die Tage und Wochen unter schwersten Bedingungen sich an die Grenze der Europäischen Union durchgeschlagen haben. Und was? Schwer traumatisierte Leute, Familien, Kinder und anstatt sie mit offenen Augen zu empfangen, anstatt zu sagen, wie kann man ihnen helfen, wie kann man diesen Menschen, die Schrecklichstes erlebt haben, zu helfen, lässt er sie niederknüppeln, lässt sie mit Wasserwerfen empfangen, zieht Stachelgrad. Und so ein Regierungschef wird von einem Ministerpräsidenten profiert, wird eingeladen mit so einem Regierungschef, macht was ich gemein. Und da muss ich auch Frau Merkel fragen lassen, mit wem sie da eigentlich zusammenarbeitet. Nämlich er ist ja nicht nur bayerischer Ministerpräsident, sondern er ist auch Bundesvorsitzender der CSU. Und diese CSU sitzt in der gleichen Regierung, wie Frau Merkel sitzt, die im Grunde etwas ganz anderes behauptet. Wenn Frau Merkel ihre Worte eigentlich ernst meint, wenn sie ihre Worte wirklich ernst meint, dann müsste sie eigentlich die CSU aus der Regierung schmeißen. Und was mich am meisten nervt, ist dieses Geschwafel von CDU, von Teilen der CDU, von der CSU. Und leider auch von Teilen der SPD, dass irgendwie die Grenzen erreicht sind, wo man jetzt diese Grenze schließen müsste. Und dann heißt es aber, das ist realistisch. Das ist Realpolitik. In meinen Augen ist es komplett naiv. Nicht selbst, wenn es ihnen gelingen würde, den Paragraf 16 aus dem Grundgesetz rauszuoperieren, ihn komplett rauszuoperieren. Ja, was wäre dann? Die Menschen kommen aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention. 98% der Flüchtlinge, die im Moment ein Aufenthalt für gekommen, kommen aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention. Wollen sie auch noch aus der Genfer Flüchtlingskonvention austreten, unsere sogenannten Realpolitiker, dieser ganz großen Koalition. Oder die Genfer Flüchtlingskonvention ist sogar grundifiziertes Recht in der Europäischen Union. Wie wollen sie denn das rechtlich überhaupt regeln? Das heißt, es geht erst bei rechtlich schon gar nicht. Und ich vermute, sie wissen, dass es rechtlich nicht geht. Deshalb ist es in der Hinsicht nur dummer Populismus. Aber was mich persönlich auch interessieren würde, ist, wie wollen sie es denn praktisch machen? Wenn sie eine Grenze festlegen, sagen wir von 800.000 Menschen. Und dann kommt der 800.000 einste Mensch, der im Bürgerkrieg in Syrien oder im Irak entkommen ist, der in Folterkerlern von Assad entkommen ist. Und zu dem sagen sie dann, nein, du darfst jetzt nicht kommen. Und wird er dann sagen, nachdem er sich durchgeschlagen hat, durch die Stahldrahtzäune und bis an die deutsch-österreichische Grenze es geschafft hat, wird er dann sagen, ah, okay, das sehe ich ein, ich gehe jetzt zurück. Wie wollen sie denn das praktisch ran trauen? Wie wollen sie denn das so auch umsetzen? Wollen sie dann auch Knüppel einsetzen, Gummiknüppel, gehen aus dem Bürgerkrieg in kommende Flüchtlinge? Wollen sie auch einen Stahlrad ziehen, um Deutschland rum? Nicht nur an der Südgrenze, sondern vielleicht um ganz Deutschland rum? Wollen sie auch Wasserwerfer einsetzen? Deshalb dieses ganze Geschwätz ist nichts anderes als naives, realitätsferndes, populistisches Geschwätz. Was wir jetzt brauchen, sind praktische Lösungen. Warum? Warum sind beim Bundesamt für Migration und Flucht noch immer hunderte und aberhunderte von Stellen nicht besetzt? Warum sorgt man dann mit mehr Druck dafür, dass die Stellen wenigstens professorisch besetzt werden? Ich kann ja verstehen, dass man nicht von heute auf morgen da top ausgebildete Leute dafür findet, weil man diese Ausbildung in der kürzesten Zeit schafft. Aber dann nehme ich halt andere Verwaltungsbeamte, die den Verwaltungsvorgang umsetzen können. Warum? Warum? Und das habe ich erst vor kurzem wieder erlebt an den Grenzen. Da haben wir ehrenamtliche Helfer berichtet, dass manche Flüchtlinge viermal, fünfmal registriert werden. Warum kann man sich nicht wenigstens verständigen, dass die Flüchtlinge, wenn alles schon so komplettiert ist, wenigstens einmal registriert werden in unserem im Grunde gut verwalteten Staat? Warum müssen die bis zu fünfmal registriert werden? Warum kann man das nicht vereinfachen? Oder ein anderer ganz einfacher Vorschlag, den viele ehrenamtliche gemacht haben, der häufiger mich herangetragen worden ist. Ganz viele der Menschen, die da kommen, die haben Verwandte, die haben Bekannte, die wissen eigentlich, wo sie hinwollen. Die haben eine Wohnung, wo sie aufgenommen werden würden. Warum erlaubt man diesen Leuten nicht unbürokratisch, klar nachdem man sie registriert hat, damit man weiß, wer im Land ist. Warum erlaubt man diesen Leuten nicht einfach zu ihren Verwandten oder Bekannten zu ziehen? Es wäre einfacher, es würde entsprechend die Unterkünfte entlasten und es wäre für die Menschen auch das Allerbeste. Warum erlaubt man sowas nicht? Oder andere Frage, warum kann sich die Großen Koalition nicht dazu durchbringen, dass man den Menschen, die aus Syrien geflohen sind? Klar, viele Leute sagen jetzt, sie sind aus Syrien. Das macht niemals festgestellt, dass sie wirklich aus Syrien sind. Warum man dann nicht einfach sagt, gut, du bist aus Syrien. Menschen aus Syrien bekommen zum Glück eine hundertprozentige Anerkennungsquote. Wenn man dann nicht einfach sagt, wir lassen das aufwändige, bürokratische und komplizierte Asylverfahren schlichtweg wegfallen, nachdem er festgestellt hat, dass sie aus Syrien sind, da er eh hundertprozentig anerkannt wird. Das sind Fragen, die an diese Bundesregierung haben. Warum handelt die entsprechend nicht dazu? Und selbstverständlich brauchen wir auch die Solidarität der anderen europäischen Länder. Und es ist, wenn man sich anschaut, was bei uns die Menschen leisten, einfach absolut lächerlich, wenn Cameron bekannt gibt, dass er jetzt niemand mehr aufnimmt, sondern vielleicht 20.000 Flüchtlinge in fünf Jahren. Das ist das, was an manchen Wochenenden in München nur ankommt. Das ist lächerlich und das ist peinlich und es ist beschämend, wie manche Regierungen agieren. Aber ich glaube, bevor wir uns da selbst zu groß machen, und wir können wirklich dankbar sein, was ein Teil der Menschen in Deutschland leistet, sollte man uns auch erinnern, wie sich Deutschland, die deutsche Bundesregierung in den vergangenen Jahren verhalten hat. Nämlich die Europäische Kommission hat alle zwei Jahre versucht, das unsolidarische und ungerechte Ablindverfahren abzuschaffen. Und sie ist immer wieder am Widerstand Deutschlands gescheitert. Und jetzt fordern wir Solidarität von den anderen Ländern ein. Ja, bei uns in der öffentlichen Debatte ist nahezu vergessen, dass wir die vergangenen fünf, sechs Jahre völlig als Bundesrepublik unsolidarisch waren. Aber in den anderen Ländern ist es nicht vergessen worden. Und deshalb, wenn Frau Merkel wirklich Solidarität von den anderen Ländern ernsthaft einfordern will, und man muss diese Solidarität einfordern, wäre es eine große, eine notwendige Geste, wenn Sie sagen würden, ja, mit dem Dublin-System, dass wir die ganze Last auf Italien, auf Griechenland abgewälzt haben, da waren wir unsolidarisch. Dafür entschuldigen wir uns. Das war auch uneuropäisches Verhalten, aber es geht so nicht weiter. Nicht, wenn wir so weiter agieren, dann scheitert am Ende Europa. Und deshalb, wir entschuldigen uns als Bundesrepublik Deutschland. Sie als Frau Merkel entschuldigt sich bei den anderen europäischen Ländern, insbesondere bei Italien und Griechenland, für die Unsolidarität. Und im Ausgleich dafür fordern wir mit umso mehr moralischem Anspruch, dass jetzt Solidarität her muss. Nämlich, wenn wir diese Flüchtlingskrise nicht entsprechend unseren europäischen Werten anhand haben, dann besteht die große Gefahr, dass die Europäische Union scheitert. Und deshalb ist es ganz, ganz großer Bedeutung, dass man da von Frau Merkel, von der Bundesregierung, ein paar klare und eindeutige Worte zu erwarten hat. Und natürlich, natürlich müssen wir an die Fluchtursachen bekämpfen. Aber, ich glaube, da brauchen wir uns keiner Naivität hingehen. Die Fluchtursachen bekämpfen ist ein mühevoller und langfristiger Vorgang. Und ich habe da auch nicht die Naivität, dass man mit einfachen Militäreinsätzen die Probleme lösen kann. Das heißt nicht, dass man nicht ab und zu Militäreinsatz braucht. Aber wir haben gesehen, in Afghanistan, seit vielen, vielen Jahren ist jetzt da westliches Militär. Und im Moment hat man den Eindruck, wir stehen wieder fast in der gleichen Situation, wie wir schon vor zehn Jahren gestanden sind. Auch der Militäreinsatz in Libyen, von dem ich gestehen muss, dass ich es für richtig hielt, damals, als man die Panzerkolonnen von Gaddafi zusammengepumpt hat, als die Benghazi mit der Aussage zugeholt sind, dass Herr Gaddafi vorhat, die Bevölkerung in Benghazi zu töten, in großer Zahl. Aber man sieht ja, es hat nicht die erhoffte Wirkung. Es hat nicht die Hoffnungen erfüllt, dass man friedliche, wenigstens einigermaßen friedliche, wenigstens einigermaßen sich selbst organisierende und funktionierende Staaten geschaffen hat. Das alles wird weitaus komplizierter. Das heißt nicht, dass man einen neuen Militäreinsatz braucht. Aber ich glaube, wir müssen auf langfristige, komplizierte und wir müssen auch sehr, sehr ehrlich evaluieren, was hat was geholfen wirklich und was hat nichts gebracht. Und da helfen uns auch bestimmte Grabenkämpfende, Militär ja oder Militär nein, denn es gibt Einsätze, die können sinnvoll sein. Aber man war da, ich glaube auch wir als Bundesgrüne, in Teilen zu optimistisch, was man mit Militär erreichen kann. Aber einige Punkte sind wiederum ganz klar und eindeutig. Es gibt das World Food Programm und jedes Jahr geht am World Food Programm, das die Flüchtlinge in den Flüchtlingslagern in Jordanien, im Libanon, in der Türkei versorgt, geht diesem World Food Programm Mitte des Jahres, meistens August, September, nahezu das Geld aus. Jedes Jahr passiert es und dann müssen die Rationen runtergesetzt werden, dann müssen die Rationen zum Teil so stark gekürzt werden, dass die Menschen von 50 Cent am Tag leben müssen. Zum Teil in manchen Flüchtlingslagern in Syrien wurden die Rationen nahezu auf null gesetzt. Die Menschen hungern. Und wenn die Menschen natürlich hungern in den Flüchtlingslagern, wo sie dachten, dass sie in Sicherheit sind, dann überlegt man sich natürlich gut, ob man da bleiben will oder ob es nicht wenigstens irgendeinen Ort gibt, wo man wenigstens nicht hungert. Und deshalb ist unsere Erwartung und unsere Forderung an die Bundesregierung, sagen sie wenigstens dafür, wir erwarten nicht, dass sie für alle die schwierigen Probleme der Welt eine Lösung haben. Aber was man erwarten kann, dass die 50, 60, 80 oder 100 Millionen Euro, was für unseren Bundeshaushalt nicht die Welt an Geld ist, dass diese Millionen Euro rechtzeitig überwiesen werden, dass wenigstens am World Food Programm in Zukunft nie mehr das Geld ausgeht. Wenigstens so viel kann man erwarten von dieser Bundesregierung. Und es gibt natürlich weitere Fluchtursachen. Es sind nicht nur die Kriege und Bürgerkriege. Wenn wir uns unsere Wirtschaften anschauen, dann stellen wir fest, dass die Europäische Union und auch Deutschland viele Regionen der Welt in fast kolonialer Manier weiter ausbeutet. Wir geben nicht unerhebliche Steuergelder-Summen aus, damit Fischereiflotten subventioniert werden. Und diese Fischereiflotten fangen dann die Meere von Westafrika und von den Küsten Afrikas leer. Ja, muss man sich denn wundern, dass Fischer, denen man den gesamten Fisch weggefangen hat und die kleine Boote haben, dass die sich dann überlegen, ja, was mache ich mit meinen Booten, dass die den einfach akzeptieren, ja gut, jetzt hunge dich einfach. Und das war's dann, dass die sich vielleicht in ihre Boote setzen und irgendwo hinfahren, wo sie eine bestimmte Chance haben, wenigstens auf ein besseres Leben. Es braucht einen doch nicht wirklich verwundern. Deshalb, man könnte da als Minimum aus dieser Krise lernen, dass wir in Zukunft nicht mehr massenhaft Subventionen geben, um den Menschen in Westafrika oder Afrika ihre Fanggründe zu plündern. Wenigstens das könnte man erwarten von der Europäischen Union. Wenigstens das könnte man doch von Deutschland erwarten. Oder weiteres Beispiel. Deutschland ist das Hauptproduktionsland inzwischen, nahezu weltweit und auf alle Fälle in der Europäischen Union, für billiges Hühnchenfleisch. Und was passiert mit diesem billigen Hühnchenfleisch? Bei uns werden nahezu bloß Brustfleisch und Fleisch die Kräulen gegessen. Der Rest wird exportiert. Der Rest wird exportiert überwiegend nach Afrika. Und ich habe vor kurzem auf einer unserer Konferenzen einen Mann aus Ghana getroffen, der erzählt hat, ja, er ist auch hierher geflohen und früher war er Landwirt. Früher gab es bei ihnen eine florierende Landwirtschaft, aber sie mussten alle pleite. Sie sind alle pleite gegangen. Sie mussten alle aufgeben. Sie mussten ihr Land verkaufen, weil sie einfach keine Chance hatten, gegen das subventionierte, billige Hähnchenfleisch, das auf der Europäischen Union zu ihnen exportiert wird. Ja, ist das eine Politik, die Fluchtursachen bekämpft? Und dann läuft Herr Müller, unser Entwicklungsminister, rum und sagt, ja, er bemüht sich sozusagen um eine nachhaltige Landwirtschaft. Ja, es wäre doch mal schon viel, wenn wir aufhören würden, den Menschen in ihren Regionen ihre Lebensgrundlagen aktiv kaputt zu machen. Das wäre doch schon mal ein großer Schritt. Und als ich an einem der ersten Wochenende in München war, so Mitternacht, als diese vielen Flüchtlinge nach München gekommen sind, haben mich zwei Streifenpolizisten angesprochen. Herr Hofleiter, wie geht denn das eigentlich weiter? Und konnte ich auch nicht klar. sagen, aber was sie eigentlich wissen wollten war, warum gelingt es uns als reiche Bundesrepublik Deutschland nicht mal einen Beschluss zu fassen, dass wir aufhören, Waffen in Krisenregionen zu exportieren. Und das war etwas, was sie wirklich wissen wollten. Und sie konnten es überhaupt nicht verstehen. Und ich muss Ihnen sagen, es gibt leider keine Mehrheit im Deutschen Bundestag dafür. Und es war ihnen absolut unverständlich, den beiden Streifenpolizisten, die sich damit darum gekümmert haben, die Flüchtlinge, die den Bürgerkrieg entkommen sind, in Empfang zu nehmen. Und ich finde das auch persönlich unverständlich. Ich glaube, man hat sich einfach zu viel gewöhnt in unserem Land. Man hat sich daran gewöhnt, dass es eine Regierung gibt, aus einer christlich-demokratischen Union, aus einer christlich-sozialen Union und einer angeblichen Sozialdemokratie, die einfach ohne sich groß was zu denken, weiter Waffen in Krisenregionen exportiert. Wenn uns das nicht einmal gelingt, abzustellen, haben wir einfach jedes Recht verloren, als Bundesrepublik Deutschland entsprechend über Wirtschaftsflüchtlinge, über all diese Frechheiten, die diese Politiker aus diesen Parteien vor sich zu geben. Stellen Sie doch erstmal endlich die Waffenexporte ab, in die Krisenregionen. Das wäre doch ein Minimum, was wir erwarten könnten. Und natürlich gibt es eine ganze Reihe perspektivischer weiterer Fluchtursachen. Wenn ich denke an die Klimakrise. Und die Klimakrise, von der wir jetzt bereits wissen, dass sie auf uns zukommt. Und trotzdem handelt die Bundesrepublik Deutschland, handelt die Staatengemeinschaft nett gemäß. Und da sind wir auch ganz entscheidend, direkt bei der Stadt Berlin. Denn perspektivisch werden ganz, ganz große Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten in Städten leben. Und das heißt, es wird sich in den Städten entscheiden, ob wir unsere Lebensgrundlagen retten oder ob wir unsere Lebensgrundlagen zerstören. Es wird sich ganz, ganz entscheidend daran liegen, welche Politik in den Städten gemacht wird. Und dann kann Berlin, Berlin ist jetzt im weltweiten Maßstab gesehen, wie eine mittelgroße Stadt. Muss man ehrlicherweise sagen. Denn es gibt weltweit viele Städte mit 10, 15, 20 Millionen. Aber Berlin ist eine sehr, im europäischen Maßstab sehr große und im weltweiten Maßstab immer noch eine große und eine wachsende Stadt. Und da könnte man, wenn man einen entsprechenden Quatschstattler im Senat hätte, doch Berlin zu einer Modellstadt machen. Zu einer Stadt, die zeigt, wie es geht. Zu einer Stadt, die zeigt, wie man wachsen kann. Die zeigt, wie man trotzdem klimafreundlich sein kann. Die zeigt, wie man die sozialen Probleme in den Griff kriegt. Die zeigt, wie man mit der Migrationsfrage wirklich vernünftig umgeht. Aber wenn ich mal anschaue, was ich das an Äußerungen von Politikern der Großkoalition in Berlin lese, dann hat man den Eindruck, dass die Union überhaupt nicht verstanden hat, dass es eine öffentliche Aufgabe ist, die Entwicklung der wachsenden Stadt zu gestalten und die SPD auf die alten Rezepte der 70er Jahre sitzt. Auf die Rezepte, wir bauen einfach möglichst viele Wohnsilos hin und dann in 20 Jahren per Programme wie soziale Stadt vom Bund uns entsprechend das schon sanieren. Aber man könnte doch gleich von Anfang an die Dinge richtig machen. Man könnte doch gleich von Anfang an nicht nur Wohnsilos fahren, denn wir brauchen dringend Wohnungen in Berlin. Wir brauchen in allen Ballungsräumen dringend Wohnungen. Und vor allem brauchen wir dringend bezahlbare Wohnungen. Nicht diese Statistikspiele, dass hier Wohnungen gebaut werden. Und ich kenne eben mit der Reine dieser Wohnungsblocks. Wenn man da abends vorbeigeht, dann stellt man fest, naja, vielleicht 10% der Wohnungen sind wirklich bewohnt, weil die Faktos sind das Spekulationsobjekte. Das heißt, wir brauchen in zahlbaren Wohnraum. Das ist dringend anzubauen. Aber wir brauchen nicht reine Wohnsilos, sondern man muss natürlich auch die Verkehrspolitik bedenken. Man muss natürlich auch nur PNV bedenken. Man muss sich natürlich auch überlegen, wie gestaltet ich das gesamte Umfeld, dass ich nicht am Ende nur ein reines Sanierungsgebiet geschaffen habe. Und dafür braucht es entsprechende Maßnahmen, wie sie von Seiten der Grünen vorgeschlagen werden. Da habt ihr ein wunderschönes Maßnahmenpaket zusammengestellt in eurem Antrag. Und allein deshalb wünsche ich mir, dass ihr hier bei der nächsten Wahl endlich wieder Teil des Berliner Senats werdet. Nämlich die Union erkennt das Problem nicht und die SPD ist einfach in den 70er Jahren entsprechend gefangen und setzt auf nichts anderes, als auf Beton und auf Auto. Dabei hat Berlin eine integrierte Stadtentwicklung, eine moderne Stadtentwicklung, eine Stadtentwicklung, die wirklich zukunftsfähig ist, verdient. Und jetzt ließe sich noch vieles sagen zum VW-Skandal, wo sie einfach zeigt, wie Kumpanei zwischen Bundesregierung und Konzernen am Ende nicht nur die Gesundheit der Menschen in den Städten gefährdet, sondern auch die Zukunftsfähigkeit einer der wichtigsten Industrien gefährdet. Wenn ich VW einen Ratschlag geben dürfte und dieser Bundesregierung, dann kommen die vor allem doch eins aus der Krise, dass sie in Zukunft nicht nur die schnellsten Autos bauen, sondern mit Porsche, sondern in Zukunft einfach die sauersten Autos bauen und das ist real und nicht durch Trickserei. Und es ließe sich noch vieles sagen zum Klimaschutz. Es ließe sich vieles dazu sagen, dass wir raus müssen aus der Braunkohle und aus der Steinkohleverbrennung. Es ließe sich vieles dazu sagen, dass das eine harte Auseinandersetzung wird und nicht einfach nur die Rede. Nämlich, wenn wir schlichtweg zu den Betreibern der Braunkohle-Kraft-Arg gehen und sagen, wenn Daniel oder Bettina oder Antje oder Ramona hier gehen und sagen, entschuldigt, ihr macht unsere Lebensgrundlagen kaputt, glaube ich, werden die nicht sagen, ach stimmt, das hat uns doch gar keiner gesagt. Ich habe dir so recht. Ich glaube, wir stellen diese Braunkohle-Kraft-Arg jetzt ab. Es tut uns echt leid. Nein, ich glaube, das wird eine ganz, ganz harte politische Auseinandersetzung. Und deshalb, es gibt Verbündete in der Wirtschaft, im Bereich der regenerativen Energien und im Bereich des Handwerks. Aber es gibt einfach auch ganz klare Gegner und darauf muss man sich einstellen, dass man da in einer harten politischen Auseinandersetzung ist. Denn wir wollen denen ihr Geschäftsmodell wegnehmen. Und das haben die verstanden. Und wir wollen das nicht nur, sondern wir müssen denen ihr Geschäftsmodell wegnehmen, wenn wir unsere Lebensgrundlagen retten wollen. Aber es tut mir leid, dass ich jetzt dann gleich weg muss. Nämlich gleichzeitig zu einer LDK findet eine große Demonstration gegen TTIP statt. Eine Demonstration, die ich auch für Berlin für große Wichtigkeit halte. Nicht bei TTIP droht, die Daseinsversorge verscherbelt zu werden. Bei TTIP droht demokratische Gestaltungsrechte verscherbelt zu werden. Deshalb, ich wünsche euch noch einen spannenden Parteitag. Ich wünsche euch, dass es euch gelingt, ganz klar deutlich zu machen, dass Berlin mehr verdient hat, als dumpfe Spießigkeit von der CDU. Und ja, inkompetente, wie man Berliner Großflughafen sieht, inkompetente Betonpolitik von Seiten der SPD. Sondern dass Berlin verdient hat, als eine wunderschöne Stadt wie es ist, dass sie endlich vernünftig regiert wird. Nicht nur vernünftig regiert wird, sondern zukunftsfähig regiert wird. Und dafür wünsche ich euch jetzt viel Erfolg. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Versammlungen, liebe Gäste, wir kommen jetzt zu unserer Flüchtlingsaktion. Wir wollen ganz herzlich Danke sagen an engagierte Bündnisgrüne, die sich in ganz Berlin für Flüchtlinge einsetzen. Und dazu möchte ich dann auch gerne Bettina auf die Bühne bitten. Vielen Dank. Ich bin nicht die, die sich am meisten einsetzt, sondern ich bin die, die hier ist, um Danke zu sagen und das wirklich aus vollem Herzen. Ich bitte zuerst mal alle hier im Saal, die sich engagieren, vor Ort in den Bezirken, in Initiativen und in der Flüchtlingshilfe und in den Heimen, zu mir auf die Bühne zu kommen. Ich weiß, dass es viele von euch gibt, die das aus Bescheidenheit nicht tun wollen. Tut's bitte trotzdem. Es ist einfach richtig. Vielen Dank. Die Bühne ist zu klein. Das ist schon ein gutes Zeichen. Ich glaube, über das Ausmaß der Herausforderung, die wir gerade erleben, muss ich nichts mehr sagen. Da hat Toni schon eine sehr eindrucksvolle Rede gehalten. Wir werden später noch über das, was Toni auch völlig zu Recht eingefordert hat, diskutieren, nämlich praktische Lösungsvorschläge. Denn das ist jetzt das, was jetzt gefragt ist. Dazu haben wir einen Antrag, dazu haben wir später noch eine Debatte. Aber jetzt ist es tatsächlich an der Zeit, einmal Danke zu sagen, exemplarisch. Denn es gibt natürlich sehr viel mehr als die grünen Aktiven, die jetzt hier mit mir auf der Bühne stehen. Es gibt auch noch viel mehr als die, die hier hinten auf den Dias seht. Es gibt in jedem Bezirk sehr viele von uns und natürlich tausende weitere Menschen in der Stadt, die sich für Flüchtlinge engagieren. Und ich muss sagen, ihr seid das helle Gesicht Deutschlands. Da hat der Bundespräsident, glaube ich, wirklich ein gutes Wort geprägt. Ihr seid diejenigen, ich weiß, es geht euch nicht um grüne Politik dabei. Ihr zeigt hier keine grünen Gesichter, aber ihr zeigt den Menschen das Freund, die hier ankommen nach Flucht und Verfolgung und Not. Ihr zeigt ihnen das freundliche Gesicht Deutschlands. Ihr zeigt ihnen, dass sie hier willkommen sind. Und ich danke euch dafür im Namen auch einfach aller Menschen in Berlin und im Namen aller Flüchtlinge. Danke euch. Ich möchte auch noch einen persönlichen Dank anführen. Es wissen wahrscheinlich nicht alle von euch, dass ich aus einer teils jüdischen Familie komme. Und für alle Menschen aus jüdischen Familien ist es immer eine Frage, wie sehr man sich in Deutschland tatsächlich zu Hause fühlen kann. Man tut es nie ganz bruchlos, auch wenn Deutschland ganz klar mein Heimatland ist. Und der Maßstab für mich und auch für meine Familie ist immer, wie die Menschen in Deutschland mit Fremden umgehen, mit Migranten und mit Flüchtlingen. Und ich muss sagen, danke auch dafür. Ich bin wirklich stolz darauf, dass es so viele Menschen wie euch gibt, die so eine klare Entscheidung getroffen haben. Das macht, ach, dieses Aufbüllen der Zivilgesellschaft gibt mir nicht nur die Sicherheit, im richtigen Land zu leben. Es ist auch etwas, und das muss man an der Stelle auch nochmal betonen, was ihr und viele andere in der Stadt und im Bundesland im Moment leisten, geht weit über das hinaus, was eigentlich ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zu tun hätten. Ihr leistet Aufgaben, von denen man eigentlich denken müsste, das müssten Profis machen, das müsste ganz woanders erledigt haben. Und ohne euch würde aber ganz vieles zusammenklappen. Und deswegen will ich auch mal diesen Dank hier verbinden mit einem Angebot, mit dem Angebot einer Oppositionspartei an den Senat. Wir sind bereit, das zeigen unsere Aktiven vor Ort, das tun wir aber auch als Fraktion und auch als Partei. Wir sind bereit, alles zu unterstützen, was wirklich hilft und was uns wirklich voranbringt in der Versorgung, Unterbringung und schnellen Integration der Menschen, die hierher gekommen sind. Wir sind nicht bereit für falsche Symbolpolitik auf dem Rücken der Menschen. Ich habe euch schon gesagt, dass ich hier nur exemplarisch sprechen kann. Ich kann bei den vielen Menschen auf der Bühne nur exemplarisch ein paar erwähnen. Ich möchte euch nur noch ganz kurz einen Eindruck davon geben, wie unterschiedlich auch die Dinge sind, für die die Menschen sich hier einsetzen. Da gibt es zum Beispiel Holger Michel, Bernd Schwarz und ich glaube auch Heidi Deggetos, die in Charlottenburg-Wilmersdorf helfen. Da gibt es im Rathaus Wilmersdorf ein großes Heim mit 800 Menschen, noch mehr Plätzen, die man eigentlich verwenden könnte, wo die Ehrenamtlichen im Grunde nicht nur beim Papierkram helfen, nicht nur Betten aufbauen und nicht nur Ruheräume schaffen und sich um die Kinder kümmern, sondern wo sie im Grunde das Heim koordinieren. Das sind Dinge, die dieser Senat sich hinter die Ohren schreiben muss. Ich halte mich an dieser Stelle zurück, weil wir zu den praktischen Vorschlägen noch kommen, aber es ist ein Beispiel dafür, wie ein Heim gar nicht funktionieren würde ohne ehrenamtliche Helfer. Wir haben Menschen wie Thomas Künstler und auch da weiß ich, es gibt mehrere noch in unserer Partei davon, die ihr Privatleben, die ihre Privatwohnung geöffnet haben und eine Familie bei sich zu Hause aufgenommen haben. Auch das ist ein großer Schritt, den viele von uns ganz scheuen würden. Auch dafür vielen Dank. Wir haben Willkommensnetzwerke in Reinigendorf gegründet, wie Hinrich. Wir haben in Mats Rhein-Hellersdorf geholfen, Betten aufzubauen, wie Stefan Ziller. Jutta Schauer Oldenburg, die ich gleich bitten werde, als unser Urgestein hier noch ein paar Sätze im Namen aller derjenigen, die hier stehen, zu sagen, ist als Mitgründerin von Moabit hilft. Wahrscheinlich täglich in den letzten Monaten bei der zentralen Erstaufnahme in Moabit gewesen. Ihr kennt die Zustände dort, ihr habt genügend darüber gelesen. Jutta war ja auch diejenige, die mit dafür gesorgt hat, dass es im August auch endlich ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen ist, was da alles passiert. Und dann gibt es auch Leute, die weiterdenken, die in Richtung Integration Vorschläge machen. Vater Stoback hier entwickelt eine Ausbildungsinitiative und wirbt Unternehmen dafür, dass sie jetzt Flüchtlingen Ausbildungsplätze anbieten. Alles das tun wir auch dort vor Ort, wo wir jeweils sind und wir werden das weiter tun für eine vernünftige, vorausschauende Politik. Danke euch allen. Applaus 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 Liebe Freundinnen, liebe Freunde, im Namen aller möchte ich mich für die guten Worte, die für unser Tun gefunden wurden, bedanken. Mit meinem Redebeitrag möchte ich aber Stellung beziehen und ich bin davon überzeugt, ihr seht es ähnlich, weil ihr vor Ort es hautnah erlebt. Flucht ist immer das Ergebnis einer von Menschen gemachten Politik, an dem bedauerlicherweise alle beteiligt sind. Leider auch wir. Applaus 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 Eine Politik, die zur Folge hat, was gerade geschieht, ist der Niedergang des menschlichen Geistes. Deshalb benötigen diese Menschen, die zu uns flüchten, kein grünes, kein rotes, kein schwarzes Gesicht. Ich meine die politischen Farben. Sie benötigen ein menschliches Gesicht. Und hier sind wir... Applaus Applaus Sie benötigen auch keine Helden, keine öffentlichen, keine stillen. Sie sollten sich auf den Artikel 1 unseres Grundgesetzes verlassen können. Der befasst sich mit der Menschenwürde und den Menschenrechten und dass diese unantassbar sind. Doch wir lesen... Applaus Doch wir lesen und sehen es täglich, sie werden angetastet. Der große deutsche Philosoph Immanuel Kant bezeichnete Würde als einen absoluten nicht relativierbaren Wert der Menschen überhaupt. Der Menschen überhaupt. Die Würde des Menschen gebietet demnach kategorisch Achtung aller Grundlagen zwischenmenschlicher Beziehung. Dies beinhaltet auch zwischenmenschliche Beziehung zu Flüchtlingen, was durch uns, durch euch praktiziert wird. Sie erfahre mit Herzenswärme. Und liebe Grüne, ich bin eine Herzenswärme. Ist die beste Energiequelle, die ich kenne. Applaus Im gestrigen Tagesspiegel stand, dass die Zustände am LAGESO lebensgefährlich sind. Überrannt, bewusstlos, verletzt war es Überschrift zu lesen. Ich bin keine Juristin, ich bin Krankenschwester, aber dieser Artikel im Tagesspiegel ließ mich fragen, was beinhaltet Paragraf 323 und dann aus der Hilfeleistung. Es wird zugesehen und offensichtlich auch toleriert, dass sich Menschen in Lebensgefahr begeben, wenn sie das Gelände betreten. So, glaube ich, könnte man den Artikel interpretieren. Wenn sich die Situation auf dem LAGESO nicht sofort ändert, dann kommt es zu einer Katastrophe und auch wir verlieren dann unser menschliches Gesicht. Die letzte Presseerklärung von Murbied unterstreicht meine Sorgen. Aber könnte es nicht ein nichtbewusstes Nichthandeln, ein gewusstes Nichtbehandeln sein, um abzuschrecken, um den sozialen Friedensdöhren zu wollen? Denn das ist eine Frage, es ist keine Behauptung und somit nicht justiziabel. Hier müssen wir schnell konsequente Forderungen stellen, wie mehr Räumlichkeiten, mehr Personal und auch der Situation angepasste Länderöffnungszeiten, um eine umfassend und schnelle Erledigung das Asyl zu gewährleisten und die Menschen aus ihrer Unsicherheit erlösen. Die dringend notwendige Verbesserung beim LAGESO wäre aktuell die wichtige und die richtige Hilfe. Es ist auch eine Forderung der ehrenamtlichen Menschen vor Ort. Aber nicht nur beim LAGESO. Überall in Berlin, dort wo Flüchtlinge versorgt werden müssen, herrscht staatlicher Notstand und Chaos. Und ohne die Ehrenamtlichen gäbe es kaum eine Flüchtlingshilfe in dieser Stadt. Die Hälsenden haben Mut zur Verantwortung. Oftmals werde ich gefragt, sind wir versichert und wie kraft. Ich, den in ihrem Beruf vieles erlebt hat, musste sich erst an meine Auszeit auf dem Gelände nehmen, weil ich an meine physischen und psychischen Kräfte gerannt bin und das schäme ich mich gar nicht. Arbeitslos bin ich nicht, denn viele, die wie ich Erfahrungen gemacht haben, werden an bestimmten Punkten ständig um Hilfe gebeten. Man muss sich zu einem echten Strippenzier entwickeln und dabei ein gutes Gedächtnis haben, weil man einfach manchmal im Interesse der Flüchtlinge schwindeln muss. Zum Schluss eine Frage an unsere Parteien, der Toni hat es schon erwähnt, die mit dem großen C. Nicht mein großer C, sondern das C wie christlich. Die Bundesrepublik Deutschland ist Teil des sogenannten christlichen Abendlandes. Unser Begriff von Menschenwürde wurzelt auch in christlicher Tradition und steht im Zusammenhang mit Barmherzigkeit und Nächstenliebe, Herr Seehofer. Nun meine Frage, die sich von mir schadet und darüber nachdenken, dass er mit wohl gemeint worden ist. Was wäre, wenn Maria, Josef und Jesus, also Christus, auf der Flucht vor dem Kindermörder Herodes in Ägypten kein Asyl erhalten hätte und sie zurück nach Betham abgeschoben würden wäre? Was gäbe es dann nicht? Wie geht es dann? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, liebe Aktive, liebe Jutta, auch von Seiten des Präsidiums nochmal ganz herzlichen Dank an euch und für euer Engagement. Ich möchte noch einen kleinen Hinweis geben. Es gibt einen Infotisch zur Spendensammlung. Das ist eine Spende für Begrüßungsrucksäcke vom Netzwerk Berlin hilft. Und ich möchte euch auch noch hinweisen auf eine Umfrage, die die AG Diversität erstellt und durchgeführt hat. Und ich möchte Philis Kikiolo bitten, uns davon zu erzählen. Und wir gehen auch jetzt schon rum, um die Spenden zu sammeln. Jetzt stehen wir hier zu zweit. Das ist Philis. Wir haben eine AG Diversität, die sich im letzten März konstituiert hat, als wir hier auf dem LDK auch den Beschluss gemacht haben, dass wir eine AG Diversität haben wollen, die sich mit dem Thema beschäftigt. Wie können wir Menschen mit Rassismuserfahrung stärker in ihrer Parteistruktur präsentieren und auch den Anteil erhöhen? Wir sind jetzt soweit, dass wir auch etwas präsentieren können, wofür wir eure Unterstützung brauchen. Da gibt es so einen Fragebogen, der mehr abfragt als nur die Frage für Menschen mit Rassismuserfahrung, sondern wir haben uns Mühe gemacht und versucht, alle Diversitätsdimensionen abzufragen. Aber jetzt greifst du ein bisschen Philis vor. Ja, also mit dem Fragebogen wollen wir zum einen die Vielfalt, die hier in diesem Raum vorhanden ist, sichtbar machen. Wie schon gesagt, geht es nicht nur um den sogenannten Migrationshintergrund, sondern um alle Ebenen von Vielfalt, sowohl zum sozialer Herkunft, aber auch sexuelle Orientierung, Bildungshintergrund etc. Und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, sichtbar zu machen, welche Erfahrungen wir in unserem politischen Engagement bei den Grünen machen, sowohl positiver als auch negativer Art. Und im Anschluss möchten wir dann in der AG Diversität entsprechend den Ergebnissen Maßnahmen entwickeln, die unseren Bedürfnissen entsprechen. Also wenn wir Barrieren feststellen, dass wir dann diese sichtbar machen und dementsprechend Maßnahmen in der AG entwickeln. Und ich möchte nochmal betonen, dass in der AG Diversität neben Wohngründen, LRG Migration, Flucht, Landesvorstand, auch LRG Komi und LRG Frauen und Geschlechterpolitik vertreten sind, sodass wir versuchen natürlich alle verschiedenen Ebenen intersektional auch aufzugreifen. Und es wäre wichtig, dass dieser Fragebogen, damit er repräsentativ sein kann, von vielen von euch auch ausgeführt wird. Wir haben einen Durchlauf gemacht, ungefähr 15 Minuten, der Tag ist lang. Ihr könnt ihn dann vorne dann gerne bei unseren Unterstützerinnen, die vorne sind, dann gerne abgeben. Genau, es wäre sehr schön, wenn ihr uns dabei unterstützt. Vielen Dank. Vielen Dank, Dennis und vielen Dank, Phyllis. Und solange die Spendensammlung noch läuft und die Bögen ausgefüllt werden, kommen wir trotzdem schon zum Tagesordnungspunkt 4, dem Leitantrag L-01. L-01 Berlin wächst grün für eine nachhaltige und lebenswerte Stadt. Hierzu möchten wir euch einen Verfahrensvorschlag machen und zwar wird der Leitantrag eingebracht von Daniel Wesener. Es wird geben fünf gesetzte Redebeiträge in folgender Reihenfolge. Das ist als erste Silke Gebel, es folgt Turgut Aitou, dann Antje Kappik als Vierter Georg Kößler und als Fünfte Sibylle Stephan. Dazu wird es zwölf geloste Beiträge geben. Die Redezeit beträgt jeweils drei Minuten. Wir haben zwei Abstimmungen, außerdem die euch dann die Entantragskommission zum gegebenen Zeitpunkt nach der Aussprache vorstellen wird. Seid ihr mit diesem Verfahren so einverstanden? Dann gebt jetzt bitte euer Zeichen. Vielen Dank, das sieht nach der Mehrheit aus. Bitte die Gegenstimmen. Gegenstimmen keine Enthaltungen. Eine Enthaltung sehe ich. Damit ist der Vorschlag so angenommen. Und ja, dann bitte ich Daniel, den Leitantrag einzubringen. Gebt ihr mir ein bisschen mehr? Dankeschön, Dankeschön. Ja, oh. Dann wird kein Moment noch. Ihr könnt euch, während Daniel redet, selbstverständlich schon in die Kisten einwerfen. Das will ich sehr hoffen, dass ihr das tut. Genauso wie ich hoffe, ihr Lieben, dass wir euch dann doch einen spannenden Antrag präsentieren können. Ich will auch beginnen mit einem Dank, denn diesen Antrag hat nicht der Landesvorstand alleine verfasst. Sondern wir haben eine Arbeitsgruppe zusammengestellt mit vielen Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker aus der Partei. Aus der Fraktion, ihr findet die Namen als Mitantragstellerin unter diesem Antrag. Und ich sage allen Beteiligten schon mal vielen, vielen Dank für eure Mit- und Zuarbeit. Dementsprechend kann ich meine Antragsvorstellung einbringen, auch relativ kurz halten. Viele von denjenigen, die mitgeschrieben haben, die mitgewirkt haben an diesem Antrag, werden nachher noch zu euch sprechen, als gesetzte Reden und werden auch auf einzelne Kapitel noch mal näher eingehen. Mir sind an dieser Stelle im Wesentlichen drei Punkte wichtig. Der eine Punkt, der steht hier hinter mir. Das ist der Claim, das ist der Slogan dieses Parteitags. Das ist die Überschrift dieses Antrags und wir haben sie bewusst gewählt. Was dort steht, ist nicht der Status Quo. Sondern was da steht, findet eigentlich nur statt, wenn man die beiden Gästen frei nimmt. Berlin wächst. Ja, das ist so. Und wir haben von Toni gehört, dass Berlin damit voll im weltweiten Trend liegt. Wir haben gehört, Berlin wächst auch, weil viele Flüchtlinge zu uns kommen. Aber liebe Leute, es sind nicht nur die Flüchtlinge. Lange bevor diese Menschen zu uns gekommen sind, sind viele, viele andere gekommen. Und das hat einen Grund. In Berlin ist es schön zu leben. Berlin ist eine lebenswerte Stadt. Und das sollte uns erstmal freuen. Die spannende Frage für uns Grüne ist, wie entwickelt sich diese Stadt eigentlich weiter? Wie können wir die Lebensqualität bewahren? Wie können wir vor allem dafür sorgen, dass unter den Bedingungen von Wachstum nachhaltiges Wachstum entsteht? Und ich glaube, auch da hat Toni recht. Da sind wir unseres Erachtens die einzige Partei, die verschiedene Dinge zusammendenkt. Wachstum ist kein Selbstzweck. Sondern Wachstum hat zumindest im Hinblick auf das Leben in einer Stadt eigentlich ein Ziel. Und das hat Jutta Schauer-Hollenburg vorher viel schöner formuliert, als ich das tun kann. Jutta in der Tat. Uns geht es um eine menschliche Stadt. Um eine Stadt, in der man gerne lebt. Eine Stadt, in der man miteinander gerne lebt. Aber wo wir auch all das an Lebensqualität haben, was wir zum Teil jetzt schon erfahren. Wo wir aber auch der Meinung sind, das kann ein bisschen mehr sein. Und ich glaube, das sind alles Dinge, wo Berlin erstmal perfekte Voraussetzungen mitbringt. Wo wir aber auch das Gefühl haben, als Berliner Grüne, da geht noch sehr viel mehr. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Denn wir wollten in diesem Antrag nicht nur die großen Linien zeichnen. Sondern wir wollten auch deutlich machen, wie geht das denn eigentlich konkret. Und man stellt dann fest, das sind manchmal gar nicht die großen Transformationsprozesse, von denen wir Grüne gerne reden. Ja, das stimmt auch. Die sozial-ökologische Wende und so weiter und so fort. Es sind manchmal aber ganz kleine, ganz praktische Dinge. Es sind vermeintliche Banalitäten. Und ihr findet viele, viele, viele Maßnahmen, wo man sich fragen muss, warum funktioniert das eigentlich nicht? Oder zumindest noch nicht. Warum steht das in 20.000 Senatspapieren drin? Aber warum ist das nicht längst Realität? Guckt euch alleine mal das Wasserkapitel an. Wieso gibt es weiterhin die Vorfahrt für die großen Dampfer mit den großen Hussschwaden? Und warum nicht für die kleinen, privaten Beibote? Warum dauert das mit dem Baden in der Spree so lange? Ihr werdet eine ganze Reihe von Maßnahmen finden. Und wir sind nicht traurig drum, wenn ihr sie kleinteilig nennt. Weil kleinteilig in diesem Fall bedeutet, es ist ein kleines Stück mehr Lebensqualität. Und genau das wollen wir erreichen. Und damit komme ich zu meinem letzten, dritten Punkt. Der ist ein bisschen tagesaktuell, gebe ich gerne zu. Natürlich geht es auch um die großen Hebel. Natürlich braucht es, bleiben wir bei dem Thema Wasser, den Kohleausstieg. Der ist nämlich nicht nur wichtig für weltweit und für globalen, für lokalen Klimaschutz, sondern der hat auch was mit der Qualität unseres Trinkwassers zu tun. Ihr kennt die Thematik, der Abbau, die Sozatbelastung, die sogenannte braune Spree. Natürlich gibt es diese große Hebel. Und wir sind sehr, sehr dankbar als Grüne, dass wir uns mit dem Bericht der Enquete-Kommission und werden nachher noch darüber reden, Michael wird nachher den Dringlichkeitsantrag vorstellen, wieder mal beweisen, dass es sich lohnt, grüne Politik zu machen. Ja, es dauert lange. Es ist zum Teil sehr, sehr, sehr anstrengend. Es braucht gerade bei großen Koalitionen mitunter Jahre. Aber wenn ihr euch diesen Bericht anschaut, dann werdet ihr sehen, da stehen ganz, ganz, ganz viele Forderungen drin, die wir Grüne nicht erst seit gestern predigen, sondern wo wir seit langem konsequent und manchmal auch ein bisschen nervig gefordert haben, ja, wir wollen das Stadtwerk, ja, wir wollen den Kohleausstieg und ja, wir wollen diese Energiewende. Und Tagespolitik deswegen an dieser Stelle, weil ich eins ganz klar sagen will. Das, was da drin steht, was alle unterschrieben haben, das muss das Papier wert sein, auf dem es steht. Das darf nicht wieder einmal irgendein politisches Bekenntnis von irgendwelchen Parteien im Senat sein, sondern das muss die Richtschnur sein. Und wenn es die CDU, wenn es die SPD wirklich ernst meint mit der Energiewende, dann geht das nicht mit den Geheimverhandlungen mit dem Atom, mit dem Kohlekonzern, E.ON und Vattenfall. Dann ist es nicht in Ordnung, das, was wir mit den Energienetzen machen wollen, was wir in diesem Fall als sinnvolle Rekordialisierung machen wollen, mit irgendwelchen Hinterzimmern ausdehnt, mit Minderheitenbeteiligung nach dem Modell der alten Wasserbetriebe. Das sind das Dinge, wo wir sagen, nicht mit uns Grüne. Ich glaube, dieses Ziel, dass eine Stadt grün wächst, dass eine Stadt Lebensqualität auch organisieren kann, politisch dafür sorgen kann, dass eine Stadt lebenswert ist, dass eine Stadt menschlich ist, das ist kein Fernziel. Ja, dafür braucht man Visionen, aber dafür gibt es auch konkrete Politik. Und das ist das, wofür wir auch im nächsten Jahr antreten. Es gibt viele Dinge, die wir in dieser Stadt verändern wollen. Hier gibt es bereits eine Veränderung. Jetzt geht es darum, sie zu gestalten. Berlin wächst ruhig. Dankeschön. Vielen Dank, Daniel. Wir haben einen gelosten Beitrag sozusagen. Also es besteht die Möglichkeit, noch weiter sich einzuwerfen. Und dann möchte ich erst mal Franziska bitten. Na ihr Lieben, das ist ja knapp, wenn so wenige sich bisher hier melden und einwerfen. Ich möchte gerne das ein bisschen anders anfangen, als Daniel eben gesagt hat. Die Tatsache, dass wir zur Zeit in der Phase der Re-Urbanisierung und dem Zurück in die großen Städte sind, das hängt nicht nur, aber auch damit zusammen, dass Grüne und Umweltbewegte und Initiativen seit Jahrzehnten unheimlich gekämpft haben und weiterkämpfen für saubere Luft, für sauberes Wasser, gegen Emissionen. Und wir haben eben doch so viel erreicht, dass wir in unseren Städten wieder leben können, auch in Berlin. Und das, finde ich, sollten wir mal wirklich loben, auch ein Stück weit als selbstbewusste Grüne. Und wir haben schon viel geschafft, wie auch immer wir das durchgesetzt haben. Ich werbe dafür, dass wir das auch mal positiv sehen. Aber natürlich ist noch sehr viel zu tun. Da gebe ich dem Daniel absolut recht und finde ich auch ganz toll, dass dieser Antrag da uns weiter treibt. Und ich möchte zu einem Punkt, der mir momentan sehr wichtig ist, dazu was beitragen. Und zwar zu dem Problem, dass der aktuelle Bauboom von Senat, von CDU und von SPD eben so gesehen wird, Neues Bauen, Neues Bauen in der Stadt gegen Grün. Und das, glaube ich, ist ein ganz großes Problem und ist eine ganz große Gefahr. Natürlich wird es so sein, dass an einer Reihe von Stellen auch wir sagen müssen, ja, das ist schade, da muss hier oder da auf eine Brache, die schon begrünt ist, verzichtet werden. Da muss gebaut werden. Aber erstens, wir haben zu viel, wo wir Grün verlieren, für Bauen und Wohnen, was überhaupt nicht nützlich für die Stadt ist. Das hat vorhin Toni Hofreiter sehr deutlich angesprochen. Da werden Luxuswohnungen gebaut, die dann nicht gebraucht werden für das, was in der Stadt dringend notwendig ist. Aber, wie ich hier werben möchte, weil wir jetzt hauptsächlich über den Umweltaspekt reden, ist, wir müssen sehr viel achtsamer darauf sehen, dass wir nicht das Bauen gegen das Grün setzen, sondern dass wir sehr viel stärker das Thema, dass wir zu viel Asphalt haben. Zu viel Asphalt für Autoverkehr, für stehende Autos, für fahrende Autos. Und dass wir da achtsam sind, dass das in die andere Richtung gedreht wird. Wir brauchen nicht mehr die autogerechte Stadt, sondern wir müssen der entgegenstellen, die umweltverträgliche, lebenswerte Stadt. Und das ist ganz praktisch. Wer sich die Bauprojekte zumindest in meinem Bezirk zurzeit anguckt, da werden Tiefgaragen gebaut, da werden ganze Höfe zugebaut. Die sind dann unten Tiefgarage und da drüber sind die 50 bis 60 Zentimeter Boden. Wir müssen noch kämpfen, dass es nicht 30 sind, sondern wenigstens 50 oder 60. Und dann wird da ein bisschen was drauf gepflanzt und das ist dann das Hofgrün. So darf es nicht werden, sondern wir müssen sagen, weniger Auto, mehr echtes, intensives Grün, was Lebensqualität bringt und was uns hilft. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe. In allen Bezirken möchte ich euch werben, das aktiv mit zu unterstützen. Ihr habt damit ganz konkret im Maßstab 1 zu 1 zu tun. Danke schön. Franziska, es gibt tatsächlich keine weiteren Einwürfe. Und dann bitte ich jetzt Silke zum Redepult. Ihr könnt euch jederzeit weiter einwerfen. Es besteht offensichtlich große grüne Einigkeit über den Antrag. Nichtsdestotrotz gibt es noch einiges dazu zu sagen. Ja, liebe Freunde und Freunde, stellt euch mal vor, es ist Sommer. Und ihr badet in der Spree am Pergamon-Museum. Oder stellt euch vor, ihr liest eure Zeitung auf einem von diesen zahlreichen öffentlich zugänglichen Dachgärten. Oder stellt euch vor, der Joghurtbecher, den ihr in die gelbe Tonne geschmissen habt, der landet wie dieses Halstuch wieder bei euch im Kleiderschrank. Man fragt sich, warum geht das eigentlich nicht? Aber liebe Leute, wir sagen, das ist möglich. Wir haben in dem vorgelegten Antrag skizziert, wie unsere Stadt der Zukunft ausschaut und wie wir zu dieser Ökostadt kommen. Wir setzen Umweltschutz und Umweltgerechtigkeit ganz oben auf die Agenda. Wir zeigen, wo Grün in dieser Stadt damit einen Unterschied macht. Ich möchte zwei Themen aus dem Antrag mal ansprechen. Das Berliner Wasser ist unser größter Umweltschutz. Und trotzdem steht es unter enormem Stress. Bis zu 50 Mal im Jahr fließt bei zu starkem Regen die Kanalisation mit ihrer Scheiße und dem Dreck in die Spree. Der Braunkohletagebau in Sachsen und Brandenburg spült Sulfat ins Ufer für Draht und erschwert so das Trinkwasser hier in Berlin. Medikamente, Industrieabwässer und Co. tun ihren Rest. Wir wollen das Wasser an der Quelle schützen, indem wir zum Beispiel Regen vor Ort in Gründlichern zurückhalten oder Sulfatgrenzwerte für die Tagebauer durchsetzen. Wir wollen, dass man in der Spree wieder baden kann und dass unser Trinkwasser hier in Berlin sicher ist. Liebe Leute, jeder von euch produziert jeden Tag, also ich auch, ein Kilogramm Abfall. Am Ende des Jahres, wenn man das auf die ganze Stadt berechtet, ist das 500 Mal der Fernsehturm. Voller Abfall. Der Großteil wird davon verbrannt. Das ist zwar nicht mehr so unweltschädlich wie vor zehn Jahren, aber es ist trotzdem immer noch eine enorme Ressourcenverschwendung fossiler Rohstoffe. Deshalb setzen wir auch mit diesem Antrag zuallererst auf Abfallvermeidung. Der beste Müll ist der, der nicht anfällt. Statt 500 Fernsehtürmer voller Müll, nur noch 400, das wäre doch schon mal ein Anfang. Als zweites wollen wir einen Recyclingdialog führen und mehr Müll zu einem zweiten Leben verheben. Joghurtbecher zu Heistüchern, Flaschendeckel zu Haarklammern. Es gibt einiges, was möglich ist und das ist Kreislaufwirtschaft. Und ja, Franziska hat gesagt, Berlin wächst. Derzeit kommen über 40.000 Menschen jährlich nach Berlin, um zu bleiben. Tendenz ist steigend. Berlin wird sich dadurch verändern. Aber die Frage ist durch, doch, wird Berlin hinterher mehr Beton haben oder weniger? Wird Berlin mehr Medikamente im Wasser haben oder weniger? Wird Berlins Müllberg steigen oder sinken? Es geht um die Frage, wächst Berlin grau oder grün? Wir haben mit diesem Leitantrag gezeigt, dass Berlin nur dann lebenswert bleibt, wenn wir was für saubere Luft, für sauberes Wasser und für weniger Abfall tun. Und ganz im Ernst, wir sind die Einzigen, die das so weit oben auf der Agenda haben. Das ist unser Markenkern. Das ist das, was von uns von den anderen unterscheidet. Das ist unsere Vision von einer grün wachsenden Stadt. Vielen Dank, Silke. Es liegen keine weiteren gelosten Beiträge vor. Und dann möchte ich jetzt Antje bitte nach vorne bitten. Ja, es ist bisher nichts. Entschuldigung, ich habe Turgut überlesen. Antje, tut mir sehr leid, wir haben hier eine kodierte Redeliste. Turgut, bitte. So, ich wäre Antjes Lieblings-Mut und Frau, danke. Liebe Freunde und Freunde, Berlin wächst und unsere Stadt braucht mehr Wohnraum, aber vor allem günstigen Wohnraum. Aber sie braucht auch Erhalt und Ausbau der grünen Infrastruktur, Parks, Straßenbäume und Grünanlagen. Denn erst die Qualität der wachsenden Stadt macht sie attraktiv und lebenswert, liebe Freunde und Freunde. Was der rot-schwarze Senat unter dem Begriff wachsende Stadt versteht, ist aber nur bauen, bauen und nochmal bauen. Kurz, Beton. Und das ist ein Armutszeugnis, liebe Freunde und Freunde, wie ungleich die Umweltbelastungen in der Stadt abhängig von, vor allem von der sozialen Lage der Anwohner verteilt sind. Am meisten sind einkommensschwache Menschen davon, vor allem vom Lärm und Feinstaub betroffen. Auch der Berliner Umweltatlas gibt genügend Anlass dazu, zu handeln. Und was macht der rot-schwarze Senat? Ich gebe euch ein Beispiel. Statt entsprechend den wachsenden Zahlen von Radfahrern und Radfahrern die nötige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und diese Infrastruktur auszubauen, investiert dieser Senat in den Autoverkehr. Er investiert in den Lärm, in den Feinstaub und das ist keine gute Umweltpolitik, liebe Freunde und Freunde. Wir wollen dort grüne Oasen entstehen lassen, wo die Menschen kaum Zugang zu Grünflächen haben und vom Lärm und Luftverschmutzung betroffen sind. Das ist nicht nur eine gute Umweltpolitik, sondern es ist auch eine gute Sozialpolitik, liebe Freunde und Freunde. Heute früh war ich auf dem Imkertag, bevor ich hierher kam. Dort traf ich viele Menschen, die durch ihre Arbeit nicht nur für sich und ihre Bienen, sondern auch für die biologische Vielfalt in unserer Stadt einen wichtigen Beitrag leisten. Es gibt auch unzählige andere Menschen in unserer Stadt, die jeden Tag, vor allem ehrenamtlich, sich für die Stadtnatur hier einsetzen. Ich möchte hier in unserem Namen diesen Menschen auch Danke sagen. Liebe Freunde und Freunde, in diesen Minuten sind 10.000, sogar 50.000, 60.000 Menschen in unserer Stadt auf der Straße. Sie demonstrieren gegen das Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada, gegen TTIP, CETA und Co., weil sie keine Gentechnik auf dem Teller haben wollen, weil sie transparente Verhandlungen haben wollen, weil sie die nicht demokratisch legitimierten sogenannten Schissgerichte haben wollen und weil sie gentechnikfreie Lebensmittel auf ihrem Teller, auf ihrem Tisch haben wollen. Und weil sie auch unter anderem jahrzehntelang hat, erkämpfte Sozial-, Umwelt- und Verbrauchersstandards nicht herabgesenkt haben wollen. Das alles wollen wir auch und deshalb mache ich mich gleich auch auf den Weg zu dieser Demo. Anders als Toni werde ich aber zurückkommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Turgut. Als Nächste auf der Redeliste steht Anja Schill-Hannek, die ich jetzt nach vorne bitten möchte für die LRG-Wissenschaft. Geht ja nicht, dass sich hier niemand einwirft. Also, es ist wunderschön zu sehen, dass wir offensichtlich eine ganz, ganz große Einigkeit da drin haben. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum das Diskussionsbedürfnis gar nicht so wahnsinnig groß ist, auch wenn das eigentlich eines unserer absoluten Kernthemen ist. In diesem Antrag stehen viele gut durchbruchstabierte Ideen, was wir anders machen wollen. Grün wächst in Berlin, Berlin wächst grün, ökologisch, nachhaltig. Aber Turgut hat mir eben gerade schon sozusagen den Ball vor das Tor gekullert mit einem ganz, ganz wichtigen Hinweis. Wenn wir das alles tun wollen, wenn wir sozial-ökologische Vergabekriterien bei öffentlicher Beschaffung wollen, wenn wir energetische Standards haben wollen für Bau, für Modernisierung und das Ganze auch so, dass das für alle in dieser Stadt bezahlbar ist, dann darf eines nicht passieren. Nämlich, dass wir durch Verträge, durch Regelungen, über die wir übrigens nicht mal mitentscheiden können, daran gehindert werden. Das ist für mich, übrigens auch als europapolitische Sprecherin der Fraktion, einer der ganz, ganz wichtigen Punkte, warum ich der Ansicht bin, Stopp TTIP, Stopp CETA, das darf nicht passieren, weil wir sonst auch unsere grünen Projekte, den Umbau zu einer ökologischen und nachhaltigen Stadt, zu einem grünen Berlin gar nicht umsetzen können. Weil wir sonst von außen daran gehindert werden, das zu tun, politisch, was wir hier eigentlich miteinander alle für richtig halten. Und deswegen wollte ich gerne diese Gelegenheit nutzen, einfach mal einen gemeinsamen, großen, solidarischen Gruß an diejenigen loszuschicken, die da zu Zehntausenden sich vom Hauptbahnhof gerade auch den Weg gemacht haben. Wir alle sitzen hier, das ist so, es gibt so Samstage, da ist man einfach so hin und her gerissen, bin ich hier, bin ich auf der Demos, es gibt heute noch ein paar andere weitere Demos, die ich wichtig finde, auch übrigens gegen Pro-Deutschland und so, also so ein paar Sachen in dieser Stadt, diese Städter sind da heute groß. Aber einen ganz großen, solidarischen Gruß an all diejenigen, die von überall gekommen sind nach Berlin und gemeinsam, ein ganz, ganz starkes Zeichen für Verbraucherrechte, Arbeitnehmerinnenrechte, Ökologie, Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu senden. Danke euch. Vielen Dank Anja, wir haben einen gelosten, einen jetzt echt gelosten Redebeitrag. Es werden jetzt doch mehr in der Küste. Und zwar bitte ich nach vorne Paul Mayer-Dunke oder Punga, ich kann es nicht richtig lesen, vom KV Lichtenberg, bitte grüne Jugend. Schrägstrich. So, moin moin. Ich glaube, ein Aspekt, den ich nochmal hervorheben möchte und den ich auch für sehr wichtig halte, wenn man darüber redet, dass eine Stadt, in diesem Fall Berlin grün, wachsen soll, ist es euch ganz, ganz wichtig, darüber zu reden, wie eigentlich mit dem Verkehr in der Stadt umgegangen wird und wie das auch in Zukunft aussehen soll. Weil, ich glaube, im Moment haben wir eine Situation, wo wir sehen, dass es schon, wie ich sage mal, ganz schön hart ist, es ist sehr viel Autoverkehr in der Stadt, es wird eine Stadtautobahn gebaut. Ich glaube, das ist sicher eine Sache, mit der wir nicht alle glücklich sind. Und wenn ich in die Zukunft gucke, macht mir das alles ein bisschen Sorgen. Weil ich mir vorstelle jetzt, wenn die Stadt größer wird, wird es ja nicht weniger Autoverkehr. Und das wird dazu führen, dass die Stadt noch mehr verpestet wird, dass alles immer voller wird, dass es nicht unbedingt dazu beiträgt, dass die Stadt irgendwie für Fahrräder, für Fahrradfahrerinnen irgendwie freundlicher wird und auch Fußgänger nicht unbedingt mehr Raum in der Stadt haben. Und ich persönlich finde das ziemlich Mist. Und ich glaube, das sehen wir auch alle so. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns sehr genau überlegen, wie damit umgegangen werden soll. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, dass der ÖPNV gestärkt werden muss und dass auch Anreize gesetzt werden müssen, dass dieser ÖPNV auch genutzt wird und dass Leute weniger Autos benutzen. Und dass wir die Leute auch ein bisschen dazu zwingen, sich Gedanken darüber zu machen, wie das eigentlich selber mit ihren Autos aussehen soll. Weil ich glaube, wenn wir nicht irgendwie dafür sorgen, dass da etwas angepackt wird, dass in Zukunft so aussehen wird, dass die Leute halt nicht umgedeignen. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig. Und das wird teilweise, glaube ich, auch kontrovers diskutiert. Aber ich finde es persönlich sehr wichtig, dass wir endlich das Thema anpacken, wie eigentlich stadtfreie Innenstädte aussehen sollen. Und das kann... Weil ich glaube, dass wir eine Umweltzone haben, ist zwar schön und gut, das sorgt halt dafür, dass die größten Textschleudern nicht mehr reinkommen. Ja, bald nicht mehr. Aber das sind nur Tropfen auf den heißen Stein. Weil ich meine, dann sind jetzt alle Autos irgendwie mit einer grünen Plakette ausgestattet. Super. Aber das heißt ja nicht, dass die Städte Innenstädte nicht weiter verpesten. So ganz im Gegenteil. Und deswegen muss das dringend geändert werden. Deswegen muss da dringend eine autofreie Innenstadt hin. Und es muss auch bis dahin gehen, dass wir irgendwann darüber reden, wenn wir das geschafft haben, wie eigentlich auch autofreie Stadtteilzentren aussehen können. So, ich glaube, das ist die Richtung, in die es gehen muss. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir nach der Wahl dann endlich das anpacken, dass der ÖPNV so weit gestärkt wird, dass die Leute dann einfach die Möglichkeit haben, da einzusteigen, ohne Ticket, sondern einfach reingehen und es nutzen können. Und dass wir auch dafür sorgen, dass zum Beispiel die Möglichkeit, das Fahrrad zusammen mit dem EPNV zu nutzen, deutlich gestärkt wird. Also, dass die... Dass ich die Möglichkeit habe, mit dem Fahrrad zum Bahnhof zu fahren, das da sicher abzustellen und dann mit Bus und Bahn weiterzufahren. Oder dass wir auch endlich wegkommen von diesen unsäglichen Fahrradtickets, die genau das nämlich hemmen. Das sind alles Probleme, die angepackt werden müssen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir es auch schaffen, das nicht zu vergessen, dass zu einer Stadt, die grün wächst, auch unbedingt Verkehr, eine Verkehrspolitik hinkommt, die das mitdenkt und wegkommt von dem Autoverkehr und hin zu anderen Formen von Mobilität. Vielen Dank, Paul. Als Nächster spricht Antje KAPEG. Und es können sich bitte schon mal bereithalten. Danach Micha Schäfer für KV Mitte und Julia Gerometter, Energiebau. Liebe Freundinnen und Freunde, als ich klein war und damit quasi bei den Grünen eingetreten, war mein Vater in Öko. Was heißt das? Zottelige Haare, selbstgestrickte Pullis, selbst... Ich wollte zu dem Punkt noch kommen, wo ich mich bei ihm entschuldige, aber ich möchte das Bild noch komplizieren. Also es waren die selbstgestrickten Pullis und die selbstgemachten Ökolatschen. Und so richtig schön war das nicht, aber er ist nicht nur nett, sondern er ist eigentlich ganz großartig. Der Punkt ist, Öko ist heute schon lange nicht mehr ökig, sondern spätestens seit Heidi Klum die Birkenstocks zum hippen Must-Have-Accessoire entwickelt hat, würde ich sagen, ist Öko ziemlich cool. Und dass Öko mittlerweile nicht nur für die Grünen steht, sondern einfach für ein gutes Leben, für Wellness, für Gesundheit, für eine hohe Qualität und Nachhaltigkeit, da haben wir nicht nur einen entscheidenden Beitrag zu geleistet, sondern es ist glücklicherweise auch eine der Punkte, wo wir gesellschaftlich mittlerweile Akzeptanz gewonnen haben. Es ist so weit verbreitet, dass selbst die CDU erkannt hat, dass Öko doch irgendwie ein wichtiges Thema ist. Eine der Gründe, warum sie unter anderem jetzt offiziell das Fluss Bad Berlin unterstützen. Problem nur, konkret folgt weder bei SPD noch CDU irgendwas in diesem Bereich. Ich erinnere mich an kein einziges Gesetzesvorhaben im Bereich Umwelt- oder Klimaschutz, das von SPD oder CDU in dieser Legislatur eingebracht wurde. Dass Michael Müller oder Andreas Geisel auch Umweltsenatoren sind, ist den meisten Menschen in dieser Stadt garantiert nicht bekannt. Und dass die CDU bis heute die großen Konzerne hofiert, wie Vattenfall, ist für mich alles andere als Öko. Das ist Umweltverschmutzung und Antiklimaschutz hoch 10. Wir hingegen treten nicht nur für Öko ein, sondern wir wollen, und da bin ich auch sehr dankbar über alle heute vorliegenden Anträge in dem Bereich, wir treten dafür ein, dass Öko und sozial zusammengedascht werden können und nicht, wie die anderen es probieren, permanent gegeneinander ausgespielt werden. Und deshalb beschließen wir heute nicht nur in unserem LDK-Antrag einen guten Fahrplan für gutes und sauberes Wasser, für weniger Lärm und Dreck in dieser Stadt und vor allem für mehr Grün, sondern wir haben auch als Fraktion im Abgeordnetenhaus auf unserer Sommerklausur einen echt coolen Antrag beschlossen, der deutlich macht, nicht noch mehr dreckiges Wasser, das in die Spree gespült wird, mehr Umweltzonen, Fahrradinfrastruktur und ÖPNV endlich ausbauen. Da haben dann nämlich alle was davon. Wir wollen, dass Tausende von neuen Bäumen gepflanzt werden, wir wollen 200 neue Trinkwasserbrunnen und vor allem, liebe Silke, wollen wir genau wie Hamburg 1000 Dächer grünen. Und deshalb, und das ist ja auch nicht ganz unerheblich, haben wir im Sommer beschlossen, wir wollen ganze 171 Millionen Euro alleine in Öko investieren. Und zwar aus einem Grund, wir wollen eben bauen, aber anders. Und dieses Anders besteht genau in dem kleinen Wörtchen Öko. Denn Öko-Kiez ist genau die Essenz, die einen Kiez vom Wohnghetto zu einem lebenswerten Kiez, zu einer Nachbarschaft macht, in der wir alle wohnen wollen. Und deshalb haben wir uns beim Mauerpark enthalten, waren gegen die Bebauung vom Temploberfeld und sagten aber Ja zur Bebauung von Lichterfelde Süd, weil genau hier die Grünen deutlich gemacht haben, wie man den Unterschied machen kann, wenn man Grün plant und baut. Und deshalb sage ich nicht nur wie Heidi Klum, Umweltschutz und Öko ist ein Gewinnerthema. Es ist längst nicht nur salonfähig, sondern ich sage, Berlin wächst nicht nur, Berlin wächst mit uns Grün. Vielen Dank, Antje. Als Nächsten auf der Redeliste möchte ich mich, Herr Schäfer, nach vorne bitten. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte euch von einem Berliner Start-up erzählen. Ein Unternehmen in einem Hinterhaus in Schöneberg gegründet, begonnen hat es mit innovativen Ideen für die Telekommunikation. Es hat dann der Elektromobilität in dieser Stadt zum Durchbruch verholfen. Es hat eine industrielle Revolution mitgestaltet. Und aus dem Start-up ist ein Weltkonzern geworden. Ich rede von Siemens und Halske, gegründet hier in Berlin 1847. Warum ist das so gekommen? Weil Berlin investiert hat. Weil Berlin in moderne Technologien investiert hat. Weil es sich elektrifiziert hat. Und diese Klugheit, die brauchen wir jetzt wieder. Diesmal geht es nicht um die Elektrifizierung, diesmal geht es um den Umstieg auf 100% erneuerbare Energien. Und ich glaube, dass dieses Beispiel ganz gut zeigt, wo die Chance liegt für die Städte und Regionen, die Vorreiter sind. Die werden nämlich die Technologien entwickeln, die gebraucht werden für das 100% erneuerbare Energiesystem, das die ganze Welt brauchen wird. Die werden da entwickelt, wo sie zuerst gebraucht werden. Und wir wollen, dass das Berlin ist. Denn so viele Menschen, die jetzt zu uns kommen, wir reden im Moment nur von Wohnungen, die wir brauchen. Aber wir werden auch Jobs brauchen. Wir werden viele Jobs brauchen. Und ich denke, eine innovative Klimaschutzpolitik ist eine der tragenden Säulen für eine solche Politik, die solche Jobs mitschaffen kann. Die SPD redet von der wachsenden Stadt. Und wir sagen, dieses Wachstum braucht aber eine Richtung. Dieses Wachstum braucht eine Richtung. Es muss nachhaltig sein. Wir wissen als Ökos, die Grenzen des Planeten sind endlich. Und in diesen Grenzen muss sich natürlich das Wachstum auch einer Stadt wie Berlin bewegen. Wir werden Siemens nicht zurückholen hier nach Berlin. Aber die neuen Siemense, die können hier entstehen. Das wird nicht morgen passieren und auch nicht übermorgen. Aber das ist ein Ziel. Und den Weg dazu, den wollen wir dieser Stadt weisen. Und ich glaube, dafür ist dieser Antrag ein sehr guter Antrag. Ich glaube, Berlin-Werksgrün ist genau unsere Antwort auf die Frage, welches Wachstum soll es denn sein, das Berlin braucht. Vielen Dank. Vielen Dank. Micha und als nächstes bitte ich Julia Gerometer. Nach vorne. Hallo, ihr Lieben. Ich wollte mal damit anfangen, zu sagen, dass ich mich freue über den Antrag und den Titel Berlin wächst grün. Wir hatten ja in der LRG Bauern noch ein Projekt eingereicht mit dem Titel Grün wächst mit. Und ich finde, das passt einfach sehr gut zusammen. Und ich glaube, wir finden uns wirklich sehr gut in diesem Antrag wieder. Ich möchte auch euch eine kleine Anekdote erzählen, die vielleicht verdeutlicht, warum ich grüne Stadtpolitik von Herzen gerne mache. Ich bin als Kind oft umgezogen. Ich habe in fünf verschiedenen Städten gewohnt, bis ich elf war. Und das ist ja nicht immer leicht, weil es ist auch immer ein Verlust. Man muss auch irgendwo weg. Aber ich habe in Dingen, die wir in der grünen Stadtpolitik thematisieren, einfach jedes Mal wieder zu Hause gefunden. Und zwar war es so, ich habe zum Beispiel als kleines Kind einfach so eine simple, leckere, süße Möhre aus dem Boden, aus dem Erdboden von der Tante Martha, die damals auf uns aufgepasst hat, die so einfach gezeigt hat, ja, hier bin ich jetzt doch wieder zu Hause. Oder es war das Spiel mit meinem großen Bruder auf der Ackerstraße in Dierdorf, wo wir einfach die Chance hatten, die anderen Kinder kennenzulernen. Und ja, ich glaube, so kommt man an in der Stadt. Und Berlin ist auch eine Ankunftsstadt. Also ich weiß nicht, wie viele von euch hier mal angekommen sind. Und wo trifft man denn die Menschen? Also klar, hier bei uns auf dem Parteitag, ja, das ist sehr schön. Aber doch auch im Garten, ja, also wie viele Leute habe ich bei uns im Garten, da im Prenzelberg kennengelernt, weil das ist einfach ein ganzer Block mit einem gemeinsamen Garten in der Mitte. Und natürlich in der Kita, wir haben zum Beispiel zusammen den Hof begrünt, ja, dann kennt man einfach die Leute anschließend. Und deswegen finde ich auch so kleine Pflänzchen wie diese Gartenprojekte, Garteninitiative, einfach so unschätzbar wertvoll. Und da stehe ich ja überhaupt nicht alleine. Das könnt ihr ja wahrscheinlich auch alle mit unterschreiben. Und Thema Grün wächst mit. Ich denke, mit so kleinen Dingen kann man auch so viel bewegen. Ja, also meine Vorstellung ist, ich habe zum Beispiel da vor mir die Hagenauer Straße, da steht kein einziger Baum, aber es stehen, ich habe es nicht gezählt, auch bestimmt 70 Autos da drin. Es ist nur eine ganz kleine Straße. Und meine Idee ist, warum macht man da nicht drei Carsharing-Parkplätze? Ein Carsharing-Parkplatz, Schaffplatz, ersetzt fünf Autos. Das heißt, man könnte schon mal die halbe, eine Straßenseite freischaffen, ja, und da was für die Kinder anbieten, ja, einen Sandkasten, ein Beet, einfach irgendwas. Und auf diese Art und Weise ist es, glaube ich, sinnvoll, dass wir vorgehen. Also klar, es gibt ja auch echt geile Projekte, auch große Projekte, wie die Schönhauser Allee, die der Nilsson jetzt anpackt, mit dem Büro Gel aus Kopenhagen. Ja, ich hatte auch die Ehre, mit den Leuten zu reden. Aber auch diese kleinen Pflätze wollte ich einfach noch mal verwerben. Und dann kriegt man auch Wohnungsbau hin, wo Grün mitwächst. So, danke schön. Vielen Dank, Julia. Unser nächster gesetzter Redebeitrag ist von Georg Kößler, den ich nach vorne bitte. Und es besteht weiterhin jederzeit die Möglichkeit, euch in die Losboxen einzuwerfen. Da ist noch richtig viel Platz drin. Hallo, ich möchte auf zwei Punkte noch eingehen. Die schönen Antworten von Togo, die mir aber ganz wichtig sind, nämlich das Thema Umweltgerechtigkeit, was wir versucht haben, in diesen Antrag reinzupacken. Über 600.000 Menschen, allein in der BNR Innenstadt, sind drei, vier, fünfmal höher belastet mit Feinstorm, Lärm und so weiter, als die Leute in den schönen Vororten. Und ich denke, wir sollten als Grüne, wenn Grün wachsen muss, nicht nur auf Nordknoi Köln, Kreuzberg oder Prenzelberg achten, sondern auch auf Spandau City oder Marzahn Downtown, denn da leben auch Leute, die sind auch besonders belastet und da müssen wir auch was machen. Und ich möchte, was Paul und Franziska gesagt haben, ganz kurz nochmal stark machen. Wir haben in Berlin einen Kampf um Fläche und wir dürfen uns nicht so sehr in den Widerspruch hinein drängen lassen, entweder grün oder bezahlbares Wohnen. Denn das Potenzial, diesen Konflikt zumindest ein bisschen zu entschärfen, der liegt da draußen auf der Straße, auf den Berliner Straßen, wo jeder fünfte Quadratmeter für ein Parknisauto freigehalten werden. Deshalb müssen wir auch über radikale Verkehrspolitik reden. Lass mich aber zu meinem Teil, zum Energieteil kommen und da müssen wir auch über die Enquete-Kommission reden. Wir haben in den Energieteil ganz tolle Sachen reingeschrieben und die Enquete-Kommission, danke Michael, auch. Aber ich sehe da Widersprüche. Die Enquete-Kommission sagt, die Grünen haben recht, 100% Erneuerbare bis 2030 sind möglich. Die Enquete-Kommission stellt fest, 0,6% Solarenergie in Berlin und wir wollen Solar-Welthauptstadt werden. Das ist ein Widerspruch. Ein Fünftes unserer Dachflächen sind dafür geeignet. Aber was macht die Große Koalition auf Bundesebene? Sie lässt eine Sonnensteuer, dass sich das alles nicht mehr rechnet. Was macht Berlin im Bundesrat? Es schweigt. Die Enquete-Kommission sagt, Mieterstrom, tolles Modell, haben wir auch in unserem Antrag. Was macht die gleichen Parteien auf Bundesebene? Über das KWK, über die Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, sie macht es fast unmöglich. Was macht Berlin? Erstmal nichts. Die Enquete-Kommission sagt, wie wir Grüne, wir brauchen ein ambitioniertes Klimastartwerk. Eins, was investiert, was mehr Kunden als Beschäftigte hat. Was macht die Große Koalition in der Realität? Sie zerstreitet sich über Rekommunalisierungssachen. Da denke ich mir immer, zum Glück haben wir letztes Mal diesen LDK-Beschluss gefasst. Glaubet mich, wir sind die einzige Partei, diesen ganzen Rekommunalisierungs-Dilemma, die einzige Partei, die einen klaren Kompass hat. Und das soll auch so bleiben. Und ein letzter Punkt. Die Enquete-Kommission hat gesagt, der Kohleausstieg ist machbar. Möglichst schnell. Der Brennstoffwechsel von Kohle auf Gas, perspektivisch auch erneuerbares Gas, kann schnell gelingen, deutlich vor 2030. Aber es ist jetzt schon absehbar, dass die großkoalitionären Parteien sich auf die Zahl 2030 versteifen werden. Nicht, weil es irgendwie Studien belegen oder sinnvoll macht, sondern weil 2030 schön weit weg ist. Das ist jetzt absehbar. Ich finde wir Grüne. Und danke nochmal an Michael. Michael hat nämlich gezeigt, dass Bildung in dieser Stadt wirkt. Bildung wirkt. Die Enquete-Kommission war eine große Nachhilfestunde für die großen Parteien. Aber dabei darf es nicht bleiben. Wir Grüne müssen immer weiter antreiben. Wir Grüne müssen sagen, was wir wollen. Damit am Ende, wenn es in der richtigen Politik zur Sache geht, auch so gute Kompromisse stehen. Die Enquete-Kommission hat die Latte für 2016 für uns und für diese Stadt groß hochgelegt. Es ist jetzt an uns, diese Stadt weiter anzutreiben. Danke. Vielen Dank, Georg. Es liegen keine weiteren gelosten Beiträge vor. Dann möchte ich jetzt Sibylle Stephan nach vorne bitten, als unser letzter gesetzter Redebeitrag. Es können noch zwei weitere gelost werden. Ja, liebe alle. Über drei Millionen Menschen haben im letzten Jahr die erste selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative Stopp TTIP unterstützt. Ein Protest, der heute europaweit auf die Straße getragen wird. TTIP ist aber kein rein europäisches Thema. Berlin lebt davon, dass wir selbst bestimmen, wie wir unser Zusammenleben organisieren, wie der Strom aus unseren Steckdosen kommt oder wie wir unseren Müll einsammeln. Im Abgeordnetenhaus, in den Bezirksparlamenten oder durch Volksentscheide. Dabei stehen für uns ganz klar die Menschen im Mittelpunkt. Diese Logik wird durch CETA und TTIP ausgehebelt und ersetzt durch ungehinderten Marktzugang für Unternehmen und den Schutz von Investoreninteressen. Daher sagen auch wir Grüne heute klar, TTIP so nicht. Durch TTIP und Co. fallen uns in Berliner Gestaltungsspielräume dem steigenden Privatisierungsdruck zum Opfer. Öffentliche Dienstleistungen stehen im Visier privater Profitinteressen. Und einmal privatisiert sind Rekommunalisierungen wie unter dem Berliner Wasser- und Energietisch ausgeschlossen. Einer der krassesten Mechanismen in den Abkommen ist das Sonderklagerecht für ausländische Konzerne vor privaten Schiedsgerichten. Die Konsequenzen haben wir am Beispiel des Hamburger Kohlekraftwerks Moorburg gesehen. Vor einem privaten Schiedsgericht hat Vattenfall, übrigens auch hier unser Berliner Energieversorger, den Bund 2009 auf 1,4 Milliarden Euro Schadensersatz verklagt, weil Hamburger Behörden das Kohlekraftwerk Moorburg nur unter strengen Umweltauflagen genehmigen wollten. Das Ergebnis, wer hat es gedacht, die Umweltbehörden mussten 2011 die Auflagen zugunsten von Vattenfall aufweichen. Das zeigt, unsere Chancen sinken, Unternehmen ökologische Rahmenbedingungen zu setzen. Allein die Androhung einer Klage führt zu vorauseilenden Gehorsam und gesetzliche Regelungen, wie beispielsweise die Mietpreisfremse oder der Nachtflugverbot, hätten gar keine Chance mehr. Auch gegen die Berliner Errungenschaft sozial-ökologischer Vergabekriterien können Konzerne klagen. Die Berliner Schulkantinen könnten beispielsweise von einem amerikanischen Caterer betrieben werden müssen und regionale oder gemeinnützige Unternehmen nicht bevorzugt werden. Für uns Grüne ist aber klar, Gesundheitsverbraucher und Naturschutz sind keine Handelshemmnisse, sondern Auftrag an unsere Politik. Statt zu argumentieren, warum TTIP so nicht geht, ist die eigentliche Frage doch, warum TTIP überhaupt, wenn so viel dagegen spricht. Die Bündnis hat von auf allen politischen Ebenen für eine faire und transparente Welthandelspolitik von demokratischen Entscheidungen eingerahmt und den Grenzen unserer Ressourcen beschränkt wird. TTIP und CETA bewirken aber genau das Gegenteil. Und deswegen unterstützen wir auch heute die Bürgerinitiative gegen TTIP und deswegen müssen wir diesen Protest auch in die Parlamente tragen. Denn wir sind Berlin nicht nur betroffen von den Auswirkungen der Handelsabkommen, wir können auch darüber entscheiden. Danke. Vielen Dank, Silke. Es liegen keine weiteren Redebeiträge vor. Die Losbox ist leer und somit möchte ich bitten, die Antragskommission die beiden Änderungsanträge vorzustellen. Wo ist die Antragskommission? Liebe Antragskommission, wo seid ihr? Dann warten wir einen kleinen Moment. Sie werden sicher gleich kommen. Da kommt die Antragskommission. Bitte, André. Ich mache das jetzt mal spontan, weil die Person, die das eigentlich macht, gerade nicht da ist. L01, wir haben, wie ihr auch in der Änderungsantragsübersicht gesehen habt, viele Übernahmen und modifizierte Übernahmen. Da will ich jetzt im Einzelnen nicht mehr drauf eingehen. E01, E89.1 ist noch eine Abstimmung, die Patrick Kast beantragt hat. Da geht es um Nichtraucherschutz. Und dann haben wir noch eine Abstimmung zum Thema Kohle. Das ist der ursprüngliche Antrag L231.1. Da findet ihr in der Tischvorlage 3 auf der ersten Seite den neuen Antrag L01, L231.1 neu der Grün-Jugend. Und das ist das, wobei wir an dem Punkt abstimmen. Nicht mehr das, was ihr in der Änderungsantragsübersicht seht, nämlich die Beantragung, dass aus der Steinkohle bis spätestens 2030 aussteigen, aus der Steinkohle deutlich vor 2030 aussteigen. Das sind bei dem Antrag die beiden Abstimmungen, die noch über das gelegt wurden. Viel Spaß. Danke, André. So, dann kommen wir jetzt zum Änderungsantrag L01, L221. Nein, pardon. Das war die falsche Zeile. L01, L89.1. Patrick Kast ist er hier, um seinen Änderungsantrag vorzustellen. Das ist nicht der Fall. Gibt es eine Gegenrede? Daniel, bitte. Dankeschön. Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Patrick war leider auch nicht beim Antragstellerinnen treffen. Insofern hatten wir keine Möglichkeit, mit ihm direkt zu sprechen. Heute ist er auch nicht da. Ich will und ich muss dagegen reden. Ich gebe zu, ich bin nicht der allerbeste Kronenzeuge in Sachen Nicht-Raumerschutz. Aber ich will euch flacher sichern, ich will euch versichern, dass ich ein großer Fan bin von den gesetzlichen Veränderungen, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat. Auch das ist ein Mehr an Lebensqualität, dass ich in einem Restaurant, dass ihr im Restaurant sitzen könnt, ohne dass ihr zugequemt werdet. Das finde ich richtig. So, zweitens. Patrick hat völlig recht. Recht, das Nicht-Raucherinnen-Schutzgesetz greift in Berlin zu kurz. Das ist eine Larifari-Regelung. Ihr kennt das mit dieser Nebenraumregelung und so weiter und so fort. Da geht es nicht nur um Nicht-Raucher-Schutz, da geht es übrigens auch um Mitarbeiterinnen-Schutz. Das haben wir immer kritisiert. Wir haben eine klare Beschlusslage, hinter der ich stehe. Und insofern gibt es wahrscheinlich sachlich, fachlich zwischen Patrick und Mirka keinen Dissens. Aber, liebe Leute, was hat das in diesem Antrag zu suchen? Ja, also ich glaube, dass wir da auch uns selber ernst nehmen sollten, dass wir über die Themen reden und schreiben, um die es dann auch gerade geht. Ich verstehe seine Motivation, ich teile sein Anliegen. Aber ich sage, nicht in diesem Antrag, das ist nicht der richtige Ort. Und deswegen bitte ich um Ablehnung dieses Änderungsantrags. Vielen Dank. Danke, Daniel. Und dann kommen wir zur Abstimmung über den Änderungsantrag. Wer dem Änderungsantrag seine Zustimmung geben möchte, der gebe jetzt bitte so ein Zeichen. Eins, zwei, drei. Nein. Zustimmung. Zustimmung zum Änderungsantrag. Dann machen wir es noch. Eins, zwei, zwei Stimmen. Vielen Dank. Die Nein-Stimmen bitte. So, das ist ziemlich eindeutig. Trotzdem putzen wir die Enthaltung noch mal ab. Enthaltungen bitte. So, damit ist der Änderungsantrag bei einigen Enthaltungen abgelehnt. Und wir kommen zum zweiten Änderungsantrag der Grünen Jugend. Das ist die L01, L231-1. Dann bitte ich um die Vorstellung dieses Änderungsantrags. Ja, liebe Freundinnen, über die sogenannte Berliner Energiepolitik werden wir nachher noch reden. Und Georg hat es gerade schon betont. Fakt ist, dass der aktuelle, aber auch der vorige Rot-Rote-Senat bisher keine konsequente Energiepolitik gemacht haben. Lieber zerstreitet er sich, nimmt Klimaschutz nicht ernst, sodass Berlin eines der bundesweiten Schlusslichter ist. Berlin dient heute als Negativbeispiel, nicht als Vorreiter. Und wenn es nicht so traurig wäre, wäre das lächerlich. Was sich tut, ist das Ergebnis privaten Engagements. Und die Enquette war in Novo. Wer glaubt aber jetzt daran, dass der Senat nun wirklich handelt? Am Ende zählt nämlich nicht Absichtserklärung, sondern eine saubere Spray und sinkende CO2-Emissionen. Umso wichtiger ist Druck von grüner Seite, liebe Freundinnen. Sonst wird das nichts und es gibt noch so viel zu tun. Die Energiewende und konsequente Klimapolitik sind mehr als energetische Beutesanierungen. Aber das zeigen wir grünen ja mit diesem ganzen Ökologieantrag. Die Berliner Klimabrennpunkte bleiben die Kohlekraftwerke Klingenberg, Berlin-Morbid und Berlin-Siemannstadt. Kohlekraftwerke mitten in der Stadt. Das ist so 19. Jahrhundert. Als könnte es nicht schlimmer kommen, wird sich Berlin die Steinkohle zudem von überall auf der Welt. Auch aus Regionen, in denen es nachweislich zu massiven Menschenrechtsverletzungen kommt und wir mit unserer Nutzung krasse Umweltzerstörung dort vor Ort führen. Wenn wir Grünen den Kohleausstieg in diesem Antrag thematisieren, dann sollten wir auch klare Ziele vorgeben und vom Senat Aktivität fordern. Das Ziel der Enquete eines Steinkohleausstiegs 2030 ist ein Konsens. Es ist ein grüner Erfolg, ohne Zweifel. Da vielen Dank an alle, die sich dort und überall eingesetzt haben und einsetzen. Ich kann jedoch nicht 15 weitere Jahre den Ausstoß von CO2, massenhaft Wecksilber und Dreck ertragen. Das ist die Zeitspanne einer ganzen Jugend. Saubere Luft und eine saubere Umwelt sind nicht nur mittlerweile ein Verfassungsziel, sondern das, wofür wir Grüne schon davor und immer gekämpft haben. Lasst uns weiter kämpfen. Lasst uns ambitionierter bleiben, als der jetzige Klimaschutz vielleicht in der Zukunftszenat. Mit den richtigen Mitteln und einem starken ökologischen Bewusstsein und Willen schafft Berlin mehr als Konsens. Daher bitte ich euch, dem Änderungsantrag zuzustimmen, sodass Steinkohle nicht erst 2030 aus der Berliner Luft verschwindet, sondern deutlich vorher. Vielen Dank, Emma. Gibt es eine Gegenrede? Michael Schieker, bitte. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich plädiere dafür, dass ihr hier mit Nein stimmt und dafür der alternativen Formulierung des Landesvorstands zustimmt, die einen Ausstieg aus der Braunkohle bis spätestens 2020 und einen aus der Steinkohle bis spätestens 2030 in diesen Antrag schreiben würde. Warum? Weil wir sagen können, wie wir das erreichen. Das haben wir, selbst das haben wir in der Enquete durchgebracht. Wir haben gesagt, wir wollen Erneuerbare in die Wärme bringen, massiv. Solar- und Windstrom, Solare, Thermie, Geothermie, Biomassen. Wir wollen unsere Gebäude modernisieren und wir haben sogar behutsames Ordnungsrecht für die energetische Sanierung in dieser Enquete einstimmig durchgebracht. Und wir haben gesagt, wir brauchen zwei neue Gaskraftwerke in dieser Stadt, um den Brennstoffwechsel schnell zu vollziehen. Wenn wir jetzt hier reinschreiben, wir wollen deutlich vor 2030 aus der Kohle raus, dann möchte ich aber die Frage beantwortet haben, wie denn? Wollt ihr mehr Biomassen hier energetisch nutzen, als wir das vorhaben? Ihr werdet euch mit unseren Naturschutzern anlegen müssen, weil wir gesagt haben, nur die nachhaltigen Potenziale. Wollt ihr mehr Müll hier energetisch nutzen, dann müsst ihr euch mit unseren Abfall- und Umweltpolitikern anlegen, weil wir gesagt haben, nur da, wo die Klimabilanz dafür am besten ist. Wollt ihr mehr energetische Modernisierung und die schneller machen, dann werdet ihr euch mit unseren Bau- und Wohnungspolitikern anlegen, weil wir einen Weg gefunden haben, diesen Prozess, der notwendig ist, sozialverträglich zu gestalten. Oder wollt ihr einfach nur mehr neue Gaskraftwerke? Dann werdet ihr euch wieder mit mir anlegen müssen, denn diese Gaskraftwerke können uns heute helfen, den Brennstoffwechsel schneller zu machen, aber in 20 Jahren stehen sie uns im Weg. Die stehen nämlich dann da 30 Jahre insgesamt und wollen dann auch benutzt werden. Und sonst sind es Investitionsruinen. Also das ist, hier schneller zu sein, ist nicht der klimafreundlichere Weg. Das ist meine feste Überzeugung. Ich, liebe Grüne Jugend, ich finde gut, dass ihr sagt, wir müssen radikaler sein als die anderen. Der Meinung bin ich auch. Aber wir sollen nicht radikaler sein auf dem Papier. Wir müssen radikaler sein in der Umsetzung, denn dass dieser Enquettbericht Wirklichkeit wird, dass diese Maßnahmen auch wirklich kommen, das hängt allein an uns Grünen und dafür bitte ich um eure Unterstützung. Ich bin dann Michael Schäfer, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über diesen Änderungsantrag. Wer ihm seine Zustimmung geben möchte, der zeigt jetzt bitte bei seiner Karte kurz. Da müssen wir zählen. Vielen Dank. Die Nein-Stimmen bitte. Danke, das ist die Mehrheit bei Nein-Stimmen. Die Enthaltung bitte. Moment, die Enthaltung kommt noch. Bei wenigen Enthaltungen ist dieser Antrag somit abgelehnt und es liegen keine weiteren Änderungsanträge zur Abstimmung vor. Somit kommen wir jetzt zur endgültigen Abstimmung über den gesamten Antrag. Wer dem seine Zustimmung geben möchte, der geben jetzt bitte sein Zeichen. Danke, das sind sehr viele, die Nein-Stimmen bitte. Keine Nein-Stimme, die Enthaltungen? Ebenfalls nicht. Damit ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Vielen Dank. So, ihr Lieben, wie wir bei der Tagesordnung verabschiedet haben, werden wir jetzt mit dem Dringlichkeitsantrag D03 weitermachen. Ja, zum Gegenstand Empfehlung den Umkehrtkommissionen neue Energie für Berlin umsetzen, investieren, damit Berlin grün wächst, von Michael Schäfer und andere. Als Verfahren schlagen wir euch vor, dass es eine dreiminütige Einregung umgibt. Danach ein gesetzter Pro-Beitrag von zwei Minuten. Danach wollen wir zwei Kontra-Beiträge, die gelost und quotiert sind, weitere zwei Minuten zulassen. Danach kommt der Bericht der Antragskommission gegebenenfalls, eine Abstimmung und dann die Gesamtabstimmung. Wer diesem Verfahren so zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Danke. Die Gegenprobe war das eine. Ja, doch nicht, enthalten und keine. Gut, dann Michael, du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, vor ziemlich genau zwei Jahren sind 600.000 Berlinerinnen und Berliner ins Abstimmungslokal gegangen, an einem unbegünstigt gewählten Termin durch den Senat und haben gesagt, diese Energiepolitik des Senats geht so nicht weiter. Wir wollen ein starkes Stadtwerk. Wir wollen, dass der Stromnetz Vattenfall enthissen wird. Sie sind mit 20.000 Stimmen am Quorum gescheitert, aber 600.000, das sind mehr als die SPD gewählt haben, mehr als jede Partei im Abgeordnetenhaus an Stimmen bekommen hat. Zu viele, um es zu ignorieren. Deshalb haben wir Grüne vorgeschlagen. Das ist jetzt die Zeit von Kompromissen. Das ist die Zeit für eine Debatte im Parlament und haben eine Enquete-Kommission neue Energie vorgeschlagen und durchgesetzt. Und diese Enquete-Kommission hat am Mittwoch ihre letzte Sitzung gehabt, ihren Bericht verabschiedet. Und was da drin steht, das hätte ich ehrlich gesagt nicht zu Träumen gewagt. Da steht drin, wir wollen ein starkes Stadtwerk und nicht dieses Bonsai-Stadtwerk des Senats, das im nächsten Jahr fünf Windräder bauen soll, sondern ein richtiges Stadtwerk, was den Namen Stadtwerke Berlin auch verdient. Und das, was wir in unserem grünen Klimastadtwerk-Konzept verabschiedet haben, das ist da alles drin. Und das ist ein schöner Erfolg für uns. Das Zweite ist, wir hatten es gerade, Kohleausstieg spätestens bis 2030 in Berlin, auch aus der Braunkohle spätestens 2020 raus, auch das Konsens unter den Fachpolitikern aller Fraktionen. Wir haben sogar gesagt, das, was die SPD-Linke CDU in Brandenburg machen, nämlich neue Braunkohletagebaue, dass wir das als Berliner Abgeordnete komplett nicht wollen. Überfraktionell, konsensual beantragt, auch das ein schöner Erfolg. Dann haben wir gesagt, bei der energetischen Sanierung, da brauchen wir erstens was bei den öffentlichen Gebäuden, haben dazu auch ein Finanzierungskonzept vorgeschlagen, wir haben behutsames Ordnungsrecht vorgeschlagen für den Gebäudebestand, den privaten und ein Förderprogramm durch die IBB, um diesen sozialverträglich zu gestalten. Und wir haben uns bei den Energienetzen, ihr kennt die Debatte, die Sozialisten sagen, ja, alles rekommunalisieren, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist, die Neoliberalen sagen, rekommunalisierung ist Teufelszeug. Unsere grüne Linie war immer, rekommunalisierung, dann, wenn sie dem Klimaschutz dienen kann, dann, wenn sie tatsächlich positive Effekte bringt. Das haben wir hier zusammen verabschiedet und das ist das, was diese Enquete auch beschlossen hat und das ist ein schöner Erfolg. Und da muss ich dann jetzt noch was zu sagen, weil gerade verhandelt der Senat, Daniel hat es gesagt, mit den Atom- und Kohlekonzernen E.ON und Wattenfall und will gemeinsame Unternehmen mit denen bilden. Und da möchte ich doch mal ein paar Fragen stellen. Ich verstehe nicht, warum die SPD sich mit den Unternehmen verbünden will, die gerade sogar die moderate Kohleabgabe von Sigmar Gabriel zerschossen und kaputt gemacht haben. Ich verstehe nicht, warum die Berliner SPD meint, mit den Konzernen, die gerade Milliarden verloren haben mit ihrer Kohlepolitik, mit denen gemeinsame Unternehmen bilden zu wollen, wo sie die dann drin hat und die jedes Mal bei jeder einzelnen Investition ein Veto-Recht haben. Das kann nicht grüne Politik sein und das ist natürlich auch etwas, was in Empfehlungen der Enquete widerspricht. Und deshalb werden wir jetzt anfangen, den Enquete-Bericht in Politik umzusetzen. Wir werden alle Fraktionen einladen, die in der Enquete zugestimmt haben, werden wir einladen, jetzt auch in die Umsetzung zu gehen und konkrete parlamentarische Initiativen da zu machen. Und ich glaube, da machen wir die Probe aufs Exempel und am Ende werden wir nämlich diesen Senat daran messen, wie groß ist dieses Stadtwerk wirklich und wie viel hat er wirklich erreicht. Allein damit, dass man jetzt einen Kontra-Beiträge eingebrochen und deswegen frage ich jetzt die Antragstellerin, wollt ihr noch die Möglichkeit einen zweiten Pro-Rede-Beitrag zu halten? Stefan Taschnappel, okay. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, eineinhalb Jahre saßen wir nun zusammen in dieser Enquete-Kommission. Ich durfte auch als sogenannte externe Experte teilnehmen und ich glaube, den Bericht, den wir letzten Mittwoch einstimmig verabschiedet haben, der kann sich echt ziehen lassen. Ich finde, wir haben viel erreicht in diesen letzten eineinhalb Jahren. Michael hat ja schon die wesentlichen Forderungen vorgestellt. Was mich aber besonders erstaunt hat, dass ganz viele dieser Forderungen, ganz viele dieser Lösungsvorschläge, die sich jetzt in diesem Bericht finden, sind eins zu eins. Unsere grünen Forderungen, unsere grünen Lösungsvorschläge, unsere grüne Programmatik, die ist offensichtlich so gut, dass sich die anderen Parteien gezwungen gefühlt haben, sogar eins zu eins von unseren LDK-Anträgen abzuschreiben und Beschlüsse, die sich jetzt auch so finden im Bericht. Ich finde, das kann ruhig so weitergehen, die Lernfähigkeit bei SVG, Linkspartei und manchmal auch bei der CDU, ist doch auch etwas, was wir in der Zukunft weiterhin wünschen. Aber Berichte tendieren ja in Berlin gerne zum Verstauben. Und gerade das darf eben jetzt nicht mit diesem Bericht passieren. Wir müssen jetzt den Senat festlegen auf diese Forderungen der Enquete-Kommission. Wir müssen den Senat festlegen, es geht um den Kohleausstieg. Wenn es SPD und CDU wirklich ernst weinen damit, dann erwarte ich bei dem Sulfatgipfel im November klare Worte in Richtung Brandenburg, dass es hier nämlich mehr geht als nur um Klimaschutz, sondern auch um unseren Triebwasserschutz. Hier kann gerne auch der Senat weiterhin von der guten Arbeit der grüne Partei und der Abgeordnetenfraktion lernen. Wir müssen den Senat aber auch festlegen, wenn es darum geht, dass der Bonn ja endlich wachsen soll. Ich will endlich, dass der Stadtmerk wieder zum zentralen Thema der Energiepolitik dieses Senat wird. Aber das kommt in den letzten Papieren überhaupt nicht mehr vor. Da verhandelt man lieber mit E.ON und Vattenfall, über Anteile der GASAG und über Lösungen, wie man gemeinsam mit diesen nicht-energiewendenden Konzerne vielleicht auch das Strom dazu übernehmen kann. Und ja, wir müssen auch den Senat darauf festlegen, dass es in Sachen Energiewende weitergeht. Ich erwarte vom Senat jetzt eine ernstgemeinte Bewerbung um die Stromnetze, damit die wieder zurückkommen, wo sie hingehören, nämlich in den Händen der Berlinerinnen und Berliner. Der Bericht ist aber weit mehr, als dass wir ihn nur jetzt tagespolitisch aktuell anwenden können und den Senat damit treiben. Vielmehr muss es auch für uns eine wichtige Richtschnur gehen, wenn es darum geht, 2016 die Roten Linien festzulegen für unseren Wahlkampf und alles, was darüber hinaus geht. Vielen Dank. So, ihr Lieben, jetzt gibt es noch die Möglichkeit einer Kontrarede, wenn jemand noch will. Wenn nicht, dann würde ich die Antragskommission bitten, da vorne das Auspoling zu kommen. Ganz kurz. Ja, es gibt auch nicht so furchtbar viel zu sagen. Nach meiner Kenntnis liegen keine Änderungsanträge vor und insofern ist der Vorschlag Abstimmung dieses Antrages. Wunderbar. Dann kommen wir sofort, kurz und schmerzlos, aber den Formalpunkt mussten wir machen. So, dann kommen wir schon zur Samtabstimmung. Wer möchte diesem Antrag D03 zustimmen? Den bitte ich jetzt Fußgartenzeichen. Dankeschön. Die Gegenprobe. Enthaltungen? Gut, dann ist dieser Antrag mit einstimmig angenommen. Dankeschön. Jetzt zwei Sachen noch. Wir machen vom Präsidium gleich den ersten Präsidiumswechsel. Da ihr werdet gleich kommen und wir sollen euch noch darauf hinweisen, ist die erste Runde der Spenden für den Rucksack. Berlin hilft, hat bis jetzt 577 Euro und 27 Cent eingebracht und zwei Fronk. Das ist ja toll. Aber ihr könnt weiter spenden, hinten rechts von uns aus gesehen. Danke. Jetzt Daniel. Danke. Danke. Tschüss. 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 Ich versuche, möglichst elegant rüberzuleiten. Wir werden gleich noch von einer Aktion hören von Queergrün. Da bitte ich, wie noch immer, Maria und Uli sich schon mal parat zu halten. Aber ich wollte euch vor allem einfach mal informieren. Wir wissen ja, wir sind heute alle gerne hier, aber wir wären auch alle gerne woanders. Vielleicht bei der großen TTIP-Demo. Da würde ich euch auch noch mal sagen, dass wir diesen Termin sehr früh gesetzt haben. Ihr wisst, da braucht es einen Vorlauf, eine Jahresplanung, muss man Räume anmieten etc. pp. Und als dann die Organisatorinnen und Organisatoren der TTIP-Demo mit ihrem Termin um die Ecke kamen, da war es zu spät. Das bedauern wir. Dafür sind wir sehr, sehr glücklich, dass ganz, ganz, ganz viele Grüne aus Berlin, aus dem gesamten Bundesgebiet, aus Europa heute da sind. Und ich kann euch sagen, es sind nicht nur viele, sondern es ist eine gigantische Masse an Menschen, die gerade zeitgleich durch Berlin zieht. Zehntausende, der Hauptbahnhof, das gesamte Regierungsviertel ist wegen Überfüllung geschlossen und das ist großartig. Und ich glaube, das ist ein Signal, da kann niemand einfach drüber hinweggehen. Wir sind nicht nur viele in Berlin, ihr wisst, vor kurzem wurde die 3 Millionen Mark geknackt. die 3 Millionen Marke bei der Europäischen Bürgerinitiative, Stopp, TTIP, 3 Millionen Europäerinnen, Europäer sagen der EU-Kommission so nicht. Auch das ist beeindruckend und ich glaube, dagegen helfen dann auch solche Dinge nichts. Ich will euch das mal zeigen, Renate Kühners hat mir das in die Hand gedrückt. Das sind ganzseitige Anzeigen von unserem Bundeswirtschaftsminister. Titel eine Absenkung der erreichten Standard wird es nicht geben. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Renate Kühners fragen wird, was das Ganze gekostet hat. Was mich vor allem interessieren würde, Renate, vielleicht kannst du ihn das auch gleich fragen, will er uns, will er 3 Millionen Menschen in Europa, will er die Zehntausende, die jetzt gerade auf der Straße sind, eigentlich für dumm verkaufen? Ja, das ist die entscheidende Frage und um nochmal eine dritte Zahl zu nennen, wir reden ja über den Bundeswirtschaftsminister, ihr habt es gleich mitbekommen, es gibt zwischenzeitlich 1500 kleine und mittelständische Unternehmen und die sagen was? Die sagen nicht nur TTIP und endlich Herr Gabriel, sondern auch die sagen Stopp TTIP, weil das nämlich auch für den Mittelstand nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern weltweit nicht gut ist, sondern das Gegenteil, auch die sind an unserer Seite und ich glaube, wenn das ein Signal ist, was heute von Berlin ausgeht, dann kann Herr Gabriel hier noch so viele Anzeigen schalten, das ist keine Aufforderung, kostet ja und dann wird letzten Endes dennoch die große demokratische Mehrheit in diesem Land und Europa sagen Stopp TTIP und wir sind mit dabei, vielen Dank. und jetzt viel tun wir in unserer Gesellschaft noch so. Und wir alle wollen eine offene Gesellschaft, wir wollen eine tolerante Gesellschaft, wir wollen, dass Menschen zu sich stehen und deshalb wollen wir anlässlich des Morning Coming Out Days euch auffordern, steht zu euch, outet euch, schnappt euch einen dieser Aufkleber und sprecht allen Menschen daraus Mut zu, dass wir alle irgendwo bei uns ein bisschen neben der großen gesellschaftlichen Norm sind und von dieser angeblichen Norm abweichen. Deshalb kommt zu uns, Aufgeber sind da. Danke. So, dann machen wir jetzt weiter als zweite Schicht des Präsidiums. Wir bedanken uns ganz ausdrücklich bei der ersten Schicht des Präsidiums, die schon fertig sind. Und wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 5 in unserer Tagesordnung. Da haben wir den Leitantrag für Familien. Ihr findet den neuen Leitantrag in der Tischvorlage 2. Der ist auch online in Antragsgrün. Ich möchte einleitend sagen, zum Verfahren, dass es einen sehr langen Leitantrag zum Thema Familie gab. Es gab eine große Gruppe von Autorinnen, die sich damit befasst haben. Es war ein sehr schöner, aber auch wahnsinnig langer Antrag, der dann im Rahmen der Änderungsanträge zusammengefasst und gestrafft wurde, zu einem kürzeren Antrag, der euch jetzt in der Fassung L02 neu vorliegt. In diesem Antrag sind auch schon die meisten der Änderungsanträge ausgegangen, sodass wir jetzt nicht mehr sehr viele Änderungsanträge übrig haben. Das würde euch dann die Antragskommission noch etwas genauer berichten. Ja, Berlin als Stadt der Familien, wir haben ein Verfahren, das wir euch gerne vorschlagen möchten. Das besteht darin, dass Bettina den Antrag einbringt. Sie hat ihn ja viel dafür mitgemacht. Dann haben wir fünf gesetzte Redebeiträge. Und zwar haben wir da Ramona, dann haben wir Torsten Wischniewski, dann haben wir Marianne Burkhardt-Eulitz. Aus dem Abgeordnetenhaus von der Grünen Jugend haben wir Emma Samet und dann haben wir Lisa Paus. Dieser gibt dann zwölf geloste Redebeiträge. Für die gelosten Redebeiträge und die anderen haben wir eine Redezeitbegrenzung von jeweils drei Minuten, die wir euch vorschlagen möchten. Wenn ihr mit diesem Verfahren einverstanden seid, will ich kurz über euer Zeichen. Gut, vielen Dank. Die meisten sind einverstanden. Kaum anders zu erwarten. Dann fangen wir jetzt an mit Einbringung des Antrages. Dann bitte ich Bettina auf die Bühne. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, warum heute, wo alle über TTIP und vor allem über die Flüchtlingskrise nachdenken, ein Antrag zum Thema Berlin als Stadt für Familien. Ich sage euch warum. Erstens, weil der demografische Wandel nicht wartet, bis wir andere Probleme gelöst haben. Zweitens, weil wir dafür bekannt sind, dass wir vorausschauen, dass wir Politik auch für morgen und übermorgen machen. Und drittens, weil die Menschen in der Stadt Antworten von uns erwarten. Die wollen wissen, welche Antworten wir für ihre Bedürfnisse haben und auch, ob diese Antworten zu den Veränderungen in dieser Stadt passen, die wir vor uns haben. Deshalb heute dieser Leitantrag. Ich danke der wirklich sehr großen Gruppe an Autoren und die ja auch schon den Elternkongress und das Autorinnenpapier für den Elternkongress mit erarbeitet haben. Das war ein sehr, sehr guter Vorlauf, der uns vor allem auch ins Gespräch gebracht hat mit vielen Familien und Eltern in dieser Stadt. Allein dafür hat sich das Ganze schon gelohnt. Es ist ein ehrgeiziges Projekt, Berlin zu einer Stadt für Familien zu machen. Und das, obwohl es viele Familien in diese Stadt zieht und auch, obwohl Berlin im Grunde Familien viel zu bieten hat. Denn die Bedürfnisse von Familien werden nicht systematisch mitgedacht. Weder wenn der Senat Verkehrswege plant oder neue Wohnquartiere bauen will, noch wenn er selber Arbeitgeber ist, wie im öffentlichen Dienst, im Wissenschaftssektor oder als der Zuschussgeber für Tagesmütter. Erst recht nicht, wenn er über Zuweisungen für die Bezirke und Bezirksfinanzen entscheidet. Viel zu oft hat der Senat die Bedürfnisse der Menschen mit einem Achselzucken abgetan. Auch, dass die steigende Bevölkerungszahl natürlich bedeutet, dass wir mehr Schulen und Kitas brauchen, hatte der Senat sehr lange nicht im Blick. Aber auch die Flüchtlingsfamilien, die in den letzten Monaten gekommen sind, werden Wohnungen, Kitas und Schulplätze brauchen. Soeben hat Frauensenatorin Dillek Hollat immerhin eine Studie veröffentlicht, die feststellt, dass es 150.000 Alleinerziehende im Land Berlin gibt, 90% davon Frauen. Und dass viele von ihnen sehr gerne mehr arbeiten würden, um über die Runden zu kommen, aber nicht wissen, wie sie Job und Kind unter einen Hut bekommen sollen. Nur von Lösungsvorschlägen ist leider bislang nicht viel zu hören. Wir wollen Schluss machen mit dieser Ignoranz. Familien, egal ob Groß- oder Kleinfamilien, Patchwork-Pflegefamilien oder Regenbogenfamilien, sie alle sorgen für den sozialen Zusammenhalt, den eine wachsende Stadt wie Berlin dringend braucht. Und deshalb stehen sie im Zentrum unserer Politik. Berlin wird aber nicht nur jünger. Sprich, in den nächsten Jahren wird es nicht nur mehr Kinder und Jugendliche geben. Berlin wird zugleich älter, weil die Lebenserwartung der Menschen steigt, erfreulicherweise. Noch mehr als anderswo in Deutschland pflegen die Berlinerinnen zu Hause. Das ist das, was die meisten alten Menschen sich wünschen. Aber es bedeutet, dass wir mehr tun müssen, um die Angehörigen zu unterstützen und zu begleiten. Ganz zu schweigen davon, dass es auch unter den alten Menschen immer mehr mit Migrationshintergrund gibt, auf deren Bedürfnisse die wenigsten Angebote zugeschnitten sind. Wir wollen das Zusammenleben der Generationen zur Basis der künftigen Stadtplanung machen. Für uns Bündnisgrüne ist es zentral, dass Familien sich darauf verlassen können, dass Staat, Verwaltung und Gesellschaft für sie da sind, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Die Schlangen vor den Bürgerämtern, der Bearbeitungsstau in den Elterngeldstellen und in vielen anderen Bereichen zeigen, dass gerade auch Familien unter dem Spardiktat des Senats leiden müssen. Wir setzen uns für eine moderne Struktur in den Bezirken ein, die Familien die Chance gibt, alle Leistungen an einer Stelle zu bekommen. Wir wollen Familienservicebüros in allen Bezirken, in denen gut ausgebildetes, mehrsprachiges Fachpersonal Familien mit Rat und Hilfe unterstützt. Ob Kindergeld, Kita, Gutschein, Berlinpass, Förderangebote oder Ummeldungen, der Hürdenlauf von einer Behörde zunächst ist Familien schlicht nicht zuzumuten. Wir wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Deshalb haben wir ein Gutscheinsystem für die ergänzende Betreuung jenseits der Kita-Öffnungszeiten entwickelt, inklusive eines Kita-Bring- und Abholservices. Und ich sage, es gibt schon ergänzende Betreuung. Die Tagesmütter werden nur so schlecht dafür bezahlt im Moment, dass es nur sehr wenige gibt, die diese Jobs machen wollen. Das wollen wir ändern. Gemeinsam mit der IHK wollen wir für Familiencharters werben, mit denen sich Berliner Unternehmen und Betriebe auf Maßnahmen für mehr Familienfreundlichkeit verpflichten. Und wir wollen überall dort, wo der Staat Arbeitgeber ist und Zuschüsse zahlt, das Übermaß an prekären, befristeten Stellen eindämmen. Denn Kinderwünsche sollen nicht daran scheitern, dass die Zukunft einfach zu ungewiss erscheint, um den Kinderwunsch zu realisieren. Wir wollen Kindern ein gesundes und gutes Aufwachsen ermöglichen. Alle Kinder haben ein Recht auf gute Bildung und wir werden nicht nachlassen, dass dieses ehrgeizige Ziel verwirklich ist. Berlin hat den schlechtesten Betreuungsschlüssel für die Kleinsten, die Krippenkinder. Wir wollen, dass eine Fachkraft sich um nicht mehr als vier Kinder kümmern muss und sind uns mit dem Kita-Bündnis darin einig. Schulen wollen wir zu Orten machen, wo Kinder gut aufgehoben sind und gerne lernen. Wir fordern schon lange ein Sanierungs- und Neubauprogramm für Schulen und auch für Kitas. Gute Schule braucht aber mehr. Die Gehälter der Grundschullehrkräfte wollen wir an das ihrer Oberschulkolleginnen angleichen, denn die Kleinsten brauchen die besten Bildungsangebote und wir wollen die Grundschulen stärken. Außerdem sollen alle Schulen Teamzeit und ein eigenverantwortliches Schulbudget bekommen. Und der Schulweg soll sicher sein, durch breite, gut ausgebaute Fahrradstreifen und verkehrsberuhigende Maßnahmen rund um die Schulen. Und schließlich wollen wir dafür sorgen, dass Familien in ihrem vertrauten Umfeld bleiben können. Dafür braucht es Belegungsrechte für Familien mit vielen Kindern, Wohnungstauschbörsen, die Förderung von genossenschaftlichen Bauen, die Verhinderung von Zwangsräumungen und eine Erhöhung der Kosten der Unterkunft für einkommensschwache Familien, sowie generell ein soziales Mietrecht. Das alles bleibt auch nach der Einigung des Senats mit den Initiatoren des Mietenvolksbescheids auf der Agenda, liebe Freundinnen und Freunde. Wir legen heute ein umfassendes Programm vor, dafür, wie Familien in Berlin gut leben können. Das wird sich nicht alles von heute auf morgen umsetzen lassen, aber wir bleiben dran. Darauf können sich die Menschen dieser Stadt verlassen. Vielen Dank. Liebe Bettina, herzlichen Dank für die Einbringung des Antrags. Wir kommen jetzt zur Debatte und Diskussion. Zunächst als gesetzter Redebeitrag Ramona Popp, danach zwei geloste Redebeiträge und zwar von Bernd Schwarz und von Petra Wanderer. Die können Sie sich schon mal vorbereiten. Aber zunächst Ramona, das Wort. Ja, liebe Freunde, liebe Freunde, ich freue mich richtig, dass wir heute über Familienpolitik diskutieren, als Grüne debattieren, diskutieren und auch gute Vorschläge einbringen. Denn ich finde, Familienpolitik ist längst kein Domäne der Konservativen mehr in diesem Land. Und wir wollen Ihnen, wie in die Familienpolitik, noch die Familien überlassen. Denn gerade wir, und ich finde, da kann man auch ruhig klatschen, denn wir sind diejenigen, Bettina hat es gerade gesagt, die nicht alle Familien in ein Familienbild versuchen, reinzupressen, hineinzupacken oder eben nicht reinpassen in das Familienbild, der hat verloren. Wir sind wahrlich nicht die Besserwisser, die Menschen vorschreiben, in welcher Familienkonstellation sie gefälligst zu leben haben. Sondern wir sind diejenigen, die Familien, die ihre Vielfalt von einer klassischen Familie, über Patchwork-Familien, Alleinerziehende bis hin zu Regenbogenfamilien sehren und unterstützen. Und wir dürfen nicht vergessen, gerade in Berlin hat ein großer Teil der Familien mit Kindern ein Migrationshintergrund. Und auch die brauchen spezielle Angebote und Ansprache. Familienpolitik allerdings ist bei diesem Senat ein Stiefkind. Das Wort Familie findet sich ja nicht mal mehr in der Ressortbeschreibung wieder. Und Frau Scherer sieht sich gerne als Bildungssenatorin und zwar ausschließlich. Über die Kompetenzen in diesem Bereich sprechen wir auch lieber nicht, würde ich sagen, an dieser Stelle. Familie braucht aber Sichtbarkeit, braucht politische Unterstützung. Und dafür stehen auch wir hier in dieser Stadt. Und es ist richtig, den Kita-Platz-Ausbau voranzutreiben. Wir unterstützen das Kita-Bündnis. Bernd Schwarz sitzt ja hier, die am Mittwoch einen sehr erfolgreichen Aktionstag in der Stadt absolviert haben und sehr sichtbar und sehr präsent waren. Dafür einen großen, dicken Applaus. Macht weiter so. Viel später an eurer Seite in dieser Frage. Und wir werden bei der Haushaltsberatung 70 Millionen Euro zusätzlich beantragen für den nächsten Doppelhaushalt, um den Kita-Platz-Ausbau voranzutreiben. Denn es kann nicht sein, dass gerade in Berlin der schlechteste Personalschlüssel und Berlin am Schlusslicht ist, bei den Personalschlüssel gerade für die Kleinsten. Da schließen wir uns eure Motto an und sagen, auf die Kleinsten kommt das an und für sie werden wir auch sorgen. Applaus Wir wollen, dass sich Familien in unserer Stadt wohlfühlen, dass Berlin auch in Zukunft eine familiefreundliche und kinderfreundliche Stadt sein wird. Und wir wollen, dass Familien in der Stadt leben, auch zukünftig in der Stadt leben, gerade wenn die Stadt wächst und sich entwickelt und alles teurer wird, möchte ich nicht, dass Familien rausziehen müssen, wenn das zweite oder dritte Kind kommt, weil sie sich die Wohnungen nicht leisten können und dadurch die Stadt weniger lebendig wird und vor allem mehr oder minder entwölkert wird. Wir sind Teilen schon erlebend von Innenstadtbezirken, dass dort eben keine Familien mehr wohnen, dass dort kein Leben mehr ist, dass dort eben teilweise, wenn Büroschluss ist, sich nichts mehr tut. Und das wollen wir tatsächlich nicht. Wir wollen eine kluge Wohnungspolitik für Familien machen und wir wollen vor allem, dass Familien, die als Anker für den sozialen Zusammenhalt in der Stadt, in ihren Kiezen zu gehen, weil sie sich umeinander kümmern, weil sie sich um ihre Kinder kümmern, weil sie sich um die älteren Menschen kümmern, generationenübergreifend, auf was einbringen in die Stadt. Und die wollen wir uns kümmern, die sich um andere kümmern. Wir brauchen den sozialen Zusammenhalt und deswegen sind wir gerade diejenigen, die sagen, wir wollen eben beides. Wir wollen eben Familien stärken hier in der Stadt, weil sie der Mittelpunkt auch sind von vielen, was in Kiezen gut läuft und passiert. Wir wollen aber eben auch die Betreuungsangebote stärken. Wir wollen, dass Qualität in Vordergrund ist und nicht nur Quantität. Und wir kennen zwei Parteien, die einen stehen auf der einen und die anderen auf der anderen Seite. Wir bringen beides mit und deswegen ist es sehr gut und sehr richtig, dass wir heute viele, viele Maßnahmen beschließen und die hoffentlich auch bald auf den Weg bringen. Vielen Dank. Danke, Ramona. Nun Bernd Schwarz, Kreisbundschule, Börg-Wilmastauer. Vielen Dank. Ich mache es kurz. Zwei persönliche Bemerkungen. Vorweg das eine. Das ist meine erste Rede auf einem grünen Parteitag. Von daher seid nachsichtig, wenn es nicht ganz die Qualität ist und normalen Niveaus hier erreicht. Zum anderen möchte ich auch mal den Autoren und Antragstellerinnen danken. In einem sehr langen, aber auch sehr intensiven Prozess haben wir uns auf Kernprojekte verständigt, die wir für Familien in Berlin umsetzen wollen. Dieser Antrag lautet nicht, das Motto des Antrags lautet nicht Wünsch dir was, sondern was können wir realistischerweise und aufgrund unserer Überzeugungen für Berlin für die Familien in Berlin umsetzen. Wir haben uns ganz konsequent immer wieder das Leitbild vor Augen gehalten. Was brauchen Kinder? Was brauchen Familien? Und es wird noch einige Rednerinnen heute geben. Und von daher möchte ich nur einen Aspekt dann im Weiteren hervorheben. Ich bin auch nicht alleine heute hier vom Berliner Kita-Bündnis, sondern Martin Heuer von Paritätischen ist da. Von daher herzlich willkommen hier das Kita-Bündnis. Es ist ja auch offiziell eingeladen worden. Wir werden... Applaus! Wir werden euch gleich noch mit Unterschriften, Listen, Treesen und hoffen, eben ein paar Hundert zusammenzubekommen. Ein Punkt wollte ich ganz besonders hervorheben, in der Hoffnung, dass Beteiligung und Kita-Qualität und Ganztagsbildung alles noch angesprochen wird. Es geht um die von Ramona schon, äh, von Bettina schon genannte ergänzende Kindertagesbetreuung. Ein unglaubliches Wortumgetüm, das aber ganz passgenau für die Bedürfnisse der vielen Familien hier in Berlin ist. Es geht darum, dass man, ähm, wenn man im Schichtdienst arbeitet oder als Alleinerziehende mal über die Eröffnungszeiten der Kita und auch des Hortes hinaus seine Kinder betreuen muss, aber niemanden hat, und das haben wir in Berlin sehr häufig, dass man einfach niemanden hat als Familie, der sonst noch auf die Kinder aufpassen kann, dass die einen Service bekommen, der angedockt ist an das Kita-Gutscheinsystem, aber der vor allen Dingen die Betreuung der Kinder in der elterlichen Wohnung sichert. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Uns ist es nicht nur ganz wichtig für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es ist vor allen Dingen wichtig für die Kinder, dass sie nicht ständig neue Betreuungspersonen haben, dass sie nicht ständig von A nach B weitergereicht werden, sondern dass sie zu Hause eine verlässliche Betreuung haben. Und wenn die, wenn die Flexibilität des Arbeitsmarktes dazu führt, ähm, dass die CDU sich hinstellen kann und sagen kann, ähm, wir haben, wir fordern mit der 24-Stunden-Kita die ultimative Lösung, dann sagen wir, nein, das ist nicht die optimale Lösung. Das ist nur die optimale Lösung für Arbeitgeber, das ist nicht die optimale Lösung für Kinder. Und darauf haben wir in diesem Antrag ganz gesteigert Wert gelegt. Wir suchen optimale Lösungen für die Kinder und ihre Familien und, ähm, auch für die der Geflüchteten. Und dafür, dazu, äh, kommen dann aber noch andere Redebeiträge. Das hier ist die Unterschriftenliste. Ich werde nach dem, in einer kleinen Pause dann, äh, rumgehen und euch, wie gesagt, damit liebsen. Vielen Dank. Vielen Dank, Bernd. In der Regel, es können sich noch Leute einschmeißen, ähm, es gibt noch viele freie Redeplätze. Jetzt Petra und danach kann sich bereit machen Thorsten Wischmetski und Katharina Piaud. Ja, liebe Delegierte, lieber Bernd, äh, Bernd hat total recht. Er hätte sich zwar keine Gedanken machen müssen über die Qualität seiner Rede, ähm, er hat aber recht, was den guten Arbeitsprozess für diesen Antrag anbelangte. Es war ein sehr guter und aufwendiger Arbeitsprozess. Es ist auch ein guter Antrag geworden. Ich möchte auch einen anderen Aspekt dieses Antrags aufmerksam machen, nämlich auf die Alleinerziehenden in unserer Stadt. Die Alleinerziehenden, sie finden sich jetzt in unserem Leitantrag wieder, zu Recht hervorgehoben, durch eine extra Überschrift. Wenn ihr in den Antrag schaut, steht dort als schön Überschrift, Hauptstadt der Alleinerziehenden. Die Hervorhebung haben sich die Alleinerziehenden auch wirklich verdient. Sie müssen es schaffen, und zwar ohne einen Partner, der ihnen zur Seite steht, Kinder und Beruf unter Einbruch zu bringen. Dass das noch viel schwieriger ist, als bei Leuten, die in funktionierenden Partnerschaften leben, weiß jeder, der das schon mal geschafft hat oder versucht hat. Auf dem Grün-Eltern-Kongress, der ja vor einigen Wochen lief und der praktisch Ausgangspunkt für diesen Leitantrag war, waren auch viele Alleinerziehende eingeladen. Es gab einen extra Workshop für die Alleinerziehenden. Es wurde dort noch mal ganz klar, was Alleinerziehende von der Politik wirklich möchten. Sie wollen finanziell abgesichert werden. Das war schon klar. Was heißt das aber konkret? Das heißt konkret, Unterhaltsvorschüsse müssen unbefristet ausgezahlt werden. Wie die meisten wahrscheinlich wissen, läuft es derzeit so, dass Unterhaltsvorschüsse maximal sechs Jahre ausgezahlt werden, maximal außerdem, bis das Kind zwölf Jahre alt ist. Wie jedes Elternteil weiß, wird ein Kind jedoch nicht billiger, wenn es den zwölften Geburtstag gefeiert hat. Wir Grüne setzen uns also ein für die unbefristete Auszahlung der Unterhaltsvorschüsse. Das heißt auch bezahlbare Wohnungen. Gerade Alleinerziehende sind darauf angewiesen, eine funktionierende Nachbarschaft und Freunde in der Nähe zu haben. Viele haben sich schon gute Netzwerke aufgebaut. Wenn sie aus den Kiezen verdrängt werden, weil sie sich Mieten nicht mehr leisten können, sieht es echt hart aus. Deshalb ist besonders für Alleinerziehende die gute Mietenpolitik wichtig. Finanzielle Absicherung heißt auch, endlich weg mit dem absurden Ehegattensplitting, das Ehen subventioniert, statt Menschen mit Kindern. Diese Forderung, sie am Anschlag zu nennen, basiert auf einer Initiative der grünen Jugend, die ich richtig finde, auch wenn es eigentlich eine Forderung an die Bundespolitik ist. Dass das alte Ehegattensplitting endlich weg muss, kann man aber nicht oft genug sagen, ganz egal auf welcher Ebene wir Politik machen. Neben finanziellen Hilfen benötigen Alleinerziehende natürlich mehr, um mit ihren Kindern gut leben zu können. Dass gute Kinderbetreuung besonders für Alleinerziehende wichtig ist, und zwar auch die Notfallbetreuung, das hat Bernd Schwarz eben schon sehr schön gesagt. Mein Fazit. Alleinerziehende brauchen all das, was auch Eltern in funktionierenden Beziehungen brauchen. Nur, sie brauchen mehr davon. Die Alleinerziehenden leisten schon jetzt Großartiges, indem sie Tag für Tag Job und Kind unter einem Hut bringen. Wir sollten sie immer im Blick haben, wenn wir Familienpolitik betreiben. In dem Leitantrag, den wir jetzt hier vorliegen haben, ist das, wie ich finde, gelungen. Ich werbe daher um Unterstützung für diesen, ich sage es mal, ich finde den wirklich guten Leitantrag zur Familienpolitik. Dankeschön. Danke, Petra. Nun, Torsten Wischniewski. Bitteschön. Ja, Dankeschön. Liebe Freundinnen und Freunde, das Recht aller Kinder und Jugendlichen, egal welcher Herkunft, auf gute Bildung muss flächendeckend verwirklicht werden. Dieses Zitat aus dem Leitantrag ist für uns einer der Kernsätze, die wir ja schon immer, denke ich, unterstützt haben und dieses muss untersetzt werden. Nämlich entsprechend der Gruppengrößen. Bernd Schwarz hat es schon, hat schon darauf hingewiesen. Es ist ein Unding, dass heute nach wie vor Erzieher und Erzieherinnen im Durchschnitt sechs Kinder unter drei Jahren betreut. Das heißt, in den Ferienzeiten sind es vielleicht nur fünf oder vier. Aber in dem Moment, wo die Kollegin im Urlaub ist, in Krankheit oder auch die Öffnungszeiten sehr lange ausgedehnt sind, ist die Erzieherin heute mit sieben, acht oder neun Kindern alleine zuständig und muss sie betreuen und unterstützen. Das ist ein Zustand, wenn wir gute Bildung durchsetzen oder umsetzen wollen, dann muss dieser schnellstens verändert werden. Und ich glaube, das ist ein Kern, um eine gute Betreuung für Kinder und Familien sicherzustellen, dass dieses tatsächlich schnell umgesetzt wird. Wissenschaftlich ist belegt, dass ein Verhältnis 1 zu 3, 1 zu 4 eine richtige Größe ist für eine Gruppe unter drei Jahren. Berlin, Ramona hat es gesagt, 1 zu 6. Und dann ist dabei hanebüchend, wenn das Betreuungsgeld, welches ja in den Bundesländern jetzt ankommen soll, vom Finanzsenator einkassiert wird in den Landeshaushalt und die Bundes-SPD-Linie, die Qualitätsverbesserung in der Institution, in der Tagesstätte zu verbessern, sich in Luft auflöst und dann gleichzeitig benutzt wird, eine Konferenz für die Flüchtlingskindern herzustellen und an dieser Stelle letztlich dafür zu sorgen, dass der Neid und die Auseinandersetzung um das, was in dieser Stadt notwendig ist, noch verschärft wird. Das ist zum Teil Zünderlei. Ja, das ist Zünderlei. Der Antrag macht aber noch andere Sachen deutlich, dass die Dienstleistungsqualität in den Jugendämtern sich verbessern muss. Die Ausstattung für die Elterngeldstellen, für die Kita-Gutscheinstellen und aber auch für den Regionalsozialpädagogischen Dienst sind nicht entsprechend ausgestattet. Die Jugendstadträten mit der Senatsverhaltung haben das ja ausgearbeitet. Allein im Bezirk Pankow fehlen 32 Stellen in diesen Bereichen für die Grundversorgung und 15,8 Stellen im Regionalsozialpädagogischen Dienst, der im Wesentlichen für die Hilfen der Familien zuständig ist und auch den Kinderschutz gewährleisten sollen. Das geht überhaupt nicht. Letzter Punkt, genau, ich komme zum Schluss. Ihr wisst es, ich habe lange Jahre gekämpft für die Verbesserung der Kinder- und Jugendarbeit, der Kinder- und Jugendfreizeitarbeit, der Kinderbauernhöfe, Abenteuerspielplätze. Und ich glaube, auch in dem Punkt ist der Leitantrag vollständig zu unterstützen, weil aufgenommen worden ist, dass diese entsprechenden Aktivitäten in den Bezirken vernünftig ausgestattet sind und dass es damit einen Zusammenhang der demokratischen Entwicklung unseres Gemeinwesens gibt. Und deswegen bitte ich euch um Zustimmung für den Antrag. Danke. Vielen Dank an Thorsten. Wir haben jetzt als nächste Person auf der Redeliste Katharina Piroth vom KV Tempelhof Schöneberg und dann haben wir, kann sich schon mal bereithalten, Marianne Burkert-Reulitz. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich bin auch froh und dankbar, dass es diesen Antrag zur Situation der Familien in Berlin gibt. Und ich denke, es ist die richtige Zeit, dieses Thema umfassend und konsequent anzugehen. Und das betrifft nicht nur unsere Familien. Es geht um die Gestaltung des Zusammenlebens aller Berlinerinnen und Berliner, hier Geborene wie Zugewanderte, gleich welcher Religion, Kultur und sexuelle Orientierung. Viele haben das hier angemerkt. Kinder werden irgendwann einmal erwachsen und fast alle Eltern werden irgendwann mal alt. Auch ich. Aber auch ihr. Ja, wir alle. Unsere Gesellschaft wird älter und ein Großteil der über 65-Jährigen lebt in Berlin alleine. Ältere Menschen werden heute nicht nur von der Familie, sondern von vielen sozial engagierten Menschen unterstützt. Menschen, die Verantwortung für ihr Umfeld übernehmen. Bettina, gerade nicht vor Ort, hat das aber eben, finde ich, nochmal richtig gesagt. Familie ist überall dort, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Was können wir Berliner Grünen weiterhin zur Unterstützung dieser Familien beitragen? Was können wir? Wie können wir das Miteinander der Generationen im Allgemeinen und die Älteren im Besonderen stärken? Ich denke, mit Zuversicht, auch mit Geborgenheit und Austausch. Die Zuversicht, auch im hohen Alter im vertrauten Kiez wohnen bleiben zu können, der Hofreiter Toni hat das auch nochmal bemerkt. Dazu gehören neben günstigen Mieten und der Ausbau ambulanter und stationärer Versorgungsangebote, aber auch, dass Menschen sich einfach begegnen können. Geborgenheit und der Austausch, die entstehen, wenn Menschen sich begegnen. Dazu gehört es, mit den Kinderwagen und Rollator überall hinzukommen und Kitas, Schulen, das wurde auch eben genannt, Nachbarschaftsheime und sonstige Einrichtungen besser zu vernetzen. Ja, wir fördern die Stadtteilzentren, wir wollen aber auch die Initiativen vor Ort und Patenschaften zwischen Jung und Alt fördern. Zum Beispiel in Form von Sprachkursen, ehrenamtlicher Großeltern, konstruktiver Konfliktbewältigung. Initiativen, die den reichen Erfahrungsschatz der Älteren nutzen. Einerseits wird das helfen, diesen an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben. Andererseits werden dadurch die Älteren besser in unsere Gesellschaft integriert. Das alles, damit diejenigen, die heute das Zusammenleben gestalten und diejenigen, für die das Zusammenleben heute gestaltet wird, auch auf das Morgen mit zusätzlich blicken können. Vielen Dank. Vielen Dank, Katharina. Jetzt bitten wir auf die Bühne Mariana. Liebe Freundinnen und Freunde, Berlin ist die Stadt mit den meisten kleinen Kindern in Deutschland. Berlin ist aber auch das Bundesland mit den schlechtesten Betreuungsschlüsseln für die ganz Kleinen in den Kitas, die aber die meiste Zeit und Aufmerksamkeit der Erzieherinnen und Erzieher brauchen. Das darf so nicht bleiben. Wir Grüne schließen uns der Hauptforderung des Berliner Kita-Bündnisses an, den Erzieherinnen und Kindschlüssel auf 1 zu 4, auch jetzt schon, im jetzigen zu verhandelnden Haushalt zu verbessern. Und da bin ich sehr stolz drauf. Dank an alle Kinder, Eltern und Fachkräfte, die am vergangenen Donner Mittwoch den Aktionstag des Kita-Bündnisses lautstark unterstützt haben. Wir müssen dafür kämpfen, dass die Mittel des Bundes, die den Ländern als Ausgleich für den Wegfall des Betreuungsgeldes zur Verfügung gestellt werden, vollständig in die Berliner Kitas fließen. Das sind bis zu 40 Millionen Euro für Berlin. Damit können wir den unter dreijährigen Schlüssel verbessern. Dann können und sollen endlich auch tausende Flüchtlingskinder besser an frühkindlicher Bildung partizipieren. Das ist nämlich derzeit der geringste Teil der Kinder, die in den Sammelunterkünften leben, gehen in die Kita. Der Ausbau der Kita-Plätze und die Fachkräftegewinnung, die vor allem von den Berliner Kita-Trägern gestemmt wurden, muss weitergehen. Sie müssen mit einem Kita-Neubauprogramm unterstützt werden. Berlin ist die Stadt, in der die meisten Kinder von Armut und deren Folgen betroffen sind. Obwohl dagegen Rot-Schwarz viel tun wollte, ist bis jetzt nichts passiert. Die Zahl wohnungsloser Kinder steigt. Herr Czajer fühlt sich dafür nicht zuständig. Er tut nichts. Allein in Neukölln leben 1000 wohnungslose Kinder. Das hat die Bürgermeisterin aus Neukölln deutlich bei einer Veranstaltung gesagt. Wir wollen diese Situation verändern. Dank an alle unsere Stadträte und Stadträtinnen, die sich in den Bezirken für diese Familien engagieren. Wir Grünen wollen alle Familien, die in Berlin mit Kindern leben, unterstützen. Dazu braucht es eine entsprechende Infrastruktur in jedem Bezirk und in jedem Kiez. Wir wollen die Bezirke dabei unterstützen, ihre Familienförderung auszubauen. Dazu gehören Familienzentren, die diesen Namen auch verdienen. Unsere Bezirke müssen finanziell und personell so ausgestattet werden, dass sich für Familien genügend Zeit und Ressourcen zur Verfügung stellen können. Es darf nicht sein, dass Bezirke wie zuletzt Mitte ihr Jugendamt mehrere Tage schließen müssen, weil die katastrophale personale Situation nichts anderes zulässt. Das darf nicht sein. Die große Herausforderung, die für alle, die sich für Kinder und Familien engagieren, ist die Verbesserung der Situation von Kindern, Jugendlichen, die allein oder mit ihren Familien zu uns geflüchtet sind. Unser Augenmerk müssen wir dabei auch auf die Situation von Mädchen und behinderten Flüchtlingskindern richten. Mit sogenannten mobilen Kitas wollen wir den Familien in den Sammelunterkünften den Zugang zu der für viele bisher unbekannten Institutionen Kita erleichtern. Dieses Modell hat sich in NRW bereits bewährt. Wir unterstützen alle, die sich für diese Kinder und ihre Familien engagieren. Am Schluss gilt mein besonderer Dank all jenen, die sich für Kinder und Jugendliche, die geflüchtet sind, engagieren und dabei Großartiges leisten. Herzlichen Dank. Vielen Dank an Marianne. Wir haben jetzt wieder einen Mann, einen reingekrutierten Mann, und zwar Wolfgang Schmidt von der LHG Gesundheit und Soziales. Danach kommt Nina. Okay, kurz und knapp muss man sagen, dass du recht hast. Deshalb muss ich dich jetzt leider bitten, noch mal kurz zu warten. Tut mir leid. Wir haben nämlich jetzt noch ein paar Frauen, wie schon... Achso, okay, dann stimmt ja eigentlich alles. Achso, okay. Es ging dir um die Begrifflichkeit. Okay, wir hatten aber... Okay, jetzt habe ich es verstanden. Es ging dir um die Begrifflichkeit. Ja. Wir haben keine Männerrein. Nein, wir kultieren. Ja. Damit hast du recht. Ich werde da an der Begrifflichkeit noch arbeiten. Wir haben natürlich keine Männerquote. Wir brauchen jetzt aber auch keine Männerquote, um Wolfgang zu hören, weil davor hat eine Frau gesprochen. Also darf Wolfgang meiner Ansicht nach jetzt sprechen. Liebe Freundinnen und Freunde, wie viele von euch hier überhaupt schon mitbekommen haben, haben Mitglieder und Unterstützerinnen der LHG Gesundheit und Soziales zu der Wahl 2016 ein Präventionsprojekt unterstützt, Kinder stark machen und Erwachsene wach machen. Dieses ist ein Projekt, was sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Frauen auseinandersetzt. Die LHG Gesundheit und Soziales hat mit großer Freude mitbekommen, dass die LHG Frauen- und Geschlechterpolitik sich engagiert hat. Und in diesem Antrag, in diesem Antrag des Landesvorstands 02 neu, zu diesem Thema etwas einzubringen. Der sicherste Ort für Kinder sollen die Familien sein. Familien sollen ihren Raum zum Schutz und Geborgenheit gerecht werden und gerecht werden können. Doch manchmal sind auch Familien ein Ort für Gewalterfahrungen. Ich freue mich, dass wir den Mut haben, dieses auch in diesem Antrag offen zu sagen. Und ich freue mich auch, dass es, dass in diesem Antrag unter der Zeile 305 bis 308 steht, dass wir aus diesem Grund jede Unterstützung, die es in dieser Stadt dazu gibt, nämlich Projekte, Angebote für Aufklärung, Prävention und Nachsorge finanziell abgesichert werden muss. Dafür vielen Dank für das Engagement der LHG Frauen- und Geschlechterpolitik. Vielen Dank. Vielen Dank an Wolfgang. Jetzt bitte Nina. Liebe Freundinnen und Freunde, es gibt viele verschiedene Redebeiträge. Deswegen möchte ich hier auch keinen Rundumschlag machen, sondern mich konkret auf die Situation in den Bezirken beziehen, weil ich da auch sehr konkret berichten kann bei uns aus Steglitz-Zehlendorf. Wir haben uns in Steglitz-Zehlendorf mal angeschaut, was Friedrich Hein-Kreuzberg macht. Die haben ein Familienbüro und so wie wir das jetzt in einem Leitantrag fordern, machen wir das jetzt in Steglitz-Zehlendorf dem Friedrich Hein-Kreuzberger nach und führen das auch ein. Wir wissen ja, an welchen Stellen man von euch lernen kann. So ist es ja nicht. Es ist aber so, wie ihr auch wisst, wir haben einen CDU-Bürgermeister in Steglitz-Zehlendorf und das war gar nicht einfach, das bei dem durchzusetzen. Und das ist der Grund, warum es so wichtig ist, dass wir diesen Antrag hier heute nochmal verabschieden, dass wir deutlich machen, es sind ganz dicke Bretter, die wir zu bohren haben. Aber umso wichtiger ist es, dass wir uns des Themas annehmen. So ein Familienbüro zum Beispiel sorgt dafür, dass die Leute nicht von einer Stelle zur nächsten rennen müssen, an einer Stelle den Kita-Gutschein beantragen, an der nächsten das Elterngeld, dann vier Monate auf die Elterngeldbearbeitung warten. Also Otto-Normalverbraucher ist dann auch irgendwie schon pleite unter Umständen. Sowas kann nicht sein. Da gehört endlich mehr Personal in die Bezirke, dass das funktioniert. Und ich muss euch auch sagen, CDU-Bürgermeister, wie gesagt, dem mussten wir erst mal erklären, so ein Familienbüro braucht übrigens auch einen Eingang, wo man mit einem Kinderwagen reinkommt. Das konnte der sich überhaupt nicht vorstellen. Das zeigt, es braucht wirklich uns Grüne, damit wir denen mal zeigen, wo es lang geht und was Familien brauchen in Berlin. Das Gleiche ist, wir haben auch als Bezirk momentan einen Antrag in der Beratung leider noch, weil auch da, ihr könnt euch vorstellen, wer dagegen ist. Der Bezirk als familienfreundlicher Arbeitgeber, man sollte meinen, was wir von der freien Wirtschaft fordern, Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, was auch immer, können wir als Bezirk vormachen. Manche Senatsverwaltungen machen das auch schon. Unser CDU-Bürgermeister sagt, das geht nicht, das können wir nicht. Ich bin der Meinung, was man will, das kann man auch schaffen und deswegen ist es wichtig, dass wir auch hier im Antrag sagen, das funktioniert. Wir brauchen eine familienfreundliche Verwaltung, sowohl für die Nutzer als auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Verwaltung. Und noch eine Bemerkung zum Schluss. Bernd hat es vorhin schon angesprochen, wir suchen nach den Lösungen für die Kinder und nicht nach den Lösungen für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Und deswegen freue ich mich, dass wir es auch versucht haben, diesen Antrag aus der Kinderperspektive wirklich zu schreiben. Wir Grüne sind dafür bekannt, dass wir auch für die den Mund aufmachen, die sich nicht selber melden können. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir uns hier nicht nur für die Familien als Ganzes, sondern ganz besonders für die Kinder einsetzen, dass wir für die den Mund aufmachen, dass wir gucken, dass es Wege gibt, dass sie beteiligt werden, da wo sie beteiligt gehören, an der Stadtplanung, an der Gestaltung ihrer Kieze, überall, wo sie betroffen sind. Und dafür möchte ich mich weiter stark machen. Und ich bin froh, dass wir das im Antrag auch drin haben. Und deswegen bitte ich euch, der Nachhinein zu stimmen. Vielen Dank, Altenbina. Jetzt kommt von der grünen Jugend Emma. Und danach kann sie schon mal bereithalten, Fatosch. Ja, liebe Freundinnen, gerade beim Thema Familie ist für sich der Jugend wichtig, für sich der Jüngeren auf das Vorgegebene und unsere Vorstellungen, wie wir in Zukunft im Großen und im Kleinen zusammenleben möchten. Letzten Montag sind wir bei der GrünJung Berlin. Das Thema Familienpolitik ist noch einmal ganz von vorne angegangen. Und es fielen die Stichworte und Anführungspunkte für größere Visionen, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, Familienbilder, die Vernetzung von Jung und Alt, Gerechtigkeit, der Schutz vor Gewalt in Familie und der Schutz von Frauen vor physischer, psychischer und sexueller Gewalt und das Aufbrechen von patriarchalen Strukturen. Aber auch konkrete Projekte, die sich zum Teil auch in diesem Antrag wiederfinden, wurden erwähnt. Mehr Kita-Plätze, bessere Betreuung, mehr Spielplätze und familiengerechtes Wohnen und Stadtquartiere, Freizeit-, Musik- und Sportangebote, Räume für Familien. Räume insbesondere auch für Kinder und Jugendliche und die Möglichkeit, sich einzubringen. Doch leider fährt es der Kinder- und Jugendarbeit immer an Geld. Das ist schade, dass sie gerade relevant ist für eher benachteiligtere Kinder. Eine Stärkung für den Kinder- und Jugendarbeit ist daher auch eine Frage von Gerechtigkeit. Ebenso die Bildungspolitik. Hier darf es nicht nur um den desolaten Sanierungszustand von Berliner Schulen gehen. Bildungsgerechtigkeit und Bildungschancen gleicher sind die Stichworte, die wir als Brünn-Jugend hier rot leuchten sehen. Noch immer hängt der Bildungserfolg stark vom Elternhaus ab. An Kitas und Schulen wird getrennt, es verlassen 10% der Schüler in die Schule ohne Abschluss. Wir wollen mit gemeinsamen Lernen, mit Teamzeit und Schulbudgets, mit individueller Förderung in Ganztagsschulen und echter Einbeziehung und Empowerment von SchülerInnen zu mehr Bildungsgerechtigkeit durch Bildungsqualität kommen. Das Recht auf gute Bildung müssen alle Kinder und Jugendlichen gelten, flächendeckend und nicht nur in einzelnen Modell- und Leuchtturmschulen. Familien, die Berlin-Arm sind, bleiben es auch. Und dort, wo Kindern und Familien Unterstützung fehlt, dort muss Familienpolitik ansetzen. Besonders für Frauen und Alleinerziehende bedeutet Alltag häufig ein Spagat zwischen Job und Familie. Gemeinsam möchten wir die Probleme überwinden und Alleinerziehende und Coworking Spaces fördern. Doch hinter dem Problem stehen noch immer patriarchale Strukturen und Bilder. Diese wollen und müssen wir brechen. Leider heißt es in diesem Kontext auch, Familie kann Zwang sein. Zwang, wenn unzureichende Kinderbetreuung vor allem Frauen bringt, zwischen Familie und Beruf zu wählen. Zwang, wenn alternden Familienmitgliedern aufgrund fehlender Einrichtungen keine adäquate Pflege gewährleistet werden kann. Unbezahlte Care-Arbeit bleibt leider bisher Frauenverpflichtung. Hier fehlt staatliche Infrastruktur und Unterstützung. Und wir Grüne lehnen Repression und Diskriminierung ab und teilen ein emanzipatorisches Menschenbild. Emanzipation heißt auch, jeder Mensch hat das Recht und die Fähigkeit, sein Leben selbst zu gestalten. Wir sind für eine Gleichstellung aller Formen der Gemeinsamen, der Monoamoren und der Polyamoren Liebe, Sexualität und Verantwortung füreinander. Solange die Ausübung sexueller Handlung zweifelsfrei im mündigen Einverständnis aller Beteiligten vollzogen wird. Daher freuen wir uns als Kinderjugend, dass auch der Familienvertrag, der alle Formen von Verantwortungsübernahme absichert und da eben keine Norm vorgibt, sich in diesem Attrag wiederfindet. Denn Familie ist nämlich mehr als in Ortskommens. Vielen Dank an Emma. Als nächsten Redner haben wir jetzt Vartosch aus dem Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg. Und als nächste Rednerin kann sich Lisa aber reithalten. Interessant. Ich wurde als Redner angekündigt. Pardon, es tut mir so leid. Ich stehe auf meine Weitmasche. Liebe Freundinnen und Freunde, was wir aktuell in Berlin haben, ist, dass knapp 50 Prozent der Kinder einen sogenannten nicht-deutschen Hintergrund haben. Und viele hart arbeitende Menschen aus der zweiten, dritten und vierten Generation, die hier alt werden wollen und das in einem sicheren sozialen Umfeld. Auch diese Menschen benötigen für ihre soziale Sicherheit ein herzliches Willkommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir bei unserem politischen Handeln auch die Zukunft dieser Menschen berücksichtigen. Das heißt, dass wir nicht aufhören, an die kleinsten Kinder der Menschen zu denken, was passende Kita-Angebote betrifft. Das heißt für mich aber auch, dass wir die Integration und das Zusammenleben an den Schulen unbedingt tatsächlich leben müssen und ein ganz besonderes Augenmerk darauf richten müssen, dass auch die berufliche Integration nicht nur auf dem Papier steht, sondern alltägliche Praxis ist. Ich habe ja schon gesagt, dass wir eine wachsende Zahl von Migrantinnen und Migranten in Berlin haben, für die diese Stadt Heimat ist. Diese Menschen, türkischer, arabischer, italienischer und diverse andere Hintergründe, möchten natürlich, dass ihre Kinder und Enkel als gleichberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaft hier ihren Platz finden. Im Moment brauchen wir deutlich mehr Menschen, die Arabisch sprechen. In der Vergangenheit war es aufgrund bürokratischer Hürden überhaupt nicht möglich, jungen Migrantinnen und Migranten mit arabischem Hintergrund an Berliner Schulen entsprechende Sprach- und Literatur und welche Kurse auch immer anbieten zu können. Das heißt, dass wir als moderne Gesellschaft darauf verzichten, die vorhandenen Ressourcen zu nutzen und darüber hinaus auch die kulturelle Verbundenheit mit der Heimat, der Sprache, der Literatur, der Vorfahren zu stärken. Das sind Fehler der Vergangenheit, die wir in der Zukunft vermeiden müssen, wenn wir die Kultur unserer neuen Nachbarinnen ernst nehmen möchten. Auch Migrantinnen und Migranten haben ein Recht darauf, in einem sicheren sozialen Umfeld zu lernen, zu arbeiten und natürlich auch alt zu werden. Wenn wir Grünen Integration und Teilhabe als wichtigen Bestandteilen unserer Arbeit ansehen, müssen wir darauf achten, dass unsere Politik, die Migrantinnen und Migranten, die schon mit uns leben, nicht vergessen. Wir sind die Partei, die für Vielfalt steht. Lasst uns alle mitnehmen und allen ein gutes und würdevolles, gleichberechtigtes Leben ermöglichen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank an Sie Ratosch. Jetzt bitte ich Lisa auf die Bühne. Ist Lisa hier irgendwo im Raum? Falls sie jetzt noch nicht da ist, wird sie vermutlich gleich kommen. Vielleicht kann Bernd ja eben mal Bescheid sagen. Ich habe jetzt noch eine weitere Rednerin. Wenn ich den Namen richtig lese, Daniela Ehlers. Auf der Redeliste ist die hier anwesend, die Daniela. Okay. Du ist das. Gut, dann bitte ich jetzt Daniela auf die Bühne und dann würde ich Bernd bitten, Malisa Bescheid zu sagen, weil sie wäre unsere letzte Rednerin auf der Liste. Anschließend kann sich dann die Antragskommission bereithalten, um das weitere Prozedere zu erklären. Für uns als Grüne ist klar, dass Familie viel, viel mehr ist als nur Mutter, Vater, Kind. Für uns ist eine grüne Familie immer eine bunte Familie. Sei es nun eine regenbogenbunte Familie, eine Familie, in der ein oder mehrere Teile POCs sind oder einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Für uns ist es egal, ob Kinder bei ihren leiblichen Eltern leben oder es eine Patchwork-Familie gibt. Für uns ist auch das Geschlecht egal von den Menschen, die eine gemeinsame Familie bilden. Und uns ist auch egal, wie viele erwachsene Menschen eine Familie bilden. Sei es nur zwei, eine Person mit Kind oder auch drei, vier oder mehr Personen. Uns ist es egal, in was für einer Beziehung mehrere erwachsene Personen in einer Familie zueinander stehen. Sei es eine sexuelle oder eine reine verantwortungsbewusste Beziehung. Sei es eine familiäre Beziehung, eine verheiratete Beziehung oder ähnliches. Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass der Änderungsantrag der grünen Jugend übernommen worden ist, in diesem Antrag die Forderung nach einem Familienvertrag wieder aufzunehmen. Denn wir wollen für jegliche Konstellation von Familien eine Rechtssicherheit schaffen. Familien, die das wollen, sollen die Möglichkeit haben, vom Staat eine Rechtssicherheit für ihr Zusammenleben zu bekommen. Dabei ist es uns besonders wichtig, dass gerade auch Kinder abgesichert werden. Und zwar auch finanziell abgesichert werden. Und nicht Menschen, die verheiratet sind. Aktuell vor allem Menschen, die in unterschiedlich geschlechtlichen Ehen sich befinden, versichert werden. Das Nein zu einem Ehegattinnen-Splitting ist unglaublich wichtig. Und stattdessen das Ja für eine Familiengrundsicherung. Damit schaffen wir recht auf finanzielle Sicherheit für Familien. Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Antrag eine so sehr breite Aufstellung für sehr viele unterschiedliche Punkte für Familien geschaffen haben. Und was mich persönlich tatsächlich am meisten freut, da ich es gerade vor fast vier Monaten durch hatte, ist die Forderung nach einer Anlaufstelle für Familien. Zum Jugendamt zu gehen, um die Vaterschaftsanerkennung bei nicht verheirateten Eltern zu machen. Danach noch einmal hin zu müssen, um das gemeinsame Sorgerecht erklären zu können. Dann in einen anderen Bezirk zu gehen, weil das Kind nicht im Bezirk geboren ist, in dem man selber wohnt, um die Geburtsurkunden abzuholen. Dann anschließend noch eine Erklärung über das Namensrecht abgeben zu müssen. Danach wieder zum Arbeitsamt zu gehen, um das Kindergeld zu beantragen. Und um schlussendlich zur dritten Stelle zu laufen. Oder mittlerweile, glaube ich, war es sogar schon die fünfte Stelle, um Elterngeld zu beantragen. Ist gerade mit einem unglaublich kleinen Neugeborenen eine riesengroße Aufgabe. Und auch hochschwanger nicht unbedingt das Beste. Deshalb freue ich mich, wenn wir diesen Antrag jetzt mit großer Mehrheit zustimmen. Hier steht dieser Zettel bitte zum Ende. Vielen Dank an Daniela. Über Lisa haben wir gerade gehört, dass sie jetzt nicht hier ist, weil sie hat eine wirklich gute Entschuldigung. Wie auch schon Toni, sie ist auf der Demo gegen TTIP. Da wollen wir sie nicht von abhalten. Wir haben jetzt keinen mehr auf der Redeliste. Die ist damit erschöpft. Insofern bitte ich kurz die Antragskommission nach oben, um mitzuteilen, ob es jetzt noch einen Antrag gibt zur Abstimmung. Oder ob es dabei bleibt, dass wir keinen weiteren haben. So, ihr habt gesehen, L02 liegt neu vor. Es gab da ganz, ganz viele Änderungen. Ganz, ganz viel. Deswegen haben wir den komplett neu gedruckt, damit es für euch nachvollziehbar ist. Ich bitte vor allem die Antragstelle jetzt auch nochmal aufzufassen, ob ich wirklich alles richtig sage. Denn es war sehr, sehr viel. Aber an dieser Stelle auch wirklich nochmal Dankeschön an alle. Das war eine sehr konzentrierte Sitzung. Und es war wirklich ein Spaß, mit euch zu arbeiten, auch wenn es gedauert hat. In der Antragsübersicht, die online ist, ist alles aktuell. In der Antragsübersicht, die euch ausgedruckt vorliegt, manche haben keinen Laptop oder so, steht auf Seite 14 ein Änderungsantrag. Und zwar L02 neu E304. Der steht hier als übernommen. Der ist aber tatsächlich gestern Nachmittag noch zurückgezogen worden. Das heißt, der ist zurückgezogen, anders als in der gedruckten Übersicht. Und es gab noch einen Fehler. Und zwar in L02 neu Zeile 4546 ist aus diesem Änderungsantrag L02 E38, der in der Übersicht auch aufgeführt ist. Da steht erledigt durch L02 neu. Weil das ist auch richtig, aber wir haben im L02 neu stehen, das Recht aller Kinder und Jugendlichen, der Satz, den Thorsten vorhin zitiert hat, egal welcher Herkunft auf gute Bildung, muss flächendeckend verwirklicht werden. Da haben wir noch eine Einfügung drin. Der Satz lautet jetzt, das Recht aller Kinder und Jugendlichen, egal welcher Herkunft auf gute Bildung, muss flächendeckend und nicht nur in einzelnen Modelleinrichtungen verwirklicht werden. So, das sind die Änderungen. Aber sonst müsste meiner Meinung nach keine Abstimmung mehr sein. Also nur die Abstimmung über den Antrag. Gut, vielen Dank an Nina. Dann kommen wir zur Abstimmung über den gesamten Leitantrag Familie. Wer für den Leitantrag ist, der hebt jetzt bitte seine Stimmkarte. Gut, sieht nach einer eindeutigen Mehrheit aus. Ich frage trotzdem formal, wer ist gegen den Antrag? Gegen den Antrag? Okay, das ist keiner. Auch nur formal, wer enthält sich? Sehe ich auch nicht. Damit haben wir eine Annahme des Antrages einstimmig. Vielen Dank. Zwischendurch noch ein kurzer Hinweis. Es wurde etwas gefunden auf einer Frauentoilette. Wie wir durch Einsichtnahme in den Gegenstand sehen konnten, geht es um eine Frau Ritva Hargin, die etwas verloren hat und sich sicher freut, wenn wir es gefunden haben. Die kann sich das ja vorne abholen. Dann wollen wir noch darauf hinweisen, dass die Fragebögen, die vorhin verteilt wurden, Vielfalt sichtbar machen, noch nicht sehr viel ausgefüllt wurden. Es wäre schön, wenn da noch mehr von ausgefüllt werden würden. Die befinden sich alle, wer noch einen Antrag sucht, in der Nähe der Essensausgabe. Jetzt gebe ich weiter an meinen Sitznachbarn. Wir würden jetzt eigentlich zu dem Antrag A01 kommen. Gute Arbeit für Berlin. Leider ist es so, dass Susanne Stumpfusen von Verdi, unsere Gastrednerin für diesen Topf, noch nicht da ist. Deswegen würden wir gerne einen Vorschlag machen, die Tagesordnung zu ändern. Darüber müssen wir auch abstimmen und den Antrag D01, der im Anschluss käme, jetzt vorzuziehen. Genau, soweit. Gibt es irgendwelche Gegenrede, die sehe ich nicht? Dann würde ich einfach die offene Abstimmung wagen. Wer dafür ist, dass wir den Antrag D01 vorziehen, bitte ich jetzt mein Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Vielen Dank. Dann ist die Tagesordnung jetzt soweit geändert und wir beginnen jetzt mit dem nächsten Top D01. Okay, wir kehren zum Thema Flüchtlinge zurück und unsere Anforderungen. So lautet auch der Antrag für eine vorausschauende Flüchtlings- und Integrationspolitik. Wir schlagen euch zunächst mal das folgende Verfahren vor, und zwar die Dringlichkeit wurde schon abgestimmt. Jetzt wird Bettina Jarasch den Antrag einbringen. Danach haben wir zwei gesetzte Redebeiträge und sechs geloste Beiträge a zwei Minuten. Danach wenden wir uns an die Antragskommission mit dem Status der Änderungsanträge, die wir dann mit Einbringung und Kontrarrede abstimmen werden. Und dann zum Schluss den gesamten Antrag abstimmen. Wenn ihr mit diesem Vorschlag einverstanden seid, dann bitte ich um euer Handzeichen. Das sieht nach einer Mehrheit aus. Trotzdem frage ich auch nach, gibt es Gegenstimmen gegen diesen Vorschlag. Das ist nicht der Fall. Und nun bitte ich Bettina, um den Antrag einzubringen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, nachdem Toni heute Morgen so ein weltumfassendes Bild gezeichnet hat, werden wir uns ganz bewusst konzentrieren auf das, was in Berlin ansteht. Die Herausforderung, die die steigende Zahl an Flüchtlingen für Bezirke und Land bedeutet, ist immens. Uns ist das bewusst. Und dennoch glauben wir, Berlin kann das schaffen, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Staat, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Und wir Grüne sind bereit, unseren Beitrag zu leisten. Wir unterstützen bereits heute auf allen Ebenen. Das haben wir heute Morgen gezeigt. Und wir tun das auch weiterhin. Wir unterstützen alles, was wirklich hilft. Den Flüchtlingen und den teils völlig überlasteten Behörden. Was wir allerdings niemals unterstützen werden, ist falsche Symbolpolitik, die auf dem Rücken der Flüchtlinge gemacht wird. Die CDU lobt uns dieser Tage dafür, dass wir das geltende Recht kennen. Da kann ich nur antworten, es wäre schön, wenn die Herren Czaja, Henkel und Heilmann das geltende Recht und das Grundgesetz genauso gut kennen und achten würden wie wir. Zu unserem Grundgesetz gehören nämlich nicht nur das individuelle Grundrecht auf Asyl, sondern auch das Sozialstaatsprinzip. Beides missachtet die CDU mit ihren Placebo-Vorschlägen zu Schnellabschiebungen, zur kompletten Streichung aller Leistungen für abgelehnte Asylbewerberinnen, zur Abschaffung von humanitären Abschiebehindernissen durch die Festlegung von sogenannten sicheren Herkunftsländern, in denen man dann ohne weitere Einzelfallprüfungen abgeschoben werden kann und andere Daumenschrauben. Ja, liebe CDU, lieber Justizsenator, lieber Verfassungssenator, wir können geltendes Recht, wir können Grundgesetz und wir erklären es Ihnen gerne bei Bedarf. Denn das individuelle Grundrecht auf Asyl ist nicht nur für gute Zeiten geschaffen worden. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben es uns nach dem Dritten Reich und nach den Erfahrungen des Holocaust ins Stammbuch geschrieben und wir werden es immer verteidigen. Aber die Vorschläge der Berliner CDU sind nicht nur deshalb gefährlich, weil einige von ihnen den Kernbestand unseres Asylrechts antasten wollen. Sie suggerieren eine Handlungsfähigkeit, die es nicht gibt und Lösungen, die nicht funktionieren werden. Tausend Flüchtlinge hat Czajas Landesamt für Gesundheit und Soziales jetzt in der Messehalle untergebracht. Keiner von ihnen ist registriert. Keiner von ihnen ist also überhaupt mal im Verfahren. Das bedeutet nicht nur, dass die Menschen nicht mal die medizinische Notversorgung bekommen. Es bedeutet übrigens auch, dass ihre Verfahren sich auf unabsehbare Zeit verzögern. Und es bedeutet, dass noch mehr geflüchtete Menschen dem Land Berlin zugewiesen werden vom Bund, weil die nicht registrierten Flüchtlinge offiziell noch gar nicht hier angekommen sind. Auch wenn sie schon seit Wochen hier leben. Und bei solchen faktischen Zuständen schwadronieren Czajas und Henkel von Schnellbearbeitungsstraßen für Flüchtlinge vom Westbalkan, wo die Menschen dann innerhalb eines einzigen Tages durchs komplette Verfahren geschleust und auch gleich wieder abgeschoben werden, willkommen in der Realität, kann ich da nur sagen. Deshalb Schluss mit dieser Art von Symbolpolitik, die kann sich Berlin in der jetzigen Situation schlicht nicht leisten. Unser Antrag enthält eine Reihe sehr konkreter, sehr praktischer Vorschläge, die wirklich helfen und dringend überfällig sind. Sie reichen von einer Beschleunigung der Registrierung und einem zentralen Ansprechpartner beim Lageso für die Wohnungsangebote aus der Zivilgesellschaft, die im Moment im Nirwana landen, über die Einbeziehung der Jobcenter in frühzeitige Sprachkurse bis hin zu einer Ausbildungsinitiative der Aufstockung der Sozialämter. Denn es muss klar sein, die Massen von Kundinnen und Kunden, die jetzt bei der ZAA sind, sind in kurzer Zeit, sobald nämlich ihr Asylantrag entweder angenommen oder auch abgelehnt ist, sind die Kunden der Sozialämter. Und perspektivisch der Einrichtung eines Landesamts für Migration und Flucht, das die Kompetenzen bündelt, die jetzt in verschiedenen Senatsressorts liegen, die bekanntlich oft eher gegeneinander als miteinander arbeiten. Diese und weitere Forderungen umzusetzen, das wäre eine wirklich pragmatische Flüchtlingspolitik, die allen hilft, den Flüchtlingen der Berliner Verwaltung und den Menschen in dieser Stadt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und bitte um Zustimmung zu dem Anfang. Danke schön, Bettina. Und nun bitte ich Czarnan Beiraum als nächste Rednerin. Und dann vorbereiten kann sich Tim Küdemann. Ach, Lüdemann. Eben, ich dachte auch erst. Ach so, okay. Dann Tim, bitte. Nein, zwei Geloste, genau. Wir haben gelost. Wie ist der erste Geloste? Ja. Danke. Wenn ich hier ehrlich an auf Czarnan sprechen zu dürfen. Liebe Freunde, die gegenwärtige Flüchtlingskrise ist eine große Herausforderung. Grundsätzlich. Das ist nicht die Größe seit 25 Jahren, aber das werden wir gleich mal debattieren. Millionen von Menschen befinden sich auf dem Weg, sind unterwegs nach Deutschland. Sorry. Ich habe diese Menschen kennengelernt. Ich habe mit ihnen gesprochen, sie begleitet, als ich über zwei Waffen selbst noch auf Recherche und Supportreise in Kroatien, Ungarn und Serien unterwegs war. Und ich muss sagen, Europa behandelt sie beschissen. Sie werden eingesperrt. Sie werden unzureich versorgt. Sie werden geschlagen, beklaut, beleicht alleingelassen. Europa, der selbst ernannte Kontinent der Menschenrechte, die Frieden zum Weltpreistiger in der EU, verrät die Rechte von Refugees. Das ist zutiefst beschämend. Das ist nicht hinzunehmen, da müssen wir umso lauter, umso deutlicher sagen, Refugees Welcome. Zu diesem Refugees Welcome gehört aber mehr als zum Netz zu lächeln, wenn neue, gut ausgebildete Arbeitskräfte auf Deutschland kommen. Zu Refugees Welcome gehört das unbedingte Einstehen für das Recht auf Asyl. Gehört zur Verteidigung dieses Grundgesetz gegen jegliche Art der Beschneidung. Und dazu gehört es dann auch deutlich zu sagen, dass der jetzt im Bundestag, im Bundestag anstehende Asylkompromiss falsch ist. Ich denke, wir bekommen die Sachleistung wieder, wir bekommen mehr als die Herkunftsstaaten. Und alle vermeintlichen Verbesserungen entpucken sich lediglich als Integrationsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt für gut ausgebildete Fachkräfte. Der Rest bleibt außen vor. Das hat nichts mit der Gewährung des Asylrechts zu tun. Es handelt sich dann lediglich um ein kapitalistisches Konjunkturprogramm für die deutsche Wirtschaft. Und wenn die in Regierung befindlichen Personen sich aus sogenannten Sachzwängen heraus genötigt fühlen, diesen Verschärfungen zustimmen zu müssen, dann würde ich mir da mehr Prozess, mehr kritischen Widerstand wünschen, dazu zu sagen, wir haben da Bauchschmerzen. Und dann da einfach zuzustimmen. Wo ist denn der Mut zu kämpfen dieser Parteien? Und zu Refugees Welcome gehört auch eine Vision. Wo wollen wir hin? Was haben wir für ein Ziel mit unserer Politik? Und da sagt mir mein Moral, sagt mir mein Menschenverstand, dass ich da nicht Deutschland oder die EU sehe. Ich und die gesamte grüne Jugend, wir sehen dort eine Welt ohne Grenzen, in der sich Menschen freizügig bewegen können und nach ihren eigenen Bedürfnissen heraus ihren Wohnen und Lebensort wehen können. Das ist die einzige Vision für Freedom of Movement, in der unsere Vorstellungen eines gerechten und solidarischen Miteinanders global verwirklicht werden können. Und da wünschen wir von der Grünen Partei, wünschen wir von uns allen hier mehr Einsatz, mehr Mut zu dieser Vision und ein konsequenteres Einstehen für eine globale Bewegungsfreiheit und für ein bedingungsloses Bleiberecht. There is no good nation, than imagination. Danke. Dankeschön, Tim. Als nächste Rednerin und bitte, ihr könnt euch während der ganzen Reden natürlich weiterhin einwerfen. Als nächste Rednerin, geloste Rednerin, ist Rhea Nigema. Ist es Rhea da? Ja, wunderbar. Danke. 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 Ja, liebe Freundinnen, im letzten Jahr stand ich schon mal hier oben und habe gesagt, dass ich wütend und enttäuscht bin. Das ist in diesem Jahr nicht anders. Ich war gestern mal im grünen Kongress zu Flucht und Asyl. Dort wurde oft gesagt, dass wir in Bezug auf die aktuelle Situation ehrlich sein müssen. Liebe Freundinnen, zur Ehrlichkeit gehören auch die folgenden zwei Punkte. Erstens, die Welt ist aufgeteilt in wenige reiche und viele arme Regionen, in friedliche und solche in den Krieg geführt wird. Dass man in der einen oder anderen Region geboren wird, ist kein Verdien. Zweitens, wir haben unseren Wohlstand auf den Brücken der ärmeren Regionen aufgebaut und tun dies noch. Und auch was die Kriege und Konflikte, die dieser Welt angeht, sind wir nicht ganz unbeteiligt. Liebe Freundinnen, aus diesen beiden Wahrheiten kann nur eine gerechte Schlussfolgerung resultieren. Wir müssen alle Menschen, die sich auf den Weg zu uns machen, willkommen heißen und unsere Ressourcen mit ihnen teilen. Ja, es wird sich etwas ändern. Ja, es wird unser aller Leben beeinflussen und ja, wir werden teilen müssen. Dies ist das einzig gerechte Vorgehen. Wir Grünen sollten den Mut haben, diese Wahrheiten auszusprechen und zu ihnen stehen. Die Frage ist doch nicht, liebe Freundinnen, ob wir das schaffen. Wir müssen das schaffen. Die Frage ist nur, wie gehen wir am besten mit der Situation um. Und da sage ich euch, das gerade wieder auch von Grünen ausgehandelte Gesetzespaket bietet keine Lösung, sondern macht die Situation nur schlimmer. Liebe Freundinnen, dieser Kompromiss ist großer Mist. Denn er setzt auf Abschottung statt Willkommenskultur, auf Asylrechtsverschärfung statt nachhaltige und langfristige Lösungen und er bedient eine gesellschaftliche Stimmung, die man eigentlich nicht bedienen sollte. Der Rat für Migration sagt zu diesem Kompromiss, es handelt sich also bei dem Gesetzentwurf um eine überwiegend symbolische und weitgehend wirkungslose Schließung der Grenzen. Sinnvoll wäre stattdessen eine gezielte Öffnung des Asylsystems. Liebe Freundinnen, das wird ja nicht das letzte Mal sein, dass wir Grünen vor solchen Entscheidungen stehen. Schon jetzt gibt es Stimmen aus der Union, denen die neuen Verschärfungen nicht weit genug gehen. Die wollen am liebsten die Grenzen dicht machen. Mit denen macht man doch keine gemeinsame Asylpolitik. Die Aufgabe von uns Grünen muss es jetzt sein, für eine andere und bessere Asylpolitik zu werben. Eine Politik, die auf langfristige Lösungen setzt statt auf Abschottung. Der vorlagende Antrag bietet eine gute Vorlage hierfür. Deshalb bitte ich euch, den zuzustimmen. Dankeschön, Maria. Und nun ist Chana. Vorbereiten kann sie Stefan. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich kann nahtlos anschließen. Abschottung und Abschottungspolitik in Berlin, in Deutschland und auch in Europa ist gescheitert. Die sicheren Herkunftsdaten sind gescheitert, genauso wie Dublin gescheitert ist. Deswegen ist das natürlich Unsinn, diesen Weg weiter zu verfolgen. Aber was folgt denn diesem Scheitern? Es ist eine Chance, die daraus folgt. Und die müssen wir ergreifen. Diese Chance können wir aber dann ergreifen, wenn wir nicht alarmistisch über Not und Schwierigkeiten reden, sondern wenn wir Allianzpartner suchen. Überall, im Prinzip egal wo es ist, in der Wirtschaft, in der Zivilgesellschaft, in der Kirche, arbeiten wir schon seit einiger Zeit mit den Menschen zusammen. Und wir finden Unterstützung für grüne Forderungen, die wir schon lange erhoben haben. Und wir haben die Konzepte, die wir jetzt umsetzen können. Aber eins ist auch klar, das werden wir nicht alleine machen können. Das werden wir nicht alleine machen können. Und wir werden auch hier in Berlin mit allen Reden, mit allen Reden und konkrete Vorschläge machen. Wir schreiben den Senat schon vor uns her. Wir machen Vorschläge und zwingen sie dazu, diese umzusetzen. Und dieser Streit in der CDU, der jetzt deutlich wird, weil Mitglieder auch aus dem Berliner Parlament der Kanzlerin Merkel Briefe schreiben, in denen sie sich ausheulen, aber keine Ideen haben, wie es weitergehen soll. Da müssen wir rein, da müssen wir ansetzen und müssen sagen, eine vielfältige Gesellschaft ist möglich. Und diese Vielfalt kann uns einen in Berlin und in Deutschland. Aber das Entscheidende ist ja das, was auch am Anfang des Parteitags heute war. Es sind doch die Menschen, die auf der Straße unterstützen. Es sind die Leute von Moabitilf, die mitten in der Nacht für Familienunterkünfte suchen. Und es sind die Menschen, die Brücken bauen, die Brücken der Menschlichkeit bauen und Berlin ein Gesicht geben, wo wir dann ehrlicherweise sagen können, Refugees Welcome, wir schaffen das mit euch gemeinsam für ein besseres Berlin in den nächsten Jahren. Dankeschön. Und jetzt bitte ich Stefan und bereiten kann sich Monika. Stefan Zimmer? Ach, Entschuldigung. Stefan Zimmer und vorbereiten kann sich Monika dann. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es ist fast schwer, nach Tschannern zu reden, weil, wenn man in der ganzen Stadt, in den ganzen Unterkünften oder in den ganzen Diskussionen unterwegs ist, dann weiß man, wie wichtig es ist, dass wir grünen Tschannern haben. Und das, weil ich es immer schaffe, überall in all diesen Begegnungen so viel Respekt zu haben, dass wir als Grüne überhaupt noch auch eine Chance und einen Zugang haben, weil es nicht leicht vor Ort als Grüne. Und ich will das an einem Punkt festmachen und das ist aus meiner Sicht gar nicht, ob im Bundesrat so eine Asylrechtsverschärfung zugestimmt wird oder nicht. Was, ich glaube, was uns wirklich Schwierigkeiten macht, ist die öffentliche Diskussion dazu, die teilweise auch Grüne führen, mit einer Angst und einem Angstmachen in Deutschland vor den großen Herausforderungen. Und ich glaube, wenn wir diese Debatte in der Öffentlichkeit verlieren, dann ist das viel schlimmer als sozusagen jede einzelne Asylrechtsverschärfung. Und ich will es mal vergleichen mit anderen Punkten. Ich glaube, wir brauchen in dieser Debatte einfach Mut und Haltung. Und wenn ich mir überlege, dass wir den Kohleausstieg machen mit einer Diskussion um Stromlücken, glaube ich nicht, dass wir die Menschen von einem Kohleausstieg oder von einer Energiewende überzeugen. Und so ähnlich ärgert es mich, wenn Grüne in der ganzen Frage Flüchtlinge oder Geflüchtete, die hier zu uns kommen, eine Diskussion aufmachen. Reichen unsere Gebäude, reichen unsere Touren ein? Mein Großvater hat mir vor einer Woche erzählt, nach dem Zweiten Weltkrieg sind 12 Millionen Menschen nach Deutschland geflohen. Und zwar nicht in Luxusstädte, wie wir heute haben, sondern in zerbombten Städte. Und ich glaube, die haben damals auch nicht die Diskussion geführt, Mensch, können wir das jetzt hinkriegen? Und ich finde, diese Art von Haltung wünsche ich mir von allen Grünen, egal wie im Detail irgendwie entschieden wird, da können unterschiedliche Meinungen sein. Ich würde dem Bundesrat so ein Gesetz nie zustimmen, ich finde das falsch. Aber was ich mir wünsche, ist, ist dann, wenn man sowas macht, wenigstens die richtige Haltung hat und den Leuten quasi nicht in ihren Ängsten bestärkt, sondern zeigt, was wir alles schaffen können. Und eigentlich ist es, ja, kann man ruhig mal klatschen. Eigentlich ist es doch traurig, dass die vier Menschen, die quasi täglich vor Ort sind und das alles schaffen, quasi in dem wir den als Dankbarkeit immer nur hören, oh Gott, oh Gott, ist alles so kompliziert. Und ich sage euch, wir können diese Diskussion, oder wir sollten die als Grüne gar nicht anfangen, wenn morgen fünf Millionen Menschen hier in Deutschland sozusagen auf der Matte stehen, kriegen wir das auch in Deutschland hin. Warum denn nicht? Wir können die ganze Welt mit unseren Abgassoftware betrügen, wir kriegen so viel hin, wir können Leute auf den Mars schicken. Aber wenn Menschen Hilfe brauchen, soll es Grenzen geben, liebe Leute, nicht mit Grünen. Und diese Haltung wünsche ich mir auch bundesweit von allen Grünen und dann, glaube ich, kommen wir auch ein ganzes Stück weiter. Danke. Danke, Stefan. Jetzt ist Monika gekommen. Clemens kann sich vorbereiten. Clemens kann sich vorbereiten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde. Komisch, ne? Plötzlich sind ganz viele Menschen nach Berlin gekommen. Wenn ich mich nicht irre, haben wir das bereits seit 2012 deutlich gesagt als Grüne. Nicht nur in Trittisheim-Kreuzberg, sondern wir hier in Berlin waren da sehr deutlich. Wer die Bilder gesehen hat vom Mittelmeer, wer die Bilder gesehen hat, wie Menschen im Stachel-NATO-Stacheldraht hingen und andere Menschen drüber gestiegen sind, der hätte wissen müssen, dass die Menschen kommen. Und da hat Merkel recht. Wir können so viele Zäune bauen und so viele Grenzen bauen, wie wir wollen, sie kommen trotzdem. Das sagen wir aber bereits spätestens seit 2012. Wir hatten die Vorboten, die ersten waren bereits in Berlin und sie waren auf dem Oranienplatz und sie waren in der Gerhard-Hauptmann-Schule. Das heißt, Berlin hätte sich vorbereiten können. Anstatt auf uns einzuprügeln und lächerlich zu machen, hätten sie lieber sich vorbereiten sollen. Und das ist sozusagen das, was sich der Senat und besonders der CDU-Senat, aber auch die SPD, und ich will sie da überhaupt nicht aus der Verantwortung lassen, in ihr Stammbuch schreiben lassen müssen. Sie haben es ignoriert, sie wollten es nicht wahrhaben und jetzt ist das Ergebnis, das Chaos, was hier in Berlin herrscht. Das sind nicht die Menschen, die hier sind, die gekommen sind, die ein sogenanntes Chaos verursachen, wo wir Angst haben müssen. Ehrlich gesagt, die Nicht-Organisation, immer noch die Nicht-Organisation, macht mir viel mehr Angst. Und die macht mir wirklich Angst, wie eine deutsche Bürokratie hier in Berlin dermaßen versagen kann. Ich möchte einen Aspekt herausgreifen, der auch im Antrag deutlich wird, allerdings nur in der Gesundheitskarte. Leute, guckt euch die gesundheitliche aktuelle Versorgung der Geflüchteten in Berlin an. Und die, die vor Ort sind, wissen es, die in den Einrichtungen arbeiten, wissen es, selbst in den Gemeinschaftsunterkünften. Es ist nicht zu verantworten, was wir hier in Berlin nicht tun. Wenn wir die Ehrenamtlichen nicht hätten, wenn wir die Ärzte nicht hätten, wenn wir die Krankenhäuser nicht hätten und die Kirchen, die auf Spendenbasis und auf Ehrenamt die Menschen versorgen, dann wäre die Katastrophe noch viel katastrophaler. Wir brauchen nicht nur sofort die Gesundheitskarte, sondern wir brauchen sofort ein funktionierendes System. Und wir können dann nicht warten, bis der Winter vorbei ist, weil es wird kalt, Leute. Und wir haben immer noch Zeltstädte in Berlin. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, wir müssen, da ist mir wirklich die Gesundheitsversorgung, liegt mir da wirklich am Herzen. Wir müssen auf allen Ebenen Druck machen, dass da jetzt mehr passiert. Und ich will noch eine kleine Gruppe hervorheben, die eine ganz besondere Herausforderung darstellen, ein ganz besonderes Problem hat. Das sind die Menschen, Kinder und Erwachsene mit Behinderung, die Rollstühle nicht bekommen, die Atmungsgeräte nicht bekommen, die sozusagen ihre Medikamente nicht bekommen, wenn sie chronisch krank sind. Das ist Berlin im Jahr 2015 und das muss beendet werden und zwar sofort. Kommt hier bitte zum Ende kommen. Das werde ich auch tun. Aber ich sage euch, es ist nicht zu Ende. Es ist überhaupt nicht zu Ende. Und es kann auch nicht sein, dass es ausschließlich die Ehrenamtlichen sind, an die ich einen großen Dank richten möchte. Sowohl in Friedrichshain-Kreuzberg haben sie uns sehr unterstützt und tun es immer noch, aber auch ganz Berlin baut sozusagen darauf. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber es geht nur gemeinsam und es geht nur, wenn die Verantwortlichen endlich, ich saß auf berlinerisch, den Hintern hochkriegen. Und ich bin nicht zufrieden mit dem gesamten Senat und nicht nur mich, mit der CDU. Dankeschön. Danke schön, Frau Monika. Und zwar jetzt ist Clemens und danach kommt Sybille als geloster Beitrag. Und dann sind laut unserem Fahrplan die acht Beiträge von den zwei gesetzten und sechs geloste ausgeschöpft. Ich habe noch zwei weiteren, die sich eingeworfen haben. Und mit eurem Verständnis würde ich angesichts dieses Themas, was uns alle sehr bewegt, diese zwei zusätzliche Beiträge noch zulassen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte mich bedanken bei Charan, dass sie die Inhalte meines Antrags soweit in den Landesjahrvorantrag eingearbeitet hat. Und auch beim Landesvorstand, dass ihr dafür gesorgt habt, dass dieser Antrag so jetzt auf den Tisch kommt und dass sie meinen Antrag zurückziehen kann. Insbesondere möchte ich mich dafür bedanken, dass in Zeile 175, wo stand, dass wir weite, sichere Herkunftsstaaten ablehnen, dass das Wort weite gestrichen wurde. Denn es hätte ja bedeutet, dass wir sechs sichere Herkunftsstaaten akzeptieren. Ich möchte begründen, warum sichere Herkunftsstaaten niemals mit den grünen Grundwerten vereinbart sind. Es gibt ganz einfach keine sicheren Herkunftsstaaten. Nicht einmal der Whistleblower etwas zu noten kommt aus einem sicheren Herkunftsland. Denn er müsste in Deutschland Asyl bekommen, weil der EuGH gerade mit seinem Safe-Haver-Aso-Berteil festgestellt hat, dass er Asyladvokate hat. Im Kosovo stehen Bundeswehrsoldaten unter KFOR-Kommando. Gar kann davon niemand behaupten, es wäre ein sicherer Herkunftsstaat. Sinti und Roma werden in vielen Balkanstaaten rassistisch ausgegrenzt, existenz- und lebensgefährdend bedroht. Andersdenkende und liebende Minderheiten werden ebenso diskriminiert und bedroht. Insbesondere für Roma und Sinti haben wir eine historische Verantwortung, nachdem sie im Nationalsozialismus in den Katsetz ermordet wurden. Von den 65 Millionen Menschen 1933 in Nazideutschland sind etwa 500.000 Menschen emigriert. Das sind 0,6 Prozent. Davon waren 40.000 Menschen politisch verfolgt, circa. Das sind 0,06 Prozent. Wenn jetzt von den Rechtspopulisten behauptet wird, dass aus den Westbalkanstaaten nur wenige Prozent als Asylsuchende anerkannt werden und sie als sicherer Herkunftsstaat bezeichnet, so ist dies Plankautionismus und Menschenverachtung. Denn mit dieser Begründung hätte ja auch Nazi-Deutschland als sicherer Herkunftsstaat bezeichnet werden können, was ja auch mit der Olympiade in Berlin geschah. Als Grüne dürfen wir niemals sichere Herkunftsstaaten akzeptieren. Das Asylrecht ist immer individuell und muss bei jedem einzelnen Menschen rechtsstaatlich geprüft werden. Ich bin Anfang der 90er Jahre als Jungsozialist aus der SPD ausgetreten, weil die SPD damals der Grundgesetzänderung zugestimmt hat. Ja, man sieht ja, was aus der SPD geworden ist, selbst aktuell. Nicht, weil ich nicht da bin. Ja, aber ich glaube, also für mich war da das Ende erreicht. Ich war damals erster Vorsitzender, habe hier Blockaden gegen Kirschens hier mitorganisiert. Red-Prince-Demos in Bonn, also Anti-AKW-Aktion. Mit meinen grünen Netzwerken in München, Österreich und dort in Anarchos haben wir damals bereits während des Bosnienkrieges vor allem Frauenkinder aus Severin in Saar und Kipps die Verweigerung willkommen geheißen. Wir haben ihnen dann aber empfohlen, eine der 16.000 Ringkarts der USA für Bosnienflüchtlinge in Louis zu nehmen, weil sie hier von Abschiebung bedroht würden. Diese grünen Netzwerke sind heute bei der Willkommenskultur wesentlich beteiligt. Die Menschen erwarten von uns, dass wir den Druck standhalten, auch wenn der kalte Wind des Rechtspopulismus uns ins Gesicht wägt. Wir müssen das individuelle Grundrecht auf Asyl mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unser Grundgesetz und den Rechtsstaat verteidigen und dürfen niemals sicheren Herkunftsstaaten zustimmen. Das gilt auch für die Länder hier Papier und Hessen. Wir sind eine Grundwerte-Partei, die Grundwerte sind für uns nicht verhandelbar oder veräußerlich. Ansonsten kommen wir zu einer Funktionspartei, wie die FDP jetzt ist. Noch ein letzter Satz zur CDU in Berlin. Der muss jetzt noch wirklich gebracht werden, was die CDU hier veranstaltet. Herr Schreier, der für die katastrophalen menschenverachtenden Verhältnisse im Lageso die Verantwortung trägt, sollte sofort wegen Inkompetenz zurücktreten. Und wenn Herr Henkel rechtspopulistisch von Grenzen der Leistungsfähigkeit am Limit faselt, dann kann ich Ihnen nur sagen, mit Frau Merkel werde ich vielleicht als Grüner irgendwann einmal koalieren, wenn sie so weitermassen wie in den letzten Tagen und den Kampf mit der CSU und ihrer Partei politisch überlebt. Und mit Rechtspopulisten wie Herrn Henkeln, Herrn Demisier, Herrn Söder und Herrn Seehofer. Niemals! Nun ist Sybille dran und danach sind Bernd und Ingrid. Ja, liebe LDK-Delegierte, ich kann nahtlos an das anschließen, was Monika, Monika Raman gesagt hat. Ich finde wirklich, das geht in Berlin so nicht weiter. Ich fand es richtig, als die Abgeordnetenhausfraktion vor ein paar Monaten, muss man ja mittlerweile fast sagen, gesagt hat, wir benutzen das Flüchtlingsthema nicht, um parteipolitisch unser Süppchen zu kochen. Das ist alles eine schwierige Situation, eine Situation, in der man Fehler machen kann und wo man vielleicht natürlich wusste, was an Flüchtlingsbewegungen unterwegs ist, aber wo man vielleicht die Dynamik auch nicht konkret voraussagen konnte. Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, es sind Monate vergangen, Monate. Und ich finde dieses beispiellose Organisations- und Politikversagen, was die Verantwortlichen in Berlin sich hier leisten, das macht mich sprachlos, es macht mich fassungslos und ich kann nicht glauben, dass das hier bei uns in unserer Stadt geschieht. Ich kann das wirklich nicht glauben. Und jetzt stellt euch doch einmal vor, es wären grüne Senatoren und Senatoren, die hier in der Verantwortung stünden. Die hätten schon lange, schon lange das Rutschnippticket, das Rutschnippticket, hätten sie schon lange gezeigt bekommen. Schon lange hätte man ganz anders diskutiert, als man das hier in Berlin tut. Und ich finde, dass das nicht akzeptabel ist. Es ist nicht nur, dass CDU und SPD in der Sache nicht miteinander, sondern gegeneinander spielen. Es ist auch so, dass nach wie vor in der CDU gegeneinander gespielt wird. Nach wie vor, dass ein Hatschaya und ein Herr Enkel ihre Kraftmessungsveranstaltungen auf dem Rücken von Flüchtlingen austragen. Und ich finde das wirklich unerträglich. Ich finde das absolut unerträglich. Und Monika hat völlig recht, wenn die Ehrenamtlichen, auch wenn mittlerweile viele Leute in den Bezirksverwaltungen, ich will wirklich auch viele in den Gesundheitsämtern da wirklich namentlich nennen, wenn die nicht unterwegs wären und wenn die nicht das Minimale leisten würden, dann wäre es noch viel, viel schlimmer in Berlin. Aber das kann ja keine Lösung sein, dass eine nicht vorhandene medizinische Grundversorgung, die im Gesetz steht, die gesetzlich vorgeschrieben ist, dass die monatelang und monatelang durch Ehrenamtliche geleistet wird, die auch noch das Geld für das Pflaster mitbringen müssen, was sie verteilen. Und ich denke, es müssen wirklich zwei Dinge passieren. Es muss aktuell jetzt wirklich etwas geschehen. Und ich habe vor Monaten schon gedacht, warum man nicht den Katastrophenschutz in Berlin aktiviert. Mit den entsprechenden Strukturen, mit den entsprechenden Institutionen und auch mit den entsprechenden finanziellen Mitteln. Ich habe zwischendurch gedacht, wir schaffen das auch so. Ich glaube das nicht mehr und ich finde, Moabit hilft hat recht. Es muss dieser Katastrophenschutz jetzt her, sonst kriegen die das hier nicht hin und es wird kälter und der Winter steht vor der Tür. Und das Zweite ist, es muss jetzt angefangen werden mit den entsprechenden Schritten für Integration. Weil wenn wir jetzt nicht anfangen, wenn wir jetzt nicht anfangen, dann wiederholen wir all die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden. Und es reicht nicht darüber zu reden, dass Integration anfangen muss und zwar jetzt. Sie muss auch wirklich anfangen. Dankeschön. Zwei Träte. Sibylle, vielen lieben Dank. Vielen Dank auch für den umfassenden Blick. In den Unterkünften vor Ort, herrlicherweise, gehen viele auf dem Zahnfleisch. Einfach aus körperlicher und auch psychischer Erschöpfung. Und trotzdem machen wir weiter, weil es gar nicht anders geht. Weil wir merken, dass wir besser organisiert sind als Berlin. Dass wir besser organisiert sind als die Ämter. Und die Ämter treten an uns heran und sagen, wann können wir gemeinsame Termine machen? Wann kriegen wir die Gesundheitsversorgung hin? Wo können wir mit euch gemeinsam medizinische Versorgung einrichten? Wie kriegen wir die Kinderbetreuung organisiert? Sie kommen auf uns zu, weil sie es selbst nicht schaffen. Und das funktioniert. Und das machen wir gerne. Und es ist nicht Dank, dem wir wollen. Es ist nicht Dank. Es ist die Aussicht, dass es irgendwann einmal funktioniert. Und das tut es nicht. Wir waren mit verschiedenen Geflüchteteninitiativen und Unterstützerinnenetzwerken am 28. September von Frau Schaadt eingeladen in Schloss Bellevue. Da ging es ganz konkret um die Situation im Rathaus Wilmersdorf. Und darüber haben wir uns dann auch unterhalten. In den Unterkünften werden Kinder geboren. Jetzt schon. In den Unterkünften haben wir schwerstbehinderte Rollstuhlfahrerinnen, die keinerlei Versorgung bekommen. Und irgendwie kriegen wir das hin. Aber was dann ganz ehrlich ganz besonders schmerzt, und das hatten wir im Gespräch mit der Frau, mit der Demisgesellschaft des Bundespräsidenten auch angesprochen, wenige Tage vor dem 28. September ging es los. Da kamen die ersten Zeitungsberichte, wir schaffen das nicht, das können wir gar nicht schaffen. Wir sind am Ende, die Grenzen sind erreicht, Deutschland ist überfordert. Und das kam nicht, weil irgendwelche Umfragen sagten, die Bevölkerung sieht das so. Das kam nicht, weil Beschwerdebriefe aus den Unterstützerinnenetzwerken kamen, wir können nicht mehr. Das kam, weil sich einzelne Männer hingestellt haben und gesagt haben, wir wollen hier einen anderen Tonfall reingehen. Und das ist unerträglich, in den Heimen zu stehen und zu spüren, uns geht, die politische Unterstützung flöten, ist unerträglich. Das demotiviert über die Situation, wie schlimm gemützt wird hinaus. Deshalb wünsche ich mir so sehr, dass unsere Partei da gerade steht und gerade stehen bleibt und sich ohne einen Abschlag für die Geflüchteten und ihre Unterstützerinnen einsetzt. Ich stelle zum Schluss, der Antrag hat sehr, sehr viele gute verwaltungstechnische Punkte und die kann man sicherlich unterstützen. Ganz sicher, die sind auch alle gut. Aber die Hauptaussage ist nicht nur Verwaltung, sondern die Hauptaussage muss sein, wir stehen an eurer Seite. Wir stehen an eurer Seite Geflüchtete und wir stehen an eurer Seite Ehrenamtliche. Und damals muss es bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin froh, dass die Initiative, bei der ich da jetzt bin, jetzt einen Tag eingeführt hat, wo vor allem für Frauen auch Deutschkurse angeboten werden. Aber häufig nehmen die Frauen auch die Angebote nicht wahr. Und deswegen bitte ich auch das Augenmerk. Und deswegen bitte ich hier darum, da nochmal das Augenmerk aufzunehmen. Ich bitte die Antragskommission jetzt zur Stellungnahme zum Status der Änderungsanträge zu diesem Antrag. Ich kann euch berichten. Ich kann euch berichten zum Antragsstand. Als erstes. Als erstes, das hatte Clemens Grisehub ja schon gesagt, ist der Antrag D2 erledigt durch D1 und Änderung in D1. Also insofern wäre das bezogen, dass ihr das bestätigt, dass ihr das bestätigt, dass ihr das bestätigt, die Empfehlung. Dann gibt es eine ganze Reihe der Änderungsanträge, davon sind auch sehr viele übernommen worden, also da konnte Einigkeit erzielt werden. Ich würde dir jetzt mal kurz sagen, welche das sind. Das ist der Ä 29 1 von Rhea, der Ä 36 1 von Stefan von Dassel, ebenso Ä 43, Ä 45, Ä 66, 98, 115, 116, 100. Genau alle von Stefan von Dasselka vor Mitte und der Ä 156 von der Grünen Jugend. Die konnten alle übernommen werden in den Antrag. Also da große Einigkeit. Sehr schön, das würde ich euch auch eben entsprechend vorschlagen. Dann gehe ich mal von vorne runter. Der erste Änderungsantrag von Tim Lüdemann, der steht zur Abstimmung. Da geht es um einen Satz, der geändert werden soll. Dann gibt es eine modifizierte Übernahme von einem Antrag auch der Grünen Jugend, R 171 1. Seht ihr in der Antragsübersicht, wie die ist. Dann gibt es wieder eine Abstimmung des Antrags von Rhea Niggemann mit einer Änderung gegenüber der Antragsübersicht. Das stellt sich vielleicht am besten selber vor, weil der steht dann auch zur Abstimmung. Das muss ich jetzt nicht erwähnen. Gut, dann sage ich es. Also das ist der D01 E 172 auf Seite 5 der Antragsübersicht. Da ist ein unterstrichener Satz, den sie zur Abstimmung stellt. Der heißt in der Übersicht mit der Zustimmung einiger grün mit regierter Länder. Und sie würde den jetzt ändern mit der Billigung einiger grün mit regierter Länder. Da geht es um den Asylkompromiss sozusagen. Und sie würde jetzt zur Abstimmung stellen mit der Billigung. Ich gehe jetzt einfach alles nacheinander durch und dann könnt ihr das wiederum weitermachen. Dann habe ich noch eine Übernahme mit einer Ergänzung, die ich euch empfehlen möchte. Und zwar von Clemens Grisehoop, der E 175. Da wurde zu dem, was in der Antragsübersicht aufgeführt ist, die Übernahme vereinbart. Aber mit einer Ergänzung, die, glaube ich, auch schon abgestimmt ist unter den betreffenden Leuten. Und zwar ist die Ergänzung nach Zeile 175. Die sieht ihr auf der Tischvorlage 3. Auch eine angstschührende Rhetorik, wie sie von Teilen der Politik geäußert wird, ist unverantwortlich und geht an der Realität vorbei. Der wurde bereits übernommen. Also da gibt es schon Einigkeit. Dann habe ich jetzt alles. Mal gucken. Dann gibt es noch eine weitere Seite, und zwar Seite 6. Ein Antrag von Volkmar Nicol, E 393. Und da konnten auch zwei von den drei Absätzen durch eine modifizierte Übernahme geklärt werden, zwischen Änderungsantragsteller, also Volkmar und den Einbringenden. Es gibt aber noch eine Abstimmung, wo der LAFO sozusagen vorschlägt, was seine Variante ist. Humanitäre Abschiebehindernisse müssen erhalten bleiben, so wie alle Gesetze strikt menschenrechtsorientiert auszulegen und anzuwenden sind. Und Volkmar schlägt vor, was sozusagen links in dem Absatz steht. Ja, genau. Soll ich das auch vorlesen nochmal? Ist gut. Okay. Und dann noch eine modifizierte Übernahme darunter. Also es ist sehr viel. Genau. Das ist aber die Empfehlung. Die habe ich euch jetzt vorgetragen. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen folgen. Okay, Dankeschön. Da ist sehr viel. Versuchen wir uns wirklich im Zeitplan zu bewegen und haben zwei Minuten Redezeit. Ich bitte jetzt, also wir gehen jetzt zur Einbringung der Änderungsanträge und zwar von Tim Lüdemann. Ach so, Entschuldigung. Wir müssen erstmal rein formell den Vorschlag der Antragskommission abstimmen. Dafür bitte ich um euer Handzeichen. Ich sehe eine Mehrheit. Trotzdem gibt es Gegenstimmen. Ich vermute vorne sind das keine Gegenstimmen. Okay, Dankeschön. Und dann bitte ich Tim. Danke. Liebe Freundinnen, wie schon oft gehört, hunderttausende Menschen befinden sich auf dem Weg nach Deutschland. Teilweise unter äußerst schlechten Bedingungen. Ich weiß davon die Spreche wie schon erwähnt, war ich bis vor zwei Wochen selber noch da. Und diese moderne Völkerwanderung stellt uns vor große Herausforderungen. Keine Frage. Aber die Darstellung als die größte Herausforderung seit der Wiedervereinigung geht nicht nur an der Realität vorbei. Sie ist über brandgefährlich. Ich will kurz analysieren, woher diese Darstellung stammt und wer davon eigentlich profitiert. Seit der Wiedervereinigung hat es viele Herausforderungen in Krisen gegeben. Die Euro-Krise, Ausnahmseinsätze, Hartz IV, das Jahrhunderthof war, und zwar also zwei. Und in Berlin unter anderem auch ein Flughafen und viele, viele mehr. All diese und viele weitere Krisen haben Milliarden gekostet. Sie haben teilweise sogar Menschenleben gekostet. Aber warum wird dann gerade die Refugee-Krise als die Krise bezeichnet, als die krasseste Herausforderung seit 25 Jahren? Weil die sichtbarer ist. Weil sie nicht tausende Kilometer entfernt. Weil sie nicht im Verborgenen oder auf der Einzelnen stattfindet, sondern weil sie hier direkt vor den Augen der Menschen stattfindet. Und weil sie die Einfragen Ängste bedient. Und man muss auch ganz deutlich sagen, wer von dieser Darstellung profitiert. Es sind die Feinde des Asylrechts. Es sind die Rechten, die Herzlose und Angstvolle in dieser Gesellschaft. Und damit auch die Seehofers oder die Henkels dieser Republik. Sie wollen mit ihrer Angst nehmen, Hass diese Krise scheitern lassen. Sie haben ein Interesse daran, diese Krise so groß wie möglich, so problematisch wie möglich erscheinen zu lassen, damit wir kapitulieren und so wenige Menschen wie möglich in Deutschland aufnehmen. Sie haben die Superlative geprägt, obwohl es also gar keine nachhaltig infundierte Grundlage gibt. Wir als Änderungsantragstelle uns davon überzeugt, wir dürfen diesen Superlativ nicht übernehmen. Wir müssen eine verantwortliche Einschätzung dieser Krise geben. Ich bitte euch, lieber Landesvorstand, sagt mir, welche wissenschaftlichen Fakten habt ihr, die diese Herausforderung der Flüchtlingskrise zur größten im Vergleich zu allen anderen macht. Und wenn ihr keine habt, lasst uns diesen Superlativ ablegen und nehmt unseren Änderungsantrag an für eine verantwortliche Darstellung der Verhältnisse. Danke. Vielen Dank, Tim. Für Gegenrede kommt Daniel. Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, erlaubt mir eine Vorbemerkung. Ich fand, das war eben eine ganz, ganz tolle Debatte mit einer ganz, ganz tollen Haltung und ich bin sehr stolz darauf. Vielen Dank dafür. Und jetzt, lieber Tim, versuche ich mal, zwei Leute an, warum wir diesen Antrag überhaupt zur Abstimmung stellen. Das ist ja nun so ein Antrag, wo man sagt, meine Güte, modifizierte Übernahme. Völlig richtig. Groß, größer, am größten ist es die Wiedervereinigung. Oder ist es die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo in der Tat Millionen von Menschen auf der Flucht waren. Wir haben diesen Antrag zur Abstimmung gestellt wegen der Begründung. Du hast es eben nochmal formuliert. Ich kann es aber auch gerne nochmal vorlesen. Ihr wendet euch gegen diese Passage, weil ihr sagt, wir würden damit Zitat der Rhetorik von Asylfeinden Futter geben. Und das finden wir falsch. Ja, es gibt diese Menschen. Es gibt Menschen, die mit falschen Zahlen operieren. Es gibt Menschen, die von Flut und von Völkerwanderung reden. Es gibt Menschen, die über irgendwelche Vorkommnisse, Zwischenfälle, Übergriffe in Flüchtlingsunterkünften reden, die so nicht stattgefunden haben. All das gibt es und das tun wir nicht. Wir glauben aber auch nicht, dass wir Asylfeinden Futter geben, wenn wir sagen, wie es ist. Nämlich, dass wir eine große Herausforderung haben. Wir sollten das nicht kleinreden. Wir sollten das nicht kleinreden. Wir haben gerade gehört, wie groß die Probleme sind. Und da hat Monika doch völlig recht. Das Problem sind doch nicht die Menschen. Sondern das Problem ist, dass wir einfach als Land, als Verwaltung, teilweise auch als Politik, dem bisher noch nicht gerecht werden. Und ich glaube, wir tun niemandem Gefallen. Und zwar nicht nur Politik und Verwaltung, sondern auch den vielen Ehrenamtlichen. Indem wir so tun, als sei es gar nicht so schlimm. Als sei das zwar eine große Herausforderung, aber auch nicht viel größer. Wir glauben, was richtig ist, gerade wenn man Asylfeinden Paroli bieten will. Indem man sagt, wie es ist. Keine falsche Symbolpolitik, sondern konkrete Lösungen. Dann aber auch sagt, wie es ist, dass wir nämlich vor einer gemeinsamen Herausforderung stehen. Dass sich diese Stadt verändern wird und muss. Und dass wir gemeinsam in der Verantwortung dafür stehen. Deswegen, lieber Tim, wollen wir diesen Änderungsantrag so nicht übernehmen. Und ich bitte auch euch darum, dem nicht zu zustimmen. Vielen Dank. Dankeschön, Daniel. Und nun kommen wir zu der Abstimmung dieses Änderungsantrags D01 E4-1. Wer für diesen Änderungsantrag zustimmt, möge bitte jetzt Hand erheben. Bitte jetzt die Gegenstimmen. Nochmals bitte runter die Zeichen. Gibt es auch Enthaltungen? Also, da es knapp aussieht, würde ich doch jetzt um Hilfe bitten, um Aufstehen und eine Aufzählung. Keine Aufzählung. Aufstehen. Vielleicht werden wir es ja so schaffen. Also, wer für diesen Änderungsantrag stimmt, bitte aufstehen. Okay, danke schön. Und jetzt gegen. Wir bitten, ihr könnt euch wieder setzen, da es sehr knapp ist, bitten wir die Antragsteller bitte nach vorne. Und jetzt bitte alle nochmals, die dafür sind, für diesen Änderungsantrag aufzustehen. Okay, danke schön. Und jetzt die Gegenstimmen bitte nochmals. Okay, also ich glaube, hier herrscht jetzt Konsens, dass dieser Antrag somit angenommen worden ist. So, wir bleiben so sportlich auch. Und zwar machen wir schnell weiter zum D01 Änderungsantrag 172-1. Ich bitte zur Einbringung des Änderungsantrags Reha nach vorne. Ja, liebe Leute, zum einen möchte ich nur mal sagen, warum da jetzt Belegung statt Zustimmung stehen soll. Dafür haben wir Antragstellern uns entschieden, weil ja im Bundesrat die Entscheidung auch noch gar nicht durch ist und Zustimmung irgendwie so ein bisschen diese Entscheidung antizipiert. Belegung finden wir an dieser Stelle da besser. Liebe Freunde, ich weiß, die Kommunen und Länder brauchen Geld und ich weiß, wir haben eine besondere Situation. Aber ich finde trotzdem unverantwortlich, wie viel in die Waagschale gebraucht wurde, um dieses Geld zu bekommen. Zum einen, und es wurde jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich glaube, das kann man heute nicht oft genug sagen, soll die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten schon wieder ergänzt werden. Um Kosovo, Albanien und Montenegro. Obwohl in diesen Ländern Roma und Homosexuelle diskriminiert werden, ohne dass der Staat sich gut kümmert und obwohl im Kosovo noch deutsche Soldaten nicht stationiert sind. Liebe Freunde, sichere Herkunftsländer werden eben nicht danach ausgewählt, ob sie sicher sind, sondern man nutzt sie als Instrument, um Migrationsströme zu beeinflussen. Das ist falsch und da dürfen Grüne nicht mitmachen. Zum anderen haben wir krafte Asylrechtsverschärfungen, die zum Teil auch noch die von Kretschmann 2014 ausgehandelten Erleichterungen wieder aufheben. Die Abschaffung von Sachleistungen und Residenzpflicht soll weitgehend wieder rückgängig gemacht werden. Der Arbeitsmarktzugang wird wieder erschwert. Liebe Leute, Geflüchtete werden durch das Paket pauschal kriminalisiert und in verschiedene Klassen aufgeteilt. Das Paket wird die Lage für Geflüchtete verschlechtern. Es wird unbegründete Ängste und Resentiments in der Bevölkerung fördern und bietet unterm Strich kaum Verbesserung. Jetzt werden einige sagen, man sei halt von der GroKo erpresst worden. Aber liebe Freundinnen, zum Akt der Erpressung gehört auch immer der Part derjenigen, die sich erpressen lassen. Das hätte man nicht machen müssen und das hätte man nicht machen sollen. Und wenn manche Grüne nicht wissen, wie man verhandelt, nämlich dass am Ende nicht nur Kompromiss draufstehen, sondern auch Kompromiss drin sein muss, dann müssen wir es Ihnen vielleicht mal in aller Deutlichkeit sagen. Ich möchte euch auch noch daran erinnern, dass wir bei der BDK im letzten Jahr beschlossen haben, dass wir die Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten in der Sache für falsch und in der Form europarechtlich für umstritten halten. Das frage ich mich doch, liebe Freundinnen. Wofür machen wir eigentlich diese Veranstaltung? Und für wen treffen wir eigentlich diese Beschlüsse? Vielleicht sollten wir jetzt lieber auch gerade bei der Demo gegen TITES sein und dort die Bewegung stärken. Denn bei uns entscheiden ja dann im Zweifel eh die paar grünen mitregierten Länder darüber, ob wir Grünen das gut finden oder nicht. Liebe Freundinnen, zweitets, wer in Verhandlungen geht, muss auch mit der Option reingehen, am Ende Nein zu sagen, falls das Ergebnis nicht stimmt. Und da besteht ja bei der Abstimmung im Bundesrat immer noch die Möglichkeit. Lasst uns bitte hierzu aus Berlin einen deutlichen Appell senden und die grünen Verantwortlichen klar adressieren. Ich bitte euch, diesem Änderungsantrag zuzustimmen. Okay, die Gegenrede hält Bettina. Liebe Rea, ich kann die Wut und ich kann auch die Enttäuschung, die in deinen Worten zum Ausdruck kommt, sehr gut verstehen. Wir sitzen hier, wir machen Flüchtlingspolitik, wir engagieren uns für die Menschen und wir sind am Ende dann weit weg, wenn Entscheidungen getroffen werden im Bundesrat und anderswo. Und können relativ wenig Einfluss darauf nehmen. Das ist wichtig. Ich finde dennoch, du tust eine Sache, die ich für problematisch halte. Wir sollten nicht vermischen, dass die Große Koalition diejenigen sind, die die Asylrechtsverschärfungen vorantreiben. Es ist die Große Koalition, die auf diesem Weg immer weiter geht. Es ist die Koalition, die Obergrenzen will. Und ich sage auch gleich dazu, der Druck wird auch nicht aufhören, auch nicht der Druck auf unsere Bundesländer. Denn die nächsten Verhandlungspakete stehen schon längst an mit Verschärfungen, die jetzt gerade noch von unseren grünen Ländern weggeweg verhandelt worden sind. Denn ehrlich gesagt, es ist leichter aus der Entfernung zu sagen, wie man richtige Verhandlungen führt. Es ist sehr viel schwerer, dasselbe erfolgreich zu tun, wenn man da drin sitzt. Und es gibt noch einen Punkt, das mit dem Erpressen lassen. Du hast recht, ich mag auch keine Sachzwangargumente. Es gibt immer eine Alternative. Aber man muss sich auch mal klar machen, was der Preis dafür wäre. Man kann dann immer so leicht sagen, es ging ja nur um Geld. Wegen dem Geld haben sie zugestimmt. Aber habt ihr vorhin Sibyl Klotz, Monika Herrmann und den vielen anderen Rednerinnen und Rednern mal zugehört, die geschildert haben, wie es hier in Berlin eigentlich zugeht und was man dafür braucht? Und selbstverständlich brauchen wir auch für einen menschenwürdigen Umgang mit den Flüchtlingen hier Geld. Natürlich brauchen wir Geld. Das ist nichts, was man verachten muss. Und die Länder, die in Regierungsverantwortung sind, die sind eben direkt dafür zuständig, die Leute menschenwürdig unterzubringen. Gleichzeitig sind wir Grüne uns doch vollkommen einig, welche Punkte wir falsch finden. Es gab noch in der Nacht nach dem Flüchtlingsgipfel eine gemeinsame Erklärung, wo auch alle diese Punkte genannt worden sind. Und das heißt, man kann immer noch zu der Einschätzung kommen und das finde ich auch völlig legitim, zu sagen, dass es insgesamt nicht reicht und dass deswegen die Länder nicht zustimmen sollten. Man kann das aber auch sehr wohl anders sehen und ich finde uns hier als Opposition noch, das wird sich hoffentlich bald ändern, aber noch diejenigen, die nicht am Verhandlungstisch sitzen, müssen wir nicht unseren grünen Ländern von hier aus empfehlen, was sie zu tun oder zu lassen haben und damit dann auch suggerieren, so wie ihr das eben doch ein Stück weit mit eurem Antrag tut, dass die da gemeinsame Sache machen und dass die in Wirklichkeit diese ganzen Asylrechtsverschärfungen selber wollen. Das ist einfach Quatsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Und bitte mit Aufstehen jetzt. Wer für diesen Antrag ist, möge bitte jetzt Aufstehen. Okay, danke schön. Und jetzt die Gegen-Ausstehen-Stimmen. Okay, danke schön. Bei vier Enthaltungen. Bei vier Enthaltungen wird dieser Änderungsantrag angenommen. Okay, und nun kommen wir weiterhin zur Abstimmung vom Änderungsantrag 193-1. Und zwar der zweite Absatz steht nur zur Disposition. Und ich bitte Volkmar für die Einbringung des Änderungsantrags nach vorne. Also liebe Leute, zuerst möchte ich mich bedanken. Mein Dank gilt dem LAFO und der Antragskommission für die modifizierte Übernahme der drei Absätze. Einmal zur Bekämpfung der Fluchtursachen von Arbeitsmigration, dem Absatz zum Schutz der Roma vor Diskriminierung und dem Absatz zur Berücksichtigung der Arbeitsmigration bei der Zuwanderung in dem von uns gewünschten Einwanderungsgesetz. Insbesondere die Punkte zur Arbeitsmigration werden uns sicher noch lange beschäftigen. Denn es ist ganz klar, die Bekämpfung der Fluchtursachen wird ein langer Prozess sein. Das Problem dabei ist, alle reden von der Bekämpfung der Fluchtursachen, aber es passiert praktisch nichts in dieser Richtung. Toni hat heute Morgen davon ausführlich gesprochen. Deswegen schlage ich vor, diesen Satz einzufügen. Menschen, die aus Armut, Perspektivlosigkeit und Diskriminierung geflohen sind und den Weg nach Europa durch Wüste und Meer überlebt haben, ist ein normalitäres Bleiberecht in Deutschland zu gewähren, bis die Fluchtursachen wirksam bekämpft werden. Den zweiten Satz, den ihr in der Synopse findet, hatte ich gesagt, dass ich auf den verzichten würde. Diese Menschen, von denen wir reden, sind bereits hier. Wir müssen mit ihnen irgendwie umgehen. Sollen wir ihnen sagen, sorry, du musst zurück ins Elend? Tut mir leid, ich kann das nicht. Und ich weiß, wo ich rede. Wir müssen den Druck erhöhen, damit die Fluchtursachen wirklich und ernsthaft bekämpft werden. Die Menschen sind hier und die können uns dabei helfen. Wir müssen mit ihnen zusammen daran arbeiten. Und wir müssen auch dazulernen. Und von wem sollten wir es denn lernen, wenn nicht genau von diesen Leuten? Und zwar jetzt. Deswegen fordere ich ein humanitäres Bleiberecht auch für Menschen, die vor Armut und Perspektivlosigkeit geflohen sind. Ich bitte euch herzliche Freude und danke zu dir. Okay, Volkmar habe ich das richtig verstanden. Der letzte Satz von dem zweiten Passus wird gestrichen. Jetzt ziehst du zurück. Okay, danke. Gut, dann bitte ich Bettina nach vorne für den Vorschlag von Lauf. Liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, ihr habt alle gemerkt, wie sich der Ton in den letzten Wochen verschärft hat. Die Debatte ist gekippt von, ich würde sogar sagen, von oben nach unten. Die Stimmung hat jetzt die Bevölkerung erreicht, gekippt worden ist es aber tatsächlich von Politik und Medien. Das heißt, jetzt gibt es überwiegend Menschen in der Bevölkerung, die sich Sorgen machen, die Angst haben, dass wir das nicht schaffen und, und, und. Und ich sage unten, ich habe das gerade eben in meiner letzten Rede schon angedeutet, die Angriffe aufs Asylrecht werden weitergehen. Es wird reihenweise in den nächsten Wochen und Monaten Vorschläge geben, die mit einem individuellen Grundrecht auf Asyl nicht zu vereinbaren sind. Und ich sage euch, was unsere Aufgabe in so einer Situation ist und ich fürchte, über kurz oder lang ist das auch unser Alleinstellungsmerkmal. Wir sind diejenigen, die das individuelle Grundrecht auf Asyl verteidigen müssen. Das individuelle Grundrecht auf Asyl bedeutet, dass jeder Mensch einzeln ein Recht hat auf ein Verfahren und ein Recht darauf, dass seine Gründe individuell gehört und dann auch beurteilt und eingeschätzt werden. Und lieber Volkmar, natürlich gibt es Fluchtursachen, natürlich machen sich Menschen aus Armutsgründen, aus Perspektivlosigkeitsgründen auf den Weg. Ich glaube, Toni hat heute Morgen schon einiges zu dem Thema, was wir dagegen tun können, was wir mindestens mal dagegen tun müssten, zum Thema Fluchtursachen, Bekämpfung gesagt. Aber das, was ihr fordert, nämlich im Grunde ein humanitäres Bleiberecht für alle, die kommen, das ist keine andere Position als Grenzen auch für alle. Und das bedeutet auch das Ende, das individuelle Grundrecht auf Asyl. Ihr schafft das individuelle Grundrecht auf Asyl dadurch von unten ab, das müsst ihr euch klar machen. Und das sollten wir nicht tun. Es braucht dann, wenn man eine solche Forderung hätte, braucht es keine individuellen Prüfungen mehr, es braucht keine individuellen Rechtsansprüche mehr. Und das bedeutet doch im Umkehrschluss, sobald irgendwie Menschen meinen, jetzt sei aber die Grenze erreicht, wird genauso willkürlich dicht gemacht. Das Einzige, was den Flüchtlingen hilft, die wirklich dringend Schutz vor Verfolgung brauchen, sind individuelle Rechtsansprüche. Die kippt man aber, wenn man von unten auf die Weise rangeht, wie ihr das hier vorschlagt. Deswegen bitte ich dringend, lehnt diesen Änderungsantrag ab. Danke. Dankeschön, bitte. Damit gehen wir in die Abstimmung. Wer für diesen Änderungsantrag ist, bitte die Hand erheben. Dankeschön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei einigen wenigen Enthaltungen wird dieser Antrag abgelehnt. Und nun stimmen wir den Gesamtantrag D01. Ich bitte euch für euer Handzeichen für diesen Antrag mit den abgestimmten Änderungsanträgen. Wer ist gegen diesen Antrag? Wer enthält sich? Bei sieben Enthaltungen wird dieser Antrag angenommen. Nun gebe ich weiter zum nächsten Top. So, wir kehren jetzt wieder zur regulären Tagesordnungseinsfolge zurück und kommen zum Tagesordnungspunkt 6. Das ist der Antrag A1 von Stefan Ziller, Andreas Autritsch und weiteren Antragstellern. Gute Arbeit für Berlin. Wir möchten euch folgenden Verfahrensvorschlag machen, was die Befassung damit angeht. Es gibt insgesamt zwölf Redebeiträge. Andreas Autritsch wird den Antrag einbringen mit drei Minuten. Danach gibt es drei gesetzte Redebeiträge, zwei Minuten und acht geloste Redebeiträge. Zu den gesetzten Redebeiträgen gehören Stefan Ziller, Sabine Bangert und ein Gast, die ich sehr, sehr herzlich begrüßen möchte. Schon mal Susanne Stumpenhusen, Vorsitzende von Ver.di, Berlin Brandenburg. Sehr herzlich willkommen, die auch uns der Landessvorsitzende betrifft. Wenn ihr mit unserem Verfahren soweit eingestanden seid, dann bitte ich um euer Kartenseichen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Wunderbar, dann vielen Dank dafür. Andreas Autritsch, du hast drei Minuten für die Einbringung des Antrags. Nein. Nein. Mir wurde gesagt, fünf, jetzt habe ich drei. Ich gucke mal, wie ich damit auskomme. Ich will mal damit anfangen, dass ich in die erste Reihe schaue. Und Susanne Stumpenhusen nochmal ganz herzlich dafür danken, dass sie gekommen ist. Chefs von Ver.di hier in Berlin und in Brandenburg. Ich freue mich, dass du da bist und dass du diese wichtige Debatte mit uns zusammen führst. Wir sind in einer extrem protestlichen Situation in Berlin. Auf der einen Seite wächst die Stadt und der Wirtschaft geht es besser. Der regierende Bürgermeister sagt zunehmend, wir müssen die Stadt zur Stadt der Arbeit machen. Und er redet viel über diese Sachen und gleichzeitig ist es so, dass der Senat selber direkt daran beteiligt ist, nichts für gute Arbeit zu tun. Da, wo er als Geldgeber dabei ist, da, wo er als Arbeitgeber dabei ist, da macht er genau das Gegenteil und tut überhaupt nichts dafür. Und genau das ist inakzeptabel. Genau das müssen wir ändern. Ich will mal einen Blick auf ein paar Bereiche werfen. Die Kulturszene. Wir reden immer davon, die Kulturszene ist ein Aushängeschild für Berlin und wir brauchen die Kulturszene. Was wären wir ohne die ganzen Kulturschaffenden? Und gleichzeitig arbeiten genau diese Männer und Frauen in extrem prekären Verhältnissen. Es ist schön, dass wir den Mindestlohn haben. Dafür haben wir alle gekämpft und es ist super, dass wir den haben. Aber das bringt den Menschen in der freien Szene überhaupt gar nichts. Deswegen sagen wir, wir brauchen sowas wie einen Mindestlohn auch für die Menschen, die in der freien Szene frei beruflich arbeiten. Und das ist nicht etwa nicht machbar und so kompliziert. Das ist sehr einfach. Es gibt zwei Dinge, die wir dafür brauchen. Mehr Geld in den Töpfen und zweitens brauchen wir eine Verpflichtung des Senats, immer dann, wenn er als Förderer auftritt, auch zu sagen, dass wir Mindesthonorar gebrauchen. Ich finde, dass es nicht so viel verlangt, sondern das ist das Mindeste, was wir tun können. Ein zweites Aushängeschild, die Wissenschaft. Ich war selber lang genug an der Uni, um zu wissen, wie das dort vonstatten geht. Es werden Honorare für die Lehrbeauftragten gezahlt, ohne Anspruch auf Urlaub, ohne Anspruch auf Mutterschutz, ohne Anspruch auf Krankenversicherung. Wir sind im 21. Jahrhundert. Ich weiß nicht, warum wir überhaupt noch darüber diskutieren, dass das Fragen sind, die man mal angehen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass wir jungen Menschen auch nicht mehr vermitteln können, warum man in der Wissenschaft arbeiten soll, wenn diese Arbeitsbedingungen dort vorherrschen. Es gibt aber nicht nur die Aushängeschilder Berlins. Es gibt neben den Aushängeschildern auch das, was man das Rückgrat Berlins nennen könnte. Und das kennt ihr alle in den Bezirken, die nur noch deswegen funktionieren, weil wir unzählige Menschen in den Bezirken haben, die unter schlechtesten Bedingungen diese Stadt am Laufen halten. Und am gravierendsten, am deutlichsten kann man das sehen, wenn man auf die Musikhochschulen schaut, wenn man auf die Volkshochschulen schaut. 90 Prozent der Unterrichtsstunden, die dort gegeben werden, werden von Honorarkräften gegeben. Und was wir an der Stelle wollen, und ich finde, dass es nicht viel verlangt, dass es schlicht und ergreifend, dass mal in Verhandlungen eingetreten wird, dass der Senat mal sagt, wir verhandeln mit den Honorarkräften, darüber einen Tarifvertrag zustande zu bringen. Ich weiß nicht, was da dann die große Forderung ist, aber es ist eine Forderung, die wir in Berlin erst mal durchkämpfen. Da geht es nicht um große Sprünge, da geht es nicht um große Lohnabschlüsse. Da geht es schlicht und ergreifend um ganz, ganz einfache Sachen. Um Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, um Mutterschutz, um Altersvorsorge, um erst mal die Möglichkeit zu haben, überhaupt Altersvorsorge in Angriff zu nehmen. Es geht darum, dass anständige Honorare gezahlt werden. Ich finde, wenn wir den Anspruch haben, dass Berlin funktioniert, und wenn wir den Anspruch haben, dass wir Volkshochschulen und Musikhochschulen haben, die funktionieren, dann müssen wir auch den Anspruch haben, dass wir mit den Menschen, die in diesen Volkshochschulen und Musikhochschulen arbeiten, auch anständig umgehen. Es wird nicht gelingen, diese ganzen Probleme, und es sind viele Probleme, auf einmal anzugehen. Wir sind da sehr realistisch und wir machen keine falschen Versprechungen. Aber aus der Situation, wo wir sehen, dass das Problem groß ist, den Schluss zu ziehen, dass wir jetzt den Kopf in den Sand stecken und nichts mehr tun, das ist keine Haltung, das ist auch keine Politik. Sondern dann, wenn wir das Problem erkennen und wenn wir sagen, dass das Problem groß ist, dann müssen wir erst anfangen, dieses Problem loszulösen und uns auf den Weg zu machen und auszugehen. Und ich bin zuversichtlich in der Sache, wegen einer Sache, wir sind nicht alleine in der Debatte. Kulturschaffende haben es zusammengeschlossen und haben gesagt, dass sie für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Wir haben die Situation, dass Musik in den Musikhochschulen, in den Volkshochschulen sich die Leute organisieren und auch dagegen vorgehen. Ich weiß, das ist schwierig, da arbeitet ihr schon lange dran, da kannst du Susanne nachher viel dazu sagen. Aber ich finde es wichtig, dass wir da Partner haben und dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir Partner haben. Die Beschäftigten der sozialen Dienste haben starke Forderungen aufgestellt. An den Hochschulen finden Aktionszage statt. Das sind alles Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten können, mit denen wir gemeinsam sagen können, dass wir da tatsächlich was ändern wollen. Und gemeinsam, und da bin ich wieder bei dir, gemeinsam heißt auch, dass wir das gemeinsam mit den Gewerkschaften machen, gemeinsam mit Verdi machen und dass wir hier uns tatsächlich heute vornehmen, gemeinsam Schritte in die richtige Richtung zu tun und an dieser prekären Beschäftigung im öffentlichen Auftrag endlich was zu ändern. Lieber Andreas, herzlichen Dank für die Einbringung. Ich möchte nochmal alle auffordern, dass ihr euch reinschmeißen könnt für Redebeiträge, insbesondere Frauen. Wir kommen jetzt zum ersten gesetzten Redebeitrag. Danach ist Thomas Birk dran, kann sich schon vorbereiten. Und ich sage, liebe Susanne Stummenhusen, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf deinen Redebeitrag. Vielen Dank. Ja, danke schön. Und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Nachdem ich den Antrag gelesen habe, bin ich noch lieber gekommen. Aber vorher vielleicht mal eine Botschaft aus der Welt. Ich komme gerade von der Demo gegen die Freihandelsabkommen. Und es sollen 250.000 Menschen dort geholfen bleiben. Von daher war es auch gar nicht so einfach, dann wirklich hier zu sein. Ich war ja verfrüttelt nach dir eigentlich angefragt und habe dann natürlich bei dem Lärm mein Handy wieder gehört und bei den Brummern der Lautsprecher auch nicht so vibrierend gespürt und musste dann mich zur S-Bahn durchkippen. Aber gut, es hat ja geklappt. Ich glaube, zu dem Thema brauche ich ja auch nichts zu sagen. Da werden wir uns vermutlich einig sein, was da abgeht. Sparen wir uns die Zeit und gehen da in die Sache. Gegen Tarifflucht, gegen Lohndumping in der Tat, das ist ein gemeinsames Interesse. Und auch deine Aussagen hier zum Land Berlin kann ich uneingeschränkt teilen. Wir streiten uns gerade sehr heftig mit dem Land Berlin über Ausgründung, über Privatisierung, über prekäre Beschäftigung. Weil wir der Meinung sind, wenn sich ein Senat das Ziel gute Arbeit auf die Fahnen schreibt, dann muss er für allererste gute Arbeit in seinen eigenen Einrichtungen sorgen. Das gilt für die landeseigenen Betriebe, das gilt für die Landesdienststellen, das gilt für die Bezirke. Und ich werde auch noch was zu dem Bereich der Freien, der sogenannten Freien sagen. In der Tat, wir haben landeseigene Betriebe, die auch mal ausgetöchtert haben. Aber zum Beispiel bei der BVG ist es uns gelungen, die Tochter BT wieder zu den gleichen tariflichen Bedingungen inzwischen fahren zu lassen wie die BVG. Und bei der BSR hat es zum Teil Gründe, die nachvollziehbar sind, weil man das gewerbliche Geschäft vom hoheitlichen Geschäft trennen muss. Und von daher nicht sich den Vorwurf der Quersubventionierung machen darf. Aber Musikschullehrer in der Tat, seit zweieinhalb Jahren versuchen wir für die Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer einen Tarifvertrag hinzubekommen. Die sind inzwischen gut organisiert, die machen tolle Aktionen, die sind x-mal vor dem Roten Rathaus aufgetreten mit ihren Kapellen. Aber es hat bisher leider noch keinen Durchbruch gegeben und ich glaube, das muss noch viel mehr werden. Und ich glaube, wenn ich mich erinnere, 30 Jahre ist es her, habe ich versucht, mit Selbstamt Spandau die Einzelfallhelferinnen und Einzelfallhelfer zu organisieren. Wir haben inzwischen einen derart großen grauen Markt und wer mit der U-Bahn hergefahren ist, Pankstraße, habe ich gerade gesehen, hat die IG Metall eine schöne Werbung, wo sie Werkverträge gleichstellen will, wo nochmal ein Vergleich aufgemacht wird, dass Arbeitgeber Werkverträge eben einrichten, um zum einen die Mitbestimmung zu umgehen, zum anderen um auch Tarifflucht zu begehen. Und deswegen müssen wir auch ein Auge auf Leiharbeit und Werkverträge haben. Ich finde es aber sehr richtig, wie ihr euren Antrag aufgebaut habt, dass ihr die Bereiche Kultur, Wissenschaft und auch die Honorarkräfte in den Bezirken zunächst mal aus Korn genommen habt. Mein Kollege, der für die Hochschulen und Forschungseinrichtungen verantwortlich ist, sagt immer, Wissenschaft ist toll, es sei denn, man muss davon leben. Und wir wissen, wie das ist an der Uni mit befristeten Zeitverträgen, Qualifikationsverträgen, in der Zeit die Qualifikation, die Promotion gar nicht zu schaffen ist und wie viel Ausbeutung da ist. Wenn ich mir das angucke an der TU, ich bin dort im Moratorium, da wird natürlich immer gefeiert, wer die meisten Drittmittel einwirbt. Aber wer dann die Arbeit tatsächlich macht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist das nämlich ausgesprochen schwierig, weil da gibt es nicht mehr. Und die müssen dann eben auch sehen, wie sie mit ihrer Zeit hinkommen. Es gibt ja noch weitere Einrichtungen, auch im Kulturbereich. Ich will mal zwei Sätze sagen zum Kino Babylon. Ich habe diesen Konflikt möglicherweise mitbekommen. Das Kino Babylon wird vom Land Berlin gefördert. Und das Land Berlin ruht sich aber wunderbar aus, genauso wie beim Staatsballett, wo Tarifverträge abgeschlossen werden sollen mit Gewerkschaften, die kein einziges Mitglied dort haben. Nur weil sie Interessenverbände sind, die Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger. Und das Orchestervereinigung haben dort jetzt unsere Forderungen tarifiert. Alles das, was wir erarbeitet haben. Und das Land Berlin, was ja im Stiftungsrat vertreten ist, ruht sich nicht. Der Regierende Bürgermeister, von dem erwartet wird, dass er da mal ein Machtwort spricht, wie Wobereit das mal bei der Staatskapelle getan hat, tut das bisher nicht. Und von daher gibt es jede Menge Einrichtungen um das Land, im Land Berlin, um das Land Berlin herum, bei denen man wirklich genau hingucken muss. Und wo wir sagen, wir wollen, dass das geregelt wird. Wir wollen gute Arbeit für Berlin. Und gute Arbeit ist keine prekäre Arbeit. Zu guten Arbeit gehört Mitbestimmung und Tarifverträge. Und deswegen bin ich ausgesprochen dankbar für euren Antrag. Ich habe mir den dreimal durchgelesen, Freundinnen und Freunde, ich habe nichts gefunden, was falsch wäre. Nein, wirklich. Mein ehrenamtlicher Vorsitzender in meinem Landesbezirksvorstand ist selber Musikschullehrer, hat das heute nochmal durchgelesen, hat gesagt, wunderbar. Den Kündigungsschutz könnte man noch einbauen, aber ansonsten haben wir nichts zu meckern. Von daher freue ich mich sehr, ich weiß nicht, ob wir uns schon immer so nahe waren, mal mehr, mal weniger, aber ich freue mich sehr über diesen Antrag und freue mich auch auf die Diskussion jetzt. Ich will da gar nicht mehr dazu sagen, weil wenn wir mal sagen, das ist klasse, das habt ihr spitze gemacht, das ist toll, das ist ein super Anfang und es gibt noch viel mehr zu tun. Und wenn wir das Seite an Seite machen, freue ich mich sehr und ich hoffe ihr auch. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank auch von unserer Seite nochmal für den Beitrag. Vielen Dank, dass du hierher gekommen bist. Wir machen weiter. Als nächstes ist Thomas Birk dran und Eva kann sich schon mal bereit machen. Und ich möchte nochmal auffordern, vor allem Frauen, sich gerne einzuschmeißen für weitere Redebeiträge. Ja, es ist mir wirklich eine Ehre, nach Susanne Stumpenhusen zu reden und vor allem deswegen, weil das Lob so groß war. Das ist wirklich ganz großartig, dass das angekommen ist und ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf diesen Antrag. Und zwar deswegen, weil er aus der Mitte der Partei kam. Weder Anja Schellhannig noch ich, die wir schon lange an diesen Themen arbeiten, haben ihn initiiert, sondern er kam aus der Mitte der Partei. Und das macht mich ganz besonders glücklich und ich möchte euch zum Anfang eine kleine Anekdote erzählen. Mein Vater war einer der besten Organisten Deutschlands und hat in seiner Rentenzeit zufälligerweise bei der Hochzeit der Tochter von Wolfgang Schäuble mit dem Herrn Strobel gespielt. Und hat dazu extra sogar noch ein Duett einstudiert und so weiter. Und als Dank für diese Tätigkeit bekam er statt einem Honorar eine Flasche Wein. Und das ist so ein typisches Verhalten, wie Politik in einigen Bereichen, jedenfalls der Politik, Kultur und Kulturschaffende sehen. Das ist alles irgendwie zum Vergnügen und Gotteslohn. Aber dass es hier wirklich um Arbeit geht, die gut vergütet werden muss, das ist leider noch nicht im Bewusstsein der Spitzenpolitik und auch nicht in der Berliner Politik gelandet. Und ich finde es wirklich beschämend, dass wir die ganze kulturelle Bildung im Prinzip auf prekären Verhältnissen aufbauen. Das ist bei den ganzen Projekten, die jetzt im Rahmen der kulturellen Bindung laufen, so. Aber es baut auf eine Tradition auf, die schon sehr alt ist in Berlin. Denn eigentlich war es immer schon so in West-Berlin, dass Musikschulen, und es sind Musikschulen, nicht Musikhochschulen, an der es auch ist, dass Musikschulen tatsächlich nur mit Honorarkräften arbeiten. Über 90 Prozent sind es an den Musikschulen. Und die verdienen eben nur halb so viel, wenn sie voll beschäftigt sind, wie normale Lehrerinnen und Lehrkräfte. Das geht halt einfach nicht. Davon können die Leute ihre Familien nicht ernähren. Wir hatten das Thema Familie heute ja schon und davon können sie auch im Alter nicht leben. Denn sie leben am Schluss in der Grundsicherung, aber die zahlt ja dann der Bund. Da ist Berlin dann fein raus. Genau das Gleiche gilt für die Volkshochschulen-Lehrkräfte, vor allem die, die als feste, freie arbeiten. Und genau die sind es, die Integrationskurse und die Sprachkurse machen. Und diese haben teilweise auch die Konzepte dafür entwickelt haben. Bis vor einem Jahr war es noch so, dass die, wenn die krank waren, gar nichts bekommen haben. Also wirklich beschämend. Und das sind vor allem auch Berufe, in denen vorwiegend Frauen arbeiten. Und die können eigentlich nur davon leben, wenn sie Lebenspartner haben, die irgendwie das Geld dran schaffen. Und das ist auch beschämend. Gerade in der Zeit, wo Flüchtlinge hier sind, sollte man darüber nachdenken, dass diese Kernearbeit von Menschen geleistet werden, die selber sehr arm sind. Und gerade im Bereich Kultur und jetzt eben auch Spracheintegration ist diese Arbeit ja so lebensnotwendig für die Integration. Deswegen bin ich sehr stolz darauf, dass ihr es hier angehen wollt. Aber ich wollte auch daran erinnern, es kostet uns nachher auch Geld. Wenn die Musikschuhe tatsächlich auf feste Kräfte umgestellt werden sollen, selbst wenn es nicht alle werden, denn manche sollen natürlich auch weiterhin von Organkraft arbeiten können, wenn sie es wollen, dann kostet uns das 20 Millionen. Ich werde euch daran erinnern, wenn wir dann mal sukzessive in der Regierung sind, daran arbeiten. Und auch bei den Volkshochschulen ist das eine schwere Arbeit, das durchzusetzen, weil wir kriegen die Mittel jetzt für die Sprachkurse, Integrationskurse vom Bund ersetzt. Und der Bau drauf, dass das überall in Deutschland auf Honorarbasis läuft, da müssen wir dann auch in Verhandlung treten über den Bundesrat, dass, wenn wir in solchen Verhandlungsrunden sitzen, auch daran erinnern, dass die Leute, die nachher die Kurse durchführen, dann bitte schon auch mal vom festen Gehalt so leben können müssen, und dass sie davon auch in der Alterssicherung eine Rente bekommen, von der sie dann auch leben können. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas. Als nächstes dann ist es dann Maria Plonske und bereit macht sich, kann sich danach Stefan Ziller. Thomas hat mir da gerade so ein bisschen aus der Seele geredet, mit der das kostet dann auch Geld. Auch in der LAG-Wissenschaft haben wir uns in den letzten anderthalb Jahren sehr intensiv mit diesem Thema, wie ist das eigentlich mit den Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft beschäftigt. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, also wenn wir die Arbeitsbedingungen nicht verbessern, dann haben wir eigentlich in der gesamten Wissenschaftspolitik keine Schocks, nicht für unsere grünen Ziele. Deshalb auch prekäre Arbeit im Auftrag Berlins liegt mit uns und schon gar nicht in der Wissenschaft. Denn wie oft haben wir gehört, ja, in Berlin werden die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft in den letzten zehn Jahren massiv schlechter, unter Dödelung des Roten Senats. Kettenverträge, wie sie ansonsten keinem anderen Berufsfeld gedödet werden, wir reden da so von zwei bis drei Monaten, nicht Jahren, sind da in die Regel nicht mehr die Ausnahme. Ja, es ist kaum noch möglich, eine Familie zu gründen oder Angehörige zu pflegen, wenn man in der Wissenschaft etwas werden möchte. Egal ob mit oder ohne Promotion. Ja, es werden jede Menge Menschen eingespannt und wirklich ganz exklusiv ausgebildet zu Expertinnen und Experten. Und wenn sie dann so 35-40 sind, schmeißen wir sie aus dem System raus. Sie stehen dann beim Arbeitsamt bei DocCenter und wir verzichten auf ihre Expertise. Das halten wir für nicht besonders schlau. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist alles wahr, was gesagt wird. Und es ist skandalös. Das können wir so nicht lassen. Und dann kommen die Gegenargumente, die da heißen, ja, aber auf Landesebene können wir das ja gar nicht ändern. Das ist ja eine Sache zwischen Bund und Ländern und Kultusministerkonferenz. Und wir haben uns zusammengesetzt und festgestellt, nein, das ist falsch. Weder ist es kompliziert zu ändern, noch ist es, braucht man irgendetwas anderes außer das Land Berlin dafür. Was wir brauchen, ist der Mut, in Berlin einen neuen Weg zu gehen. In diesem Antrag findet ihr einen guten Teil der Anträge und der Vorschläge, die die LAG-Wissenschaft für die Wissenschaft ausgearbeitet hat. Und auch an dieser Stelle. Ich finde es super, dass dieser Antrag so wie er aufgebaut ist, entstanden ist. Denn er fasst also diese Probleme, die in den verschiedenen Bereichen gleich sind, zusammen und stellt sie unter das Oberziel. Wir wollen bessere Arbeitsbedingungen in Berlin. Das wollen wir auch. Die einzelnen Maßnahmen könnt ihr nachlesen. Die werde ich euch jetzt nicht aufzählen. Aber wir möchten gerade aus dem Sichtweiß der LAG-Wissenschaft euch bitten, unterstützt diesen Antrag. Lasst uns zusammen ein Zeichen für bessere Arbeit in Berlin setzen. Herzlichen Dank. Für den Beitrag von Stefan Ziller und Reitmann sind an sich. Stefan E. Thoma. Ja, liebe Freundinnen und Freunde. Ich möchte gerne den Beitrag von Thomas aufgreifen und die Frage des Geldes. Weil, das ist ja spannend, natürlich stimmt es, wie ihre Löhne kosten im Vergleich zu nicht fairen Löhnen Geld. Aber, die spannende Frage ist, was passiert, wenn man heute nicht faire Löhne zahlt? Menschen gehen zum Amt und stocken auf. Oder, wenn man noch fünf, zehn Jahre weiter denkt, haben wir das Problem mit der Rente, in der Altersarmut. Wir wissen alle genau, was an so einer Problematik bezüglich Altersarmut auf uns zurollt. Dazu haben wir die soziale Entwicklung für den verschiedensten Kiezen in Berlin, wo wir genau das Problem haben. Menschen verdienen nicht genug, um davon so leben zu können, dass die Kiezen funktionieren. Ihr kennt die ganze Debatte insofern. Meine Botschaft ist ganz klar, Berlin kann sich die Stamping-Löhne einfach nicht leisten. Und zwar langfristig nicht. Und kurzfristig auch nicht. Ich würde vielleicht dann an dieser Stelle das Lob zu dem Antrag doch eher als Auftrag auffassen, weil ich glaube, die harte Arbeit beginnt mindestens mit den Koalitionsverhandlungen oder mit möglichen Koalitionsverhandlungen und in der Umsetzung danach. Vorher zu sagen, wir wollen alles verbessern, ist einfach, aber sozusagen die harte Arbeit kommt auf uns zu. Und da werden wir uns dann den Beschluss nochmal genau vornehmen und uns an unserer eigenen Nase fassen, was schaffen wir wirklich. Und ich will ein paar Argumente geben, warum wir an den Stellen Geld brauchen, dass wir was verbessern können. Und ich würde gerne einen Blick in die Bezirke richten. Weil faire Löhne ist ja nur die eine Seite der Medaille. Wir haben in den letzten Jahren eine Entwicklung in den Bezirken gehabt, dass immer mehr Ausgaben outgesourcet werden, von Privaten erledigt werden. Und da leiden ja nicht nur die Menschen, die unter so einer Bedingung arbeiten müssen dran, sondern auch unsere grünen Ziele. Wenn ich mir das Beispiel Schulreinigung angucke, wenn ich keinen Einfluss habe, was für Lösungsmittel oder was für Reinigungsmittel in Schulen verwendet werden, brauche ich mich nicht später über Innenraumluft und Belastung von Kindern und Jugendlichen beschweren. Wenn ich keinen Einfluss habe, wer die Grünpflege tatsächlich macht, brauche ich nicht gleichzeitig eine Kampagne machen gegen Pestizide auf öffentlichen Flächen. Wir brauchen in den Bezirken an den Stellen, wo wir ausschreiben wollen, das kann man politisch sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal neu diskutieren. Aber da, wo wir ausschreiben, müssen die Bezirke in die Lage versetzt werden, diese Vergaben so zu machen, dass ökologische Gäste eine Rolle spielen. Wir haben uns vorletzte oder letzte Woche mit unserem CDU-Stadtrat darüber unterhalten, wie man tatsächlich die Biodiversitätserklärung, die die Bezirke, ich glaube, viele Berliner Bezirke unterschrieben haben, umsetzen kann. Der hat uns nur angeguckt und gesagt, ja, ich kann das nicht machen, wie soll ich es machen, meine Vergabestelle schafft das nicht. Wir haben vorgeschlagen, dass sich die Bezirke und das Land auch zusammensetzen und diese Vergabekriterien und die ganzen Vergaben so qualifizieren, dass wir das zukünftig machen können, weil das ist auf einen Beitrag, nicht nur die soziale Seite, sondern auch die ökologische, bleibt auf der Strecke, wenn wir sozusagen dieses Prinzip Dumping vor allem so fortsetzen. Deswegen bitte ich euch in Zustimmung zu dem Antrag. Danke. Hier Herr Stefan, jetzt Stefanie Thurber, danach Christoph Abler und Savide Bangert können Sie sich schon mal bereit machen. Liebe Freundinnen und Freunde, nur ein kurzes Statement an dieser Stelle, dass ich auch wirklich loswerden wollte. Ich habe mich unheimlich gefreut über diesen Antrag. Wir haben es eben schon an vielen Stellen gehört. Er ist fachlich unheimlich gut ausgearbeitet. Er ist aus der Mitte der Partei entstanden. Und es freut mich auch deshalb so sehr, weil wir als Bündnisgrüne ganz oft behaupten, dass Arbeitsmarktpolitik nicht unbedingt im Zentrum unserer Politik steht. Dann gibt es manchmal so Sachen, dass es dann heißt, naja, das können wir jetzt irgendwie der SPD überlassen. Oder die Linke, die kümmert sich ja auch schon darum, um die prekär Beschäftigten. Da kann ich nur ganz klar sagen, nein, und wir sehen es auch in Berlin, wir können dieses wichtige Feld nicht den anderen überlassen. Arbeitsmarktpolitik gehört auch zu uns Bündnisgrün. Und wir haben wirklich mit diesem Antrag gezeigt, dass wir es können. Und deswegen möchte ich uns alle einfach auch nur dazu ermutigen, dass wir auf diesem Weg weitergehen und vielleicht auch noch mal über Form nachdenken, wie wir prekär Beschäftigte auch unterstützen können. Nämlich in dieser Art, wie sie ihre Interessen auch selber vertreten können. Weil wir sagen immer, wir sind eine emanzipatorische Partei. Wir wollen den Leuten helfen, dass sie sich aus ungünstigen Verhältnissen herausarbeiten können. Und ich glaube, da können wir wirklich einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Und ich glaube auch nicht, dass unsere Wählerinnen und Wähler Arbeit mich interessiert. Das halte ich für ein Gerücht. Auch wenn wir natürlich sagen, wir kommen aus dem postmateriellen Milieu. Wir machen keine Industriearbeitsmarktpolitik, wie das die SPD in der Art und Weise vielleicht macht. Die brauchen wir auch nicht. Die Welt hat sich auch weiter gedreht. Und ich kann nur sagen, ich glaube, wir sind auch die Partei, die das sehr gut kann. Dankeschön. Liebe Freunde, liebe Freunde, nach den ganzen schönen Reden kann ich mich jetzt wirklich kurz fassen. Kann jeder sagen, jetzt stimmt es zum ersten Mal wirklich. Also auch kurze Ansage von mir, dieser Antrag ist wirklich gut. Und um einen Aspekt herauszugreifen, der für mich wichtig ist, es ist schlimm genug, wenn die Politik dem Lohmdumping und dem massenweisen Outsourcing tatenlos zusieht, deutsche Post und so weiter. Es ist noch schlimmer, wenn die öffentliche Hand selbst Tati-Flucht betreibt. Und wir beispielsweise im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, ich glaube, bei anderen Bezirken sieht es nicht besser aus, ächzend unter chronischer Unterfinanzierung und vor Ort in Personalabbau. Wir machen fröhlich dabei mit. Und mit einem löchrigen Vergabegesetz, dessen Regelungen auch keiner mehr kontrollieren kann, weil die Leute dafür fehlen. Sondern auch mit dem bekannten Elend, das ist ja angesprochen worden bei den Honorarkriften, vor allem im Bereich Kultur und Weiterbildung. Und diese Selbstausbeutung, die muss wirklich ein Ende haben und es ist dringend erforderlich, diese Mitarbeiterinnen endlich abzusichern und ihre Tätigkeit dann auch fair zu verkünden. Und ja, es ist klar, also nicht nur für Bezirkshaushälterinnen, dass das finanziell unterlegt sein muss. Der Antrag sagt es auch ganz richtig. Aber das dann auch wirklich flott, denn die bekannte prekäre Haushaltslage, die ist ja kein Naturzustand, die ist politisch gewollt und damit auch die Armut, die sie produziert. Und das muss sich wirklich ändern und zwar still. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön, Christoph. Und nun Sabine Bangert. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, seit Jahren dulden wir eine öffentliche Förderpolitik, die die Arbeit von Projekten und freien Trägern möglichst billig in Anspruch nimmt. Besonders drastisch ist der Kulturbereich in der kulturellen Bildung, in Musikschulen und in der freien Szene. Hier wird die Präkarisierung weiter vorangetrieben und die Selbstausbeutung befördert. Es wird bewusst damit spekuliert, dass die Kulturschaffenden um ihre künstlerische Arbeit, denen es nur um ihre künstlerische Arbeit geht, im Rahmen von Selbstausbeutung teilweise zu Stundenlöhnen von 3 und 4 Euro arbeiten. Das ist beschämend und das ist mittlerweile zum Normalfall geworden und das wollen wir nicht länger akzeptieren. Wir wollen das nicht akzeptieren, denn die Arbeitsleistung von Menschen wird hier systematisch entwertet. Eine Arbeitsleistung, die für Berlin enorm wichtig ist, die uns internationales Renommee bringt und die diese Stadt lebens- und liebenswert macht. Eine adäquate Entlohnung zu dieser Arbeit gibt es ebenso wenig wie gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung. Deshalb an dieser Stelle von uns Bündnisgrünen ganz deutlich. Wir wissen, wie notwendig und wertvoll diese Arbeit ist und wir wertschätzen diese Arbeit. Hättet ihr schon mal klatschen können. Danke. Es ist peinlich, wie SPD und CDU sich dieses Problem ignorieren und sich wegducken. Vor allem die Sozialdemokratie ist hier sehr enttäuschend. Auch im aktuellen Haushalt ist die freie Szene wieder zu großen Teilen leer ausgegangen. Künstlerinnen und Künstler können von Mindesttonoraren und Mindestlohn nur träumen. Wie ignorant muss man eigentlich sein, dass man die Nöte der prekären Bedingungen nicht sieht? Die zum Beispiel die Kinder- und Jugendtheater haben. Das Krips, das Atze, das Theaterstrahl, die arbeiten zu Bedingungen, die nicht mehr akzeptabel sind. Besonders ist perfid ist in diesem Zusammenhang, dass der Senat nun auch noch eine Erklärung einfordert, dass die Träger auch gefährlich sind, Mindestlohn einzuhalten haben. Ja, wie denn bitte, wenn die Zuwendung nicht ausreicht? Also ich finde das unglaublich, was da teilweise passiert. Wir sind uns dessen bewusst, dass es eine große Herausforderung ist, der kläre Beschäftigungsbedingungen anzugehen. Und ja, liebe Freundinnen und Freunde, es wird Geld kosten. Aber wenn ich sehe, wie jeden Tag am BER in der Staatsober Geld verbrannt wird, dann sind die 20 Millionen, die uns das kostet. Das sind wirklich Peanuts, sage ich hier. Und wir sollten dieses Problem wirklich angehen, weil soziale Gerechtigkeit und Arbeit, gute Arbeit zu schaffen, die wirklich gute Arbeitsbedingungen, eine adäquate Entlohnung, das sind grüne Grundwerte, die wir nach vorne stellen sollten. Und Stefanie Turban, wirklich Arbeitsmarktpolitik ist ein grünes Thema, weil die ganzen anderen Parteien hier in Berlin versagen in diesem Punkt. Ich bin mir sicher, dass wir in der Diskussion des Antrags auch gute Wege finden und gangbare Lösungen. Also es war eine große Einigkeit, es wurde schon von vielen gesagt, eine große Einigkeit, wie wir das Papier geschrieben haben. Und deshalb bin ich ganz zuversichtlich, dass wir da wirklich einen großen Punkt setzen in dieser Stadt und dass wir auch vernünftige Lösungen finden und dass endlich dieses Lohndumping auch aufhört. Vielen Dank, Sabine. Ich habe eine ganz große Bitte an euch, verschiedene haben an uns herangetragen, dass es gerade sehr laut wird hier im Raum. Wir würden euch bitten, also leise zu sein. Konzentriert euch noch ein bisschen. Ich weiß, es ist ein ziemlicher Marathon, aber wir schaffen das alle zusammen. Wenn ihr sprechen wollt, geht raus. Wenn es möglich ist, vielleicht kann man auch die Tür zumachen. Ich glaube, es kommt auch ziemlich viel Lärm von draußen gerade rein. Aber genau, noch ein bisschen Konzentration. Wir sind, glaube ich, gerade gut dran. Aber weiter geht es. Soweit die Redebeiträge sind nicht ausgeschöpft worden, aber vielleicht herrscht auch in diesem Fall große Einigkeit drüber. Deswegen würde ich jetzt die Aussprache schließen und die Antragskommission bitten, den aktuellen Stand vorzustellen. Ich habe diesmal eine sehr einfache Aufgabe. Aber es gab nur zwei Änderungsanträge zu dem Antrag A01, einen von der Grünen Jugend und einen von Lukas, der von der Grünen Jugend ist, übernommen worden. Der von Lukas ist modifiziert übernommen worden, sodass wir hier nichts weiter abgestimmt haben, außer der Gesamtabstimmungsantrag. Gut, und wir müssen natürlich auch über euren Verfahrensvorschlag abstimmen. Vielen Dank für eure Arbeit und ich würde um euer Handzeichen bitten, wenn ihr mit dem Verfahrensvorschlag der Antragskommission einverstanden seid. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Sehe ich keine. Dann erstmal danke dafür. Und dann treten wir direkt ein in die Schlussabstimmung zum Antrag A01. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ich jetzt um ein Handzeichen. Vielen herzlichen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Wow, bei keiner Enthaltung, keiner Gegenstimme. Einmütig angenommen worden, als wir getrunken stehen. So, ihr Lieben, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7. Dem Antrag Grün gewinnt gemeinsam Doppelpunkt für Berlin. Wir würden euch gerne folgendes Verfahren vorschlagen. Die Einbringung des Antrages erfolgt durch Daniel Wesener. Wir haben zwei gesetzte reelle Beiträge von Sibyl Klotz und Ramona Popp und würden sechs Beiträge dazu losen. Also schmeißt euch fröhlich hier vorne in die Boxen ein. Wenn ihr mit diesem Vorschlag so einverstanden seid, bitte ich um euer Kartenzeichen. Vielen Dank. Gegenprobe. Wer ist dagegen? Vielen Dank. Enthaltungen? Dann verfahren wir so. Daniel, du hast die Bühne. Dankeschön, Heinrich. Vielleicht kannst du mir das Telefon noch ein Tick. Super. Oh, sprich über die. Sieht man mich noch? Ihr Lieben, liebe Freundinnen, liebe Freunde, es ist ziemlich genau ein halbes Jahr her. Im März war es, als ihr den neuen Landesvorstand gewählt habt. Und wenn man das in einem Jahr vor einem Wahljahr tut, dann ist klar, ihr habt uns als Landesvorstand erstmal den Auftrag erteilt, uns auf die Socken zu machen und die Partei auf den Wahlkampf 2016 vorzubereiten. Ich glaube, unser Ziel ist glasklarer, sind wir uns alle einig. Wir Grüne wollen wachsen. Wir wollen Berlin politisch mitgestalten. Und wir wollen als Teil einer Koalition Verantwortung übernehmen für die Menschen in dieser Stadt. Wir wissen, dass wir diese Wahl nur gemeinsam mit euch gewinnen. Wir wissen aber auch, dass es unser Job ist, eurem Auftrag nachzukommen und der Partei zum Beispiel auch Vorschläge zu machen, wie wir glauben, dass wir unsere Ziele am besten erreichen können. Wir werden insgesamt auf diesem Weg dahin viele Entscheidungen gemeinsam treffen und auch gemeinsam tragen müssen. Entscheidungen über ein Wahlprogramm, Entscheidungen über eine Wahlkampagne und natürlich auch über Personen. Das ist selten einfach und in vielen Fällen sogar richtig schwer. Ganz besonders, wenn es zu Personalfragen geht. Deswegen haben wir es uns auch nicht einfach gemacht mit dem Vorschlag, der euch heute als Antragstext vorliegt. Wir haben lange überlegt und abgewogen. Wir haben Alternativen geprüft und diverse Gespräche geführt. Doch am Ende haben wir uns gemeinsam mit Ramona und Antje für den Vorschlag entschieden, den wir für richtig und für verantwortungsvoll halten. Von dem wir glauben, dass er die beste Antwort auf die Frage ist, wie wir Grüne 2016 erfolgreich sein können. Und das ist ein Spitzenteam. Das ist ein grünes Kleeblatt. Und für diesen Vorschlag bitten wir um eure Unterstützung und um euer Vertrauen. Wir haben als Partei aus den vergangenen Wahlkämpfen gelernt, insbesondere aus 2011. Wir gehen als Landesverband und wir gehen als zu viert seit fünf Jahren einen Weg, der auf einen neuen grünen Teamgeist setzt. Wir arbeiten als Landes- und Fraktionsvorsitzende seit fünf Jahren eng und vertrauensvoll zusammen. Wir wissen also, was es bedeutet, im Team Politik zu machen. Und wir glauben, dass wir diese Arbeit gut machen. Natürlich ist uns bewusst, dass unser Vorschlag eines Spitzenteams ein ungewöhnlicher Vorschlag ist. Aber wir Grüne sind auch keine Partei wie alle anderen. Wir sind fest davon überzeugt, dass mehr Teamgeist nicht nur für uns Grünen, sondern auch der ganzen Stadt gut tut. Wie sonst wollen wir als Berliner Stadtgesellschaft die großen Fragen, Probleme und Herausforderungen angehen, wenn nicht gemeinsam? Wir Grüne wollen in dieser Stadt deshalb mehr politischen Dialog und weniger Busterpolitik. Wir wollen nicht nur eine andere Regierung, sondern auch einen anderen Regierungsstil. Und wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen statt der immer gleichen Regel von Alphamännchen. Liebe Freundinnen und Freunde, Ramona, Hansel, Bettina und ich wissen, dass am Ende nicht dieser LDK-Sammel-Anne-Landes-Delegierten-Anne-Landes-Mitglieder-Versammlung im März das letzte Wort hat. Das akzeptieren wir, genauso wie wir nachvollziehen können, dass auch einige von euch noch offene Fragen haben. Aber wir treten heute für das ein, was wir für unsere Partei und für den gemeinsamen Erfolg als richtig erachten und für richtig halten. Wir verstehen euren Auftrag so und so verstehen wir auch die Verantwortung, die wir mit unseren Ämtern übernommen haben. Keine Entscheidung ist so schwierig, dass wir uns als Grüne vor ihr wegducken können oder dürfen. Nicht, wenn wir als Grüne in dieser Stadt Verantwortung übernehmen und politisch gestalten wollen. Wenn wir im nächsten Jahr erfolgreich in den Wahlkampf starten möchten, dann können wir nicht einfach abwarten. Dann müssen wir jetzt die richtigen Weichen stellen. Und deshalb bitten wir euch hier und heute für eure Unterstützung, für ein gutes Team von der Basis bis zur Spitze, aus Partei und Fraktion und mit vier Menschen, die nichts lieber wollen, als mit euch gemeinsam einen furiosen Wahlkampf hinzulegen. Dankeschön. Vielen Dank, Daniel. Nochmal der Hinweis, wir haben sechs geloste Redebeiträge vorgesehen. Also wenn ihr euch noch einwerfen wollt, seid willkommen. Bis wir da weitermachen können, würde ich jetzt aufrufen als nächstes Sibel Klotz mit einem gesetzten Redebeitrag. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, jetzt wird es auch wieder runtergefahren. Es ist nicht so, dass ich jeden Wunsch nach einem Redebeitrag für einen Antrag hier erfülle und hier ständig nach vorne laufe, wenn ich gefragt werde. Aber für diesen Antrag, den hier der Landesvorstand gestellt hat, für diesen Antrag, möchte ich hier ausdrücklich werben und möchte euch ausdrücklich bitten, ihm eine ganz, ganz breite Unterstützung zu geben und ein ganz, ganz starkes Signal für dieses Viererteam und für diese Teamlösung, diese kooperative grüne Teamlösung hier von der heutigen LDK auszusenden. Und das tue ich wirklich aus voller, voller Überzeugung. Ja, wenn weitere Überzeugte dazu klatschen, dann freut mich das natürlich. Warum tue ich das? Ich glaube, dass diese Teamlösung, dieser neue grüne Teamgeist überhaupt keine Notlösung sind, wie hier manche versuchen zu sagen. Wir haben in unterschiedlichen Phasen der Partei unterschiedliche Modelle gehabt. Wir haben Einer Spitzen gehabt, wir haben Zweier Spitzen, Dreier hatten wir, glaube ich, auch mal. Jetzt sind wir bei Vieren angelangt, sind ganz schön viele, das ist wahr. Aber mal ehrlich, das widerspiegelt ja in gewisser Weise auch die Strukturen unserer Partei. Wir haben Doppelspitzen, wir haben die Trennung von Amt und Mandat. Und wenn wir diese getrennten Leitungen und Führungen zusammenbringen wollen, dann geht das nur, wenn man das mit einer Teamlösung macht. Und ich persönlich glaube sowieso seit Jahren, dass die Anforderung in der Politik, dass was eigentlich benötigt wird, dass sie so komplex und kompliziert ist, dass der Wunsch nach der einen starken Frau oder dem einen starken Mann an der Spitze zwar ein Wunsch ist, aber dass das eigentlich keine zeitgemäße Antwort mehr ist. Und ich finde wirklich, wir haben bewiesen, dass sie einen solchen kooperativen Politikstil pflegen können. Und zwar, ich darf mal zurückerinnern, wir kommen ja aus keiner ganz einfachen Zeit. Also es war ja nicht so, dass nach dem letzten Wahlkampf alle glücklich waren, wie das gelaufen ist. Und ich finde, ihr habt das toll gemacht. Und zwar sowohl in der Fraktion als auch im Landesvorstand. Diesen Landesverband wieder so aufzustellen, dass wir heute in dieser Geschlossenheit und in dieser Stärke dastehen. Und in der Lage sind, hier einfach einen furiosen Wahlkampf auf sich hinzulegen. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ja, und deswegen möchte ich und wünsche ich mir, dass ein starkes Signal für diese vier hier ausgeht. Und ich habe mir diese Änderungsanträge sehr genau angeguckt. Also ich finde, der Reinickendorfer Antrag, der entspricht nicht meiner Position. Das habe ich, glaube ich, deutlich gemacht. Einfach zu sagen, nimmt man nur eine und damit ist die Sache erledigt. Das hilft uns überhaupt nicht weiter an der Stelle. Und ich finde auch, alle anderen Anträge, ja, die sind nicht falsch. Aber ich meine, wozu muss man das machen? Das ist eine Landesmitglieder-Vollversammlung, die es ja hoffentlich gibt und nicht nur eine LDK. Darüber letztlich entscheidet, wer auf die Liste kommt, ist eine Selbstverständlichkeit. Darüber brauchen wir nicht nochmal abzustimmen. Da gibt es überhaupt noch keine Grund für. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, ich finde es am allerbesten. Und das ist ein Appell an euch, wenn diese Änderungsanträge zurückgezogen werden. Und wir es schaffen hier, ein einstimmiges, starkes Signal für unsere Vierer-Teamlösung hier hinzubekommen. Vielen Dank, Sie will. Als nächstes bitte Bernd Schwarz aus Schallock-Räufel-Masdorf. Ich dachte, es haben sich mehr eingeworfen. Die dritte Rede, völlig zu Recht. Die Debatte kreist ja sehr um die Binnensicht. Und ich habe mich eigentlich nur eingeworfen, weil ich vor kurzem mich genau darüber unterhalten habe. Und zwar mit Nachbarn. Und die meinten, ihr wollt da mit vier Leuten antreten. Ja, was versprecht ihr euch denn davon? Und mir fiel die Antwort ganz leicht. Wir treten mit vier Leuten an, die bewiesen haben, dass sie die Vielfalt unserer Stadt auch darstellen. Dass sie in der Vielfalt ihrer persönlichen Hintergrundgeschichte auch die Mehrheit, die große Mehrheit der Berliner ansprechen. Wir haben im Familienantrag ganz viel von Vernetzung gesprochen. Und das bringen die vier mit. Ich habe jetzt schon aus beruflicher Sicht mit allen vier in verschiedenen Bereichen zu tun gehabt. Und ich bin da ganz fest von überzeugt, dass mit dem jeweiligen persönlichen Blick sie, diese vier Personen, in der Lage sind, unsere Partei nach außen zu vertreten, sodass wir außen gut ankommen. Die Binnensicht ist das eine. Die Außensicht das andere. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich habe immer diese Kindersicht dabei. Es gibt ein sehr schönes Spiel, vier gewinnt. Wer Kinder hat, hat das vielleicht gespielt oder in seiner Jugend selbst mal. Da geht es darum, vier Steine einer Farbe in eine Reihe zu bringen. Und zwar nicht gerade, nicht nur gerade, sondern eben auch mal diagonal, horizontal, vertikal. Es geht darum, sich taktisch so aufzustellen, dass man am Ende vier Punkte in einer Reihe hat. Und ehrlicherweise kann man mit diesen vier Personen vier gute Punkte setzen, damit Grün am Ende gewinnt. Und von daher bitte ich um Zustimmung für diesen Vier-Gewinnt-Antrag. Vielen Dank, Bernd. Als nächstes geloste ist Franziska Eichner-Kulig. Franziska, bitte nach vorne. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ihr Lieben, ich habe mich gemeldet im Nachgang zu Sibylle. Und zwar, weil ich wirklich als eine, die in der letzten Fraktion, also zwischen 2006 und 2011, mit politischer Verantwortung in der Fraktion mitgetragen hat. Und weiß, wie große Schwierigkeiten wir hatten, die Brücke zwischen den teilweise widerstrebenden, schwierigen Konstellationen, auch in der Partei und in der Fraktion, als Brücke immer wieder zu schlagen. Deswegen möchte ich nochmal ganz deutlich euch allen vier, den beiden vom LAFO und den beiden von der Fraktion, unseren Vierer, du hast eben gesagt, vier gewinnt, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen für alles, was ihr in diesen Jahren jetzt geschafft habt, dass wir diese Brücke bauen. Und insofern ist es völlig klar und völlig logisch, dass daraus folgt, dass wir das unterstützen und euch bitten, so weiter zu arbeiten, dass diese Brücke auch wirklich hält über den Wahlkampf. Und für die nächste Legislatur herzlichen Dank. Und darum eine ganz dringende Bitte. Alle, die meinen, wir müssten jetzt besserwisserisch daran umpobeln, das trägt zur Wahrheitsfindung und zur Qualität nichts bei. Lasst uns alles zurückziehen, was meint da irgendwie Degenklub zu sein, sondern stimmen wir das so ab, wie ihr uns das hier vorgelegt habt. Das ist wunderbar. Dankeschön. Vielen Dank, Franziska. Als nächstes bitte ich nach oben, Tobias Bahlke. Liebe Freunde, der LAFO möchte eine Fehlentscheidung von uns besorgen sie ablegen. Es ist für niemanden in diesem Raum ein Geheimnis. Es ist in den Medien offen ausgesprochen worden. Würde heute beschlossen, was der LAFO beantragt, hätte die Landesmittelversammlung zu einer Forma ein freies Recht, auch die ersten vier Plätze der Landesliste so zu setzen, wie sie es für richtig hält. Aber materiell wäre sie massiv genötigt. Und das können wir nicht wollen. Wir können es nicht wollen aus demokratietheoretischen Gründen. Die sind unter uns unstrittig, aber ihre Relevanz wird bestritten. Ich muss beim Antragstellerin-Treffen von Martina hören, wir haben uns zwischen Demokratie und Verantwortung zu entscheiden. Ich glaube, wir können uns für beides entscheiden. Einen konkreten Formulierungsvorschlag habe ich euch gemacht, will ich gleich euch weiter erläutern. Hier möchte ich aber schon hinweisen, wir können heute verantwortlich etwas sehr viel Besseres tun, als uns festlegen auf einem Spitzenquartett. Wir können sagen, im Frühjahr wissen wir es sehr viel besser, wir wissen es sehr viel besser, weil dann die Landesmitgliederversammlung frei entschieden hat, wer auf die Landesliste kommt. Weil wir dann sehr viel besser wissen, wer von uns ist, greift für ein Regierungsamt auf Landesebene. Und weil wir überhaupt die Lage sehr viel besser kennen, die Konkurrenz besser einschätzen können und sehr viele andere Faktoren klar hervor sind, es hat überhaupt keinen Sinn politisch gesehen, heute zu beschließen. Genau diese vier sollen es sein, sie würden ab sofort durch die Landschaft stingeln, würden aber ein Stück weit auch ramponiert und verschlissen. und das wäre politisch falsch, später etwas mehr. Vielen Dank, Tobias. Wir kommen zu einem gesetzten Redebeitrag. Ramona Pop, bitte. Liebe Freunde, liebe Freunde. Genau, ich habe die hohen Schuhe an, aber danke sehr. Wir sind zwar in Teilen hier erkält, aber ramponiert und zerschlissen fühle ich mich wahrlich nicht, sondern kampfbegeistert und voller Lust, diesen Wahlkampf mit euch gemeinsam anzugehen. Und wir müssen dafür heute Weichenstellungen legen, die Welt wird nämlich nicht darauf warten, dass wir irgendwann irgendwelche Entscheidungen treffen, jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir uns entscheiden, wie wir uns hier für diesen Wahlkampf aufstellen. Und dafür bitten wir auch um euer Vertrauen. Und wir haben gerade darüber debattiert, was notwendig ist, damit in der Berliner Flüchtlingspolitik statt Chaos und Notlösungen eliefe Kampfkulturintegration Einzug halten. Wir übernehmen hier bereits aus der Opposition heraus Verantwortung. Wir machen uns hier wahrlich keinen schlanken Fuß. Aber ich sage euch auch, und erst recht nach dem Donnerstag im Abgeordnetenhaus und der CDU, der CDU reden muss man sagen, es waren ja mehrere, die da stattgefunden haben, wo sich die CDU nicht nur vom Koalitionspartner SPD, sondern auch von der eigenen Kanzlerin distanziert hat und offensichtlich anfängt hier in Berlin im Trüben zu fischen, kann ich nur sagen, es kommt auf uns an im nächsten Jahr bei der Abgeordnetenhauswahl. Es kommt auf uns an, wenn es darum geht, die Weltoffenheit und die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt nach vorne zu bringen und zu bewahren. Und im nächsten Jahr wird es darum gehen, es zur strittenen und handlungsunfähigen SPD-CDU-Koalition endlich abzulösen und wir leben es tagtäglich, dass ganz gleich, ob Energiepolitik, Haushaltspolitik oder Familienpolitik, diese Koalition zu keinen Weichenstellungen oder gar einer gemeinsamen Linie noch in der Lage ist. Unsere Stadt hat wahrlich Besseres verdient. Und ich sage euch, und ich mache das ja auch schon einen Tag länger, ich habe das so deutlich noch nicht erlebt wie jetzt. Wir sind uns einig in der Partei- und Fraktionsspitze. Wir, wir, Daniel, Bettina, Eintracht, ich sind uns einig, dass wir mit euch gemeinsam im nächsten Jahr für ein starkes grünes Ergebnis kämpfen werden. Wir wollen wachsen, wir wollen stark werden, wir wollen gestalten, wir wollen was erreichen, liebe Freunde und Freunde. Wir wollen nämlich regieren im nächsten Jahr. Und dafür müssen wir und dafür wollen wir unsere Kräfte als Team bündeln. Gemeinsam und geschlossen wollen wir heute die Weichen für den kommenden Wahlkampf legen. Gemeinsam und geschlossen wollen wir in diesen Wahlkampf gehen und ihn zu einem gemeinsamen Erfolg auch führen. Dafür brauchen wir, die an der Spitze stehen, eure Unterstützung. Ihr kennt uns, ihr wisst, was wir können, ihr kennt unsere Stärken und unsere Kompetenzen, unsere Kenntnisse und Erfahrungen. Ihr habt uns euer Vertrauen als Partei und Fraktion oft schon geschenkt in den letzten Jahren. Und heute bitten wir um euer Vertrauen, dass wir zusammen als Team in der Verantwortung stehen, unsere Partei zu einem guten Ergebnis und in eine Regierungsbeteiligung zu führen. Und heute soll von dieser LDK ein klares Signal ausgehen. Ruhig auch an den politischen Gegner. Das Signal soll heißen, wir lassen uns hier nicht auseinander dividieren. Die Grünen in Berlin stehen geschlossen. Und ein letzter Satz. Ich möchte mich bedanken. Ich möchte mich bedanken bei Daniel, Bettina und Antje für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre. Aber diese möchte ich fortsetzen mit eurem Vertrauen, mit eurer Unterstützung und zum gemeinsamen Erfolg führen. Und früher hieß das, gemeinsam sind wir unausstehlich. Heute sage ich, gemeinsam sind wir unschlagbar. Vielen Dank, Frau Lohner. Tim Lüdemann, als nächster bewusster Redner. Eigentlich wollte ich heute nicht noch unbedingt reden, aber was ich hier so höre, lasst mich dann doch nochmal hier hochkommen. Ich würde mal kurz so sagen, wie ich das so erlebt habe, so ein kleinen Rückblick. Ich habe so das Gefühl gehabt, es gibt vier Menschen, die für sich sagen, naja, wir wollen halt zusammen das Land gestalten, wir wollen zusammen regieren. Das ist total nett. Ich frage mich halt nur, warum kann das nicht innerhalb der von der Satzung vorgeschiedenen Regeln passieren? Das ist so meine Frage. Und wenn ich dann hier so vorne stehe und Leute reden höre, sie wünschen sich Einstimmigkeit oder man soll die Änderungsanträge zurückziehen, das macht mir Angst. Weil das ist ein Grundelement unserer demokratischen Kultur. Und ich möchte überhaupt nicht sagen, dass ich euch als Spitzenteam nicht vertrauen würde, aber in der Art und Weise, dass man einer Landesmitgliederversammlung das Ergebnis vorgreift, was halt de facto ist, finde ich schade. Weil es ohnehin schon schwer ist für Menschen, die für sich sagen, naja, ich will auf der Liste kandidieren. Da gibt es so viele Klängeleien, so viele Absprachen, so viele intransparente Dinge. Und wenn wir das sozusagen jetzt nicht nur geschehen lassen, sondern mit einem Antrag vor der LMV beschließen, dann beerdigen wir für mich sozusagen den letzten Rest, den wir eigentlich an freier Personenaufstellung bei der Listenaufstellung hätten. Und das finde ich sehr, sehr schade. Vielen Dank, Tim. Als nächstes Daniela Elas. Ja, ich persönlich bin, hätte jetzt so prinzipiell, als ich das erste Mal von Viererteam gehört habe, habe ich mich ein bisschen gewundert und habe mich gefragt, okay gut, warum denn nicht klassisches Zweierteam, warum Vier? Aber auch ich habe mittlerweile eingesehen, dass das scheinbar in dieser Konstellation, in der wir uns aktuell befinden, nicht so unbedingt möglich ist oder auch nicht gewollt ist. Das ist doch alles nicht das Problem. Das Problem ist, dass ihr Vier euch nicht wählen lasst. Ihr hättet die Möglichkeit gehabt, das Ganze demokratisch richtig hier hinzukriegen. Ihr hättet einen Antrag stellen können, dass ihr ein Spitzenteam aus vier Personen wählen lassen wollt. Euch jeder hier die Möglichkeit gehabt, euch vorzustellen als Teil des Spitzenteams und euch von dieser LDK als Spitzenteam hättet wählen lassen. Nein, ihr schreibt einen Antrag, in dem drinsteht, dass ihr vier das Spitzenteam seid, wobei ihr nicht namentlich genannt seid, sondern eure Funktionen genannt seid. Was auch nochmal wieder ein Problem ist, weil ich kann nicht hundertprozentig sagen, dass ihr vier zum Ende des Wahlkampfes noch in diesen Positionen seid, in denen ihr seid. Ich hoffe das für euch, aber grundsätzlich ausschließen kann ich das nicht, dass ihr es nicht mehr seid. Naja, diese Viererkonstellation hängt auch an den Personen, so ehrlich müssen wir alle sein. Und ganz ehrlich, Baden-Württemberg hat es heute hingekriegt, irgendwie ihren Spitzenkandidaten zu wählen in einer geheimen Wahl, wo jeder die Möglichkeit hatte, mit Ja, Nein oder Enthaltung zu stimmen. Und sie haben eine Riesenmehrheit gekriegt. Hättet ihr das gemacht, hättet ihr garantiert genau diese Riesenmehrheit bekommen, die ihr hättet haben wollen. Aber jetzt habt ihr die Situation, dass es mehrere Änderungsanträge gibt aus verschiedensten Gremien. Ich bin hier als LRG demokratische Rechte Sprecherin und diese LRG beschäftigt sich unter anderem auch mit innerparteilicher Demokratie. Und wir haben ein Riesenproblem damit, mit dem Verfahren, was ihr gewählt habt. Ich hätte mich sehr darüber gefreut, wenn ihr das hingekriegt hättet, euch in einem demokratischen Verfahren wählen zu lassen und euch nicht hier durch einen Antrag zu wählen. Natürlich hat es die Möglichkeit gegeben, für Leute, die auch ein Spitzenteam gewollt hätten, theoretisch einen Änderungsantrag zu stellen. Aber dass das irgendwie nicht vernünftig funktioniert, sollte uns allen bewusst sein. Also ich finde das Verfahren halt einfach irgendwie doof und schade. Vielen Dank, Daniela. Und als letzte geloste Rednerin, Nina Starr. Ja, ihr Lieben, ich habe mich jetzt nochmal eingeworfen, nachdem Tim geredet hat. Weil Tim, du hast recht, ich finde auch, die Änderungsanträge sollten nicht zurückgezogen werden. Die sollen abgestimmt werden. Meiner Meinung nach sollten die aber abgelehnt werden. Es ist so, ihr habt, viele von euch haben sicher Anfang des Sommers, ich weiß nicht, ob das ein Sommerlochproblem war oder was auch immer, da schreibt die Presse plötzlich von vier Leuten. Und in dem Moment, wo das passiert ist, müssen wir doch reagieren. Und da können natürlich Bettina, Daniel, Antje, Ramona hingehen und sagen, ja, wir kandidieren auf die vier ersten Listenplätze. Wir wollen das, geben eine Pressemitteilung raus oder so, aber dann möchte ich mal hier die sehen, die diese Änderungsanträge eingebracht haben. Die würden dann nämlich genauso da stehen und sagen, ihr bringt uns in den Zwang, euch auf der Listenaufstellung zu wählen, weil ihr habt es schon längst an die Presse gegeben. Das könnt ihr doch so nicht machen. Und wir hatten ein Bezirksvorständetreffen zusammen mit dem Parteirat, wo auch klar gesagt wurde, wir brauchen irgendwie eine Legitimierung. Und da war der Wunsch nach einem solchen Antrag. Und das ist natürlich auch eine Reaktion und wir wollen ja, dass hier die Möglichkeit besteht, sich darüber auszutauschen und auch abzustimmen. Das ist der Grund für diesen Antrag. Deswegen, ich kann euch nur bitten, wir haben vier Leute, die super gute Politik gemacht haben, die bewiesen haben in den letzten Jahren, dass sie gut im Team arbeiten können, die kompetent sind, dass jeder ihre eigenen Stärken hat, jeder ihren eigenen Schwerpunkt hat und die Vielfalt der Stadt widerspiele. Ich finde, dieser Antrag ist der Weg, dass wir diesen vier Leuten, die wir haben und die wir unterstützen wollen, die wir meiner Meinung nach auch im Wahlkampf alle vier brauchen, dass wir denen jetzt den Rücken stärken und deswegen meine Bitte stimmt für diesen Antrag und stimmt gegen die Änderungsanträge. Danke. Vielen Dank, Nina. Damit ist die Debatte über diesen Antrag beendet und ich bitte jetzt die Antragskommission, uns vorzustellen, wie wir weiter verfahren werden. Diesmal habe ich aufgepasst. Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich, euch jetzt mal für die Antragskommission einen Überblick zu geben. Und zwar gibt es folgende Änderungsanträge. Wenn ihr mal guckt, Seite 39 in der Synapse müsste das sein. Den Synapse. Synapse, ja klar. Oh, Leute. Danke. Noch mal was dazugelernt heute, meine Güte. Okay, das kommt von zu wenig Schlaf. Es gibt den Änderungsantrag der grünen Jugend, da geht es um die genderspezifische Sprache, der wird natürlich übernommen. Dann, ach so, ja gerne, Ä01. Dann gibt es Ä151, der wird jetzt zu, auch wieder von der grünen Jugend, der wird jetzt zu Ä19, weil, es gibt eine Änderung, das findet ihr, glaube ich, auch in der Tischvorlage 3. Der Änderungsantrag heißt jetzt, füge in Zeile 19 ein nach LMV. Ein Listenplatz 1 bis 4, äh, Listenplatz 1 bis 4 bilden das Spitzenteam. So, der wird aber auch am Schluss abgestimmt, nur damit ihr jetzt nicht verwirrt seid, der ist jetzt hier weiter oben, aber der kommt dann ganz unten. Dann gibt es den Ä152 vom KV Pankow, der wird abgestimmt. Danach folgt Ä153 von Tobias Balke, der wird auch abgestimmt. Ach, es ist neu, das hat uns der Antragskommission keiner gesagt, aber es ist cool. Ähm, und dann gibt es noch Ä16 vom KV Reinigendorf, äh, der wird ebenso abgestimmt. Ä163 von der LAG Demokratische Rechte, der wurde zurückgezogen. Und zu guter Letzt gibt es noch den Ä181 vom KV Pankow, da gibt es eine modifizierte Übernahme, die ihr auch in der Synopsie findet. Vielen Dank, Katrin. Ihr habt den Vorschlag der Antragskommission gehört. Wer mit diesem Vorschlag einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Na, Kartenzeichen. Vielen Dank, Gegenprobe. Enthaltungen. Vielen Dank, dann verfahren wir so. Ihr solltet jetzt vor euch haben, einmal die Synopse und ein kleines Papier, auf dem auch Synopse steht, und zwar Ergänzung zur Antragsübersicht. Da steht nämlich diese jeweilige neue Version drauf. Und wir kommen jetzt zu dem, was in dem Hauptsynopsenpapier steht. Dem Änderungsantrag EF 15.2 vom Kreisverband Pankow. Und ich würde den jetzt bitten, den einzubringen. Ihr habt zwei Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ihr kennt mich wahrscheinlich alle nicht. Das liegt daran, dass ich einfach nur Basismitglied bin. Und ich möchte euch unseren Antrag ganz kurz vorstellen. Dieser Antrag möchte weder misstrauen gegenüber unseren Landesvorsitzenden aussprechen, noch gegenüber unseren Fraktionsvorsitzenden. Er möchte sich auch nicht aussprechen gegen ein Viererteam oder für einen Spitzenkandidaten. Er möchte einzig und allein eine Sache, die ein Grundanliegen unserer Partei ist, nämlich ein basisdemokratisches Vorgehen. Und wie Tim und andere schon vorher ausgeführt haben, sehen wir das dadurch verletzt, dass diese LDK quasi unsere Landesmitgliederversammlung in Geiselhaft nimmt. Egal, was wir heute beschließen. Die kommende LMV wird kaum daran vorbei können. Und ich muss auch sagen, auch das bisherige Vorgehen entspricht nicht ganz meinem basisdemokratischen Geschmack, weil es nicht so wie Nina gesagt hat, dass das Sommerloch gefüllt wurde mit einer Pressemeldung über ein Viererteam, sondern das wurde ganz gezielt schon im Februar, nachdem das von den Antragstellern so besprochen war, durchgestochen und an die Presse gegeben. Das ist also schon sehr lange im Raum. Und ich sehe darin einfach einen Versuch, sich selbst als Kandidaten zu setzen und unsere Mitglieder außen vor zu lassen. Ich finde das sehr, sehr schade. Und ich würde euch bitten, diesem tatsächlich nicht sehr weitgehenden Antrag von Pankow zuzustimmen, in dem nichts weiter gesagt wird, dass wir beim Mann natürlich nicht grün, sondern bündnisgrün sein wollen. Und dass das Team ein Wahlkampfteam sein soll und nicht unser Spitzenteam. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass uns dieses Team, dem ich ansonsten wirklich vertraue, in den Wahlkampf führt, wie Sie ja selber schreiben in Ihrem Antrag. Ich möchte nur der Landesmitgliederversammlung die Entscheidung überlassen, uns auch im Wahlkampf zu führen. Danke. Vielen Dank. Wer spricht gegen den Antrag? Antje, bitte. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen gewinnen, richtig. Wir wollen aber nicht einfach nur gewinnen. Gewinnen ist kein Selbstzweck, Renate, sondern wir wollen die Möglichkeit haben, in Berlin mitzugestalten. Weil das, was die, die jetzt regieren oder davor regiert haben, gemacht ist, ist ziemlicher Mist. Das, was die machen, die jetzt regieren, die machen nämlich nicht das. Berlin wächst, aber Berlin wächst derzeit nicht grün. Und deshalb brauchen wir vor allem ein starkes grünes Ergebnis, damit wir die Möglichkeit bekommen, mitzugestalten. Und was heißt das, wenn man sich die Diskussionen in den letzten Wochen und Monaten im Abgeordnetenhaus mal anschaut? Da haben wir an so vielen Stellen unter Beweis gestellt, dass man selbst aus der Opposition heraus mitgestalten kann. Nämlich immer dann, wenn das gemeinsam das entscheidende Wort ist. Und dieses gemeinsam brauchen wir, wenn wir die Herausforderung einer immer größer werdenden Zahl von Flüchtlingen in Berlin begegnen wollen. Dieses gemeinsam brauchen wir, wenn wir die Integration von diesen Flüchtlingen in Berlin gestalten wollen. Und dieses gemeinsam, und das haben einige meiner Vorredner in ihren Pro- und Kontrareden und nicht zuletzt sogar du gerade, Steff, unter Beweis gestellt, dieses gemeinsam ist eigentlich noch viel wichtiger, als wir in unserem Antrag und über ein Viererteam deutlich machen. Denn die Misstrauenskultur, die in den letzten Jahren in dieser Partei geherrscht hat und die immer wieder zu Streit und unnötigen Auseinandersetzungen geführt hat, genau diese Misstrauenskultur, die kann man nur durch ein einziges Ding beantworten. Und das nennt sich Teamgeiz. Und das hat Ramona sehr schön gesagt. Gemeinsam sind wir nämlich unschlagbar und nicht alleine und gespalten. Du hast gerade in deiner Begründung gesagt, es ginge nur darum, dass die Landesmitgliederversammlung die letzte Entscheidung hat. Mit dem Punkt geben wir dir absolut recht. Dieser Punkt ist vollkommen klar. Er steht in unserem Antrag und er ist, wie Sibylle so schön gesagt hat, eine Selbstverständlichkeit. Natürlich hat die LMV das letzte Wort, so wie sie es auch am, ich glaube, es war der 9. April 2011 hatte. Ich finde das Entscheidende, also weißt du, zu den meisten Teilen finde ich den Änderungsantrag aus Pankow total zustimmungsfähig. Es gibt nur ein einziges Wort, was dazu geführt hat, dass wir ihn nicht übernommen haben. Und das ist das Wort Wahlkampfteam. Was steht denn dahinter? Was ist dann ein Wahlkampfteam? Ein Wahlkampfteam ist ein Team, was den Wahlkampf organisiert. So. Wenn ihr mich fragt, wer ist das grüne Wahlkampfteam? Da gucke ich euch allen gerade in die Augen. Ihr seid das Wahlkampfteam. Wir sind alle gemeinsam das grüne Wahlkampfteam. Und wir sind diejenigen, die 2016 hoffentlich gemeinsam ins grüne und dann rote Rathaus einziehen. Was macht den Unterschied? Ich komme sofort zum Schluss. Wir sind alle vier gewählte Vertreterinnen vom Bündnis 90 die Grünen. Das Bündnis übernehmen wir übrigens sehr gerne. Und wir tragen in diesen Funktionen nicht nur die Aufgabe der Organisation und des Managements, sondern wir sind die gewählten politischen Spitzen. Das heißt, wir tragen die Verantwortung für die Politik und für die Strategie. Und genau als solche bewerben wir uns bei euch heute mit unserem Antrag. Wir wollen nicht das grüne Wahlkampfteam sein. Wir wollen das grüne politische Spitzenteam sein. Und dafür bitten wir um eure Diskussion. Vielen Dank. Ihr habt Pro-Contra gehört. Wir kommen zur Abstimmung. Wer von euch diesem Änderungsantrag des Kreisauberts Pankow zustimmen möchte, mit dem ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Wer dagegen ist, das Kartenzeichen. Vielen Dank. Enthaltungen? Der Antrag ist eindeutig abgelehnt. Eindeutig abgelehnt. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Änderungsantrag. Und da würde ich euch nochmal auf diese kleine Synopse Nummer Ergänzung zum Antragsübersicht hinweisen. Da steht der Textlicht drauf. Und ich bitte Tobias Baltin einzubringen. Er heißt B05L153. Ich schlage euch also vor, zu sagen, die beiden Landesvorsitzenden und die beiden Fraktionsvorsitzenden führen die Partei mit der Fraktion und der Ordnungsfraktion gemeinsam bei den Wahlkampfvorbereitungen und gehören anschließend zum bütteln Wahlkampf-Spitzenteam. Nach Aufstellung der Landesliste berichtet auf die Landesmitgliederversammlung folgt der Edeka, die Politikmitglieder des Wahlkampf-Spitzenteams. Diese Formulierung bietet eine saubere Trennung von der Aufstellung der Landesliste, die vollkommen frei, auch materiell frei erfolgen soll und der Zusammenstellung des Wahlkampf-Spitzenteams. Sie lässt es uns im April offen, ob wir diese vier Personen, die wir alle schätzen und zusätzlich vielleicht auch noch weitere Personen, was wir noch nicht wissen können, was aber sehr gut sein kann, ernennen. Zentrale politische, strategische Entscheidungen sind bis dahin nichts zu treffen. Bis dahin ist alles Vorbereitung und die einzig wichtige politische Entscheidungen trifft die Programme der Edeka, nachdem das geschehen ist. Nachdem wir alles wissen, können wir sie für besser entscheiden. Und deswegen bitte ich euch nicht nur um ein korrektes, ein sauberes, ein wirklich legitimierendes Verfahren, sondern auch darum, hier nicht vorzeitig zu entscheiden. Es wäre eine Fehlentscheidung. Wir müssen sie nicht treffen. Bitte stimmt für diese von mir vorgeschlagenen Sätze. Vielen Dank, Tobias. Wer spricht gegen diesen Änderungsantrag? Andreas. Ja, danke, Tobias, für die Vorschläge. Ich kann vorausschieben, warum ich glaube, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, das ist schlicht und ergreifend nicht praktikabel, was du vorgeschlagen hast. Ich habe mir gerade deine geänderte Variante nochmal angeguckt. Und du lägst zum einen vor, dass wir ein Team wählen, was im Zweifel auch fünf oder sechs oder sieben Leute haben könnte. Ich kann mir ehrlich gesagt kein Team vorstellen, kein Spitzenteam, bei dem wir nicht die vier haben, die sich jetzt hier heute auch dazu bekannt haben, das machen zu wollen, sondern wo wir beliebig mehr Leute in diesem Team haben. Ich glaube, das tut dem grünen Wahlkampf nicht gut. Und ich glaube, damit kommen wir auf unserem Ziel, am Ende gut aus der Wahl rauszukommen, nicht näher. Das Zweite ist, was du vorschlägst, dass wir nach der Listenaufstellung nochmal eine LDK machen, auf der wir dann ein Spitzenteam wählen. Ich glaube, dann nehmen wir der Listenaufstellung erst recht die Legitimation, irgendwas zu entscheiden. Wir können nicht nach der Listenaufstellung wieder anfangen, mit irgendwelchen weiteren LDKs irgendwelche Spitzenteams zu beschließen. Ich glaube deswegen kurz und knapp, das ist alles andere als praktikabel. Ich will aber noch einen allgemeinen Punkt sagen. Ich habe den Antrag, der hier eingebracht wird, mit meinem Namen mit eingebracht, weil ich glaube, dass es die beste Lösung ist. Weil ich glaube, dass diese Variante uns tatsächlich erlaubt, gemeinsam in den Wahlkampf zu ziehen. Und wir haben das ja ausführlich diskutiert. Es ist ja nicht so, dass das jetzt heute zum ersten Mal auf dem Tisch liegt hier. Wir haben in den Kreisverbänden diskutiert. Wir haben einen Kreisvorstände-Tressen gehabt, wo wir das diskutiert haben. Der Parteirat war dabei, hat das auch mitdiskutiert. Da kam der Wunsch auf einen Antrag zu haben. Wir haben im Vorfeld dieser LDK diskutiert. Wir diskutieren heute noch. Und ich glaube, dass es einen Zeitpunkt gibt, an dem wir uns auch einfach mal trauen können, einen Beschluss zu fassen dazu. Deswegen möchte ich euch bitten, dass wir Bettina, wie sie hier vorne sitzen, Bettina, Daniel, Antje und Ramona hier und heute das zu trauen aussprechen. Vielen Dank. Ihr habt Pro und Contra gehört. Wer für diesen Änderungsantrag von Tobias Bahlke ist, den bitte ich um das Handzeichen. Kartenzeichen. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Vielen Dank. Enthaltungen? Der Antrag ist abgelehnt. Wir kommen zum nächsten Änderungsantrag. Den findet ihr in der großen Synopse und der heißt W05E16-2 vom Kreisverband Reinigendorf. Ich bitte um Einbringung. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, hi, ich bin Lina, ich bin die Vorsitzende aus Reinigendorf. Um mir jetzt gleich mal möglichen Gerüchten vorzubauen, wir finden euch 4.1a. Also jeder von euch ist geeignet für die vordersten Listenplätze. Darum geht es uns gar nicht. Wir haben im Kreisverband Reinigendorf einstimmig und zwar ohne Enthaltung diesen Änderungsantrag beschlossen. Und das ist im Wesentlichen aus drei Gründen. Der erste Grund ist, wir wünschen uns eine ganz klare Spitzenkandidatur. Da geht es uns überhaupt nicht um ein Signal nach innen, an die Partei. Es geht uns um ein Signal an die Ehren. Wir brauchen ein Gesicht. Wir brauchen ein Gesicht auf den Wahlplakaten. Wir brauchen ein Gesicht im Fernsehen. Uns war kein Team. Weil bevor wir denen das Team erklärt haben, ist die Rendezeit schon wieder vorbei und keiner ist verstanden. Und dann stellt euch mal ein Team vor, wenn ganz kurzfristig öffentlich eine Entscheidung getroffen werden muss. Soll dann zuerst lange diskutiert werden und abgestimmt werden? Ein Team macht uns viel langsamer, als es bei den anderen Parteien der Fall ist. Und das macht uns angreifbar. Wir brauchen eine Spitze, die schnell reagieren kann und eine Spitze, die sich auch schnell positionieren kann. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, unser letzter Punkt und für mich ist es auch der wichtigste Punkt. Wir sind eine basisdemokratische Partei. Eine Vorfestlegung auf die vorderen Listenplätze geht gar nicht. Wir haben hier vier gute Politikerinnen, aber das sind nicht die einzigen, die wir haben. Und ernsthaft, wer kandidiert auf den ersten Letzen gegen ein ganzes Team? Wir müssen den Mut haben, die Spitze in einer fairen Abstimmung zu wählen. Und dann stehen wir auch alle hinter dieser demokratischen Entscheidung. Konkurrenz dürfen wir nicht im Vorfeld hier schon ersticken. Das haben die vier auch gar nicht nötig. Also, ihr Lieben, vielen Dank. Wir freuen uns wirklich für unsere Hinterungsantragsstelle. Vielen Dank, Lina. Wer spricht gegen diesen Antrag? Marc Wuritsch. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich möchte auch ganz gerne den Antrag des Nachwuchs verteidigen. Was euch nicht erstaunen dürfte, wir haben da immer relativ lange dran rumgefuckelt, weil ich glaube auch das Gefühl, dass, wenn man die Änderungsanträge sieht, wir einen ausgewogenen mittelweg gefunden haben. Und deswegen würde ich den Ursprungsantrag gerne verteidigen. Ich glaube, Reinick Neuf hat gerade gesagt, Sie möchten eine Spitzenkandidatur. Davon ist der Laf uns zumindest nicht überzeugt. Ich glaube, wir müssen eine Teamaufstellung haben. Und die Unterscheidbarkeit wird, glaube ich, mit diesen Spitzenleuten, mit dieser Teamlösung wesentlich deutlicher. Wenn wir uns wirklich unterscheiden wollen, dann müssen wir den Ein-Mann-Spitzenkandidaturen von Müller und Henkel etwas dagegen setzen. Und da ist das Team schon deutlich. Es gibt, glaube ich, kein deutliches Signal als dieses Symbol. Bitte? Es sind sogar mehr Frauen. Genau, hast du recht. Also ich glaube, das Team ist urgrün. Und es wurde auch ganz am Anfang gesagt, ich glaube, die Komplexität politischer Prozesse bringt es mit sich, dass man ernsthaft dabei ist zu sagen, man kriegt es nur als Team gelöst. Jeder Person hat eigene Felder, auf denen der Fokus gelegt ist. Und das spiegelt sich alles da wider. Dementsprechend hat auch der österreichische Geschäftsführer gesagt, Menschen mögen Teams. Auch da treten schon seit Jahren in größeren Teams die Fotos hinzugemacht. Und wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, ist Baden-Württemberg vor fünf Jahren mit sieben Leuten angetreten. Und wir haben jetzt einen Ministerpräsidenten, der auch der gute Chance hat, es nochmal zu werden. Zum Schluss möchte ich noch einmal auf das Basisdemokratie-Argument eingehen, was ja eben schon häufiger kam. Also ich glaube, wenn man das wirklich nimmt, dann ist jede Wahl von Landesvorsitzenden eine Vorwegnahme von irgendwas. Also man kann da nicht mehr, wir können gar keine Wahlen machen und alle die Verantwortung, die Zukunft zu projizieren, überzeugt mich nicht. Es ist im nächsten halben Jahr, sind Entscheidungen zu fällen, die sehr wichtig ist, die auf Weg weisen, wenn zu sagen, wir haben es dann erst und die Leute sollen es dann machen. Also egal, was passiert, egal, wer sich vorne bewirbt. Die Person, der Landesvorstand, ist meines Wissens bis 2017 gewählt und ich hoffe, dass er die Verantwortung bis dahin trägt. Ja, egal, ob auf Listen gewählt oder nicht, ebenso ist es mit dem Fraktionsvorstand, der dann auch noch amtierend sein wird, auch über die Wahl erstmal hinaus. Und den Leuten heute alle abzusprechen, das nicht zu machen, sind nicht dann auch nicht basisdemokratisch. Sie sind von uns alle legitimiert. Deswegen sticht für mich dieses Argument nicht. Ich bitte euch, den Antrag abzulehnen. Danke. Vielen Dank, Park. Wir kommen zur Abstimmung über den Änderungsantrag. Wer für diesen Änderungsantrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Vielen Dank. Enthaltungen? Der Antrag ist abgelehnt. Wir kommen zum letzten Änderungsantrag. Den findet ihr wieder auf dem dünnen Synopsenblatt und zwar ganz oben mit einem fehlführenden Titel. Der heißt nämlich neuerdings W05E1519 und das hat damit zu tun, dass er sich auf die Zeile 19 bezieht und er ist eingebracht von der Grünen Jugend und ich bitte ihn zu begründen. Ja, vielen Dank. Liebe Freundinnen und vor allem liebe Bettina, lieber Antje, lieber Ramona und lieber Daniel. Dieser Antrag ist kein Misstrauensvotum an euch, im Gegenteil. Wir wollen das grüne Team stärken. Deswegen haben wir uns jetzt auch dort eingelassen, nur am Ende des Antrags den Satz zu ergänzen, dass die ersten Dialistenplätze auf der Landesmitgliederversammlung das Spitzenteam bilden werden, nur um eine klare Struktur zu haben. Wir wollen nämlich vielmehr mit dem Antrag ein breites Spitzenteam, euch als breites Spitzenteam stärken und auf eine breitere innerparteiliche Basis stellen. Dafür wollen wir in diesem Antrag die Rolle der Landesmitgliederversammlung stärken. In diesem Antrag und in der Partei. Und ja, natürlich müssen wir jetzt ein klares Signal an die gesamte Stadt senden, wer das aus Sicht der LDK sein wird. Aber wir brauchen auch eine klare Struktur auf der Landesmitgliederversammlung, sodass wir zumindest die theoretische Möglichkeit oder die Möglichkeit bieten, dass auch andere Leute sich daraus bewerben. Und die ersten vier letzten Plätze auf dieser Landesmitgliederversammlung sind diese Möglichkeit. Und deshalb bitten wir euch um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Es geht nicht darum, euch das Misstrauen auszusprechen. Im Gegenteil, lieber Antje, lieber Ramona, lieber Bettina, lieber Daniel, wir freuen uns auf eure Kandidaturen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wer spricht gegen diesen Änderungsantrag? Marc Robertsch noch mal. Dankeschön. Ich finde die Ausführungen schon sehr theoretisch. Aber da möchte ich auch mal dagegenhalten, was ist, und das ist ja jedem Kandidaten und wir sind noch ein halbes Jahr vor der Wahlausstellung, wenn die beiden Landesvorsitzenden nicht antreten sind, werden sie dann nicht Mitglied dieses Spitzenteams. Also wenn die Landesvorsitzenden, die von uns gewählt sind, und ich bringe da eben mein Argument von eben nochmal, von auch, glaube ich, basisdemokratisch, wenn sie nicht antreten, fallen sie automatisch raus. Das ist nicht mein Verständnis von Demokratie und dem, was wir hier tun, nämlich warum ich Landesvorsitzende wähle. Und auch mal das Gedankenexperiment, ja, wir hätten heute Wahlen, die beiden Landesvorsitzenden würden sich hinstellen und sagen, ja, wir machen nur ein Orga-Team. Dann möchte ich die Welle der Enttäuschung hier nicht erleben. Also man muss auch mal etwas andersrum sehen, was bedeutet das. Und wir haben ja aus guten Gründen und nach langer Debatte überhaupt im Endeffekt nur die Satzung zitiert mit dem allerletzten Satz. Das ist nicht evolutionär und ansonsten alles, was Listenplätze angeht, herausgelassen. Und wenn ich die Debatten heute sehe, mit gutem Grund. Und ich möchte auch, dass es so bleibt. Deswegen bitte ich euch, den Antrag anzulehnen. Danke. Vielen Dank, Marc. Wir kommen zur Abstimmung über diesen Änderungsantrag. Wer für den Änderungsantrag ist, bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank, Gegenstimmen. Vielen Dank, Enthaltungen. Der Antrag ist abgelehnt. Wir haben jetzt alle Änderungen und Änderungsvorschläge abgearbeitet und kommen jetzt zur Abstimmung über den Gesamtantrag. Wer von euch für diesen Antrag stimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Wer ist gegen diesen Antrag? Vielen Dank. Enthaltungen? Dankeschön. Der Antrag ist angenommen. Mit großer Wille. Und ich übergebe jetzt das Präsidium wieder an Sebastian. So, wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 8, den ich hiermit aufrufen möchte und den weiteren Anträgen. Es ist so, dass der W05 zurückgezogen wurde und der W11 im Dringlichkeitsantrag D03 aufgegangen ist. Die restlichen W-Anträge, mit denen befassen wir uns jetzt. Ah, W104 wurde vorgezogen. Schön, dass ihr alle so aufpasst wie ich. Sehr gut. Wir würden euch gerne einen Vorschlag machen, wie wir die jetzt nacheinander durchgehen werden. Und zwar ist es der Versuch, die thematisch ein wenig zu kopieren. Der Vorschlag ist, uns erst mit den Anträgen zu befassen, die mit dem Thema Mobilität zu tun haben. Danach mit dem Thema Mieten und Wohnen. Und dann bleiben noch zwei Anträge, ein inhaltlicher und ein eher organisatorischer, übrig. Könntet ihr bitte ein bisschen mehr Ruhe halten? Ihr müsst gleich über diesen Vorschlag abstimmen. Vielen Dank. Ich sage jetzt einfach mal die Reihenfolge, dass ihr das alle wisst. Also der erste Block wäre Mobilität. Das wäre der Antrag W01. Zum ÖPNV-Netz. Das wäre der Antrag W02 neu. Zur kostendeckenden Entgeltordnung BER. Das wäre W8 neu. Grüne Mobilität vom Zentrum bis zur Stadtgrenze. Und das wäre W09 S-Bahn Berlin. Danach wären es die drei Anträge zu Mieten und Wohnen. Das ist W03, Bundeseigene Liegenschaften nutzen. W06, Gewerbemieten. Und W10, Mietenvolksbegehren. Danach käme dann W07 zu dem Berliner Basisforum und zum Schluss W04, familienfreundliche Partei. Gibt es dazu spontan eine Gegenrede? Das sehe ich nicht. Dann würde ich im Handzeichen bitten, wer für diesen veränderten Tagesordnungsvorschlag ist. Gibt es Gegenstimmen? Eine Gegenstimme, Enthaltungen? Alles klar, bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung ist dieses Verfahren so angenommen worden von euch. Das heißt, die nächsten Anträge sind zur Mobilität. Das ist W01, W02, 9, W08, 9 und W09. Wir würden euch für die Befassung mit diesen Anträgen ebenfalls eine einheitliche Regelung vorschlagen, die für alle W-Anträge gilt. Und zwar gibt es eine Einbringung A3-Minuten und dann die Möglichkeit einer Pro und zwei Contra-Reden A2-Minuten. Wenn es Änderungsanträge gibt, dann jeweils ein Pro, ein Contra A2-Minuten. Wenn ihr mit diesem Verfahrensvorschlag für alle weiteren Anträge einverstanden seid, dann bitte ich auch jetzt um euer Kartenzeichen. Vielen Dank. Gegenstimmen? Enthaltungen? Keine. Dann danke ich für die Zustimmung und möchte euch bitte noch mal darauf hinweisen, ruhig zu sein, damit wir uns auch noch die weiteren Anträge konzentriert besprechen und abstimmen können. Wenn ihr euch unterhalten möchtet, was ihr sehr gerne tun könnt, dann geht bitte raus oder seid entsprechend leise. Dankeschön. Dann kommen wir zu dem ersten Antrag W01. Der heißt, mit einer Nahverkehrstangente eine Lücke im Berliner ÖPNV-Netz schließen. Die Einbringung erfolgt durch Stefan Ziller. Und ihr dürft euch jetzt schon einschmeißen, Pro- und Contra-Boxen, weil es gibt zwei Contra-Wede-Beiträge. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, vielen Dank an alle, die im Raum geblieben sind. Es ist ja nicht ganz einfach mit diesen W-Anträgen. Ich möchte euch heute einen Antrag vorstellen, der Unterstützung hat von vier Kreisverbänden, von Lichtmerk, von Martandellersdorf, von Tripp und Köpenick und von Reinickendorf. Ihr erkennt schon, das ist nicht der gewohnte Innenstadtkreis von Akteuren, die oft in der Partei Anträge stellen, sondern tatsächlich mal von den Kreisverbänden außerhalb. Und wie könnte es bei Mobilitätspolitik anders sein? Es ist ja doch ein bisschen anders. Wenn man in Kreuzberg über sozusagen Leben ohne Auto viel einfacher nachdenkt und viel mehr zur Selbstverständlichkeit von Bürgerinnen und Bürgern gehört, ist es in den äußeren Bezirken oder außerhalb des S-Bahn-Rings noch ein bisschen schwieriger. Und deswegen, weil wir wissen, dass alle anderen Parteien auf die Problematik Verkehr, Stau und ihr kennt das, immer nur eine Antwort haben, neue Straßen bauen, bitte ich darum, dass ihr dem Antrag nachher zustimmt, weil ich glaube, hier wird deutlich, dass Grün den Unterschied macht. Wir reden nämlich auch mal über ÖPNV und über Netzergänzungen, um Angebote zu machen, aufs Auto zu verzichten. Und in den Vorberatungen auch mit der LRG ist, glaube ich, das nochmal als sozusagen deutlich und herausforderndster Punkt für unsere grüne Verkehrs- und Mobilitätspolitik herausgekommen. Wir müssen es schaffen, dass alle Menschen in Berlin, aber vor allem in den Gebieten, die heute zum Teil zwei Autos vor der Haustür haben, einen Umstieg vom Auto hin zum Umweltverbund, ob das da ein Fahrrad, Fuß gehen oder ÖPNV ist, ist noch eine andere Frage. Aber wir müssen diesen Weg schaffen. Wir haben Herausforderungen im Klimaschutz. Ich brauche euch das nicht im Einzelnen zu erzählen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Die Verbindung, um die es heute geht und um die wir als Kreisverwende euch um auch ein politisches Zeichen bitten, ist eine Verbindung im Kern zwischen Lichtberg im Norden, Pankow, aber dann Mazzanellastow und Treptow-Köpenning, wo bisher im Prinzip keine schnelle ÖPNV-Verbindung da ist. Man kann mit einem Bus, das ist ein X-Bus, ihr kennt das aus der Stadt, der X69 ist so ähnlich wie der M29 in Neukölln, nur dass er nicht so oft fährt, aber der Punkt, er steht im Stau und man kommt da einfach nicht durch. Wenn man heute von Mazzan oder von Wiesdorf nach Köpenning muss, muss man immer den Weg über Ostkreuz wählen mit der S-Bahn, weil es einfach keine Verbindung gibt. Die Nahverkehrsagente ist genau ein ÖPNV-Angebot auf dieser Verbindung, die sozusagen eine Lücke schließen soll. Alle anderen Parteien wollen auf genau der Trasse eine Straße bauen. Ihr wisst das ja, das ist immer einfacher, da können die Autos schnell durchfahren. Wir sagen wenigstens, wenn man schon eine Straße baut, denkt doch ÖPNV wenigstens mit und baut dann die sozusagen ÖPNV-Trasse mit. Das ist unser Antrag. Ich will es gar nicht länger machen, ich bitte euch um Zustimmung, auch als Signal an unsere Kreisverwende für den Wahlkampf. Grün macht den Unterschied, wir denken ÖPNV mit. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. Ich bitte euch um eine breite Zustimmung, weil das wichtige Signal in der östlichen Bezirke ist. Weil das auch ein wichtiges Signal ist, dass es eben halt auch eben im Osten von Ostberlin eine Alternative gibt zur TVO. Vielen Dank. Vielen Dank, Matthias. Dann ist hiermit die Aussprache erst mal erschöpft und wir bitten die Antragskommission zum aktuellen Stand zu berichten. Ja, ich meine, es sieht folgendermaßen aus, es gibt keine Abstimmung. Es gibt eine modifizierte Übernahme, Ä03 der Grünen Jugend, das ist wieder die genderspezifische Sprache. Und dann gibt es von Matthias Omen einen Änderungsantrag E3.1, der wurde zurückgezogen zugunsten von E4.1, zu dem ich jetzt komme. Der stammt von Stefan Ziller, den findet ihr auch auf Seite 36. Das ist eine Übernahme, das wird vor allem ergänzt. Und dann gibt es noch einen Änderungsantrag E49.1 von Matthias Omen, der wiederum auch zugunsten von E4.1 zurückgezogen wurde. Und genau das Gleiche nochmal bei E57.1 von Matthias Omen, ebenso zurückgezogen für E4.1. Vielen Dank für den Bericht. Dann frage ich euch, ob ihr mit dem Verfahrensvorschlag der Antragskommission einverstanden seid und bitte um Kartenzeichen, Gegenstimmen, Enthaltungen. Wunderbar, großes Einverständnis. Und dann kommen wir schon direkt zur Schlussabstimmung über den Antrag B.01. Und ich bitte um zustimmende Zeichen, wenn ihr dafür seid. Vielen herzlichen Dank. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei einer Enthaltung ist der Antrag angenommen. Damit kommen wir direkt zu dem Antrag W.02, der in der Fassung neu vorliegt. Kostendeckende Entgeltordnung, keine dauerhafte Subventionierung des BER. Und die Einbringung erfolgt durch Harald Moritz. Ihr dürft euch schon einschmeißen für Polkontra. Liebe Freundinnen und Freunde, Michael Kramer wird in seinen Reden zum Luftverkehr nicht müde, die jährlichen Subventionen von 30 Millionen, die Euro in Europa durch die fehlende Kerosin- und Mehrwertsteuer anfällt, hinzuweisen. Auf Deutschland entfällt etwa ein Drittel davon. Die Luftverkehrswirtschaft klagt zwar immer über die Luftverkehrssteuer in Deutschland, die sie ungefähr eine Milliarde kostet, aber diese Subventionen werden dadurch noch lange nicht ausüblich. Der Flughafenverband hat kürzlich gerade festgestellt, dass im Gegensatz zu Österreich und der Schweiz in Deutschland keine auskömmlichen Flughafenentgelte angeblich durchsetzbar sind. Und deshalb sind nur knapp ein Drittel der deutschen Flughäfen profitabel oder schreiben zumindest eine schwarze Null. Diese erreichen sie eben nur durch Nebengeschäfte. In Berlin, trotz der immer wieder verkauften Erfolgsgeschichte Passagierwachstum, hat die FBB im vorigen Jahr mit minus 170 Millionen die Bilanz geschlossen. Die Umsätze pro Passagier sind in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen und so und so auf einem ganz geringen Niveau. Wachstum hilft also auch nicht. Der Bau des BER selbst wird zur Hälfte direkt vom Steuerzahler bezahlt und der Rest aus Krediten, aber auch die Finanzierung der Kredite kann die Flughafengesellschaft nicht stemmen und die Steuerzahlerin muss da wieder einspringen. Die verantwortlichen Personen der Flughafengesellschaft sind zwar seit 2012 alle ausgetauscht worden, aber trotzdem bleibt diese Prinziphoffnung, wir schaffen das, einfach bestehen. Und sie gehen davon aus, dass sie die Entgeltordnung nicht ändern müssen und in zwei Jahren zu einem positiven Ergebnis kommen, wenn der BER offen ist. Aber ich glaube, das wird nicht klappen. Auch dieses Non-Avation-Geschäft funktioniert in Berlin nicht so wie an anderen Großflughäfen. Wir haben vor allen Dingen, wie es so schön heißt, preissensible Passagiere, die, darauf wird man also kein großes Geschäft zusätzlich machen können. Prof. Thiesen, der für uns eine Analyse der wirtschaftlichen Situation am BER durchgeführt hat, kommt zu der gleichen Erkenntnis, steigende Passagierzahlen führen auch zu steigenden Aufwendungen. Daher hilft es nicht. Er empfiehlt mindestens 50% Erhöhung für die Entgelte am BER. Ja, dann könnte man vielleicht ein positives Ergebnis erzielen. Deshalb, wir wollen keine Dauersubvention am BER. Deshalb müssen kostenländische Entgelte erhoben werden. Und mein letzter Satz, wir müssen die Eigentümer, also den Land Berlin, den Regierenden Bürgermeister als Aufsichtsratsvorsitzenden auffordern, die Entgelte zu erhöhen. Und zwar von Anfang an. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einbringung. Es gibt bislang keine Pro und Contra-Reden. Das heißt, die Antragskommission hat jetzt Zeit für den Bericht. Was in der Feld sehr kurz aus, und zwar gibt es einfach die Übernahme. Es gibt mal wieder den Antrag der grünen Jugend zur genderspezifischen Sprache. Der wurde übernommen und ansonsten gewinnt nichts. Vielen Dank für diesen sehr schönen Bericht, Katja. Das heißt, ihr könnt direkt in die Schlussabstimmung gehen. Und ich bitte um euer Kartenzeichen, wenn ihr für diesen Antrag seid. Herzlichen Dank. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei wenigen Haltungen ist dann der Antrag damit angenommen. Dankeschön. Vielen Dank. Wir kommen zum Antrag W08 neu. Den findet ihr in der Tischvorlage 2. Grüne Mobilität vom Zentrum mit zur Stadtgrenze. Von Anja Schilhanek und anderen. Und ich bitte um Einbringung. Und ich habe gehört, Stefan Gelbhaar wird das einbringen. Diskussionsbeiträge, wie gesagt, können sich während der Einbringung gerne einwerfen. Ja, liebe Freunde und Freunde, mich freut es erstmal sehr, dass so ein großes Interesse am Thema Mobilität besteht. Das ist jetzt hier schon der dritte Antrag in den W-Anträgen, der sich mit diesem Thema befasst. Und das zeigt, dass Bündnisgrüne hier in der Verkehrskritik in Berlin viele Worte mitreden wollen und vieles zu sagen haben. Das ist leider beim Senat nicht so. Da ist ein hohes Desinteresse vorhanden. Da gibt es viele Beispiele für die Spandauer. Wissen davon zu berichten, in Bezug auf ihre S-Bahn-Ausbau, ihre Strecken dort. Da passiert nichts. Ich weiß nicht, ob wie viele Podien sich da schon zugesessen hat. Aber es passiert halt einfach nichts. Die Nachverkehrs-Tangette haben wir eben schon uns zu geäußert. Aber auch das Thema Radschnellwege. Ich bringe mal ein Beispiel aus den Haushaltsberatern. Wir haben dort nachgefragt und dann auch einen entsprechenden Antrag gestellt. Wie viel Geld wird denn der Senat für Radschnellwege in die Hand nehmen? Antwort 0,00 Euro, 0 Cent. Der Plan der CDU, der bereits in der Presse war, sah vor, den Radschnellweg auf der ehemaligen Stammbahn mit Werbegeldern zu finanzieren. Das heißt, sie wollen Werbetabeln irgendwie aufstellen. So stellt sich die SPD und so stellt sich die CDU das vor. Für den Radweg, bitte schön, kein Geld für die A100, aber viele Millionen aus den entsprechenden Haushalten. Das ist der falsche Weg und deswegen sagen wir, das wollen wir anders machen. Wir haben hier an dieser Stelle aber noch ein besonderes Problem, dass der Senat nicht nur das Thema Mobilität insgesamt stiefmütterlich behandelt, sondern gerade für die Ausbildzirke wenig bis nichts vorzuweisen hat, vor allem keine Aktivitäten. Deswegen finde ich diesen Antrag wichtig und richtig, indem wir mal aufzeigen, was alles zu tun ist. Das heißt zum Beispiel, dass Fahrradpolitik natürlich nicht nur innerhalb des S-Bahn-Rings, sondern auch darüber hinaus passieren muss. Das heißt weiter, dass abends der ÖPNV in den Außenbezirken auch noch stattfinden muss und nicht irgendwie ab 22 Uhr dann der letzte Bus mal fährt und dann vielleicht irgendwann mal nach dem Bus kommt und das auch noch unregelmäßig. Das heißt, dass wenn Berlin wächst, wir stillgelegte Bahntrassen wieder reaktivieren müssen. Das heißt, dass wir Barrierefreiheit nicht nur in den Innenstadtbezirken denken müssen, sondern eben auch draußen in den Außenbezirken. Diese vielen Punkte haben wir hier auch geschrieben. Ich finde, das steht uns gut zu Gesicht, diesen Antrag, der dankenswerterweise initiiert wurde von meiner Kollegin Anja Schellhannig, diesen Antrag hier heute zu beschließen und damit auch zu sagen, in diese Richtung wollen wir weitergehen. Das ist nötig hier in Berlin und das wollen wir gerne auch noch ausdifferenzieren. Vielen Dank. Wir haben einen Redebeitrag gelost von Matthias Kuhlmann. Matthias. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben vorhin einen sehr guten Antrag gestellt zum Thema Kinderbetreuung, zum Thema Bildung. Ja, und das ist deswegen so gut geworden, weil da viele Gremien rechtzeitig damit beteiligt wurden und sich mit ihrer Exkertise einbringen konnten und man es eben vermieden hat, dass da eben so ein wichtiger Antrag aus dem Stehgreif tatsächlich gestellt wird. Das ist bei diesem Antrag leider anders. Ja, wir wurden als LRG Mobilität in diesem Antrag nicht beteiligt. Deswegen sind wir da sehr zweischneidig. Auf der einen Seite sehen wir ganz klar, dass dieser Antrag das Richtige möchte, nämlich Mobilität andersherum denken. Das heißt also nicht monozentristisch von innen nach außen, sondern durchaus auch mal schauen, was nach außen passiert und auch durchaus mal schauen, was mit diversen alternativen Mobilitätsmodellen möglich ist. Aber wir haben als LRG an ganz vielen Stellen, ja, Vorbehalte, ja, diese Vorbehalte sind durchaus mit einem gewissen Fundament versehen, ja, und wir bitten deswegen, und deswegen stelle ich jetzt einen Geschäftsordnungsantrag auf Nichtbefassung mit diesem Antrag. Dieser Antrag möchte das Richtige, er hat im Detail die falschen Instrumente, ist in der Formulierung teilweise nicht so, wie wir uns das als Expertenarbeitsgruppe tatsächlich wünschen würden. Und deswegen bitte ich darum, dass dieser Antrag heute nicht abgestimmt wird, dass er nochmal bei uns in der LRG tatsächlich vorgelegt wird und dass wir dann zukünftig gemeinsam einen Antrag stellen können und dass wir hier dann zu einem sehr vernünftigen Ergebnis kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Matthias. Wir haben jetzt einen Geschäftsordnungsantrag auf Nichtbefassung mit diesem Antrag. Diesen Antrag hat Matthias gerade begründet. Gibt es dazu eine Gegenrede? Anja, bitte. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Ich glaube, wir sind einfach längst in der Befassung. Und ja, das ist bei so einem Thema so, dass es ganz unterschiedliche Perspektiven gibt. Und ich glaube, eine Stärke dessen auch unseres Landesverbandes ist, dass wir diese vielen verschiedenen Perspektiven haben. Das ist ja kein Zufall, dass Stefan Gelbhaar den Antrag eingebracht hat. Als Teil dieser verschiedenen Perspektiven in dem Antrag stehen wenig Dinge drin, wo man sagen kann, das ist ein konkretes Mittel, das uns jetzt bindet. Und dieser Antrag versucht nur aufzuzeigen, welche Punkte sind denn da noch, neben dem zum Beispiel, was als W01 hier einstimmig beschlossen worden ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, von einem sehr konkreten Projekt. Und mein, ich sag mal, mein Bitten, mein Wunsch wäre eigentlich, dass wir sagen, wir stimmen das heute ab und zwar genau deswegen, weil es ein kleiner Fingerzeit ist, aus nach außen, wir befassen uns damit, da sind die Punkte da, die nehmen wir wahr. Und wir wollen uns auf den Weg machen, genau damit wir dann aus den unterschiedlichen Perspektiven, regional, LAG, Fraktion, Grüne Jugend und alle anderen, die da dran mitwirken, tatsächlich für die angeschnittenen Punkte, die auch gar keine komplette Liste sind, das weiß ich wohl durchaus, sonst wäre die nämlich so lang geworden, dann dafür konkrete Konzepte zu erarbeiten. Deswegen würde ich darum bitten, dass wir die Befassung hier nicht abbrechen. Danke. Vielen Dank. Ihr habt die Argumente Pro und Contra Nicht-Befassung gehört. Wer für euch für eine Nicht-Befassung mit diesem Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Wer für Nicht-Befassung ist, vielen Dank. Gegenprobe? Vielen Dank. Enthaltungen? Wir befassen uns weiter mit diesem Antrag. Wir haben derzeit keine Redner mehr in unseren Redekisten. Dann würde ich jetzt die Rednerliste und die Diskussion des Antrages schließen und bitte die Antragskommission um Hinweise, wie wir weiter verfahren sollen. Es lagen verschiedenste Änderungsanträge vor. Ich kann euch sagen, dass alle durch Übernahmen ausgenommen worden sind bereits in den Antrag W089. Und also, dass es da bereits eine Einigung gegeben hat. Und ich muss im Vergleich zur Synopse da noch zwei Sachen ergänzen. Und zwar, wenn ihr seht, den Änderungsantrag 30. Da steht drin, der ist erledigt durch W089. Der ist aber erledigt durch die Übernahme des Streichungsvorschlags in den W089. Also diese Streichung ist vorgenommen worden. Und dann bei dem letzten genannten Änderungsantrag 72. Da geht es um das Wort Carsharing. Das war zu streichen. Das ist auch gestrichen worden. Und die Begründung, die ihr da seht, in dem Begründungsteil, die wurde in den Antrag übernommen. Und da da nicht. Achso, Streichen der Zeilen 72 bis 78. Okay, das hatte ich eben anders verstanden. Gut, also dann ist praktisch alles, was ihr bereits in der Synopse hattet, Carsharing, Streichen und Absatzstreichen, das ist genauso von der Antragstellerin übernommen worden. Insofern würde die Antragskommission euch empfehlen, diesen Vorschlägen zu folgen. Vielen Dank. Nur zur Klarheit nochmal. In der Synopse stand bei dem letzten Punkt Abstimmung. Das hat sich inzwischen erledigt. Der Vorschlag ist von den Antragstellern übernommen worden. Und wir würden jetzt gleich, wenn ihr diesem Vorschlag der Antragskommission folgt, über den sogenannten Antrag abstimmen. Wer für den Vorschlag der Antragskommission, das so zu machen ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Gegenprobe. Danke. Enthaltungen. Wir verfahren so. Das heißt, wir kommen jetzt zur Schlussabstimmung über den Antrag W08 neu in der geänderten Fassung. Wer für den Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Gegenstimmen. Vielen Dank. Enthaltungen. Bei wenigen Enthaltungen ohne Gegenstimmen ist der Antrag angenommen. Vielen Dank. Wir kommen zum Antrag W09. Es war in Berlin zuverlässiger Verkehr statt teurer Ausschreibungsgeschenke. Und ich bitte Matthias Ohmen, den Antrag einzubringen. Du hast zwei Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, man muss sich das vorstellen. Man baut irgendwo ein Haus und stellt fest, man ist mit dem Architekten nicht vertreten. Es läuft alles nicht. Das Dach ist schief. Die Fenster sind verzogen. Funktioniert alles nicht. Und aus lauter Dankbarkeit schenkt man diesem Architekt eine Auftrag über ein weiteres Haus. So in etwa ist das, was der Berliner Senat mit der S-Bahn Berlin GmbH gemacht hat. Das ist eine deutsche Bahntochter. Die fällt dadurch auf, dass sie es nicht kann. Das ist ein Schlechtleister. Die Züge sind permanent verspätet. Einen aus. Sie fahren nicht in der gewünschten Qualität. Ihr kennt das alles. Ihr erfährt das jeden Tag. Und als Dank dafür gibt es eine politische Ausschreibung. Und die S-Bahn Berlin GmbH kommt erneut zum Zug. Und darf vermutlich in den nächsten Jahrzehnten aufgrund der Konditionierung der Ausschreibung tatsächlich Verkehr in Berlin erbringen. Das ist etwas, was den Bedürfnissen unserer Stadt nicht gerecht wird. Das ist etwas, wo sich zeigt, wie die Regierung unserer Stadt tatsächlich versagt. Das ist etwas, was für die Leistungsfähigkeit und für das Lebensgefühl und auch für die Lebensqualität in unserer Stadt absolut nicht hinnehmbar ist, liebe Freunde und Freunde. Deswegen müssen wir uns an dieser Stelle eindeutig positionieren. Wir wollen ganz klar sagen, wie wir uns zukünftig S-Bahn-Verkehr vorstellen. Das heißt, wir wollen eine faire Ausschreibung, in der sich auch mehr als ein Unternehmen tatsächlich mit irgendwelchen Chancen bewerben kann. Wir wollen, dass zukünftig klar definiert wird, zu welchen ökologischen Standards gefahren wird, zu welchen sozialen Standards gefahren wird, zu welchen qualitativen Standards gefahren wird und was die Konsequenzen sind, wenn diese Standards nicht eingehalten werden können. Das macht dieser Antrag, das stellt dieser Antrag nochmal fest, weil es einfach nicht sein kann, dass wir einfach drüber hinweggehen, dass da mal irgendwas war, weil es ist zwar richtig, dass die Zufriedenheit gerade bei jungen Leuten mit der S-Bahn Berlin-GmbH wieder steigt, aber das hängt damit zusammen, dass Leute, die heute befragt werden und 18 Jahre alt sind, zu dem Zeitpunkt, als die S-Bahn in Berlin das letzte Mal planmäßig gefahren ist, eben elf waren, dann ging es noch zur Grundschule. Und deswegen müssen wir hier ein Zeichen setzen und sagen, dass wir hier mit diesem Verfahren nicht einverstanden sind und dass wir uns das für die Zukunft ganz anders vorstellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Matthias. Ihr hättet noch die Chance, in die Debatte einzugreifen. Wir haben noch Platz auf der Rednerliste. Rednerinnenliste. Rednerliste. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann schließe ich damit die Debatte und bitte die Antragskommission um Ihre Vorschläge. Es gab hier einen Änderungsantrag der Grün-Jugend Berlin. In Abstimmung mit dem Antragsteller schlagen wir hier Übernahme vor, sodass nach dem Verfahrensvorschlag wieder neu die Schlussabstimmung umgibt. Danke dir, André. Wir kommen zur Schlussabstimmung über den Antrag W09. Wer von euch für diesen Antrag ist, den bitte ich um das Handzeichen, Kartenzeichen. Vielen Dank. Gegenstimmen? Vielen Dank. Enthaltungen? Der Antrag ist einstimmig angenommen. Vielen Dank. Gut, dann mache ich jetzt wieder mal weiter. Wir fahren jetzt fort mit drei Anträgen zu Liegenschaften. Da haben wir als ersten Antrag den Antrag W03 von Lisa Paus. Bundeseigene Liegenschaften nutzen für preiswerten Wohnraum und eine lebenswerte Stadt. Ich bitte Lisa um eine Einbringung. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich habe diesen Antrag mit weiteren Antragstellerinnen zusammen eingebracht, weil es auch mal an der Zeit ist, grüne Erfolge zu feiern. Wir haben hier nämlich tatsächlich auf Wegstrecke Einliegenschaft in unserem Kampf gegen die spekulativen Tendenzen der staatlichen, der bundeseigenen Liegenschaftsgesellschaft. Und wir haben inzwischen in der Zeitung, wo wir es noch feiern können. Und der Antrag fiel aber eine weitere Roadmap vor, damit wir noch weiter erfolgreich gegen die BIMA sind. Was haben wir erreicht? Was haben wir erreicht? Um es nochmal zu sagen, ihr kennt im Land Berlin die landeseigene Liegenschaftsgesellschaft. Es gibt das Gleiche auch vom Bund. Ich gebe zu, bevor ich in den Bundestag gekommen bin, hatte ich das auch nicht so voll auf meinem Schirm. Ich wusste, es gab hier von den Alliierten das eine oder andere. Aber in welchem Ausmaß der Bund Eigentümer im Land Berlin ist, das ist, das war mir vorher nicht klar, vor anderthalb Jahren kamen dann welche zu mir ins Büro aus der Großgörschen-Katzler-Straße und haben mich eben darauf hingewiesen, dass sie in einem ganz normalen Mieshaus wohnen und dass sie jetzt verkauft werden sollen von der BIMA und dass sie bisher tatsächlich bezahlbaren Wohnraum haben und dass aber dieser Verkauf dazu führen soll, auch laut BIMA, dass nach dem Höchstpreisverfahren verkauft wird und dass eben diese Menschen dann tatsächlich wohl oder übel sich andere Wohnungen suchen müssen, wenn nicht die Politik irgendetwas tut. Und wir hatten das Glück, diese Straße befindet sich in Tempelhof-Schöneberg, dass wir da eine grüne Baustadträtin haben, bei denen sie auch gewesen sind. Ich danke Sibyl für dein Engagement und dank Sibyl und dank auch der guten Zusammenarbeit mit der Landesebene und dem, was wir im Bundestag tun konnten, ist es eben zwar nicht gelungen, den Verkauf zu verhindern, aber die Grünen in der BVV in Tempelhof-Schöneberg, Entschuldigung, ist der Bezirk, in dem die BIL-Klotz eben durchgesetzt hat, ein Milieuschutzgebiet. Und das war eben die Grundlage dafür, dass die BIL jetzt leider in einer rechtlichen Auseinandersetzung ist mit dem Bund, um eben durchzusetzen, dass diese Liegenschaft nicht ganz normal entgegen dem Milieuschutz zum Höchstpreis sozusagen dann bearbeitet werden kann, also dass die Mieterinnen und Mieter noch eine Perspektive in ihrer Wohnung haben. Ein anderer Punkt, auch dank grüner Unterstützung aus dem Bezirk in Kreuzberg-Friedrichshain, da haben wir eigentlich schon gedacht, das ist verloren, das Tagone-Areal steht schon seit langem auf der Verkaufsliste der BIMA und der Bezirk hat sich lange damit umschlagen müssen. Da ist es gelungen, auch auf grüne Initiative hin, dass wir mit den grünen Finanzministerinnen im Bundesrat es geschafft haben, dass dieser Verkauf, obwohl eigentlich schon besiegel und so weiter, erstmalig, das ist zum ersten Mal passiert, dass der Bundesrat einem Verkauf nicht zugestimmt hat. Und das haben wir eben den grünen Finanzministerinnen, insbesondere Schleswig-Holstein und Bremen mit zu verdanken, dass der Finanzminister von Berlin hier seinen entsprechenden Erfolg feiern konnte. Das ist tatsächlich mit Grünen zu verdanken. Ohne uns wäre das definitiv nicht passiert. Und das hat eben auch bundesweite Ausstrahlung. Diese Entscheidung vom 6. September im Finanzausschuss des Bundesrates hat bundesweite Ausstrahlung. Es ist inzwischen so, dass die Große Koalition im Bund beschlossen hat, dass zukünftig Immobilien eben nicht im Höchstpreisverfahren verkauft werden sollen, sondern dass sie zum Unterverkehrswert den Kommunen angedient werden sollen. Das ist gut und das soll auch so bleiben. Leider ist es aber so, dass der Bund das nicht gesetzlich regeln will, sondern dass er es nochmal so dem Haushaltsausschuss sozusagen andienen will. Der kann das dann nach Gusto entscheiden. Wir wollen, dass das endlich gesetzlich geändert wird. Das Höchstpreisverfahren von öffentlichen Liegenschaften sollte der Vergangenheit angehören, meine Freundinnen und Freunde. Und bis dahin braucht es auch leider nahe wie vor ein Moratorium, weil es eben nicht überall in Berlin grüne Baustadträte gibt. Zum Beispiel Mitte gibt es sie nicht. Ist es so, dass zum Beispiel Mitte jetzt jüngst wieder einem Verkauf zugestimmt hat, in der Stahlschreiberstraße. Stahlschreiberstraße ist in Kreuzberg, aber ein Teil ist eben auch in Mitte. Der Mitte-Teil, der soll jetzt wieder zum Höchstpreis verkauft werden. Da haben wir gleich die nächste Baustelle. Das muss aufhören, deswegen brauchen wir Moratorium, bis das Gesetz geändert wird. Und auch das fordert immer unseren Anfang. Was wir auserreicht haben, war ja, dass wir in den Bürgermeisterwahlkampf der SPD eingegriffen haben. Weil, dank dessen, dass wir das zum Thema gemacht haben, dass Mietwohnungen in Berlin vom Bund einfach so verscherbelt werden zum Höchstpreis, hat dann ja der jetzige regierende Bürgermeister damals gesagt, das finde ich auch nicht in Ordnung. Da fange ich jetzt mal mit dem Bund an zu verhandeln über diese Mietwohnungen. So, das ist jetzt inzwischen ein Jahr her. Sie sind noch zu keinem Ergebnis gekommen. Ich finde, das geht besser. Erstens soll ich mal zügig zu einem Ende kommen. Das Zweite, was sich aber auch noch herausgestellt hat, ist, dass der Senat tatsächlich nur um Wohnungen verhandelt. Da haben wir Grüne schon vor längerer Zeit beschlossen, eigentlich wäre es einfacher, das ganze Paket zu kaufen. Wenn der Senat das nicht will, dann muss er aber zumindest berücksichtigen, dass die Liegenschaften, die heute zum Beispiel noch relevant genutzt werden, nicht nur als Wohnung, sondern auch anders, dass sie mit einbezogen werden. Das gelingt nur, wenn der Senat endlich die Bezirke beteiligt. Weil sonst passiert nämlich das, was ich im Sommer aufgedeckt habe. Ihr kennt alle das Sommerbad Neukölln am Kolumbiadamm. Das Sommerbad Neukölln am Kolumbiadamm ist auch eine bundeseigene Liegenschaft. Ich komme zum Schluss. Und ich habe herausgefunden, dass eben der Senat bisher nicht verhandelt hat, dass es auch weiterhin ein Sommerbad Neukölln geben muss. Jedenfalls fand das Land es nicht wichtig, auch diese Immobilie vom Bund mit zu erwerben. Und der Bund wollte diese Liegenschaft auch verkaufen. Damit das nicht passiert, müssen die Bezirke an diesem Prozess beteiligt werden. Auch das ist eine Forderung von uns. Und zum Schluss, bei den Flüchtlingen, da ging auch noch einiges. 800 Liegenschaften hat die Bundesimmobiliengesellschaft in Berlin. Bisher sind ganze vier davon für Flüchtlingsunterkünfte. Da geht mehr. Und da muss endlich das schwarze Peterspiel zwischen Chaya und dem Bund aufhören. Und auch da werden wir uns weiter engagieren. Deswegen bitte um eure Unterstützung für diesen Antrag. Danke. Liebe Lisa, danke für die Einbringung. Es haben sich jetzt keine Leute in die Pro- oder Kontralisten eingeschmissen. Daher waren wir auch nicht so streng mit der Zeit. Wir liegen auch relativ gut in der Zeit überhaupt und haben gerade eine ganz gute Diskussionsatmosphäre. Es wäre trotzdem noch eine Möglichkeit, sich auch gerne in die Pro-Kiste einzuschmeißen. Wenn es jetzt keinen gibt, der sich zu dem Thema nach äußern möchte, würde ich jetzt die Antragskommission bitten. Hier lagen keine Änderungsanträge vor. Die Antragskommission hatte folglich keine Arbeit und wir können direkt zur Abstimmung kommen. Okay, dann kommen wir jetzt direkt zur Abstimmung. Wir stimmen jetzt also über Lisas Antrag und den der anderen Antragstellerinnen ab. Wer für den Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Okay, das ist die deutliche Mehrheit. Ich frage trotzdem noch nach den Einstimmen. Gibt es Enthaltungen? Dann ist der Antrag ganz deutlich angenommen. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Antrag, zum Thema Gewerbemieten. Das handelt sich um den Antrag W06, Gewerbemieten in Berlin begrenzen, Grundversorgung im Kiez sicherstellen. Ich bitte zunächst um Einbringung durch Katrin Schmidberger. Liebe Freundinnen und Freunde, nicht nur die Mieten von Wohnungen steigen, auch die Gewerbemieten werden leider immer teurer in der Stadt. Gerade in nachgefragten Kiezen versuchen die Immobilieneigentümer aus der gestiegenen Attraktivität Kapital zu schlagen. Und das hat Folgen. Ob Gemüsehändler, Friseur, Bäcker oder Blumenladen, viele der seit Jahren im Kiez verwurzelten Geschäfte können die steigenden Nieten nicht mehr bezahlen. Die sprichwörtliche Berliner Mischung, die wir ja so lieben, droht auch hier verloren zu gehen. Dabei ist es doch gerade die vielfältige Mischung aus kleinteiligem Gewerbe, Wohnen und sozialer Infrastruktur, die unsere Kieze so liebens- und lebenswert machen. Noch schlimmer, für Kinderläden, Kitas oder soziale Träger und Projekte wird es immer enger. Bei steigender Konkurrenz geraten sie leider am schnellsten im Hintertreffen. Jede Woche bekomme ich E-Mails von Betroffenen, denen gekündigt wurde bzw. wird. Und sie können nichts dagegen tun, weil es sind ja nur Gewerbemietverträge. Längst geht es nicht mehr um einzelne Fälle, sondern um den Erhalt gewachsener und lebendiger Kiezstrukturen. Dabei ist derzeit das Schlagwort der wachsenden Stadt in aller Munde. Dazu gehört aber nicht nur neuer Wohnraum. Nein, eine wachsende Stadt braucht auch eine entsprechende soziale Infrastruktur. Nur dann kann Berlin langfristig auch für alle attraktiv bleiben. Liebe Freundinnen und Freunde, die aktuellen Entwicklungen im Gewerbemietenbereich stellen uns vor neue Herausforderungen, die wir Grüne angehen müssen. Und ich glaube, es steht uns gut, wenn wir die erste Partei sind in Berlin, die dieses Thema ganz hoch hängt. In unserem Antrag machen wir Vorschläge, wie das gelingen kann. Hier einige Beispiele. Eine Forderung ist, dass in Milieuschutzgebieten der Schutz auch auf bestehendes Gewerbe und bestehende Nutzungsmischung ausgedient wird. Wenn die soziale Zusammensetzung der Wohnbevölkerung schützenswert ist und deshalb zum Beispiel Luxusmodernisierungen untersagt werden können, dann muss es doch auch möglich sein, auch die Grundversorgung der Wohnbevölkerung zu sichern. Es geht auch nicht an, dass Familien aus dem Kiez wegziehen, weil die Kita keine neuen Räumlichkeiten mehr findet. Ein weiterer Vorschlag ist die Gründung einer Gewerbevermittlungsagentur. Die als Generalmieter längerfristige und somit auch günstigere Mietkonditionen verhandeln kann. Insbesondere soziale Träger und Projekte, Kinderläden und Kitas könnten und sollten davon profitieren. Ja, endlich mal! Vom Land Berlin fordern wir eine Bundesratsinitiative, die den Kündigungsschutz für Gewerbemieter deutlich ausbaut. Und auch die Erstellung eines verpflichtenden Mietspiegels für Gewerbe muss zumindest in Gebieten mit angespannten Gewerbemietmarkt ermöglicht werden. Liebe Freundinnen und Freunde, auch wenn es sicherlich ein genauso langer und schwerer Weg wird, wie bei der Mietpreisbremse, bis wir uns durchsetzen werden, muss doch auch beim Gewerbe gelten. Eigentum verpflichtet. Und deshalb bitte ich euch um die Unterstützung des Antrags. Vielen Dank. Vielen Dank an Katrin. Wir haben jetzt dasselbe Spiel. Wir haben nämlich hier wieder keine Zettel in unseren Redenboxen. Wenn sich jetzt keiner noch beteiligen möchte, würde ich wieder die Antragskommission bitten. Hallo, Antragskommission. So, also zu diesem Antrag lagen zwei Änderungsanträge vor, oder nicht vor, und zwar einmal von der Grünen Jugend, da geht es um den Genderstern und ein Änderungsantrag E123 von Franziska Eichstätt-Bohlig. Und die haben sich geeinigt auf Übernahme bei der Anträge. Das möchte ich euch empfehlen. Okay, dann frage ich die Versammlung erstmal, seid ihr mit dem Vorschlag der Antragskommission einverstanden? Dann bitte einmal das Handzeichen. Okay. Ich denke das recht aus. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung dieses Antrages. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Gegenstimmen? Enthaltung? Okay, bei einer Enthaltung ist der Antrag mit großer Mehrheit angenommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Petra. Wir kommen nahtlos zum Antrag W10, Kompromiss zu Mieten Volksbegehrenunterstützung. Und ich bitte um Einbringung, Andreas Otto. Und wie immer, ihr könnt euch noch einwerfen, falls ihr in der Debatte teilnehmen möchtet. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben im März auf der LDK uns mit einem wohnungspolitischen Grundsatzpapier beschäftigt. Und zur selben Zeit lief die Unterschriftensammlung für einen Volksentscheid, Mieten Volksentscheid Berlin. Inzwischen sind wir viel weiter. Der Mieten Volksentscheid hat erreicht, dass es einen Kompromiss gegeben hat. Einen Kompromiss mit der SPD, mit der Koalition und mit dem Senat von Berlin über viele ganz wichtige Punkte, die auch für uns in der Wohnungspolitik entscheidend sind. Und dazu gratulieren wir den Initiatoren dieses Volksentscheides. Könnt ihr mal klatschen? Ich mache ja schon ein paar Jahre seit 2006 der Wohnungspolitik im Abgeordnetenhaus. Vieles von dem, was wir im Laufe der Jahre vorgeschlagen haben, hat sich irgendwann auch umgesetzt. Aber man muss neidlos anerkennen, was der Volksentscheid geschafft hat. Diese Initiative, das ist auf einen Schlag sehr viel mehr. Die haben erreicht, dass es eine Nachförderung gibt für die Mieterinnen und Mieter in Sozialwohnungen, weil die Mieten dort zu hoch sind. Die haben erreicht, dass die Landeseinigen Gesellschaften faktisch ein Verkaufsverbot erhalten haben für Wohnungen und auch für ganze Gesellschaften. Ihr wisst, in der Vergangenheit war es sehr häufig so, dass ganze Gesellschaften veräußert wurden. Ich erinnere an den GSW-Verkauf, kann man gar nicht oft genug machen vor zehn Jahren. Das sind 60.000 Wohnungen, die uns heute fehlen. Sowas darf nicht wieder passieren und auch das hat der Volksentscheid erreicht. Sie haben weiterhin erreicht, dass es einen Wohnraumförderfonds geben soll. Ein Sondervermögen und wir haben das immer als revolvierenden Fonds tituliert und gefordert in der Vergangenheit. Nämlich Geld, das man in Wohnungspolitik, in Wohnungswirtschaft investiert. Und wenn es zurückkommt, dann lässt man es nicht im Haushalt irgendwo verschwinden, sondern dann setzt man es genau wieder für diese selben Zwecke ein. Und dann hat man nämlich eine dauerhafte Finanzierung für den Ankauf von Wohnungen und für die Modernisierung von Wohnungen. Und die Modernisierung, ihr wisst, ist ein großes Thema. Energetische Modernisierung ist teuer. Und wir wollen auch als Bündnisgrüne, dass das Land Berlin auch bei Privaten energetische Modernisierung fördert, damit das vorankommt und damit Mieterinnen und Mieter dadurch nicht verdrängt werden. Auch da haben die sehr viel erreicht. Es ist praktisch der Einstieg in die Förderung ökologischer Modernisierung. Und das, was da auf dem Tisch liegt, dieser Kompromiss, der ist, glaube ich, eine ganze Menge wert. Es sind natürlich auch ein paar Punkte dabei, die wir anders machen und die wir im Wahlprogramm auch anders reinschreiben werden. Und die wir im Parlament in den nächsten Monaten in Anträgen auch anders vorschlagen werden. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, erst mal auch aus Respekt vor der Initiative, die so viel erreicht hat, nicht zuletzt auch vor dem Senat, der sich ebenfalls bewegt hat. Und ein ziemlich großes Stück, wenn man die Töne vorher gehörte. Wir müssen aus Respekt vor denen, glaube ich, diesen Kompromiss anerkennen und müssen den unterstützen. Und das sollten wir hier heute tun. Und das wollen wir auch im Parlament. Dankeschön. Vielen Dank, Andreas. Als Nächsten bitte ich auf die Bühne Ramona Popp. Das macht hier nur aus Mitte, weil ich den Kekse, wo ich mich aufgegessen habe. Nein. Liebe Freunde, liebe Freunde, ich unterstütze diesen Antrag, weil dieser Antrag, glaube ich, ein guter Antrag ist. Andreas hat es gerade schon gesagt, die Mieteninitiative hat nämlich das geschafft, wo der Senat Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte lang, da war die Linkspartei nämlich auch dabei gepennt hat, wohnungspolitisch. Die haben wohnungspolitisch jahrelang nichts gemacht, SPD und auch die PES, damals jetzt Linkspartei, und braucht diese gehörigen Kracher aus der Stadt, aus der Stadtgesellschaft, von der Straße, von den Unterschriftensammlungen, um sich überhaupt zu bewegen. Das ist ein guter Erfolg für die Initiative. Und der Herr Grunert hat hier ja gestanden und geworben. Wir haben uns auch der LDK für diese Initiative. Und es gibt jetzt endlich einen Schritt weiter der Wohnungspolitik. Und Sie haben richtig was erreicht und dafür gebührt Ihnen unser Dank und auch unser Applaus finde ich. Und hier ist ja tatsächlich auch etwas passiert, was relativ einzigartig ist, dass offensichtlich ein Senat dann doch in gewisser Angst und von gewisser Angst getrieben sich auf Kompromissverhandlungen überhaupt eingelassen hat, nachdem sie vorher große Töne gespuckt haben, nachdem sie vorher gesagt haben, das sei ja alles verfassungswidrig, das würde man bis zuletzt vom Bundesverfassungsgericht verfolgen, haben sie dann doch klein beigegeben, sind in den Verhandlungen gegangen. Und man kann sagen, für eine weite Strecke ist das auch gelungen, was da rausgekommen ist. Es ist, es kann auch ein Modell für die Zukunft werden. Wir diskutieren ja bei uns auch Abgeordneten aus, die mit direkter Demokratie, mit den Instrumenten auch weiter ausgebaut werden können. Und ich finde es richtig und ich finde es gut, wenn die Parteien sich auch zusammensetzen und gucken, was geht, was man miteinander verhandeln kann. Das hatten wir bei einigen Kita-Volksbegehren in der Vergangenheit im Übrigen auch. Und ich würde mir wünschen, dass der Senat auch auf euch zukommt vom Kita-Bündnis und sagt, okay, lasst uns miteinander reden und gucken, was geht. Denn das hat vor allem einen großen Vorteil, es beschleunigt die Sache ganz gehörig und die guten Dinge, die wir wollen, kommen schneller voran, als wenn wir auf Volksentscheidstermine warten, weil der Senat gerne auch mal Tricks. Also kann das durchaus auch ein Modell für die Zukunft sein, finde ich. Bernd Schwarz, bitte übernehmen Sie. Und ich glaube, dass man damit verfahren muss, auch wenn ich weiß, dass wir an vielen, vielen Stellen die Dinge auch anders machen würden. Keine Frage, aber da haben zwei Seiten miteinander verhandelt. Und so ein Ergebnis, wie Tarifverträge, Hochschulverträge, wir kennen das, sollte man auch annehmen und anerkennen und respektieren. Und das werden wir im Abgeordnetenhaus nach dieser Diskussion, die wir heute hier führen, mit eurem Auftrag dann hoffentlich auch gerne tun. Wohnungspolitisch wird sich was bewegen. Haushaltspolitisch ist das, das muss man auch sagen, ein vernünftiger erster Schritt, ein vernünftiger Kompromiss, der da gemacht worden ist. Die Kostenschätzungen lagen zwischen 1,3 Milliarden bei der Initiative, 3 Milliarden beim Senat. Wir haben 2 Milliarden gerechnet. Ich schätze mal, wir waren mit der goldenen Mitte, aber der Wahrheit tatsächlich am nächsten. Das wird aber jetzt vernünftiger haushaltspolitisch umgesetzt. Und vor allem eins zum Schluss, und da steht in diesem Antrag auch sehr deutlich drin, dieser Mietenvolksentscheid, dieser Kompromiss dazu, das ist natürlich nicht alle Tage ab, das ist nicht das Ende der Wohnungspolitik in Berlin. Wir haben ja gerade schon viele andere Punkte debattiert, die wir natürlich weiterhin einbringen werden. Wir werden natürlich weiterhin uns dafür stark machen, dass auch die Investoren mitbeteiligt werden an den Kosten und dass nicht der Steuerzahler, die Steuerzahlerin alleine das bezahlt werden. Wir werden natürlich uns auch weiter dafür einsetzen, Sibylle, ich weiß nicht, ob sie doch hier ist, mit dem Wohnaufsichtsgesetz, dass wir dafür Ordnung sorgen, den Bezirken, dass die Bezirken diese Instrumente auch bekommen. Wir werden wohnungspolitisch noch viel, viel machen in den nächsten Jahren. Wir haben noch viel, viel vor. Und deswegen finde ich, das ist ein guter Kompromiss, den wir unterstützen sollten. Und die anderen Vorhaben sollten wir nämlich dann auch langsam angehen. Ich blicke da auf Wahlprogramme, ich blicke da auf das, was im nächsten Jahr auf uns zukommt und dann hoffentlich eben auch in eine grüne Regierungsbeteiligung mit reinfließen werden, da kurz in einen Koalitionsvertrag. Wir haben noch viel vor uns. Ich bitte um Unterstützung für diesen Antrag. Vielen Dank. Der Nächster auf der Dämpferliste ist Daniel. Du hast zwei Minuten. Ja, danke. Schön. Ich kann da gleich fortfahren, wo Ramona aufgehört hat. In der Tat, das, was uns da vorliegt, als ein neues Berliner Wohnraumgesetz, das kann Sie sehen lassen. Und weil jetzt viel gelobt worden ist, beschreibe ich mal ein ganz großes Aber hier in die Luft. Und ich finde dieses Aber aus drei Gründen wichtig. Das eine Aber ist, es ist schön, dass die SPD, ich glaube, zum ersten Mal in ihrer Berliner Geschichte nicht mit dem Kopf durch die Wand wollte. Ja, das ist ja sehr erfreulich. Das zeigt, direkte Demokratie funktioniert. Und ja, vielleicht ist es ja auch eine Lehre aus dem Volksentscheid zum Thema Tempelhof. Aber ich bleibe da sehr misstrauisch. Ihr habt es vielleicht gelesen in den vergangenen Tagen, gerade die SPD ist gerade unterwegs bei der direkten Demokratie, bei den gesetzlichen Grundlagen rumzufummeln, rumzuoperieren, die Hürden rüberzulegen, die Bürokratie zu stärken usw. Also man merkt, es beaktet nicht ganz. Und deswegen finde ich ja, die Initiative müssen wir loben, 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 weil wir es Ihnen verdanken können, dass der Senat letztens beigedreht ist. Nennen wir es Einsicht, nennen wir es Vernunft. Ich glaube nicht, dass dann wirklich ein neuer politischer Stil bei der SPD zum Vorschein kommt, sondern ich glaube, es war die schiere Angst, dass Sie mit diesem Thema im nächsten Jahr, im Wahljahr 2016 konfrontiert sind. Das wussten, da wussten Sie, das werden Sie nicht stehen. Und deswegen haben Sie alles über Bord geworfen, was Sie am Anfang gegen diesen Volksentscheid ins Feld geführt haben. Zu teuer, undemokratisch, nützlich, richtig. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, die SPD, der ist nicht Gewinner dieses Kompromisses, ist auch nicht maßgeblich dafür verantwortlich, sondern es ist die Initiative. Zweitens aber, das hat Ramona dankenswerterweise auch gesagt, da geht mehr, ja. Also Kompromisse sind Kompromisse, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Ich nenne mal zwei Punkte, die mich persönlich ärgern, weil das könnte Berlin besser machen. Wenn die SPD sich hier noch einen Tick mehr bewegt hätte, ist es nach wie vor so, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler draufzahlen, dass sie diejenigen sind, die im alten sozialen Wohnungsbau die privaten Eigentümer, die Fonds päppeln. Das finde ich in einer Stadt wie Berlin, wo wir wissen, wie das haushalterisch aussieht, nach wie vor ein Skandal. Und da würde ich mir deutlich mehr wünschen seitens des Senats. Da würde ich mir wünschen, dass endlich das gemacht wird, was wir in einem gutachten Andreas-Kathrin vor kurzem herausgearbeitet haben. Dann könnte man nämlich auch diese privaten Eigentümer in die Pflicht nehmen. Und ich finde, wir brauchen auch eine stärkere parlamentarische Kontrolle der Wohnungsbaugesellschaften. Da würde ich die Fraktion bitten, sich das mal ganz genau anzuschauen, ob es wirklich so ist, dass da wie vor die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und zwar jede einzelne für sich vom Berliner Parlament kontrolliert wird. Unser Problem ist es ja auch in dem Bereich, dass wir nicht zu viel Kontrolle in der Vergangenheit hatten, sondern zu wenig. Also da bitte guckt da genau hin und macht gegebenen Zweifelsverbesserungsvorschläge. Und mein allerletzter Punkt, und den halte ich auch wirklich ganz kurz, ist Kompromiss zum Mietenvolksentscheid oder Mietenkompromiss. Ja, das kann man so nennen. Aber ich warne vor einer Interpretation und das ist die Interpretation der SPD. Die sagen nämlich, damit ist das Thema erledigt. Mieten, Wohnen in Berlin, wir machen hier tolle Politik. Kompromiss, wunderbar, fertig, Haken hinter, ist nicht mehr Thema. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, das ist ein Riesenthema. Es ist ein erster Schritt und mehr nicht. Wir werden dieses Thema Mieten und Wohnen und all die Maßnahmen, einige davon hat Ramona angesprochen, von all die Maßnahmen, die unsere Fraktion zum Teil schon aus dem Weg gebracht hat, die werden wir flankierend in den nächsten Monaten und vor allem im nächsten Jahr immer wieder einfordern müssen. Denn wenn eins der Mietenvolksentscheid lehrt, die SPD bewegt sich nicht von alleine. Vielen Dank. Vielen Dank, Daniel. Die letzte Rednerin auf der Liste ist Katrin Schmidt-Better. Katrin, du hast das Wort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, auf dem letzten Parteitag hat Jan Krunert von der Initiative Mietenvolksentscheid an uns hier appelliert, gemeinsam mit Ihnen für einen Kurswechsel in der Berliner Wohnungspolitik zu kämpfen. Seitdem ist die Zeit vergangen und es ist erfreulich, dass der Senat statt wie beim Volksbegehren Tempelhof auf Ignoranz und Tricks zu setzen, sich endlich nun bewegt hat, er scheint dazugelernt zu haben. Wir dürfen aber nicht vergessen, auch wenn die SPD gerade so tut, als wäre sie freiwillig und schon selbst auf das Gesetz gekommen. Mit der bevorstehenden Wahl 2016 im Nacken hatte der Senat auch gar keine andere Alternative. Die SPD weiß ganz genau, dass sie einen Volksentscheid zu der sozialen Frage schlechthin in der Stadt ganz klar verloren hätte. Und das auch zu Recht, wie ich finde. Dieses Mietenvolksbegehren war und ist ein Misstrauensvotum gegen den Senat und eine Politik, die es schlicht verpendert in den letzten Jahren den Berliner Wohnungsmarkt wieder in Ordnung zu bringen. Ohne die Initiative mit der Unterstützung der drei Berliner Mieterverbände gäbe es ab 2016 kein Wohnraumversorgungsgesetz für Berlin. Nur dank der Initiative wird das Land Berlin ein Förderfonds für energetische Sanierung und den Ankauf von Wohnungen auflegen. Nur dank der Initiative wird es Mietsenkungen für viele Sozialmieter geben. Und nur dank der Initiative werden die Wohnungsbaugesellschaften, die Landeseigenen endlich sich auch wieder sozial ausrichten müssen. Und deshalb gilt all den Aktivistinnen und Aktivisten mein herzlicher Dank für ihre Arbeit. Das beweist, zivilgesellschaftlicher Druck kann viel bewirken. Die Initiative hat sich aber leider auch in einigen Punkten nicht durchsetzen können. Und zwar vor allem Punkte, die wir als Grüne und Sie auch schon seit Jahren einfordern. Manche Änderungen konnten Sie auch gar nicht stellen, weil es ist nämlich so, bei einem Volksbegehren kann man nur ein Gesetz einbringen und eben nicht mehrere. Ein zentrales Beispiel. Der Senat ist immer noch nicht bereit, die alten Fehler des sozialen Wohnungsbaus zu korrigieren. Das System sozialer Wohnungsbau Westberliner Zeiten wird nicht repariert. Keine Spur von 61, sehe ich da bei der SPD. Dabei könnten die jährlichen Mietschleigerungen und die hohen, teils fiktiven, sogenannten Kopfmieten durch ein neues Wohnraumgesetz auch insgesamt gesenkt werden. Das fordern die Betroffenen, das fordern wir und die Mieteinitiativen seit einigen Jahren. Und dazu haben wir auch ein Rechtsgutachten gemacht, das uns recht gibt und uns bestätigt darin, dass das ein Weg ist, den wir gehen können. Aber die SPD will eben keine Leichen aus dem Keller holen und ist nicht bereit, daran was zu ändern. Nur damit hier keine Missverständnisse entstehen. Auch ich will, dass wir das Gesetz unterstützen, dass wir Ja stimmen. Da sind wir uns absolut einig. Der Stadtsoziologe André Rollm hat folgendes Zitat zum Gesetzentwurf getogen. Menschen, die verdursten, denen ist es egal, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Das stimmt. 20 Prozent der 123.000 Haushalte bei den sozialen Wohnungsbauten, denen wird es ab 2016 mit dem Gesetz wirklich besser gehen. Aber der Rest, der bekommt immer noch keine Unterstützung und wird diesen überhöhten Kostenmieten alleine ausgeliefert. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, es liegt an uns, den Finger weiter in die Wunde zu legen. Die Initiative hat vorgelegt, die Initiative erhofft, dass wir im Parlament den Job machen, den sie nicht machen konnten. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, bitte ich euch, lasst uns weiter kämpfen. Vielen Dank, Katrin. Da ist die Aussprache beendet. Und wir bitten jetzt die Antragskommission und jetzt braucht ihr volle Konzentration, weil das wird noch ein bisschen komplizierter. Ich sage erst mal, was übernommen wurde. Das ist der Änderungsantrag W10-E01 von der Grünen Jugend zum Genderstar, der ist übernommen. Dann die Änderungsanträge E5 und E16, die hängen inhaltlich auch zusammen, weil sie eine Verschiebung eines Absatzes, da gibt es eine modifizierte Übernahme, auf die sich beide Seiten einigen konnten. Beim Antrag Ä19-1 findet ihr in der Tischvorlage 3 den Antrag W10-Ä19-1 neu. Der ist eine modifizierte Übernahme, die zwischen den Antragstellerinnen ausgehandelt wurde. Ihr seht auch, das Verfahren hat noch sehr knapp vor der LDK stattgefunden, in Teilen. Die ist also auch, da ist das, was in der Synopsis steht, da noch Abstimmung. Da ist jetzt also eine modifizierte Übernahme vorhanden. Dann haben wir die Anträge E25, E1 und E2 von der Grünen Jugend. Da gibt es eine Übernahme und eine modifizierte Übernahme. Das heißt, es verbleiben jetzt noch der Änderungsantrag ganz vorne W10-Ä2-1 die Überschrift. Da gibt es gleich eine Abstimmung. Und jetzt kommen wir zum kompliziertesten Teil. Es gibt noch eine zweite Abstimmung beim Antrag Ä35-1. Hier findet ihr in der Tischvorlage 3 eine geänderte Fassung des Ursprungsantrags. Das ist also ein geänderter Antrag von Andreas Otto, der so diesen Textabschnitt in die Abstimmung bringen wird. Und dagegen, ihr habt noch einen weiteren Zettel bekommen. Der hat jetzt keine Tischvorlagennummer. Den habt ihr aber häufig. Ich habe ihn in fast allen Reihen liegen sehen. Ich hoffe, er ist auch in allen Reihen angekommen. Da gibt es einen Antrag, der heißt W10-Ä35-1 neu. Und alles, was hier unten Änderungsantrag ab Zeile 35 steht, das ist der Änderungsantrag. Das heißt, wenn ihr gleich bei der Abstimmung mit Ja stimmt, stimmt ihr für den Änderungsantrag. Wenn ihr mit Nein stimmt, stimmt ihr für das, was in Tischvorlage 3 steht. Habt ihr das verstanden? Das heißt, einmal stimmen wir über die Überschrift ab unter Ä2-1. Das ist relativ einfach. Das ist auch so, wie es in der Synopsis steht, die Alternativen. Und dann stimmt... Oh, da steht auf dem weißen Zettel der richtige Text. Ah, okay. Also auch hier steht nur hier der richtige Text. In der Synopsis steht da ein falscher Text. Da wird auch das abgestimmt, was auf dem weißen Zettel steht. Und beim anderen wird, wie gesagt, Tischvorlage 3 gegen das, was auf diesem weißen Zettel steht, abgestimmt. Ich hoffe, ich kann es einigermaßen verständlich machen. Vielen Dank, André. Bleib in der Nähe, falls wir noch mal Fragen an dich haben. Wir müssen jetzt also Änderungsanträge durchgehen, wie uns André eben vorgeschlagen hat. Wer von euch diesem Vorgehen zustimmt, dem bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Gegenprobe. Wer ist dagegen? dieser Enthaltung? Vielen Dank, dann verfahren wir so. Wir fangen mit dem Einfachen an. W10 E2 1 Der Antragstext lautet im Originalkompromiss zum Mietenvolksbegehren unterstützen und er soll geändert werden in das Gesetz zum Mietenvolksbegehren Doppelpunkt ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wer möchte diesen Änderungsantrag reinbringen? Bitte. Ja, vielen Dank. Also danke, dass du es auch noch mal vorgelesen hast. Also es tut mir leid, aber diese Vielfalt von Änderungsanträgen und das meiste konnten wir bereits besprechen und einen, das zeigt, dass wir auch wirklich intensiv darüber gesprochen haben. Und Thema Einigkeit, damit möchte ich eigentlich anfangen. Also es ist einfach so, wen man in dieser Stadt auch fragt, auch heute noch. Alle sind sich in einer Frage einig und zwar, wir brauchen viel mehr preiswerte Wohnungen in Berlin. Und ich bin sehr froh, dass wir uns darin auch sehr einig sind. Wir haben im März einen super Grundsatzbeschluss gefasst und ich bin der Meinung, dass wir das, das war ja praktisch zum gleichen Zeitmoment, wo die Initiative ihren Mietenvolksentscheid auf den Weg gebracht haben und ich bin der Meinung, dass wir damit echt einiges erreichen konnten, weil wir haben klipp und klar gemacht, wofür wir stehen. Wir haben ja den Beschluss fast einstimmig gefasst. Es waren 130 Leute, es gab eine Gegenstimme, also wirklich ein extrem gutes Votum und es war einfach so, dass dadurch auch signalisiert wurde, wie auch unter den Parteien, die politische Stimmung ist, weil wir das auch so klar gemacht haben. Und jetzt ist es so, diese Einigkeit, die ich in der Stadt sehe, in der Frage und die ich bei uns sehe, in der Frage bezahlbarem Wohnraum, die sehe ich im Senat einfach noch nicht. Wenn man den Begriff nimmt, Kompromiss, ein Kompromiss ist eine Einigkeit, die zwischen zwei Parteien erzielt wurde, wo beide etwas gegeben haben. Also es tut mir wirklich leid, zwischen den Mieterinnen und Mietern in Berlin und dem Senat von Berlin sehe ich noch keine Einigkeit. Ich würde diesen schönen Begriff einfach nicht so gern mit Müller und Henke verbinden, nämlich aber total eigentlich bin, mit den Antragstellern, mit Andreas und allen, die dazu jetzt gesprochen haben, das Gesetz, dem kann man nur zustimmen, weil es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und genau das sollte ich in der Überschrift auch ausdrücken. Ich würde mich sehr über eure Zustimmung freuen. Vielen Dank, Julia. Wer spricht gegen diesen Antrag? Michael. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Julia, lasst uns doch Erfolge auch mal freier. Ja, wir haben hier, die Initiative hat den Senat in einen Kompromiss gezwungen. Sie hat ihn gezwungen in einen Kompromiss und nicht die alleine, sondern das sind auch der Wassertisch, das sind der Energietisch, das ist 100% Tempelhof. Die zusammen haben den Senat gezeigt, so wie ihr bisher mit Volksinitiativen und Volksbegehren umgegangen seid, das geht so nicht weiter. Ihr müsst euch bewegen und die haben das erreicht. Und ich finde, das muss man feiern. Und so wie wir Termintrittsereien, Termintrittsereien genannt haben, so wie wir eine Niederlage des Senats bei Tempelhof Niederlage genannt haben, so kann man auch einen Kompromiss Kompromiss nennen. Und ich finde, das ist ein Riesenerfolg für dieses Volksbegehren und es ist ein guter Kompromiss. Er ist hundertmal besser als das, was der Senat wollte und unter uns er ist auch besser als das, was das Mietenvolksentscheid in diesem Gesetzentwurf schreiben konnte, weil die nämlich gezwungen waren, nur die Sachen beantragen zu können, die in einem Gesetz verabschiedet werden müssen. Und das Ergebnis jetzt ist wirklich besser als das, was der Senat wollte oder auch das, was beantragt war. Es geht uns noch nicht weit genug. Das ist das eine. Kompromiss. Dieses Wort soll in der Überschrift bleiben. Und das Zweite ist das Unterstützen. Das möchten wir, dass wir Grüne das unterstützen, möchten wir auch in der Überschrift lassen. Und zwar unterstützen heißt, dass wir werden dem zustimmen. Nicht, weil es das Ende der Wohnungspolitik ist, sondern weil es ein Anfang ist für eine vernünftige Wohnungspolitik. Weil es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Weil die Subjektförderung jetzt endlich auch für einkommensschwachen Haushalten es ermöglichen wird, im geförderten Wohnungsbau wohnen zu bleiben. Weil die städtischen Wohnungsbaugesellschaften endlich an ihre soziale Aufgabe wahrnehmen können. Und weil wir einen Wohnraumförderfonds haben, der nicht nur den Neubau, sondern auch energetische Modernisierung im Altbau ermöglicht, und zwar sozialverträglich. Und dem werden wir natürlich zustimmen. Das ist doch klar. Was nicht schrittig ist, ist, dass es danach weitergeht, dass man nach einem Erfolg nicht aufhört, Wohnungsbaupolitik zu machen und Wohnungs- und Mietenpolitik zu machen. Das ist überhaupt nicht schrittig. Das steht auch genauso in dem Antrag drin. Aber in der Überschrift, da lasst uns den Erfolg feiern. Lasst uns einfach sagen, das ist ein Riesenerfolg und das ist ein Erfolg, der gegen diesen Senat erzwungen wurde. Und da freuen wir uns drüber. Und natürlich geht danach die Wohnungsbaupolitik weiter. Das ist doch das Allerselbstverständlichste auf der Welt. Vielen Dank, Miriam. Ihr habt die Argumente gehört. Wir kommen zur Abstimmung. Wer von euch für diese Änderung ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Wer ist gegen die Änderung? Vielen Dank. Enthaltungen? Das Erste ist die Mehrheit, die Änderung ist angenommen. Jetzt kommen wir zu einem etwas Komplizierteren. Wir haben ein W1011351 neu und ein W1011351 in der ursprünglichen Synopse. Und ich würde jetzt die Änderung, um die Einbringung der Änderung neu bitten. Katrin. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, lieber Micha, also wenn ich was kann, dann ist es feiern. Aber ich sage dir mal was. Mein Job hier ist, möglichst gute bündnisgrüne Politik zu machen. Und das bedeutet auch, dass man bei diesem Gesetz eine grüne Haltung hat. Und es ist ja schön, dass viele Änderungsanträge übernommen wurden und dass wir uns im Grundsatz einig sind. Nur damit hier keine Missverständnisse entstehen. So wird hier gerade ein bisschen getan. Aber ich finde eben, in der Frage, ob wir Änderungsanträge stellen an ein Gesetz im parlamentarischen Verfahren als Opposition, das muss doch klar sein, wenn wir so eine Positionierung haben. Ich finde, bündnisgrüne Politik macht den Unterschied. Denn mit uns Grünen, mit uns Grünen, wäre das Gesetzespaket der SPD ein anderes geworden. Wie gesagt, da sind viele gute Elemente drin. Aber mit uns würde es ein Gesetz geben, das auch die strukturellen Probleme des sozialen Wohnungsbaus angeht, statt nur Beruhigungspläne an einige Mieter zu verteilen, die leider keine zehn Jahre wirken werden. Wir würden ein Gesetz machen, das nicht nur 50 Prozent, sondern mindestens zwei Drittel der landeseigenen Wohnungen nach sozialen Kriterien vergibt. Damit der Berliner Mischung es auch wirklich gut geht. Die SPD doktort in dem Gesetz an einigen Stellen oft nur rum. Um dann im Wahljahr 2016 alles schön abräumen zu können, damit man sich mit der Initiative nicht mehr auseinandersetzen muss. Ich finde, da machen wir nicht mit. Wir gehen der SPD nicht auf den Leib. Das Gesetz steht überhaupt nicht in Gefahr. Das Gesetz wird am 12. November im Plenum abgestimmt. Und da werde ich auch brav meine Hand für Ja heben. Aber es muss doch darum gehen, unsere grünen Forderungen, die wir im Parlament seit Jahren entwickelt haben, auch weiterhin einzubringen. Weiterhin grüne Eigenständigkeit zu beweisen und den von uns geforderten Kurswechsel weiterhin ins Parlament zu tragen. So wie wir das übrigens eigentlich auch immer machen. Wir sind nämlich nicht dem Senat verpflichtet, sondern unseren Beschlüssen und vor allem der Mieterstadt Berlin. Wenn wir es ernst meinen mit unserem LDK-Beschrift vom März für eine neue Mietenpolitik im Land Berlin, dann ist es doch klar, dass wir auch Änderungsanträge stellen. So wie zum Beispiel beim Zweckentfremdungsverbotsgesetz von Rot-Schwarz auch. Da haben wir Änderungsanträge gestellt, haben dem Gesetz aber trotzdem zugestimmt. Deswegen, liebe Freunde und Freunde, als eure mietenpolitische Sprecherin bitte ich euch um eure Unterstützung für den Änderungsantrag. Das Gesetz unterstützen wir. Das ist keine Frage. Aber es kommt jetzt auf uns an. Auf uns an den Druck konstruktiv weiter aufrecht zu erhalten. Im Sinne der Mieterinnen und Mieter für eine solidarische Stadt. Und das bedeutet natürlich auch, Änderungsanträge an das Gesetz zu stellen und gleichzeitig dem Gesetz zuzustimmen. So, und ich bitte euch wirklich um Unterstützung. Danke. Vielen Dank, Katrin. Ich vermute mal, Franziska, welche gegen diese Anode sprechen. Franziska. Liebe Leute, also eigentlich ist das kein Punkt, wo man eine LDK vor Alternativen stellt. Weil wenn ihr es genau gehört habt, sind wir uns inhaltlich alle einig, in allen Varianten. Der Unterschied liegt darin, ob wir die Fraktion auch fordern, die weitergehenden Forderungen in einen Entschließungsantrag, in Reden, in spätere Anträge zu gießen, oder in Änderungsanträge zu diesem Gesetz, was von dieser Mieterinitiative, nicht als Gesetz, aber zunächst als inhaltlicher Kompromiss, aus dem dann überwiegend der SPD-Senat dann einen Gesetzentwurf gemacht hat, ob wir die sind, die sagen, wir wollen das aufdröseln und wir wollen dazu Nachbesserung. Wir wollen Nachbesserung, aber in eigenständigen, anderen Verfahren. Das ist die Position, die Andreas, Ramona, ich und einige vertreten. In den Nachbesserungen sind wir uns inhaltlich absolut einig, aber nicht in der Form, ob wir damit in die Gesellschaft und auch gegenüber der Mieterinitiative das Signal setzen, das, was ihr ausgehandelt habt, das passt uns nicht, das ist uns nicht gut genug. Das ist eben das, Entschuldige, das ist Kinder, wir sind in der Pflicht, gegenüber der Mieterinitiative nicht besserwisserisch ranzugehen, sondern erst mal dem Ergebnis, was sie erzielt hat, den Respekt zu bezeugen und dann zu sagen, für welche Ergänzung, für welche Änderung, Modifikation, Weiterentwicklung wir stehen. Und um diesen Unterschied geht es, um nichts anderes, ansonsten sind wir uns inhaltlich völlig einig, wir wollen nur, dass nicht Nachbesserungen im Gesetz gefordert werden, sondern außerhalb des Verfahrens, beispielsweise in einem Entschließungsantrag, in dem man das daneben macht, oder in entsprechenden Reden. Und insofern werbe ich, so ähnlich wie Michael, schon dafür, zu sagen, liebe Leute, lasst uns erst mal der Initiative diesen erfolgen, dass wir dem wirklich Respekt zeugen und das anerkennen, was sie erreicht hat. Vielen Dank, Franziska. Wir kommen zur Abstimmung. Wer von euch für diesen Änderungsantrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Vielen Dank. Enthaltungen? Der Änderungsantrag ist angenommen. So, ich glaube, wir haben alle Änderungsanträge bearbeitet und wir kommen jetzt zur Schlussabstimmung über diesen Antrag W.C. Wer von euch für diesen Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Vielen Dank. Enthaltungen? Ohne Gegenstimme. Bei einer Enthaltung ist der Antrag angenommen. Vielen Dank. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Antrag. Der dreht sich auch noch um das Thema Liegenschaften. Ne, wir verlassen das Thema Liegenschaften und kommen jetzt zum Antrag W.07. Der trägt den Titel Berliner Basisforum 2030 Visionär, pragmatisch, basisdemokratisch. Da bitten wir um Einbringung. Einbringen möchte diesen Antrag nach meinem Papier Stefanie Thoma. Und ich lade herzlich ein, Redebeiträge in unsere Boxen zu schmeißen. Ja, hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Schon zu etwas späterer Stunde dieses Parteitages wollen wir euch einen Vorschlag machen, der kein weiteres reguläres Gremium sein soll. Da sind wir auch der Meinung, davon haben wir genug. Sondern wir wollen euch ein Angebot machen, um neue Wege in der politischen Debattenkultur zu beschreiten und Mitglieder wie Interessierte von Beginn an produktiv einzubinden. Um was geht es uns dabei? Es geht uns um eine unkonventionelle Ideenwerkstatt. um einen Rahmen, in dem wir erstens gemeinsam an Konzepten oder auch Visionen für die Stadtgesellschaft der Zukunft arbeiten können. Das heißt für uns, raus aus dem Tagesgeschäft, um möglichst frei von Funktions- und Sachzwecken zu diskutieren. Denn ich glaube, wir haben heute auch eines gesehen. Die politischen Herausforderungen, die in den kommenden Jahren, 10, 20 Jahren vor uns liegt, die erfordern ein radikales Umdenken. Wir merken immer mehr, die alten Rezepte der Sozialtechnokratie funktionieren nicht mehr. Und ich glaube, wir brauchen einfach Mut zur Veränderung, um anders Politik zu machen. Das bedeutet aber auch, dass wir uns selber auch ein Stück weit verändern müssen. Zweitens wollen wir uns die Zeit nehmen, um uns über die Grundlinien unserer Politik zu verständigen. Wo stehen wir jetzt? Und wo soll die Reise hingehen? Wo sehen wir uns im politischen Parteien-System? An wessen Seite? In welchen Fragen? Und drittens wollen wir mit diesem Forum neue Leute ansprechen. Ich sage da nur Stichwort Bürgerinnenbeteiligung oder auch Mitgliedergewinnung. Denn eines merken wir doch auch. Berlin ist eine ganz vielfältige, eine bunte Stadt. Und es sollte immer unser Ziel sein, dass diese Vielfalt sich auch in unserer Partei widerspiegelt. Und da haben wir wirklich noch Nachholbedarf. Dann soll ein Forum sein, bei dem Mitglieder wie Interessierte auch die eigene Kreativität einbringen und für frischen Wind in unserem Landesverband sorgen können. Wie soll das Ganze umgesetzt werden? Ich sage da nur ganz kurz was dazu, weil wir das mit euch nämlich gemeinsam machen wollen. Wir wollen vor 16 mit der Vorbereitungsphase beginnen und bitten, den Darfuhr zu einem ersten Treffen zu allen Interessierten einzuladen, um sämtliche organisatorische Fragen zu klären. Unser Vorschlag ist, dass das Ganze unter dem Dach des Landesverbandes stattfindet. Warum? Weil man nämlich dann hier auch die finanziellen und infrastrukturellen Mittel beantragen könnte. Und was uns auch ganz wichtig ist, ist, dass diese Themen, die dann dort besprochen werden, wirklich auch aus der Mitte unserer Partei, aus der Basis kommen. Und dass wir dann eben von der LDS auch entsprechend Unterstützung bekommen bei der Bewerbung oder der Kommunikation. Noch zum Schluss. Wir sind eine Mitmachpartei und ich glaube, wir brauchen wirklich die Expertise von Menschen aus unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten der Gesellschaft. Fassen wir wieder den Mut zu mehr Leidenschaft und auch zu weniger Parteisprech und mehr klaren Worten und mehr Mut für das große Ganze. Auch dafür soll dieses Forum Raum und Gelegenheit bieten, eine Debatte der Möglichkeiten ohne Scheuklappen, fair und konstruktiv, aber eben auch kontrovers. Vielen Dank. Vielen Dank an Stefanie. Redebeiträge in unseren Boxen haben wir jetzt nicht, sodass ich die Antragskommission bitte, zur Antragslage zu reden. So, jetzt machen wir es wieder einfacher. Es gibt zwei Änderungsanträge, die ihr in der Synopse unter E4 und L69 findet, jeweils von Bettina Herrlasch und Daniel Wiesner. Die sind beide von den Antragstellerinnen übernommen worden, sodass das auch unser Verfahrensvorschlag erinnert. Gut, wenn ihr mit dem Verfahrensvorschlag der Antragskommission einverstanden seid, dann bitte kurz das Kartenzeichen. Gut, sind alle soweit einverstanden. Dann gehen wir jetzt über zur Abstimmung des Antrages. Wer für den Antrag stimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen? Wer stimmt gegen den Antrag? Wer enthält sich? Also bei relativ vielen Enthaltungen haben die meisten für den Antrag gestimmt, wenn ich es richtig gesehen habe. Also ist dieser Antrag damit angenommen. Wir gehen jetzt weiter in der Tagesordnung. Wir haben jetzt den letzten Antrag für heute. Der wird eventuell noch mal etwas kontroverser. Es handelt sich um den Antrag W04. Der Antrag W04 Familienfreundliche Partei ehrenamtliches Engagement von Eltern bei Bündnis 90 und sich die Grünen ermöglichen. Ich bitte um Einbringung durch Nina Starr. Und ich bitte das Plenum noch mal etwas um Ruhe. Es ist nach dem letzten etwas problematischeren Antrag wieder lauter geworden. Es wäre schön, wenn wir wieder ein bisschen ruhiger werden könnten. Also bitte Nina. Ihr Lieben, wir haben vorhin den Antrag Stadt Berliners Stadt für Familien bereits verabschiedet. Uns geht es heute auch darum, noch mal deutlich zu machen, wir sind doch eine Partei für Familien. Wir sind doch eine Partei, in der Eltern sich engagieren können. Lisa Paus hat da schon vorhin den Brief rumgegeben. Da haben wahrscheinlich viele von euch gesehen, wo es darum geht, dass Eltern in der Politik gewisse Voraussetzungen brauchen, um ihr Mandat oder ihr Amt wahrnehmen zu können. Und das Gleiche gilt für Leute, die eben keine Berufspolitiker sind, sondern sich ehrenamtlich bei uns engagieren. Und da möchten wir einfach noch mal gewisse Grunddinge, die eigentlich klar sind, einfach noch mal etwas klarer ziehen und deutlich hinstellen. Wir wollen Eltern einbeziehen, das ist, glaube ich, keine Frage bei uns. Häufig funktioniert es aber noch nicht, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ob betrifft es Frauen, die sich dann nicht einbringen können, weil sie zu Hause sich um die Kinder kümmern. Das ist einfach nach wie vor eine Tatsache, dass es häufiger Frauen sind. Und deswegen sind viele der Instrumente, die man nutzen kann, dann auch Instrumente, die auch im Frauenstatut drinstehen. Beispiel Redezeitbegrenzung. Wir müssen, finde ich, von uns aus offen auf die Eltern zugehen. Wir haben als erste Partei beispielsweise im Statut zur Gleichstellung geregelt, dass es eine Kinderbetreuung auf Parteitagen gibt. Sowas müssen wir offensiv anbieten. Sowas müssen wir auch wirklich überall klar regeln. Und die meisten Kreisverbände sind da schon wirklich sehr, sehr gut dabei. Die bieten Kinderbetreuung an, die machen verringerte Sonderbeiträge für die BVV, oder die Kinder haben. Alles Weitere. Ihr findet es ja in dem Antrag. Uns geht es jetzt noch mal darum, deutlich zu machen, was ist eigentlich der Mindeststandard? Was sollte in allen Kreisverbänden, in allen MDAGen gemacht werden? Und dafür haben wir nochmal diesen Antrag gestellt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem zustimmt. Danke. Vielen Dank, Anmina. Wir haben jetzt einen Redebeitrag eingeworfen. Hat sich Daniela Ehlers. Ja, ich finde es unglaublich wichtig, dass wir diesem Antrag heute zustimmen und dass wir den auch in der Art und Weise, wie er gestellt worden ist, zustimmen. Und zwar nicht mit einem, wenn möglich, sofern gewünscht oder ähnlichen Sachen drin. Weil genau solche Formulierungen es sein werden, mit denen wir uns schlingen, selber bauen, wodurch im Zweifelsfall Frauen oder auch Eltern, aber leider eben, wie Nina gesagt hat, meistens Frauen, die auf Kinderbetreuung angewiesen sind, die Teilnahme im Zweifelsfall nicht ermöglichen und somit die Chance geben, dass, soweit es nicht gewünscht ist von Gremien oder eben als etwas zu aufwendig agnesieren wird, es nicht gemacht wird, weil es soll ja nur geschehen, wenn möglich. Und zum anderen finde ich es unglaublich wichtig, dass das Ganze passiert. Denn wenn ich hier auf dem Parteitag sitze und mir anhören muss, dass hier sagt, im Kindergarten, ich soll meinen Sohn nicht mitbringen, dann weiß ich nicht, wie das Ganze ansonsten funktionieren soll. Ich bin gerne in dieser Partei aktiv und ich bringe gerne meinen Sohn mit und solange wie mein Freund auch mit hier ist und auch gerne mit hier sein möchte, haben wir auch nicht sondern nicht viele andere Möglichkeiten mit einem dreieinhalb Monate alten Kind. Es geht nicht anders. Die Kinderbetreuung ist leider noch nicht so ideal, dass ich da auch ein dreieinhalb Monate altes Kind hinbringen kann. Das ist aber auch okay, weil er hat die meiste Zeit geschlafen und ja, er war einmal kurz laut, als er Hunger hatte. Mein Gott, das ist nun wirklich kein Problem und ich finde, diese Partei sollte damit nun wirklich leben können. Das klingt mal zwei Minuten und ein bisschen quengelt da hinten in der Ecke. Das ist nun wirklich überhaupt kein Problem und wer damit ein Problem hat, sollte sich fragen, ob an dieser Partei richtig ist. Vielen Dank an Daniela. Es kommt jetzt gleich noch ein weiterer Redebeitrag, wie ich sehe, von Bernd Schwarz. Andere Redebeiträge haben wir bislang nicht. Ich nutze jetzt kurz die Zeit, um noch eine Ansage zu machen. Bernd Schwarz hatte vorhin geworben für das Kita-Bündnis. Es gibt Unterstützerlisten, in die man sich eintragen konnte, die hier auslagen. Es wird gebeten, die Unterstützerlisten möglichst einzutragen und die Listen dann wieder zurückzugeben an Bernd Schwarz. Weil wir keine weiteren Redebeiträge haben, kannst du gleich anfangen, Bernd. Wir ergänzen mit diesem Antrag eigentlich nur den Leitantrag Stadt der Familien. Und zwar, jetzt sind wir, wir haben den Leitantrag Stadt für Familien und eigentlich könnte man den nennen Partei für Familien. Und damit wir sichern, dass wir als Eltern auch an Parteiveranstaltungen wirklich teilnehmen können, wir brauchen nicht alle eine bezahlte Kinderbetreuung. Aber wir dürfen nicht den Weg gehen, dass wir diejenigen, die es sich nicht leisten können, ausschließen. Wir brauchen eine professionelle Kinderbetreuung, die auch manchmal die Kleinen mit aufnimmt, die auch ein Angebot an die Jugendlichen schafft. Wir können es nun mal nicht immer und immer wieder irgendwie privat lösen. Wir dürfen als offene Partei Eltern und Familie nicht ausschließen. Und dieser Antrag ergänzt hervorragend das Bild, dass wir im Familienantrag beschrieben haben. Von daher bitte ich um Unterstützung. Wir haben ja gleich noch einige Änderungsanträge. Ich möchte darum bitten, dass sich jeder prüft, was welches gut schwerer wiegt. Die Möglichkeit einer möglichen finanziellen Belastung in irgendeiner Größe oder das Bild, das wir nach innen und nach außen tragen. Eltern, ihr seid in unserer Partei willkommen. Ihr seid dabei. Ihr dürft mitmachen. Und verdammt noch mal, bringt eure Kinder mit. Denn den Kindern gehört die Zukunft. Das schreiben wir auf unsere Fahnen. Deshalb sollten die Kinder auch dabei sein dürfen, wenn es nicht anders geht oder wenn sie dabei sein möchten, was es nämlich auch gibt. Vielen Dank. Vielen Dank an Bernd. So, jetzt bitte ich die Antragskommission nach oben. Konzentration bitte. Die Antragskommission. Die Antragskommission. Also es liegen 1, 2, 3, 4, 5 Änderungsanträge vor von Tobias Balke. Es wurde übernommen oder Übernahme vereinbart zum ersten Änderungsantrag. Das ist der 38.1 aus der Übersicht. Und ansonsten gibt es noch vier Abstimmungen. Und eine würde ich euch noch näher vorstellen, weil es da jetzt eine andere Vorlage für gibt. Und zwar ist das der B46. Da ist vereinbart eine modifizierte Übernahme statt Bezirksverordnete, wird geschrieben Bezirksverordnete und Bürgerdeputierte. Und zusätzlich wird eine Änderung, die ihr jetzt nicht mehr hier findet, sondern in der Züchvorlage 3, die wird abgestimmt. Und zwar ist das Änderungsantrag 46.1 neu auf der Tischvorlage 3. Und die anderen Anträge, da schlagen wir auch Abstimmungen vor. Bis auf den ersten mit Übernahme. Vielen Dank. Wir haben eine Reihe von Abstimmungen vorgeschlagen. Seid ihr mit dem vorgestellten Vorgehen der Antragskommission einverstanden? Bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Gegenprobe. Mithaltungen. Dann verfahren wir so. Ich darf Tobias Barke nach vorne bitten, der die verschiedenen Änderungen, die er vorgeschlagen hat, einbringen kann. Und wir fangen an mit der Änderung A 39.1. Gut. Liebe Freundinnen und Freunde, der Antrag ist gut gemeint. Und ausdrücklich sei es dir gesagt, junge Eltern und alle, die es werden wollen, sind herzlich willkommen. Und ja, ihr habt das Recht auf unsere Solidarität mit den Kosten der Kinderbetreuung und mit der Zeitplanung. Aber dieser Antrag ist in zwei wichtigen Hinsicht schlecht gemacht. Meine Anträge versuchen, dies zu reparieren. Hier an der ersten Stelle geht es gleich um die Finanzen der Kreisverbände. Dieser Antrag macht, so wie der Landesvorstand es will, etwas ganz Falsches. Die Hauptlast der Kosten wälzt er ab auf die Kreisverbände. Er macht euch bitte erstens klar, um was für Summen es hier geht. 2010 hat uns in Dortmund-Wilmersdorf ein einziges Kind der damaligen BVP-Kreisitzenden 3.400 Euro gekostet. Diese Summe würde in Zukunft für jede Bezirksverordnete und in der Größenverordnung ähnlich auch für Vorstandsmitglieder, Kreisvorstandsmitglieder anfallen. Ihr könnt euch das selbst ausrechnen. 5 Stunden in 30 der 52 Jahreswochen A13 Euro das ist der Betrag um es geht also 3.000 bis 3.500 Euro pro betroffenen Menschen und das wiederum hat praktische Konsequenzen, die euch sehr eindringlich zu Gemüte führen sollt, denn wenn die Kreisvorstandsmitglieder das wirklich tragen müssen, dann werden sie schnell ihre Rücklagen aufgebaut haben, sie werden danach nicht an die Fixkosten gehen, bevor sie ihre Geschäftsführer über die Klinik springen lassen, bevor sie ihre Geschäftsstellen aufgeben, werden sie die gesamte Öffentlichkeit zusammenbrechen. Es wird kaum noch Stachelnummern geben, es wird Wahlkampf nur noch nach Kassenlage geben, das heißt ausübt mit den Mitteln, die sie vom Landesverband überwiesen bekommen und das ist eine massive Gefährdung unserer politischen Arbeitsfähigkeit. Zum Virus an dieser Stelle besicht, diejenigen, die durch diese Änderung begünstigt zu werden hoffen, sich mal vorzustellen, was passieren wird. Die Kreisverbände werden Notmaßnahmen ergreifen, wenn wir sie finanzielle Notlage bringen. Sie werden sagen, das können wir uns für ein für zwei Großrelevanten für drei und vier leisten, aber nicht mehr. Und wenn weitere kommen, dann werden sie ihnen sagen, liebe Eltern, eure Mitarbeit würden wir gerne annehmen, aber nicht unter Bedingung, in denen das uns praktisch jede einständige Öffentlichkeitsarbeit unmöglich macht. Ich bitte euch, den von mir vorgeschlagenen euch vorgespringenden Änderungsantrag anzunehmen. Das heißt, es den Kreisverbänden freizustellen, was ihnen laut Bundessatzung auch freistehen sollte, es nach ihren Möglichkeiten zu regeln. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wer spricht gegen diesen Änderungsantrag? Nina, bitte. Tobias, ich bin hier dankbar für deine Sorge. Ich möchte es noch nicht ins Lächerliche ziehen, auch wenn es sich so anhört, als die Kinderbetreuung der Partei der Untergang des Abendlandes. Ich habe gehört, Marzahn Hellersdorf macht das auch. Das ist meines Erachtens nach ein kleinerer Kreisverband. Die schaffen das auch. Und wenn ein Kreisverband mit diesen finanziellen Mitteln es schafft, wo liegen dann bitte die Prioritäten der anderen Kreisverbände, wenn sie es nicht schaffen? Deswegen sage ich hier ganz klar, wir müssen da natürlich als Kreisverbände unter Umständen unsere Prioritäten sortieren, aber ich finde, das kann man von einer Partei, die die Beteiligung von Eltern und Kindern großreibt, auch und ich möchte euch bitten, diesen Änderungsantrag abzulegen. Danke. Vielen Dank. Wir kommen zur Abstimmung über diesen Änderungsantrag von Tobias Barke. Wer für die Änderung ist die Mitte um das Kartenzeichen? Vielen Dank. Gegenstimmen? Vielen Dank. Enthaltungen? Die Änderung ist abgelehnt. Wir kommen zum nächsten Änderungsantrag, das ist die B43 1, wiederum von Tobias Barke. Bitte um Einbringung. Und zwei Minuten bitte. Ich kann es kurz machen, es geht auch um eine sehr kleinere Summe, aber sie wird in der finanziellen Notlage, in der diese LDK, die Kreisverwende stürzen, würde, auch schon ins Gewicht fallen. Ich beantreide gelegentlich an dieser Stelle anzufügen, dass, wenn die Bedarfsprüfung null ergibt, auch die Kinderbetreuung entfallen kann. Und zweitens, noch einmal, auch dies wenigstens für die Kreisverbände nach ihren Möglichkeiten, ihre Möglichkeiten, an denen in der Fläche ganz wesentlich der Anseln und der Einfluss unserer Partei liegt. Vielen Dank, Tobias. Wer möchte gegen diese Änderung sprechen? Nina? Formal? Wir kommen damit zur Abstimmung. Wer von euch für diesen Änderungsantrag von Timias ist, bitte um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Vielen Dank. Enthaltungen? Die Änderung ist abgelehnt. Wir kommen zum nächsten Änderungsantrag, der sich anlehnt an E46 1. Da ist ein Teil modifiziert übernommen worden, nämlich Bezirksforderte und Bürgerdeputierke. Der Rest der Änderung steht zur Abstimmung. Bitte um wenn möglich es möglich die Fraktionen selbst bezahlen zu lassen, was für die Kinderbetreuung der Bezirksforderten und Bürgerdeputierten in Zukunft ein ansprochen sein soll. Begründung habt ihr gelesen, ab dem 1. 1. 2014 haben die sehr große Saison verständige Säungen sie vorher nie gebraucht und nie bekommen haben zur freien Verfügung. Sie können es finanziell ohne Weiters. Sie können es auch rechtlich in den Musterprozess führen. Rechtsanfassungen des Landesrechtsanfassungen sind durchaus nicht unanfechtbar und nicht in jedem Zweifel haben. Auch in diesem Fall gebe ich dann gerne Hinweise denjenigen Fraktionen, die es versuchen wollen. Sie sollten beschließen, dass sie es versuchen sollen, dass sie weiter versuchen sollen bei Sitzungen von Plenum Ausschüssen eine parteiübergrafliche Erbetragung zu realisieren auch aus Kostbrücken. Und erst dann, wenn es nicht möglich ist, sollen die Kreisverbände einspringen und auch hier bitte nach den tatsächlichen finanziellen Möglichkeiten der Kreisverbände unter Wahrung ihrer politischen Aufgabe auf. Vielen Dank. Gegenrede? Nina, bitte. Da muss ich jetzt doch ganz kurz was sagen, denn es klingt charmant, dass die Fraktionen es selber machen. Das geht einfach rechtlich nicht, weil die Bezirksverordneten bekommen eine Aufwandsentschädigung und die kann man natürlich nach Sicht des Landesrechnungshofs dafür einsetzen, während der Sitzung auch einen Babysitter zu bezahlen. Nun ist es in unserer Partei aber so, dass wir den Großteil der Aufwandsentschädigung als Bezirksverordnete wieder abgeben. Dementsprechend haben wir hier vorgeschlagen, die, die diesen großen Teil abgeben, wenn sie Kinder haben, sollen sie halt entweder etwas weniger abgeben, es gibt einige Kreisverbände, die praktizieren das so, oder ihnen werden die Betreuungskosten erstattet und es muss leider einfach der Kreisverband sein, es geht nicht anders und deswegen können wir diese Änderung leider auch nicht annehmen und ich bitte euch um Anregung. Danke. Vielen Dank. Wir kommen zur Abstimmung. Wer von euch für diesen Änderungsantrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Vielen Dank. Enthaltungen? Der Änderungsantrag ist abgelehnt. Wir kommen zum nächsten Änderungsantrag, der nennt sich E55-1 und Antragsteller ist Tobias Balke. Meine letzte Bitte, 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 keine streckte, absolute, starrer, unverhinderliche, Redezeit, grenzungserziehende Zeitgrenze für Sitzung. Wer von euch nicht was gewisse Erfahrung hat, weiß, es gibt ausgezeichnete Gründe, über das in unserer Versetzung aus guten Gründen weit stehende. Redet ihr zweieinhalb Stimmen immer nicht länger hinaus zu gehen. Wir haben es oft genug erlebt und würden jetzt ab jetzt Anlass erfahren, gäbe es Überschuss für Beschlüsse und es gäbe das Versäumnis von Fristen, weil Beschlüsse und die Sklöne fast nehmen können, wenn auch nur ein Mitglied sagt, ab 21.30 darf nichts mehr beschlossen werden, und es wäre ungültig. Daher bitte ich, es gibt die Möglichkeit, anzuräumen, in begründeten Ausnahmefällen weiterhin Versammlungen einer Verlegung der Sitzungszeit bestätigen und weiter bitte ich euch darum, es insbesondere den Vorständen und den Fraktionen es vor allem möglichen, auch Noten als in Krisensituation am frühen Morgen und spätigen Abend gut Sonntags Sitzung beizuführen wenn es sein muss nur dann aber dann auch möglich wie gesagt wer politische Erfahrungen hat weiß es gibt es gibt Lagen in denen es für unsere Ziele notwendig ist wenn überhaupt zu handeln dann rechtzeitig zu handeln und um nicht solche Situation unantagbar zu machen keine streckte starre unveränderliche Einschränkung auf die Eltern in voraus mögliche Zeit Danke Vielen Dank Tobias Gebt es eine Gegenrede Ich weiß wie Deutsch Friederike bitte Planbarkeit so dass man ein festes Sitzungsende hat ist wichtig und nicht nur für Familien weil Planbarkeit brauchen ja eigentlich alle und es sollte dabei auch nicht bei einem wenn möglich ja bitte eventuell oder ähnlichem bleiben Sitzungen und Beschlüsse werden nicht automatisch besser nur weil wir länger darüber reden und auch bei überlangen Sitzungen kann es dazu kommen dass überhaupt gar keine Beschlussfähigkeit mehr vorhanden außer selbst wenn sie noch vorhanden ist und es dazu führt dass beispielsweise Menschen die auf Kinder oder die pflegungsbedürftige Angehörige haben dann nicht mehr daran teilnehmen können ist das dann noch demokratisch deswegen sind feste Sitzungszeiten für uns alle wichtig und das andere ist dass unser Antrag ja auch nicht sagt dass in absoluten Sonderfällen oder Ähnliches so was man machen kann man kann auch immer GO-Anträge stellen und sagen okay wir verlängern das aber uns geht es darum dass wir das Ganze nicht verbessern sondern dass wir es als festes Ziel vereinbaren wir wollen Sitzungszeiten einhalten denn nur so ist sichergestellt dass auch alle Menschen in die Sitzung wirklich teilnehmen können es kann nicht sein dass ich eine Kreismitgliederversammlung oder eine Bezirksgruppe habe und ab 10 müssen langsam alle Menschen gehen und erst dann werden Vielen Dank wir haben Pro und Kontra gehört wer von euch für diesen Änderungsantrag ist den bitte ich um das Kartenzeichen Vielen Dank wer ist dagegen Vielen Dank Enthaltungen Der Änderungsantrag ist abgelehnt So ich glaube ich habe jetzt alle Änderungsanträge durchbearbeitet und würde jetzt zu Abschluss Abstimmung über den Gesamtantrag kommen Wer von euch für diesen Antrag ist den bitte ich unter das Kartenzeichen Vielen Dank Bester Gegen Vielen Dank Enthaltungen Bei wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen ist der Antrag angenommen Vielen Dank Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 9 Verschiedenes Da liegen mir bisher keine Themenwünsche vor Gibt es weitere Wünsche Das sehe ich nicht Dann danke ich euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und übergebe an den Landesvorstand Ja Liebes Präsidium wir danken auch zuallererst euch dass ihr uns hier gut durchgeführt habt bei den anderen Präsidium das hier zum Teil noch da ist und euch die 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 uns wirklich ein paar spannende Debatten und ein paar sehr wichtige Weichenstellungen gebracht hat danke euch dafür So und wir verstehen sehr sehr gut dass ihr alle aufbrechen wollt das war ein langer Tag aber wir möchten euch doch bitten nochmal ganz kurz zuzuhören und zwar funktionieren solche Veranstaltungen nicht ohne euch Logo aber sie funktionieren vor allem nicht ohne unser Team und ihr müsst euch vorstellen Ja Gerne Ihr müsst euch vorstellen dieser Raum war noch gestern komplett leer und wir können gehen ihr könnt gehen selbstverständlich aber einige werden bleiben müssen bis dieser Raum wieder komplett leer ist und das ist einfach eine großartige Arbeit die da geleistet wird und nicht temporär sondern natürlich auch mit der ganzen Vorbereitung wir haben ja eine Sache anders gemacht ich weiß nicht wie ihr es gemerkt habt wir haben diesmal am Mittwoch ein Antragstellerinnen Treffen gemacht und wir haben uns bemüht vorzuhalten wir konnten euch bereits am Freitag eine Synopse Zweckstransparenz mit den Verhandlungsergebnissen vorstellen das hat schon mal ganz gut geklappt noch besser wäre es noch besser wäre es wenn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns nicht in der Nacht zu Samstag um eine Uhr noch SMS schicken müssten es hätten noch Antragsteller modifizierte Übernahmen modifiziert das will ich einfach so deutlich sagen das würde ich mir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr wünschen aber wir werden besser und auch das nächste Mal werden wir noch einen Tick besser da sind wir ganz optimistisch nein lieber LGS lieber Mirko ich nenne jetzt einfach mal lieber Henriette euch ganz ganz herzlichen Dank ihr habt das super gemacht ich sehe es zu beiden Seiten so und außerdem möchte ich noch danken der Antragskommission auch die war nicht nur korrekt sondern auch sehr unterhaltsam unsere Beschlusskommission der Mandatsprüfungskommission Dritter Büsche und Lars unserem treuen Protokollanten unserem treuen Protokollanten dem gesamten Team der Landesgeschäftsstelle ich bin sehr gespannt was die die das zum ersten Mal erleben am Dienstag in der Teamsitzung erzählen werden dann Roland Kolb und seinem Team vom Catering & More den Technikerinnen und Technikern die uns hier mehr oder minder ja Saft begeben haben in dem Zusammenhang auch nochmal der Hinweis auf das Stream Team super dass ihr uns wieder gestreamt habt vielen vielen Dank dafür wenn es denn noch läuft ich will stark hoffen aber so ich euch kenne seid ihr noch auf Sendung und der ehrenamtlichen Webredaktion die Bühne hat uns diesmal der Richard Härten hingestellt das ist derjenige vom Büro Grün der auch für die BDK immer zu sagen den Bühnenaufbau macht lieber Richard herzlichen Dank und wenn aber vergessen bestimmt irgendjemand that's it that's it der möge sich jetzt melden im Zweifelsfall euch vielen Dank an euch kommt gut nach Hause tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020